Wie ich es zu meiner Zeit auch tat, sagte Seliane schließlich, indem sie zu Enjomedas große Erleichterung den Blick abwandte und über die umliegenden Baumreihen schweifen ließ. Die beiden Frauen gingen weiter. Alexander war ein Landsmann von mir, fuhr Seliane fort, aber wir sind nie Freunde gewesen. Er war ein schreckliches Kind, hat sich ständig irgendwelche Knochen gebrochen und die Knie aufgeschlagen. Ich hingegen war ein Mädchen, das sich nicht gern schmutzig machte und mit Vorliebe zivilisierte Teepartys abhielt, ohne dreckige Jungs. Erneut kam Enjomedas aus dem Staunen nicht heraus. Seliane sprach da von einer Zeit, die so lange zurücklag, dass es wohl auf der ganzen Welt niemanden außer ihr gab, der sich daran erinnerte. Fühlt man sich einsam? fragte sie ganz spontan. Sie sind jetzt die einzige Uralte auf der Welt. So wie Alexander der einzige Uralte war, als er sich zu seinem Schlaf zurückzog. Außer ihnen erinnert sich niemand mehr an diese lang zurückliegenden Zeiten. Li Joon mochte sich für eine Uralte halten und war gewiss auch älter, als irgendwer genau hätte sagen können. Trotzdem war sie nicht annähernd so alt wie Seliane. Seliane schien die Frage nicht so unverschämt zu finden, wie Enjomedas befürchtet hatte. Sie lächelte sogar. »Langsam verstehe ich, warum du eine Freundin von Nasir bist«, gelehrte. »Du bist genauso wagemutig wie der zahme Tiger meines Sohnes.« »Nasir ist nicht zahm«, dachte Enjomedar. Er hatte sich einfach entschlossen, Raphael zu dienen und dem Erzengel seine Loyalität zuzueignen. Soweit Enjomedar es beurteilen konnte, wusste Raphael das, denn die Beziehung zwischen den beiden Männern hätte sonst nicht so eng sein können.« »Ja«, sagte Seliane, nachdem sie kurze Zeit geschwiegen hatte. Es wäre ein Vergnügen, einen Landsmann zu haben, mit dem man sich über die Zeiten unterhalten könnte, an die sich sonst niemand mehr erinnert. Vielleicht lade ich Alexander hierher nach Ammanat ein, falls er aufwachen sollte. Er wuchs zu einem großen General heran, und obwohl er so dumm war, meinen Sohn zu bedrohen, scheint er sich im Laufe der Jahre doch ein Mindestmaß an zivilisiertem Benehmen zugelegt zu haben. Enjomedar heuchte auf. Seliane hatte gerade mehr ausgesprochen, als die Worte eigentlich besagten. Sie hatte feine Untertöne herausgehört. Seliane und Alexander mochten nicht befreundet gewesen sein, fremd waren sie einander jedoch auch nicht gewesen. Kein Liebespaar, das nicht. Vielleicht ging es auch nur darum, dass sie beide im selben Kader gewesen und sich mehr als einmal über den Verhandlungstisch hinweg trockene Beleidigungen an den Kopf geworfen hatten, wohl wissend, dass letztlich nur ein Uralter genau verstand, was in einem anderen Uralten vorging. So etwas verbindet. Wissen Sie von geheimen Orten, an die er sich zum Schlafen zurückgezogen haben könnte? Orte, die heute niemand mehr kennt? Das konnte man nur hoffen. Könnte er sich unter der Erde versteckt haben, wie sie es taten? Sollte das der Fall sein, dann war der schlafende Erzengel in Sicherheit. Aber Seliane schüttelte den Kopf. Nein, anders als ich verspürte Alexander keine besondere Verbindung zur Erde. In Enjomedas Hirn klickte es. Die Legion. Obwohl die Kämpfer aus dem aufgestiegen waren, ging das Gerücht, sie seien aus der Erde erschaffen. Raphael schien die Gaben seiner Mutter zum Teil geerbt zu haben, auch wenn sie sich bei ihm in anderer Form zeigten. Wenn nicht Erde … Schweig, Kind, fuhr Seliane sie ungehalten an. Meine Erinnerungen sind wie ihre Wollfäden. Ich muss sie erst ordnen. Eine halbe Stunde später, die Welt war bereits grau geworden, sprach Seliane endlich weiter. Metall. Alexander hatte eine deutliche Affinität zu Metall. Er konnte Eisen wie Wasser fließen lassen und Gold und Silber aus der Erde ziehen. Enjomedas Augen wurden riesig. Das war nirgendwo in den Annalen verzeichnet. Einmal, als er noch ein ungehobelter Jugendlicher war, zog er direkt vor meinen Augen Gold aus der Erde und schmiedete ein Armband daraus. Seliane schüttelte den Kopf, als könnte sie heute noch nicht glauben, was sie damals gesehen hatte. Er und Nediel. Zwischen diesen beiden bestand eine große Rivalität. Aber Alexander hat mit mir getrauert, als das Herz meines Liebsten nicht mehr schlug, und er erinnerte sich daran, wer Nediel einmal gewesen war. Noch nach all der Zeit hörte man deutlich, wie Seliane litt. Was musste es sie gekostet haben, den wahnsinnig gewordenen Gefährten zu exekutieren? Enjomedas konnte sich solchen Schmerz nicht vorstellen. Sie wollte sich gerade leise entschuldigen und gehen, um Seliane ihren privaten Erinnerungen zu überlassen, als sie die uralte Tiefluft holen hörte. So wie ich Alexander kenne, wird er sich an einem geheimen Ort eine Stahlkammer gebaut haben. Seliane klang überzeugt, was Enjomedas Theorie bestätigte. Die beiden uralten hatten sich näher gestanden, als man bisher gedacht hatte. Als er sich damals von der Welt zurückzog, konnte eine solche Metallkammer nur mit Engelsfeuer aufgebrochen werden. Aber Jelena hat mir von neuen Maschinen erzählt, die mit heißem Licht arbeiten. Laser? fragte Enjomedas, als Seliane nicht weitersprach. Stimmt. Ich glaube, mit solch einer Maschine könnte man Alexanders Metallkammer öffnen, selbst wenn Nijua nicht persönlich anwesend ist, um mit ihrem giftigen schwarzen Regen um sich zu werfen. Das waren Neuigkeiten, die Enjomedas am liebsten nicht gehört hätte. Wird er aufwachen, wenn er gestört wird? Aus dem Schlaf zu erwachen ist eigentlich ein langer, nur langsam vonstatten gehender Prozess, erklärte Seliane. Wenn du ihn störst, ehe er ganz wach ist, und sein Unterbewusstsein sieht dich als Bedrohung, dann bleibt dir womöglich keine Zeit für Erklärungen. Dann bist du nämlich gleich tot. Du solltest also auf keinen Fall Zeit verschwinden, wenn du erst einmal seine Aufmerksamkeit erregt hast. Enjomedas schluckte. Das klang nicht gut. Aber sie würde trotzdem weitermachen und die Suche nach Alexander auf keinen Fall jemand anderem überlassen. Wenn sie nicht mehr lange zu leben hatte, dann sollte es wohl so sein. Sie verbrachte ihre letzten Tage und Stunden wirklich lieber an der Seite des unglaublichsten Mannes, der je über den Weg gelaufen war, als am Hof ihres Großvaters, wo sie mit jedem Tag deutlich spüren würde, wie ihre Seele verdorrte. Es war früher Abend und am Himmel leuchteten die ersten Sterne, als Nasie durch die Baumwipfel der Wälder von Kagoshima kletterte, während sich die hier lebenden Affen heftig und lautstark über das Eindringen eines Fremden in ihr Gebiet beschwerten. Ein Manat war fast schon zu sehen, als es um ihn herum auf einen Schlag totenstill wurde. Nichts regte sich mehr. Weder die Affen auf den Bäumen noch die wilden Pferde unter den Bäumen, weder die Vögel am Himmel noch Nasie selbst. Er atmete noch nicht einmal, während er lauschte und seine Nackenhaare sich aufrichteten. Denn das Frühwarnsystem dieses Waldes war etwas, das zivilisierte Wesen zu beachten verlernt hatten. Anders Nasie. Er wusste, hier stimmte etwas nicht. Und so schnupperte er. Was die Brise an unvertrauten Gerüchen brachte, hörte den Flügelschlag, als etwas landete. Ganz vorsichtig drehte er sich um, bewegte sich lautlos durch die Bäume. Diesmal beschwerten die Affen sich nicht. Sie mochten mit ihm schimpfen, wenn alles normal lief. Doch in Gegenwart dieses Anderen sahen sie in ihm ein Tier, nahmen ihn als einen der ihren wahr. Wir gegen sie. Für die Affen waren Nasie jetzt wir. Denn sie wussten durchaus, wer in diese Gegend in der Nähe von Seljains Territorium gehörte und wer nicht. Die Flügel, die Nasie von seinem Baum aussah, hatten hier eindeutig nichts zu suchen. Da hatte Elijuans Generäle wohl unterschätzt. Es war reine Glückssache, dass diese leichte Schwadron nicht schon früher eingetroffen war, und zwar früh genug, um Enjometer vom Himmel zu holen. Eng an einen Ast geschmiegt, strengte Nasie all seine Sinne an, um zu erfahren, was die vier feindlichen Engel besprachen. Hineingehen, erkundigte sich die einzige Frau in der Gruppe. Negativ. Der größte der Männer machte eine abwehrende Handbewegung. Wir wollen keine direkte Auseinandersetzung. Philomena war sich sicher, dass Elijuans Prioritäten woanders liegen. Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, die Gelehrte zurückzuholen. Der Engel, der von Nasie aus gesehen am weitesten links stand und er eine sehr dunkle Haut hatte, nickte zustimmend. Sie muss hier sein. Von unseren Leuten wurde sie zuletzt über dem südlichen Ende von Kumamoto gesehen. Einen anderen Hafen gibt es für sie hier in der Nähe nicht, und sie ist noch jung. Sie kann nicht ohne Pause endlos weiterfliegen. Das sehe ich auch so. Der letzte der drei Männer sprach einen anderen Dialekt als die anderen, aber Nasie verstand ihn trotzdem. Dimitri hatte ihm als Kind geraten, möglichst viele Sprachen zu lernen, damit niemand Geheimnisse vor ihm haben konnte. Auch dieser Rat seines Mentors erwies sich jetzt nicht zum ersten Mal als hervorragend. Wir beobachten und wir warten, sagte der Engel, den Nasie inzwischen für den Anführer der Gruppe hielt. Sie wird nicht ewig hierbleiben. Die Frau schien das anders zu sehen. Amonat ist ein Fest für jeden Historiker. Trotzdem kann sie nicht ewig bleiben. In der Zuflucht warten Verpflichtungen auf sie. Sollte sie sich dennoch zu einem längeren Aufenthalt entschließen, besprechen wir die Sache neu. Können wir es uns denn leisten zu warten? Ja, heute wohl noch. Obwohl Philomena sie so schnell wie möglich haben will. Wenn sie bei Sonnenaufgang die Stadt immer noch nicht verlassen hat, nehme ich Kontakt zum General auf. In den nächsten Minuten bekam Nasie noch mit, dass die Gruppe sich aufteilen wollte, um jeweils ein Viertel des Gebiets um Amonat herum zu überwachen. Kurz überlegte er, ob er die Engel einen nach dem anderen ausschalten sollte, was jedoch insofern nicht in Frage kam, als sie vereinbarten, sich in kurzen Abständen gegenseitig zu melden. Sollten sie also die Stadt ruhig überwachen? Er dachte sich einen anderen Plan aus. Die vier durften nicht ahnen, dass er sie entdeckt hatte. Er schlich sich fort, eilte auf seiner eigenen Spur zurück, bis er ungefähr eine Stunde von Amonat entfernt war, dann rannte er von dort aus geradewegs auf die Stadt zu. Anders als Injomeda kam er auch ohne Begleitung hinein, denn der Schild kannte ihn und öffnete sich automatisch mit einem Willkommensgruß, einem Kribbeln von Erzengelkraft auf der Haut. Nur eine konnte seine Erlaubnis, hier einzutreten, widerrufen. Seliane selbst. Kaum in der wohltemperierten Luft von Amonat angekommen, drang Nasir sofort Injomedas Duft in die Nase und führte ihn wie ein schimmernder, köstlicher Faden durch die vielen Düfte der lebendigen Stadt. Nasir! Ohne stehen zu bleiben, winkte er einem Freund zu, der ihm vom Balkon eines nahegelegenen Hauses aus zugerufen hatte. Ein wenig später kreuzte Isabels kühler, sauberer Duft den von Injomeda, dann liefen beide nebeneinander zum Innenhof, den Isabel als Trainingsplatz nutzte. Als er Schwerterklirren hörte, sprang er grinsend auf die Mauer, die den Innenhof von der Straße trennte, setzte sich oben hin und sah Injomeda und Isabel bei ihrem Schwerthanz zu. Sie war gut, die Kriegerin, mit der er in Amonat zusammengearbeitet hatte. Doch Injomeda war besser. Das hatte er nicht erwartet. Isabel auch nicht, wie Nasir deutlich sehen konnte. Injomedas Vorgehen überraschte sie immer wieder. Injomeda ließ sich im Kampf von ihren Instinkten führen. Auch damit hatte Nasir nicht gerechnet. Der Harriels Training hatte ihr zu einer ausgezeichneten, technischen Basis verholfen, aber im Kampf selbst passte sie ihren Stil geschickt dem Fluss der Bewegungen an, ihrer eigenen und denen ihrer Gegnerin. So zwang sie die eher klassisch kämpfende Isabel dazu, ihren Stil zu überdenken. Auf der Stirn der Kriegerin hatten sich Falten gebildet. Sie musste sich sehr konzentrieren. So wie Injomeda zu kämpfen, ließ sich nicht erlernen. Das kam von innen heraus. Sie war die Enkelin eines Erzengels. Während ihre Mutter die in ihren Hals hielt, das Zeichen für einen eindeutigen Sieg und ihre Brust wogte, ohne dass ihre Hand gezittert hätte, wollte Nasir vor Stolz knurren. Er verkniff es sich und wartete ab, bis sich beide Frauen mit erhobenen Schwertern respektvoll voreinander verneigt hatten. Dann sprang er von der Mauer. Injomeda fuhr herum. Nasir! Hastig steckte sie ihr Schwert in die Scheide, die Isabel ihr geliehen hatte, und flog auf ihn zu, stürzte sich direkt in seine Arme. Sie nahm sein Gesicht in beide Hände, bis er nichts mehr sah außer ihrer klaren, braunen Iris und den goldenen Sternenstaub in ihren hellen Pupillen. Dir ist nichts passiert, jubelte sie. Nasir legte die Hände unter ihre Flügel, hob sie hoch und wirbelte sie herum. Du hast dir Sorgen um mich gemacht. Natürlich konnte er gut selbst auf sich aufpassen, aber es schien doch irgendwie richtig, wenn sich seine Gefährtin sorgte. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Injomeda boxte ihn spielerisch gegen die Schulter. Mehr lieb Kosung als Tadel. Du hast dir reichlich Zeit gelassen. Er hatte sie wirklich zu gern geküsst. Dieses dämliche Grimoire. Begnügte sich dann aber mit einem verstohlenen Tätscheln ihrer Flügel, nachdem er sie wieder auf den Boden hinuntergelassen hatte. Die kleine, zärtliche Geste trug ihm einen vernichtenden Blick ein. Gleichzeitig jedoch funkelten ihre Augen und um ihre Mundwinkel zuckte es verdächtig. Wieder einmal spielte sie mit ihm ein Spiel, das nur sie beide verstanden. Nasir war entzückt. Als ihre Finger seine Hand streiften, griff er zu und hielt ihre Hand fest. Ich musste Lidruans Leuten ausweichen, erklärte er auch an Isabel gewandt. Sie warten darauf, dass Anne die Amonat wieder verlässt. Isabel stemmte die Hände in die Hüften und erkundigte sich nach allen Einzelheiten. Hm, sagte sie schließlich nachdenklich. Ich finde, sie können sich ruhig ein bisschen hier rumtreiben. Sobald ihr beide fertig zur Abreise seid, streichen wir die vier aus der Gleichung. Nicht vorher, sonst schickt Philomena vielleicht noch Verstärkung oder Ersatz. Wir drei könnten die Schwadron erledigen, meinte Nasir. Isabel schüttelte den Kopf. Selienz Truppen müssen Erfahrungen sammeln. Außerdem stärkt es das Selbstbewusstsein, den Feind zu besiegen. Auch das können die Leute hier prima gebrauchen. Gut, wenn sie es so sah. Nasir nickte. Er fand diese Beute sowieso nicht besonders interessant. Ich muss mit Selien reden. Die Uralte erwartete ihn. Er gehörte ihr zwar nicht, aber sie hatte ihn während seiner Zeit hier als einen ihrer Leute betrachtet, und außerdem respektierte er sie. Sie hatten auch einiges gemeinsam, fand er. Selien mochte als Erzengel vielleicht für ihre Anmut und die herzerreißende Schönheit ihrer Stimme berühmt sein, besaß aber dieselben Killerinstinkte wie Nasir. Und dieselbe Hingabe an die Familie. Eine Stunde später, ein Jomeda war immer noch ganz ausgelassen vor lauter Erleichterung, stieg Nasir auf ihren Balkon hoch und kam durch die offene Tür in ihr Zimmer. Er hatte irgendwo geduscht und sich saubere Jeans sowie ein weißes, vom vielen Waschen ganz weiches Hemd aus Baumwolle oder Leinen besorgt, dessen Ärmel er bis zu den Ellbogen hochgekrempelt hatte. Es passte ihm wie angegossen. Wahrscheinlich hatte er bei seiner Abreise vor ein paar Wochen einige Sachen in Amanat zurückgelassen. Enjomeda saß auf der Bettkante. Sie hatte sich gerade ein paar Notizen gemacht. Er setzte sich neben sie und schnupperte an ihr. Natürlich hätte sie es ihm sofort verbieten sollen, doch sie tat es nicht. Sein warmer Atem, die noch wärmere Haut, sein durch und durch männlicher Duft, die feuchten, frisch gewaschenen Haare. Das alles zusammen war einfach herrlich. Und vielleicht würde sie es nie wieder erleben. Hast du gegessen? fragte sie mit heiserer Stimme, denn sie fand, er sähe ein wenig erschöpft aus. Ja. Er machte es sich hinter ihr auf dem Bett bequem, als hätte er jedes Recht dazu, in ihrem ureigenen Bereich Raum für sich zu beanspruchen. Hast du den Engel gesprochen, den wir gerettet haben? Andromeda zog ein Bein unter sich und drehte sich zu ihm um, musste sich aber wieder einmal zusammenreißen, um nicht die Hand auszustrecken und seinen harten Schenkel zu streicheln. Nein, sie befindet sich in Ansara. Sie war tapfer, bemerkte Nasir beiläufig. Sie wird überleben. Ihr Körper, ja. Aber ich mache mir Sorgen um ihren Verstand und ihre Seele. Wenn sie aufwacht, wird sie sich entscheiden, ob sie leben will oder bei lebendigem Leibe sterben. Das waren klare, wenn auch nicht gerade aufmunternde Worte. Diese Entscheidung kann niemand für sie treffen. Wieder schloss sich eine Hand aus Eisen um Andromedas Herz und drückte zu. Hast du das je tun müssen? Dich entscheiden? flüsterte sie. Ja. Als ich erschaffen wurde, habe ich beschlossen, zu leben und ich zu sein. Bitte? Wie sollte das angehen? Welches Kind erinnert sich an seine Geburt? Aber Andromeda wusste, wenn Nasi so etwas behauptete, stimmte es auch. Er log sie nicht an. Er log überhaupt nicht. Ich bin froh, dass du dich so entschieden hast, sagte sie leise. Ich mag dich. Unter den fein geschwungenen Wimpern blitzte es silbern auf. Leg dich neben mich. Obwohl ihr das Herz wehtat, wehrte sie sich nicht gegen diese Bitte. Wie denn auch, seine Bedürfnisse waren auch ihre. Sie legte sich auf die Seite, streckte sich neben ihm aus und breitete einen Flügel über seiner Brust. Sein Lächeln nahm sie gefangen. Die Finger, mit denen er ihre Federn streichelte, waren unerwartet sanft. Und obwohl er sich nicht in die hochsensiblen Bereiche vorwagte, ging ihr die Liebkosung durch Mark und Bein. Hübsche Federn, murmelte er mit halbgeschlossenen Augen. Weißt du, dass deine Handschwingen bronzefarben sind? Und dass sie das Sonnenlicht einfangen, wenn die Sonne richtig steht. Nein, das wusste ich nicht. Andromeda hatte ihre Flügel bisher nicht besonders aufregend gefunden. Aber sie waren stark und trugen sie gut, verhelfen ihr zur Freiheit am Himmel. Das war mehr als genug, fand sie. Nasir strich eine der Federn glatt. Sie doch. Andromeda tat ihm den Gefallen und entdeckte wirklich zu ihrem großen Erstaunen einen leichten Bronzeschimmer auf der Schwinge, der unter den anderen Federn verborgen war. Wieso fällt dir das auf und anderen nicht, wollte sie wissen. Weil ich dich richtig ansehe. So trocken dieser Kommentar auch vorgebracht wurde, ihr raubte er den Atem. Jetzt zu Alexander. Sag mir, was dir durch den Kopf geht. Andromeda warf einen Blick auf den Notizblock, den sie neben sich gelegt hatte. Sie hatte die Wartezeit damit überbrückt, sich ihre Gedanken stichwortartig zu notieren. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass er sich wirklich irgendwo auf sein ehemaliges Territorium zurückgezogen hat. Allerdings nicht unter seinen alten Palast. Sie holte Tiefluft. Ich habe versucht, mich so auszudrücken, dass Xi und seine Leute die ganze Region für uninteressant halten. Leider war Xi von Anfang an nicht ganz überzeugt, glaube ich. Selbst jetzt noch stockte ihr der Atem, wenn sie an ihrem Balanceakt in Lijuans Thronsaal dachte. Aber wenn er Alexanders Gebiet aufsucht, dann konzentriert er sich ziemlich sicher auf den Palast. Rowan ist stark. Er wird Lijuans Leute aufhalten. Nasir verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Wenn du ihn darum gebeten hättest, wäre er der Erste gewesen, der sich freiwillig zur Verteidigung seines Vaters gemeldet hätte. Sollen wir ihn informieren? Ich habe wieder ein Handy. Jelena hatte noch eins übrig. Ich rufe Raphael an. Nasir zog ein glänzendes schwarzes Handy aus der Tasche, führte eine kurze Unterhaltung und steckte es wieder ein. Der Sire setzt sich persönlich mit Rowan in Verbindung. Rowan ist seinem Vater treu ergeben. Das ist ein Teil seines Wesens, den niemand zerstören kann. Wenn er das so sah, wollte Andromeda ihm gern glauben. Sie vertraute seinem Urteilsvermögen. Was ist mit Fawashi? Sie hat sich für keine Seite entschieden. Sollte Alexander aufwachen, wird sie höchstwahrscheinlich nicht mehr lange Erzengel von Persien bleiben. Daher wird Rowan das Risiko nicht eingehen, sie zu informieren. Nasir legte die Hand auf Andromedas Flügel, eine besitzergreifende Geste, die sie sich dennoch gefallen ließ. Wenn er sich nicht unter dem Palast befindet, Wo dann? Andromeda hätte sich gern noch enger an ihn geschmiegt, musste sich aber aufsetzen, um Nasir die grobe Skizze zu zeigen, die sie gerade rasch auf ihren Notizblock geworfen hatte. Ungefähr fünf Flugstunden vom Palast entfernt liegt ein komplexes Höhlensystem. Einsam und weit genug vom Palast entfernt, um als absoluter Rückzugsort gelten zu können. Teile dieses Höhlensystems sind sehr tief, fuhr sie fort. Bisher konnte niemand das Gebiet erfolgreich erforschen, auch wenn viele es versucht haben. Die meisten gaben irgendwann schwer verletzt auf. Andromeda schüttelte sich. Andere sind einfach spurlos verschwunden. Meinst du, Alexander schläft sozusagen mit einem offenen Auge? Er war General. Andromeda gab der Versuchung nach und streichelte Nasirs Haare. Als er schnurrte, weckte das ihre Schenkel, die sich zusammenpressten, während ihre Brüste anschwollen und das Herz ihr zu brechen drohte. Sie räusperte sich, damit Nasir den Kloß in ihrem Hals nicht bemerkte. Es gab einen Entdeckungsreisenden, einen Menschen, der in letzter Sekunde entkommen konnte und von einem Abgrund voll flüssiger Lava berichtete, den er ganz hinten, tief unten im Höhlengewirr entdeckt haben will. Seit Andromeda den wortreichen und nicht mehr in allen Teilen vorhandenen Bericht dieses Reisenden gelesen hatte, musste sie immer wieder daran denken, wie erschreckend und gleichzeitig wunderschön der Anblick des Abgrunds gewesen sein musste. Die meisten Leute messen diesem Bericht keine Bedeutung bei, fuhr sie fort. Der Verstand des Reisenden hatte bei seinem Abenteuer sehr gelitten. Der Mann wurde im Grunde nie wieder richtig normal, aber seine Darstellung enthält meiner Meinung nach zu viele Details, um sie einfach so abtun zu können. Eine Reihe von Dingen stimmt exakt mit meinen Vorstellungen von der Vorgehensweise eines Uralten überein, der sich unauffindbar verstecken will. Sie wollte Nase gerade mehr von den Ausführungen des Reisenden erzählen, als ihr plötzlich etwas einfiel und sie sich kerzengerade aufrichtete. Vielleicht hat der Entdeckungsreisende gar keine Lava, sondern geschmolzenes Metall gesehen. Ich habe mit Celiaen gesprochen und sie erwähnte Alexanders starke Verbindung zu diesem Element. Silberaugen strahlten sie an und ehe sie es sich versah, hatte Nase sie am Arm gepackt und an seine Brust gezogen. Nase! Ohne auf ihren Widerspruch zu achten, drückte er sie fest an seine harte, heiße Brust. Wenn wir zu diesem Metall-Lava-Abgrund wollen, müssen wir in Fawashis Territorium eindringen. Das Kinn auf beide Hände gestützt, gab sie sich ganz der Freude hin, seinen Herzschlag so dicht an ihrem eigenen zu spüren und ihm so nahe zu sein. Du kannst das. Du schleißt dich überall hin. Das Problem bin ich. Aber ich brauche dich. Deutliche Worte, die in Jomedar wie ein Geschenk vorkamen. Dass du so viel über Alexander weißt, wird auch vor Ort wichtig für uns sein. Vielleicht müssen wir aufgrund deiner Kenntnisse unser Vorgehen mittendrin ändern. Gut möglich. In Jomedars Theorie fußte auf historischen Quellen und ihrem Instinkt, war aber eben eine Theorie. Niemand konnte sagen, wie Alexanders Ruheplatten tatsächlich aussah. Ich würde dich sowieso nicht allein gehen lassen. Es ist gefährlich. Ein träges Lächeln, das sich in ein Knurren verwandelte, bei dem ihr die eigene Haut zu eng wurde und ihr Blut sich in Honig verwandelte. Dieses dämliche Grimoire. Er packte sie am Kinn und zeigte Zähne. Ich habe dein Versprechen nicht vergessen. Wenn ich das blöde Buch finde, darf ich mit dir machen, was ich will. In Jomedar bekam kaum noch Luft. Was du willst, flüsterte sie. Ihre Brüste waren so geschwollen, dass sie schmerzten. Anfassen, lecken, beißen. Alles. Das Lächeln kehrte auf Nasies Lippen zurück. Diesmal war es so wild und ursprünglich. Wenn dieser Mann sie nahm, würde sie nur noch ihm gehören. Mit jedem Millimeter Haut. Jedem Tropfen Blut. Ilium flog über New York. Er fühlte sich heiter und beschwingt. Jason und Nasi befanden sich beide außer Gefecht. Und als er vorhin mit seiner Mutter gesprochen hatte, die er schon lange zu einem Besuch in der Stadt zu überreden versuchte, hatte der Kolibri die Einladung endlich angenommen. Offenbar hatte sich Raphael Iliums Bitten angeschlossen, und das hatte wohl den Ausschlag gegeben. Ilium wollte den Jahrestag diesmal für sie so gestalten, dass sie vor lauter Aktivitäten die Trauer vergaß. Sie sollte glücklich sein und viel zu viel um die Ohren haben, um groß darüber nachzudenken, was sie in der Zuflucht zurückgelassen hatte. Wenn alles gut lief, würde sie nicht allzu schnell wieder zu ihrer todtraurigen, die Seele verstörenden Wache zurückkehren wollen. Nichts sehr weit entfernt funkelte das gebrochene Licht von Iliums Flügeln am nachmittäglichen Himmel. Lächelnd schwang sich Ilium zum Freund empor. Ilium sollte als erster vom Besuch des Kolibris erfahren, denn seine Mutter liebte ihn, und Ilium war sich sicher, dass Aeon diese Zuneigung erwiderte. Aeon würde Stunden mit dem Kolibri verbringen, wenn es das war, was sie brauchte. Deine Mutter versteht es zu lieben, hatte Aeon einmal zu Ilium gesagt. Das ist ihr großes Talent. Was stimmte? Leider war es auch ihre größte Schwäche. Als er Iorns Flughöhe erreicht hatte, steckte er zwei Finger in den Mund und pfiff. Aeon warf einen Blick in seine Richtung, und das leise Lächeln auf seinem Gesicht war unendlich willkommen, nach den zwei schmerzvollen Jahrhunderten, in denen Ilium nicht an seinen Freund hatte herankommen können, wie sehr er es auch versucht hatte. Aeon's psychische Wunden würden vielleicht nie ganz heilen, aber er eroberte sich trotzdem seinen Weg zurück ins Leben, mit einer Kraft und Entschlossenheit, deren Ausmaß vielleicht nur der richtig einschätzen konnte, der wusste, was ihm angetan worden war. Die 23 Monate, in denen Aeon als vermisst gegolten hatte, waren die schlimmsten in Iliums Leben gewesen. Noch schlimmer als die Zeit nach dem Verlust seiner sterblichen Geliebten. Diesen Verlust hatte er überlebt, doch er wusste nicht, ob er es überleben würde, Aeon zu verlieren. Das wurde ihm erst in diesem Moment so richtig klar. Eine Einsicht, die ihn zutiefst erschütterte. Was ist? Aeon flog links von Ilium, wobei ihre Flügelspitzen sich fast berührten. Ilium wollte gerade den Kopf schütteln, viel zu aufgewühlt von seinen Gedanken, als ihm das Herz in der Brust explodierte. Ganz wörtlich, es explodierte. Der Schmerz war unerträglich. Gleich darauf knickten seine Flügel ein und er spürte, dass er stürzte. Er hatte das oft gespielt, so getan, als würde er hoch am Himmel die Kontrolle über seine Flügel verlieren und haltlos in die Tiefe stürzen. Auf diesen Trick fiel Aeon schon seit Jahrhunderten nicht mehr herein. Ilium war vor Schmerz rot vor Augen geworden. Er sah keine Möglichkeit, dem Freund mitzuteilen, dass es sich diesmal nicht um einen Scherz handelte. Mit rasender, tödlicher Geschwindigkeit kamen die Hochhäuser von Manhattan auf ihn zu. Sollte der Aufprall ihm den Kopf vom Körper trennen und die inneren Organe pulverisieren, würde er nicht überleben. Ilium war noch nicht bereit zu sterben, und er spürte bis tief in sein Herz hinein, dass seine Mutter und sein bester Freund an seinem Tod zerbrechen würden. Hilflos versuchte er die Flügel auszubreiten, aber es gelang ihm nicht mehr. Wieder explodierte etwas in seiner Brust. Sein Mund füllte sich mit Blut. Und dann verlor er das Bewusstsein. Aeon sah einen seltsamen Ausdruck über Iliums Gesicht huschen. Dann knickten die Flügel seines Freundes ein, und er stürzte. So oft ihn Ilium auch mit diesem Trick gefoppt hatte, diesmal war irgendetwas anders. Diesmal meldeten Aeons sämtliche Instinkte, dass es kein Scherz sei. Ohne nachzudenken klappte er die Flügel zu und stürzte wie ein Stein Iliums immer kleiner werdender Gestalt hinterher. Die wunderbaren silberblauen Schwingen schwangen hilflos in der Luft. Wind- und Luftströme trieben Ilium mit tödlicher Geschwindigkeit auf gefährliche Hindernisse aus Stahl, Glas und Beton zu. Sire, Ilium stürzt! Eigentlich war es sinnlos, Raphael zu rufen, denn Aeon hatte nicht lange vor Iliums munterem Pfiff die Flügel seines Erzengels weit entfernt auf der anderen Seite der Stadt entdeckt. Er konnte es nicht schaffen. Aeons Herz schrie, während er sich wünschte, schneller fallen, den Freund erreichen zu können. Verzweifelt sah er sich nach Hilfe um, aber alles geschah viel zu schnell. Der Wind brannte ihm auf der Haut und in den Augen. Er konnte kaum etwas erkennen. Sein einziger Vorteil lag darin, eine aerodynamische Kugel zu sein, während Iliums kraftlose Flügel den Freund zwar in die Tiefe gezogen, gleichzeitig jedoch so haltlos schlenkerten, dass er eine winzige Spur langsamer wurde. Aeon löste den Blick nicht von der stürzenden blauen Gestalt. Und dann war er an ihr vorbei. Mit einem leisen Knall ließ er die Flügel aufschnappen, nicht einmal zweihundert Meter vom Dach eines Hochhauses entfernt, und richtete sich darauf ein, Ilium mit dem Rücken aufzufangen. Als der Aufprall kam, spürte er ihn in sämtlichen Knochen. Seine Zähne klapperten. Er stürzte mit dem Freund zusammen in einer Spirale auf das Dach zu, spürte, wie Ilium ihm vom Rücken glitt, schaffte es nicht, sich abzufangen, langsamer zu werden. Wenn sie mit dieser Geschwindigkeit auf das Dach knallten, würden ihre Knochen brechen. Aeon war sich noch nicht einmal sicher, ob sie das überleben würden. Nein, dachte er, nein! Als der Freund ihm ganz vom Rücken glitt, gelang es ihm, ihn am Handgelenk zu packen. Der Ruck riss ihm den Arm aus dem Kugelgelenk, aber er ließ nicht los. Und dann erkannte er ganz am Rande seines Gesichtsfelds weißes Feuer. Raphael stieg von unten her zu ihnen auf, schloss Ilium in die Arme, als er nur noch wenige Meter vom Dach entfernt war. Ich hab ihn! Aeon ließ los. Er war selbst zu nah am Dach und hatte viel zu viel Schwung, um eine Kollision zu vermeiden. Also richtete er sich auf eine weitere harte Landung ein, obgleich er sich doch gerade erst von der letzten erholt hatte. Er hatte instinktiv die Augen geschlossen, wusste also zunächst nicht, was mit ihm passierte, als etwas ihn so hart in die Seite stieß, dass er Rippenkrachen hörte. Erschrocken riss er die Augen auf. Jemand hatte ihn so weit vom Dach weggedrängt, dass er frei schwebte. Er breitete die Flügel aus, drehte sich aber noch ein paar Mal hilflos um sich selbst, ehe er in der Luft sein Gleichgewicht gefunden hatte. Schweißgebadet und mit einem Herzen, das sich seinem Gefühl nach an tausend Schlägen pro Minute abarbeitete, sah er auf. Elena und Handschwinge kamen auf ihn zugeflogen. Alles in Ordnung? schrie Elena, als die beiden dicht genug herangekommen waren. Wir konnten dich nicht rechtzeitig abfangen, also haben wir dich gerammt. Danke, keuchte er. Auf Elenas Gesicht und dem rechten Oberarm breiteten sich bereits blaue Flecken aus. Und Illium? Ich weiß nicht. Wie auf ein Kommando wandten sich die drei dem Turm zu, wo sie auf dem Balkon vor der Krankenstation landeten. Elena und Aeon rannten hinein. Handschwinge wartete draußen. Im Krankenzimmer beugten sich Raphael und der erste Heile des Turms über Illiums reglose Gestalt. Sonst war niemand zu sehen. Aeon war es nicht gewohnt, seinen Freund so still und reglos vor sich zu sehen. Illium saß nie ruhig da, war nie still. Selbst wenn er lag, funkelten seine Augen und sein Mund lachte. Aeon? Elena streckte die Hand aus, ließ sie aber gleich wieder sinken. Er lebt. Du hast ihn gerettet. Aeon kam es vor, als fiele er immer noch. Das ist ja Blut, flüsterte er. Elenas Atem zitterte. Sie kannte Illium nur einen Herzschlag lang, im Vergleich zu den Jahrhunderten, die Aeon schon mit dem Freund verbracht hatte. Aber Aeon wusste, auch sie war kurz davor, in Panik zu geraten. Wenn man liebt, ist es egal, wie kurz oder lang. Dann zählt nur das Herz, die Fähigkeit, jemanden gern haben zu können. Und Elena liebte mit einer Leidenschaft, die eiskalte Schilde um das Herz eines Erzengels hatte schmelzen lassen. Da sie ihre Angst um Illium nicht verbarg, war es leichter für Aeon, ihre Hand zu ergreifen, freiwillig Körperkontakt zu jemand anderem als einem besten Freund aufzunehmen. Zu jeder anderen Zeit hätte ihm das zu schaffen gemacht. Jetzt jedoch war in seinem Kopf und seiner Seele für nichts anderes Platz als für die Angst um den Freund, die sie beide vereinte, die ihnen beiden die Kehle zuschnürte. Aeon konzentrierte sich mit ganzer Willenskraft darauf, Illium leise und eindringlich zu bitten, aufzuwachen. Er versuchte, Illiums matte und kraftlose Flügel nicht zu beachten, die blutigen Tränen auf den Wangen des Freundes nicht zu sehen. Wenn er Illium verlieren würde, er hielt Elenas Hand ganz fest umklammert. Nasir stand die ganze Nacht hindurch in Verbindung mit dem Turm. Dimitri hatte sofort die Gruppe der Sieben informiert, damit alle gleich wussten, wie Illiums Sturz wirklich verlaufen war und nicht erst irgendwelche wilden Gerüchte aufkamen. Noch ist er nicht aufgewacht, meldete Dimitri zwei Stunden vor Nasirs und Injomedas geplantem Aufbruch. Aber der Heiler sagt, es sei ein natürlicher Schlaf. Dimitri klang einerseits immer noch düster, andererseits jedoch auch sehr erleichtert. Wahrscheinlich wacht er auf, wenn ihr gerade unterwegs seid. Ich sage euch dann sofort Bescheid. Nasir meinte, seine eigene Erleichterung fast körperlich zu spüren. Und der Kolibri? Er selbst hatte keine Mutter, mochte die von Illium aber sehr. Sie war so sanft und gütig und hatte Nasir immer gut behandelt, auch als sie selbst noch nicht Mutter gewesen war. Sie hatte noch nicht einmal protestiert, wenn er im Kunstunterricht lieber mit den Fingern malte und eine Riesenschweinerei anrichtete. Sie hat bestimmt große Angst, sagte er leiser. Der Kolibri war nicht immer so verletzlich gewesen, doch inzwischen musste man sehr vorsichtig mit ihr umgehen. Ihre Seele hatte gelitten. Ich hatte Jessimi gebeten, ihr die Nachricht persönlich zu überbringen. Und Jessimi sagte, sie habe in all den Jahrhunderten noch nie erlebt, dass jemand so schnell wieder zum Leben zurückgefunden hat. Ihr Kind ist verletzt, sagte Nasir. Genau. Daher befindet sie sich gerade auf dem Weg nach New York. Nasir beendete das Gespräch, damit Dimitri auch noch Galen und Venom auf den neuesten Stand der Entwicklungen bringen konnte, und erzählte Enjomeda, was Dimitri gesagt hatte. Er war gleich nach Dimitris erstem Anruf in ihr Zimmer gekommen und hatte sie aufgeweckt, weil er es nicht ertragen konnte, allein zu sein, während jemand aus seiner Familie um sein Leben kämpfte. Enjomeda hatte mit einem Blick begriffen, wie es um ihn stand, und war aufgesprungen, um ihn in die Arme zu schließen. Auch jetzt drückte sie ihn wieder fest an sich. Ich bin so froh, dass es ihm wieder halbwegs gut geht. Die letzten zwei Stunden bis zum Morgengrauen schliefen die beiden Hand in Hand, die Gesichter einander zugewandt. Einer von Enjomedas Flügeln lag wie eine weiche Seidendecke auf Nasirs Brust. Er wachte vor ihr auf, rührte sich aber noch nicht, sondern sah ihr beim Schlafen zu. Er zählte ihre Wimpern und die winzigen Sommersprossen auf ihrer Nase, spürte den Rhythmus ihres Atems auf seinem Gesicht. Nach der letzten Nacht gab es für ihn keine Zweifel mehr. Diese Frau war seine Gefährtin. Mit ihr zusammen hatte er die Nacht überstanden, obwohl niemand von seiner Familie in der Nähe gewesen war. Er hatte nicht sinnlos gewütet, keine Panik bekommen und sich keine Sekunde lang so gefühlt, als stecke er in der falschen Haut. Denn Enjomeda war bei ihm gewesen, und sie verstand ihn. Dabei kannte sie ihn erst so kurzer Zeit. Trotzdem hatte sie gewusst, was er brauchte und dass er zu ihr gekommen war, damit sie ihn im Arm hielt und er sich an ihr festklammern konnte, während er auf Neuigkeiten von Illium wartete. Wenn das Leben normal verlief, spielte und kämpfte sie mit ihm, aber wenn es ernst wurde, war sie einfach nur da, hielt ihn fest in ihren starken Armen und beschützte ihn mit tiefer, leidenschaftlicher Zuneigung. Was auch immer geschah, er würde sie für sich gewinnen, und würde dieses dämliche Grimoire finden, damit sie endlich überall auf der Haut und auch in ihrem Innern nach ihm duftete. An diesem Punkt seiner Überlegungen stieg er schnell aus dem Bett, denn sonst hätte er sie auf den Rücken gerollt, ihr die Schenkel auseinandergedrückt und sich in ihrer feuchten, engen Wärme vergraben. Noch ging das nicht. Noch durfte er nur sanft an dem Zopf zupfen, indem sie ihr hübsches Haar dauernd versteckte. Aufwachen, es ist soweit. Enjometer wachte auf und musste sofort an Nasir denken. Sie hatte in den gemeinsam verbrachten Stunden der Nacht viel über ihn erfahren. Nasir war seiner Familie von Herzen zugetan und würde diese Liebe auch der Frau schenken, die seine Gefährtin wurde. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als diese Frau zu sein. Doch was nutzte es ihr, sich nach Unerreichbarem zu sehnen? Sie musste ihre Gefühle unterdrücken, damit sie sie nicht lähmten, denn damit war niemandem geholfen. Isabel hatte einen Kampfanzug für sie herausgesucht, der wie angegossen passte und gut eingetragen war. Das Leder war staubig-braun, perfekt für ihre Mission. Die Hose schmiegte sich eng an ihre Beine. Das Oberteil, das sie über einem speziell für Engelsflügel zurechtgeschnittenen Tanktop trug, ließ die Arme frei, reichte aber bis zum Hals und legte sich wie maßgeschneidert um ihre Flügel. Seit der Rückkehr von ihrem Treffen mit Sally Ayn trug sie die Stiefel ein, die sie im Schrank gefunden hatte. Sie waren noch immer ziemlich steif, aber generell entschieden geeigneter als dünne Seidenslipper. Und die Scheide, die Isabel ihr für ihr Schwert geliehen hatte, war perfekt. Zehn Minuten nachdem Nasir sie geweckt hatte, trat Andromeda zu ihm auf den Balkon. Ich bin fertig, verkündete sie leise. Auch er war bereit. Er trug ein sandfarbenes T-Shirt und eine Cargo-Hose in Wüsten-Tarnfarben sowie Stiefel an den Füßen. Während die beiden frühstückten, zogen Avi und Isabel mit einer Schwadron vor die Stadt, um sich mit den vier feindlichen Kriegern zu befassen. Amanat war nicht auf Gefangener eingerichtet, denn die Stadt war Sally Ayns Augapfel und hatte kein Gefängnis. Deswegen blieb Avi als Kommandeur der Truppe nur die Wahl, Gefangene entweder zu exekutieren oder woanders hinzuschicken. Er will sie ausführlich befragen und anschließend auf ein Gefängnisschiff bringen lassen, erklärte Isabel, die als erste zurückkam, um das Gelingen der Operation zu melden. Das Schiff ankert weit draußen auf dem Meer. Selbst wenn Lijuans Leute erfahren, wo diese vier stecken und einen Befreiungsversuch planen, gefährdet das die Sicherheit von Amanat nicht. Ich danke euch allen für die Zuflucht, die ihr mir geboten habt. In Jomedar reichte Isabel die Hand. Richtest du das bitte auch der Dame Sally Ayn aus? Raphaels Mutter war mit ihren Zwofen zusammen und durfte deshalb nicht gestört werden. Ich hoffe, wir können eines Tages mal wieder zusammen trainieren, Isabel. Auf jeden Fall. Das bin ich allein schon meiner Ehre schuldig, Isabel lächelte. Passt auf euch auf, meine Freunde. Andromeda und Nasie schlichen sich in der Dunkelheit des frühen Morgens wie körperlose Gespenster aus der Stadt. Andromeda sollte erst einmal nicht fliegen, denn immerhin hatte das Gebiet um Amanat vor Selians Erwachen zu Lijuans Territorium gehört, und noch gab es überall Spione und Gefolgsleute des Erzengels von China, die vielleicht versuchen würden, sie vom Himmel zu schießen oder in der Luft anzugreifen, wo Nasie ihr nicht zur Hilfe eilen konnte. Wie friedlich es hier um diese Tageszeit ist, stellte Andromeda fest, als die beiden durch den Amanat umgebenden Wald liefen. Selbst die Affen schlafen? Die schlafen nicht. Denen ist bloß nicht klar, was sie von dir halten sollen. Nasie streckte die Hand aus, um Andromedas Flügel zu streicheln. Okay, jetzt wissen sie, dass du zu mir gehörst. Andromeda konnte ein Zitter nicht unterdrücken. Ich finde das blöde Grimoire, fügte Nasie mit glühenden Augen hinzu. Er meinte es ernst mit seinen Worten. Andromedas gesamter Körper reagierte entsprechend. In ihren Adern ran warmem Honig gleich das reine Begehren. Ihre Brüste schmerzten, ihr Unterleib war angespannt. Zwischen ihren Schenkeln breitete sich feuchte Hitze aus. Für dich würde ich mein Eid auch brechen. Nein, flüsterte sie heiser. Sonst würde sie ihn vielleicht nie so intim kennenlernen dürfen, wie eine Frau ein Mann kennen kann. Eine schreckliche Vorstellung. Sofort näherte sich Nasie mit blitzenden Fangzähnen ihrer Kehle, holte Tiefluft, schnupperte. Aber noch während sich ihre Augen schlossen und ihr Blut immer stärker brodelte, zog er sich zurück, und als sie die Augen wieder aufschlug, schüttelte er gerade den Kopf. Sein Haar leuchtete silbern im schwachen Morgenlicht. Versprechen muss man halten, sagte er. Auch die, die man sich selbst gegeben hat. Andromedas Unterlippe zitterte. Du siehst, wie wenig ich meine Triebe im Griff habe, flüsterte sie. Du wirst mir Unterricht geben müssen. Nasie lächelte, als hätte sie gerade etwas Wunderbares gesagt. Aber gern. Und natürlich wirst du mich unwiderstehlich finden. Du bist schließlich meine Gefährtin. Wie frech und arrogant er doch war. Am liebsten hätte sie sich empört von ihm abgewandt und ihn gleichzeitig rasch einmal geküsst. Ich bin nicht deine Gefährtin. Und sie konnte es auch nie werden. Sie entstammte der Blutlinie seines Feindes und war mit einem feierlichen Schwur an diese Blutlinie gebunden. Nasie knurrte. Ich werde schon dafür sorgen, dass du es dir anders überlegst. Und weil Andromeda so unglaublich gern mit ihm spielte, tat sie etwas Unverzeihliches. Sie ließ ihn glauben, sie hätten eine Zukunft. Ach ja? Wie willst du das denn machen? Das wirst du schon noch sehen. Genau in diesem Augenblick fingen die Affen an zu kreischen. Einer von ihnen schwang sich vom Baum, bis er direkt vor Andromedas Gesicht an einem Ast baumelte, von dem aus er sie anstarrte. Als sie erschrocken zurückwich, lachte er sie aus. Nasie stimmte mit ein. Die anderen Affen ebenfalls. Und schon bald hallte der Wald von herzlichem, lauten Lachen wieder. Also wirklich. Andromeda warf ihrem unbelehrbaren Partner einen wütenden Blick zu und boxte ihn in den Oberarm. Was ihn allerdings unberührt ließ. Er griff im Weitergehen nach ihrer Hand, um sie voll Besitzerstolz nicht mehr loszulassen. Was sollte sie da schon tun? Sie schlang ihre Finger um die Seinen und ging neben ihm her, als hätte er jegliches Recht dazu, sie zu berühren. Nach einem zweistündigen Fußmarsch erreichten sie die Stelle, zu der Nasie ein Fahrzeug beordert hatte, das von einem Vampir bewacht wurde. Der Mann winkte Nasie wortlos zu und verschwand sofort Richtung Ammanat, hatte ihnen aber genau den richtigen Wagen gebracht, einen Transporter, mit dem sich notfalls auch verletzte Engel befördern ließen. Andromedas Flügel waren demnach kein Problem. Deshalb verlief die Weiterfahrt zum Flughafen schnell und bequem. Da Philomena den Flughafen wahrscheinlich überwachen ließ, hatten sich Nasie und Injometer entscheiden müssen. Entweder sie orderten einen sozusagen neutralen Jet, der nicht zu Raffaels Flotte gehörte, oder sie riskierten etwas, womit niemand rechnete. Und flogen mit einer Maschine ihres Erzengels. Sie hatten sich für die zweite Option entschieden, weil sich so leicht kein Flugzeug beschaffen ließ, das so schnell gewesen wäre wie eins aus Raffaels Flotte. Allerdings hatte der Pilot der Flugaufsicht einen erfundenen Flugplan mit einer Route vorgelegt, der zufolge Fawashis Gebiet weit überflogen wurde und eine Landung erst auf dem Territorium von Mikaela vorgesehen war. Natürlich würde Philomena diesen Plan vorgelegt bekommen und dann Xi weitergeben, dem dann wiederum zwei Wege offen standen. Er konnte Leute an den Zielflughafen schicken oder eine Schwadron hinter dem Flugzeug herschicken, während er selbst, seinen Instinkten folgend, zu Rowans Palast flog. So oder so würde er im Endeffekt fünf Flugstunden von Nasies und Injomedas eigentlich im Ziel entfernt ankommen. Sie fuhren so dicht es ging an das Flugzeug heran, das sofort nach ihrem Einsteigen startete. Sobald sie sich in der Luft befanden, machte es sich Injomedas gemütlich, während Nasie in den Gängen auf- und ablief wie ein gefangenes Tier. Injomedas sah sich das gute zehn Minuten lang geduldig an, bevor sie auf einen breiten Sitz umzog, auf dem zwei Engel bequem nebeneinander Platz fanden. Sie bat Nasie zu sich, der auch kam, aber gleich von Anfang an knurrend klarstellte, dass er sich nicht setzen würde. Ich mag nicht sitzen. Dann leg dich hin. Du darfst sogar deinen Kopf auf meinen Schoß legen. Immer noch leise knurrend streckte er sich auf der Sitzbank aus, wirkte aber weiterhin sehr angespannt. Erst als Injomedar ihm sanft mit den Fingerspitzen durch das dichte, seidige Haarstrich, schloss er wohlig die Augen, und in seiner Brust fing es leise zu grummeln an. Sie streichelte ihn weiter, froh über diesen Augenblick, froh bei ihm zu sein. Nasie schlief ein, aber sie streichelte ihn immer noch, glücklich, ihm diesen Moment der völligen Entspannung schenken zu können. Nach einer ganzen Weile reckte er sich und schlug gähnend die Augen auf. »Genau so sorgen Gefährten füreinander«, murmelte er schläfrig. Womit er natürlich völlig recht hatte. »Ach ja?« Sie zwang sich zu einem spöttischen Lächeln. »Dann solltest du es doch auch für mich tun, oder, wenn ich deine Gefährtin bin?« Prompt legte er ihr seine warme, ein wenig raue Hand in den Nacken, und Enjomeda verlor sich mit wild rasendem Herzen in den silbernen Geheimnissen seiner Augen. »Ich würde nicht nur deine Haare streicheln«, flüsterte er, »ich würde auch deine Flügel streicheln. Besonders die Stellen, die ich jetzt noch nicht berühren darf.« »Nasie«, sie beugte sich über ihn, bis ihrer beider Atem zu einem wurde. »Warum hast du mich nicht früher gefunden?« Sie hätten schon Jahrhunderte zusammen verbringen können, statt nur ein paar Wochen. Da war ich noch nicht so weit. Er fuhr über ihre Wangen. Ich wusste noch nicht, was es heißt, eine Gefährtin zu haben. Enjomeda hob den Kopf, sonst hätte sie sich womöglich doch noch vergessen und ihn geküsst. »Aber du bist sechshundert Jahre alt.« Er nahm die Hand von ihrem Nacken und legte sie ihr um die Taille, hielt sie unter ihrem Flügel an sich gedrückt. Sein Körper strahlte eine Hitze aus, die ihr den Rücken zu versengen drohte. Sein Oberarm streifte die Innenseite eines Flügels. So, wie er sie hielt. Das war eine zutiefst intime Geste, die sich richtig anfühlte. Schlicht und einfach gut und richtig. Ich bin nicht wie andere Sechshundertjährige Unsterbliche. Nasie war sehr ruhig und ernst geworden. Ich bin überhaupt nicht wie jemand anderes. »Das weiß ich doch.« Wieder fuhr sie mit den Fingerspitzen durch sein weiches Haar. »Du bist wild und einmalig und außergewöhnlich.« »Manchmal ähnel ich eher einem Tier als einem Menschen.« Sie zuckte die Achseln. »Na und?« »Meiner Erfahrung nach sind Tiere oft besser als Menschen.« Als er an ihrer Hand so lange gezupft hatte, bis sie in seinem Nacken lag, massierte sie ihm lächelnd die Nackenmuskulatur. »Denk bloß nicht, dass du mich mit solchen Bemerkungen verscheuchst,« fuhr sie fort. »Mir kannst du keine Angst machen. Ich stand schon Monstern direkt gegenüber, Auge in Auge. Ich weiß, dass du das genaue Gegenteil davon bist.« Sein Blick wurde dunkler. »Ich wünschte wirklich, ich könnte Lijuan umbringen.« »Sie hatte die Monster an Sherry Semnons Hof gemeint. Er dachte, Lijuan sei gemeint gewesen.« Enjomeda nickte, ohne die Sache klarzustellen. »Was meinst du? Wenn Sterbliche sich nach der Unsterblichkeit sehen, denken sie denn auch daran, dass man als Unsterblicher manchmal tausende von Jahren gezwungenermaßen mit anderen Unsterblichen zusammen sein muss, die man verachtet, ja vielleicht sogar hasst?« Nasir, der erneut die Augen geschlossen hatte, ging nicht auf ihre Frage ein. »Mit den Nägeln, bitte«, bat er schläfrig. Sie strich ihm mit den Fingernägeln über den Nacken, woraufhin er laut schnurrte, während ihr Körper zu singen begann und sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. »Warst du denn je Mensch oder wurdest du so geboren, wie du jetzt bist?«, fragte sie, sobald sie wieder zusammenhängend sprechen konnte, denn sie wollte ihn unbedingt richtig kennenlernen. Er schlug die Augen auf, um sie prüfend anzusehen. »Die meisten Leute wollen wissen, wer mich erschaffen hat.« Das konnte Enjomeda nachvollziehen. Man wurde Vampir, indem man von einem Engel als solcher erschaffen wurde. Andere Methoden waren nicht bekannt. »Aber du bist kein Vampir.« Davon war sie fest überzeugt. »Du hast viele Eigenschaften eines Vampirs, weswegen die Leute dich gern in diese Schublade stecken, weil sie sonst die Existenz von etwas Unbekanntem akzeptieren müssten. Damit hätte ich persönlich keine Probleme. Du weißt doch, wie gern ich Geheimnissen auf die Spur komme.« Nasir grinste verschmitzt. »Elli nennt mich ein Tigerwesen. Ich sage ihr nicht, was ich bin. Sie soll es selbst herausfinden. Raphael sagt auch nichts. Er will mir den Spaß nicht verderben. Das macht sie wahnsinnig.« Enjomeda zupfte ihn an den Haaren. »Du und dein Sire. Einer so schlimm wie der andere.« Nasir lachte laut. »Ich war einmal menschlich. Und ich war nicht menschlich. Dann wurde ich schließlich ich.« Andromeda kniff die Augen zusammen. »Vielleicht sollte ich mich mit Raphaels Gemahlin zusammentun.« Er grinste. »Es ist ein Spiel.« »Dann gib mir noch einen Hinweis.« »Okay. Ich bin ein Ding, bestehend aus mehr als einem Ding.« »Du bist kein Ding,« widersprach sie stirnrunzelnd. »Du bist Nasir.« »Ein wunderschöner, gefährlicher Mann.« Er setzte sich abrupt auf, wodurch ihr Herz wieder einmal viel zu laut und viel zu schnell zu schlagen begann, stützte sich auf die Armlehne links von ihr, sein Arm dicht vor ihrem Körper und sein Gesicht nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt. »Für dich bin ich eine Person,« stellte er fest. Obwohl das keine Frage war, antwortete sie. »Ja. Und du bist die faszinierendste, wunderbarste und nervigste Person, die mir je begegnet ist.« Woraufhin er sich grinsend vorbeugte und seine Nase an ihrer rieb. »Und du, Andy, bist die klügste, schillerndste, köstlichst riechende Frau, die mir je begegnet ist.« Was hatte er neulich zu ihr gesagt? Was wollte er tun, wenn er je die Zähne in ihr versenkte? Bei der bloßen Erinnerung wurde Injometer wieder feucht zwischen den Schenkeln. »Ich werde schon noch herausfinden, was du bist,« erklärte sie, um ihn gleich darauf mit einer Herausforderung zu konfrontieren. »Und wenn mir das gelingt, erzählst du mir dann von den Abenteuern, die du in deiner Jugend erlebt hast?« »Ich kann dir jetzt schon eine Geschichte erzählen.« Nasir nahm seine alte Position wieder ein, bettete den Kopf in Injometers Schoß, das eine Bein ausgestreckt, das andere angewinkelt. »Als ich zum ersten Mal in die Zuflucht kam, war ich noch klein, ein Junge wie Sam. Wie er wohl als Kind ausgesehen hatte, Injometer schaffte es nicht, das sich vorzustellen. Für sie war und blieb er ein starker, gefährlicher Mann.« »Ich wusste nicht, dass ich Flügel nicht anfassen durfte,« fuhr Nasir fort, während er mit dem Handrücken innen an ihren Flügeln entlangstrich und seine Lider schwer wurden, als sie mit leichtem Zittern auf seine Berührung reagierte. »Auch als Raphael es mir erklärte, nachdem ich ihm meine Lider ausgerissen hatte, verstand ich ihn nicht. Ich war nicht so aufgewachsen wie andere Kinder, wusste nicht, was andere Jungen, die so groß waren wie ich, bereits wussten, oder doch wenigstens verstanden, wenn man es ihnen erklärte. Ich kapierte es einfach nicht.« »Aber andere Dinge hast du doch gewusst oder verstanden?« Er nickte. »Ich wusste, wer schlecht war. Ich wusste, dass ich mit bestimmten Leuten nie allein im Zimmer sein durfte. Und ich wusste, dass ich andere Kinder beim Spielen nicht mit meinen Fangzähnen oder Krallen verletzen durfte, weil ich meine Freunde sonst verlieren würde. Ich war sehr vorsichtig mit meinen Freunden. Engelbabys sind so zerbrechlich. Das sind sie wirklich. Besonders im Vergleich zu Jungen mit Fangzähnen und Krallen. Du sagst, du warst ein Mensch und doch wieder nicht. Als du jünger warst, warst du da mehr nicht ein Mensch?« Ein anerkennendes Lächeln. »Du bist klug, Andy.« Sie zog ihn an den Haaren. »Du sollst meine Frage beantworten.« Er bläckte die Zähne. »Ja, ich war mehr nicht ein Mensch.« Aber ich wusste, wie man mit anderen Kindern spielt. Seine Augen wurden plötzlich sehr dunkel. Ehe ich in die Zuflucht kam, hatte ich nie mit Engelskindern oder sterblichen Kindern gespielt. Die Freunde, die ich davor hatte, waren Schneewölfe gewesen. Die anderen Kinder waren alle tot. Geister. Die Gelehrte in Injomeda wollte den dunklen Faden weiterverfolgen. Aber die Frau, die sich so rettungslos in diesen Mann verliebt hatte, wusste, dass es für ihn hier um Schmerz und tiefe Verletzungen ging. »Das tut mir leid,« sagte sie sanft. »Hast du in der Zuflucht gute Freunde gefunden?« »Ja.« Er ließ die Fangzähne aufblitzen. Manche Eltern meinten zwar, ich hätte einen schlechten Einfluss auf die Kinder. Aber sie mochten mich. »Natürlich mochten sie dich,« Enjomeda lachte. »Bist du heute noch mit ihnen befreundet?« »Ja. Besonders mit Zweien. Einer arbeitet für Galen, der andere ist ein Wissenschaftler auf einer tropischen Insel in das Terz-Territorium. Wenn ich ihn besuche, gibt er mir Fisch zu essen.« »Nasi wirkte nicht gerade angetan.« »Den esse ich, weil ich nicht unhöflich sein will, aber ich kann mit Fisch nichts anfangen.« Enjomeda verkniff sich ein Lächeln. »Du bist ein guter Freund.« Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie er aussah, wenn er seinen Fisch verspeiste, und gleichzeitig versuchte herauszufinden, warum um alles in der Welt irgendjemand das freiwillig tat. »Erzähl weiter.« Er streichelte ihre Hüfte. »Weil ich ja nun nicht verstand, dass man Flügel nicht einfach so anfassen darf, habe ich allerhand angestellt, um Engeln Federn auszureißen. Ich habe mich ganz oben auf Bücherregalen versteckt oder hing unter der Decke, bis ein Engel vorbeikam, auf den ich mich fallen lassen konnte. Und ehe er recht wusste, wie ihm geschah und zu schreien beginnen konnte, war ich mit meiner Feder längst über alle Berge. »Ein richtiges kleines Schreckgespenst«, Enjomedas Schultern zuckten verdächtig. »Ja?« Nasir nickte stolz. »Eines Tages habe ich dann Michaela so erschreckt.« Enjomeda blieb das Lachen in der Kehle stecken. »Und sie hat dir wehgetan?« Die Erzengelfrau mit den wunderschönen grünen Augen und der makellosen Haut in der Farbe von Milchschokolade, die seit Jahrhunderten Dichtern als Muse diente und die schönen Künste förderte, war nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Michaela war damals noch kein Erzengel. Trotzdem war sie gefährlich. Nur ihr Geruch war nicht der, der er jetzt ist. Nasir runzelte die Stirn, als versuche er diesem Wandel auf die Spur zu kommen. Aber sie war schnell. Sie hat mich am Fuß erwischt, ehe ich weglaufen konnte. Hielt mich am ausgestreckten Arm fest, während ich in der Luft baumelte, ohne mit den Krallen an sie heranzukommen, und sagte, »Na warte, du kriegst Ärger.« Enjomeda schluckte. »Und du? Was hast du getan?« Ich hatte ihr eine ihrer Deckfedern ausgerissen und bot ihr an, sie ihr zurückzugeben. Sie wollte sie nicht. Also habe ich gefaucht und geknurrt und mit ausgefahrenen Krallen um mich geschlagen und versucht, mich loszureißen. Enjomedas Herz schlug heftig, obwohl Michaela Nasir doch offensichtlich keinen bleibenden Schaden zugefügt hatte. Immerhin lag er jetzt neben ihr und konnte ihr diese Geschichte erzählen. Hat sie dich zu Raphael gebracht? Nein. Sie hat mich zu Jessamy getragen und verkündet, ich bräuchte Unterricht in zivilisiertem Benehmen. Und konnte Jessamy sie dazu bringen, dich loszulassen? Nasir schüttelte den Kopf. Ich hatte am Tag zuvor all meine Schulbücher zerrissen und das zahme Kaninchen in der Klasse gefressen. Enjomeda wollte sich zusammenreißen, konnte aber nicht anders und brach in herzhaftes Gelächter aus. Nein, das ist nicht wahr. Es war da und ich hatte Hunger und niemand hatte mir gesagt, dass ich es nicht fressen durfte, bekannte er, einen traurigen Blick in den Augen. Warum setzt man denn ein Kaninchen irgendwo hin, wenn nicht, um es zu essen? Die arme Jessamy! Enjomeda wischte sich die Lachtränen aus den Augen. Was hat sie gemacht? Sie verriegelte sämtliche Fenster und Türen ihres Studierzimmers in den Archiven, hielt mich fest, während Michaela aus der Tür schlüpfte, diese hinter sich zuzog und sich vergewisserte, dass sie fest verschlossen war. Als Jessamy mich dann losließ, wütete ich im Zimmer herum, zerriss Dinge, bearbeitete die Möbel mit den Krallen. Ich hab sie sogar gebissen. Enjomedas Lächeln verblasste. Weil du dich eingesperrt gefühlt hast. Jessamy wusste nicht alles aus meinem Leben vor der Zuflucht, verstand nicht, was es bei mir bewirkte, mich wie in einem Käfig zu fühlen. Sobald ihr klar wurde, dass ich nicht einfach wütend war, sondern panische Angst hatte, öffnete sie die Tür. Und du bist gerannt, was das Zeug hielt? Enjomeda blutete das Herz. Dieser kleine, verängstigte Junge, der nicht wusste, wie er sich in der neuen, unvertrauten Welt verhalten sollte. Nasys Antwort überraschte sie sehr. Jessamy weinte. Ich hatte immer noch Angst, aber ich wusste, es ist nicht gut, wenn sie weint. Also ging ich zu ihr hin, streichelte ihre Hand und sagte, es täte mir leid, sie gebissen zu haben. Enjomedas eigene Augen wurden auch schon ganz rot. Sie hockte sich vor mich hin und sagte, deswegen würde sie gar nicht weinen. Sie würde weinen, weil sie mir Angst gemacht hatte. Dabei hatte sie doch nur mit mir reden wollen und die Tür verschlossen, damit ich nicht gleich weglaufen konnte, wenn es mir zu langweilig wurde. Enjomeda konnte sich Jessamys Verzweiflung gut vorstellen. Die Lehrerin hatte ein riesengroßes Herz. Sie liebte jedes einzelne der kleinen ihr anvertrauten Wesen, als wäre es ihr eigenes Kind. Da hast du beschlossen, nicht wegzulaufen, nicht wahr? Ich mochte Jessamy nicht weinen sehen. Sie war immer so nett zu mir gewesen, selbst wenn ich meine Bücher zerriss. Sie hat mich bei der Hand genommen und wir haben einen Spaziergang gemacht. Wir kamen an einen Ort, wo es Gärten gab, und sie hat sich auf eine steinerne Bank gesetzt, mich auf den Schoß genommen und angefangen mir beizubringen, wie ich in der Welt leben kann, ohne dass immerzu irgendwer auf mich wütend ist. Inzwischen quoll Enjomeda das Herz über vor lauter Mitgefühl für den Jungen, der Nasi einmal gewesen war. Wie lange hatte ich Jessamy in diesen Dingen unterwiesen? Jahrelang. Nasys Stimme verriet eine tiefe Zuneigung zu seiner Lehrerin. Ich habe nur langsam gelernt, aber Jessamy ist sehr geduldig. Wir saßen jeden Nachmittag im Garten und sie brachte mir die Dinge bei, die die anderen Kinder bereits wussten. Dass ich Leute nicht anknurren darf, selbst wenn ich sie nicht leiden kann. Oder dass die Kaninchen und andere Tiere in der Zuflucht nicht zum Essen da sind. Solche Sachen. Er streichelte ihre Hüfte. Dimitri hat mir auch viel beigebracht. Aber Dimitri war es egal, wenn ich zahme Kaninchen aß oder von oben auf ihn draufsprang. Also war er in diesen Fragen nicht der beste Lehrer. Enjomeda konnte sich lebhaft vorstellen, dass Raphaels tödlicher Stellvertreter eine viel lässigere Haltung an den Tag legte, was Benimm und Etikette betraf. Wer so gefährlich war wie er, stellte seine eigenen Regeln auf. Und jetzt kannst du dich so zivilisiert benehmen, dass es einem richtig Angst macht, sagte sie. Er zuckte die Achseln. Wenn es nötig ist, streife ich mir eine andere Haut über. Das hat Dimitri mich gelehrt. Er sagte, ich müsse mich nicht grundlegend ändern. Mein Leben sei nur manchmal einfacher, wenn die Leute glaubten, ich hätte mich geändert. Wenn du mit mir zusammen bist, trägst du keine andere Haut mehr, flüsterte Enjomeda. Das macht mich sehr glücklich. Ein offener Blick aus silbernen Augen. Bei dir werde ich immer Nasir sein. Das klang sehr nach einem feierlichen Versprechen. Doch gleich darauf grinste Nasir auch schon wieder. Selbst wenn du mich bittest, mal eine Minute lang zivilisiert zu sein. Enjomeda verdrehte die Augen und drohte ihm mit einer Ohrfeige. Den Spruch verzeihst du mir nie, was? Unter Umständen schon. Wenn du mir auch eine Geschichte aus deiner Kindheit erzählst. Nasir entging nicht, wie sich in Enjomedas Gesicht in Sekundenschnelle unglaublich viele verschiedene Gefühle spiegelten. Nicht alle konnte er deuten, aber er erkannte deutlich Schmerz, Zorn, Scham und endlich auch Freude. Keines dieser Gefühle traf ihn unerwartet. Die Unsterblichkeit wartete mit vielerlei Erfahrungen auf ihn. Scham empfand allerdings kaum jemand, aber Enjomeda gehörte auch nicht gerade zu den abgebrühten und hartgesottenen Unsterblichen. Ihr Herz war zart. Wahrscheinlich schämte sie sich für Verfehlungen, die andere längst vergessen hätten. Ich bin nie in die Schule in der Zuflucht gegangen, sagte sie schließlich. Ich hab die Zuflucht überhaupt erst kennengelernt, als ich an meinem 75. Geburtstag ganz allein dorthin geflogen bin. Aber mit 75 ist ein Engel doch noch nicht voll erwachsen. Ein 75-jähriger Engel ließe sich wohl am ehesten mit einem 15-jährigen Menschen vergleichen, einem Teenager also. Und du bist ganz allein in die Zuflucht geflogen? Ja. Die goldenen Funken in Enjomedas Augen waren dunkel geworden. Mein Körper hatte sich schon früh entwickelt, meine Brüste waren üppig. Ich sah nicht mehr aus wie das Kind, das ich eigentlich noch war, und etlichen der Gäste meiner Eltern fiel das offenbar zunehmend auf. Sie sahen mich an, auf eine eindeutig sexuelle, raubtierartige Weise. Nasies Krallen drückten gegen die Fingerspitzen, wollten ausgefahren werden. Ich konnte es nicht mehr ertragen, fuhr Enjomedas fort. Ich wusste, dass ich als Prinzessin am Hof wahrscheinlich sicher war, doch ich fühlte mich unter diesen Blicken schmutzig und klein. Außerdem, die Art, wie meine Eltern und ihre Freunde andere nur zu ihrem Vergnügen brutal folterten. Sie schüttelte den Kopf. Ich habe sie von meinen Plänen in Kenntnis gesetzt und bin losgeflogen. Es war ihr anzusehen, wie sehr die Erinnerungen an das Leben im Haus ihrer Eltern sie mitnahmen. Vater und Mutter rechneten wohl damit, dass ich schnell aufgebe und zurückkomme. Enjomedas holte Tiefluft. Als ich das nicht tat, haben sie mich sozusagen abgeschrieben. Das war gelogen, dachte Nasie. Nicht die Geschichte über ihre Ankunft in der Zuflucht und den Flug dorthin. Die stimmte. Bei irgendeiner anderen Sache hatte sie nicht die Wahrheit gesagt. Nasie hätte sie am liebsten aufgefordert, das nie wieder zu tun. Aber das würde er erst später tun, wenn sie ihm nicht mehr ganz so zerbrechlich vorkam. Mit wem hast du gespielt, als du noch bei deinen Eltern lebtest, wollte er wissen. Mit den Tieren. Enjomedas Gesicht leuchtete auf. Einmal saß ich in meinem Kinderzimmer beim Abendbrot, als eine ganz junge Giraffe den Kopf durch das Fenster steckte und mir das Obst vom Teller stahl. Nasie grinste. Wirklich? Enjomedas nickte strahlend. Und sie ist wiedergekommen. Ich habe ihr jeden Abend extra einen Teller fertig gemacht, bis meine Kinderfrau mich dabei erwischte. Danach musste ich immer abwarten, bis sie nicht mehr aufpasste. Dann habe ich sofort das Fenster aufgemacht, damit die Giraffe Kopf und Hals durchstecken konnte. Nasie fand das Bild der kleinen Enjomedar beim Abendessen mit einer Giraffe einfach herrlich. Haben die auch andere Tiere beim Essen Gesellschaft geleistet? Wollte er wissen. Nein. Mit den Geparden habe ich mir Wettrennen geliefert. Ich oben in der Luft, sie unten am Boden. Wieder strahlte sie. Sie sind wirklich unglaublich schnell. Ich laufe mit ihr um die Wette, versprach Nasie, wenn wir uns nicht mehr vor Lijuans Spionen zu verstecken brauchen. Abgemacht. Während der Flug weiterging und die Erde sich drehte, erzählte sie ihm noch mehr Geschichten aus ihrer Kindheit. Dabei wurde deutlich, dass es in ihrem damaligen Leben keine anderen Kinder gegeben hatte. Keine unsterblichen Spielkameraden, noch nicht einmal sterbliche. Außer den Tieren schien Enjomedar niemanden gehabt zu haben. Vielleicht verstand sie ihn deswegen so gut und konnte seine Wildheit akzeptieren, ohne zu zögern. Darüber war er sehr glücklich. Andererseits mochte er sich gar nicht gern vorstellen, wie einsam sie gewesen war. Kurz darauf erschütterten heftige Turbulenzen das Flugzeug und drohten die beiden Passagiere von ihren Sitzen zu reißen. Wenig später klingelte es. Das dürfte unser Signal sein, meinte Enjomedar. Nasie stand auf, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Ja. Er griff nach dem Bündel, das auf einem der anderen Sitze lag, schnallte es sich auf den Rücken, befestigte es zusätzlich mit Riemen vorn über der Brust und stüllte sich eine engmaschig gestrickte, dünne Mütze über, die verhindern sollte, dass sein Haar im Sonnenlicht verräterisch glänzte. Fertig? Enjomedar grinste. Und ob? In diesem Moment kam der Co-Pilot aus dem Cockpit zu ihnen in die Kabine. Zwei Sachen noch. Ilium ist wach und es geht ihm gut. Das kam gerade durch, du hast die SMS wahrscheinlich auch auf deinem Handy, Nasie. Er schien sich über diese Neuigkeit ebenso sehr zu freuen wie Nasie und Enjomedar. Zweitens, wir haben versucht, euch über der ursprünglich vorgesehenen Absprungstelle rauszulassen, doch da war es zu turbulent, wir mussten weiterfliegen. Könnt ihr den Weg durch die Oase nehmen? Natürlich. Nasie erfolgte dem bärtigen Mann zum rückwärtigen Teil des Flugzeugs. Was war denn los? Die Gegend ist berüchtigt für ihre unvorhersehbaren Luftströmungen. Als würde der Himmel selbst davor warnen, sich hier lieber nicht blicken zu lassen. Während sich der Co-Pilot mit einem Gurt an der Seitenwand des Flugzeugs sicherte, warf Nasie Enjomedar einen Blick zu. Was sagst du, Andy? Ich glaube, wir haben uns genau den richtigen Ort ausgesucht. Ehe Enjomedar antworten konnte, hatte der Co-Pilot die extra breite Tür geöffnet, die für Engelflügel konstruiert worden war, und die Außenluft drang mit Macht in den Frachtraum. Der Co-Pilot warf zwei Pakete aus dem Flugzeug, ehe er Nasie zunickte. Viel Glück! Fast hätte man ihn nicht verstanden, denn der Wind riss ihm die Worte von den Lippen. Nasie reckte den Daumen hoch, grinste Enjomedar noch einmal an und sprang. Wollte man einen Absprung zielgenau planen, dann musste man exakt aus der richtigen Höhe abspringen, sonst funktionierte der Fallschirm nicht richtig. Nasie zog die Reißleine, sobald er sich in angemessener Entfernung vom Flugzeug befand. Der Fallschirm öffnete sich, und es kam ihm so vor, als würde er fliegen. Er schrie laut vor Glück. Was für ein fantastisches Gefühl! Dabei war die Luft hier oben schrecklich kalt, und sie rauschte so heftig an ihm vorbei, dass ihm die Ohren wehtaten. Als er ganz in der Nähe jemanden lachen hörte, wandte er den Kopf. Das war Enjomedar, die gerade die wunderschönen, mehr denn je Vogelschwingen ähnelnden Flügel ausbreitete. Jetzt war Fliegen noch schöner. Vor Freude breit grinsend ritt er den Nachmittagswind bis zum Landepunkt in der Wüste. Wobei er sich genau die Stellen merkte, an denen zwei kleine Farbpunkte die Fallschirme markierten, an denen ihre Ausrüstung zu Boden gegangen war. Nach der Landung raffte er seinen Fallschirm zusammen, während Enjomedar zum Landeplatz des ersten Ausrüstungsfallschirms weiterflog. Sie brachte den Fallschirm mit dem Rucksack daran zu Nasie hinüber und holte auch das zweite Ausrüstungspaket, während Nasie seinen Fallschirm sicherheitshalber im Sand vergrub, damit er niemandem als Hinweis auf ihren Aufenthaltsort dienen konnte. Damit war er gerade fertig geworden, als Enjomedar mit dem zweiten Paket neben ihm landete. Nasie verstaute die kleineren Fallschirme in extra dafür vorgesehene Taschen der Rucksäcke, lud sich den schwereren der beiden auf den Rücken und half Enjomedar, sich den zweiten vor den Körper zu schnallen. Er hatte nicht gewollt, dass sie mit dem Rucksack vor dem Bauch aus dem Flugzeug sprang, denn sie war eine solche Last nicht gewöhnt und hätte das Gleichgewicht verlieren können. Noch ein letztes Mal prüfte er sämtliche Riemen und Schnallen. Sitzt er bequem? Enjomedar nickte. Lass uns schnell verschwinden. Ich fühle mich hier in der Wüste wie auf dem Präsentierteller. Nasie sah sich um und riet ihr, zu den Dattelpalmen zu fliegen, die in einiger Entfernung die Oase markierten, die offenbar von einer kleinen Gruppe Dörfler bewohnt wurde. Halte dich in Höhe der Bäume. Andromeda schwang sich in die Luft. Wer als erster da ist? Nasie rannte los. Er lief am liebsten barfuß, hatte sich in diesem Fall aber Stiefel angezogen, da sie ein Höhlensystem erkunden wollten. Auf den Stiefeln hatte sich schon bald eine dicke Staubschicht gebildet, während er durch den Sand auf die Bäume zulief. Sie hielten sich beide an dieselbe Strecke, weswegen Nasie lange im Schatten von Andromedas Flügeln laufen konnte. Zum Schluss holte er noch einmal Tiefluft und steigerte sein Tempo, um schließlich als erster zwischen den Bäumen anzukommen, wo er sich sofort die Mütze vom Kopf riss, um sie in der Hosentasche zu verstauen. Es rauschte in der Luft, als Andromeda neben ihm landete. Ich muss wirklich öfter mal laufen, keuchte sie. Das können wir gern gemeinsam machen. Er entnahm der Seitentasche seines Rucksacks eine Flasche Wasser, reichte sie ihr und nahm, nachdem sie getrunken hatte, selbst einen Schluck. Jetzt wird aber erst einmal nicht mehr geflogen. Er verstaute die Wasserflasche wieder in der Seitentasche. Es reicht eine einzige falsche Person. Wenn die uns sieht, ist unser Standort verraten. Andromedas Nachforschungen hatten ergeben, dass in der Oase eine Gruppe wohnte, die nicht gerade für ihre Gastfreundschaft bekannt war. Andromeda sah sich um. Außer den Dattelpalmen sah man hier auch Granatapfelbäume und Feigen. Der Stamm hier dürfte wohl vom Obstanbau leben. Wir können also nicht sicher sein, ob nicht gerade irgendwer die Ernte einbringt. Sie bewegten sich sehr vorsichtig weiter. Andromeda wagte erst eine Stunde später wieder etwas zu sagen. Und wenn ich mich nun irre, Nazi? Ihre Stimme klang leise, fast verzagt. Wenn Lijuans Leute eher bei Alexander sind als wir und ihn töten. Dann wäre wieder einmal bewiesen, wie schlecht sie ist. Nazi strich ihr über die Flügel. Lijuans Schlechtigkeit ist nicht deine Schuld. Weil er durchaus verstand, welche Sorgen sie plagten, fügte er hinzu. Es ist auch nicht deine Schuld, wenn deine Eltern Spaß daran haben, einem anderen wehzutun. Andromeda warf ihm einen finsteren Blick zu. Finde das Grimoire. Ein eindeutiger Befehl, auch wenn ihr dabei die Stimme zitterte. Du musst es finden. Ich brauche es. Ich werde es finden. Und dann würde er sie erobern und behalten und ihr Befehlen, ihm all ihre Geheimnisse zu verraten. Besonders das eine, das ihr solchen Kummer bereitete, dass er ihn in ihren Augen erkennen konnte, wann immer sie ihn ansah. Gerade hat sich der Pilot bei Dimitri gemeldet. Raphael und Elena befanden sich auf dem Dach des Legionshauses. Unter ihnen lag das frühmorgendlich dunkle Manhattan. Nazi und Andromeda sind gut und sicher angekommen. Ich hatte mit nichts anderem gerechnet. Elena wandte sich den Pferdeschwanz noch einmal neu. Stoßen wir zu ihnen, wenn sie Alexanders Schlafplatz gefunden haben? Wir? Seine Gefährtin zog die rechte Braue hoch. Lass bitte diesen Erzengel tun, wenn du mit mir sprichst. Ich bin ein Erzengel. Seine Jägerin warf ihm ein verschmitztes Lächeln zu, während sie die Flügel ausbreitete und ihre goldenen Handschwingen ihn streiften. Und außerdem bist du mein. Und du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du es wagst, allein gegen Lijuan anzutreten. Sie nahm ihre Armbrust aus der Halterung. Leg dich nicht mit mir an. Er zog sie so an sich, dass die Armbrust zwischen ihnen eingeklemmt war und eroberte ihren Mund. Er hatte sich hoffnungslos in sie verliebt, weil sie eine Kriegerin war und hatte im Lauf der Zeit zu akzeptieren gelernt, dass sie nie abseits des Geschehens auf ihn warten würde. Aber diesmal. Ich brauche dich hier in der Stadt. Du musst mir helfen, sie zu halten, während ich fort bin. Elena löste sich von ihm. Dafür ist Dimitri doch nun wirklich stark genug, krollte sie. Aber du, Hebebdi, bist nicht mehr nur Jägerin, sagte er, wobei er das Wort Geliebte in der Sprache der Großmutter seiner Gemahlin aussprach, die diese aus einem weit entfernten Land mitgebracht hatte. Du bist ein Symbol. Selbst wenn man mich vermisst, fühlen die Leute sich sicher, solange sie dich in der Luft sehen. Weil alle wissen, dass ich meine Gemahle nicht in der Stadt lassen würde, wenn ich sie nicht gegen alle Unbill und Gefahren geschützt wüsste. Mist, murrte Elena. Ich hasse es, wenn du recht hast. Sie schnallte sich die Armbrust wieder an den Schenkel, tat an den Rand des Daches und wartete, bis er neben ihr stand. Symbole sind momentan sehr wichtig, nicht wahr? Statt einer Antwort legte Raphael einen Flügel um sie. Die Welt stand an einem Abgrund, wie sie beide nur zu genau wussten, und dessen Ränder konnten jeden Moment ohne Vorwarnung abbrechen. Während der Wind ihm das Haar zerzauste, sah Raphael zum Turm hinüber, wo Dimitri gerade mit Elyon zusammen auf einen Balkon trat. Ich werde wahrscheinlich nicht lange fort sein. Ich will nur Alexander in der ersten Zeit nach dem Erwachen beschützen, weil er dann so leicht zu verletzen ist. Elena, die in dieselbe Richtung sah wie ihr Gemahl, nickte nachdenklich. Reden wir mal darüber, wieso du so schnell bei Ilyum sein konntest, obwohl er selbst für dich viel zu weit entfernt war, als er stürzte. Raphael beobachtete, wie sich das Licht in Elyons Flügeln brach und Millionen Funken durch die Luft stoben. Er dachte an den Moment, an dem er Ilyum aus dem Himmel hatte stürzen sehen. Bis Elyons Hilferuf ihn erreichte, hatte er den Sturz für ein Spiel gehalten. Der Kolibri darf ihn nicht verlieren. Er ist ihre einzige und ziemlich dünne Verbindung zu Vernunft und Zurechnungsfähigkeit. Raphael liebte Ilyums Mutter und empfand großen Respekt für sie, wusste jedoch auch, dass sie in ihrem Innern zerbrochen war. Eine leicht raue Hand mit den starken Fingern einer Kriegerin legte sich auf seinen Arm. Auch du darfst ihn nicht verlieren. Wie gut sie ihn kannte, wie tief sie in sein Innerstes zu schauen verstand, obwohl sie sich doch aus unsterblicher Sicht noch nicht einmal sehr lange kannten. Er ist das Herz deiner Gruppe der Sieben. Ja, Ilyum mochte jünger sein als einige der anderen und nach außen hin oft sehr respektlos. Aber er war der Kitt, der sie zusammenhielt. Das Verbindungsstück, das sie aneinander schmiedete, einen an den anderen. Als Jason noch von der Dunkelheit beherrscht wurde, ehe Mahia kam, habe ich ihn nur ein einziges Mal beinahe lächeln sehen. Als Ilyum ihn zu einem altmodischen Duell herausforderte. Raphael sah immer noch deutlich vor sich, wie sich das sonst so teilnahmslose Gesicht seines Meisterspions damals langsam von innen erwärmte. Dein Glockenblümchen war noch ein Frischling, und Jason besiegte ihn mit links. Aber Ilyum lachte nur und bat, ihn das nächste Mal mit längerem Rapier kämpfen zu lassen, damit er Jason aus der Ferne abstechen könnte. Um Elenas Mund zuckte es. Typisch Ilyum. Obwohl der Engel mit den blauen Flügeln seit über einer Stunde wach war und erst einmal einen guten Eindruck machte, obwohl ihm noch ein bisschen schwindelig war, steckte ihr das nachmittägliche Drama noch tief in den Knochen. Es war reiner Zufall gewesen, dass sie hatte eingreifen können. Handschwinge und sie waren gerade auf dem Weg zum Legionshaus gewesen, als sie einen Moment lang dieses wilde Blau sah, und daneben das Licht, das sich in Elyorns Schwingen brach. Sie hatte sich über diesen Anblick gefreut und an etwas denken müssen, was Elyorn erst vor kurzem zu ihr gesagt hatte. Wieder einmal mit einem Freund zu spielen, war es das Risiko wert. Bis ich Ilyum über dem Fluss diesen Ball zuwarf, wusste ich gar nicht, dass ich eigentlich seit zweihundert Jahren gar nicht mehr lebte. Ilyums Sturz hatte sie zunächst mit nachsichtigem Kopfschütteln registriert, weil sie ihn für einen seiner üblichen Scherze hielt. Doch dann hatte sie ihr Jorn abtauchen sehen und Rafaels Warnruf an sämtliche Engel der Umgebung gehört. Aber niemand war dicht genug am Geschehen dran gewesen, am wenigsten der Erzengel selbst. Deine Flügel standen in Flammen, flüsterte Elena jetzt, immer noch nicht ganz in der Lage zu begreifen, was sie in diesen schrecklichen, angsterfüllten, endlosen Sekunden beobachtet hatte. Erzähl mir, was du gesehen hast, bat Raphael. Ich habe nur mitbekommen, dass ich immer schneller wurde, habe das allerdings der Dringlichkeit des Vorfalls zugeschrieben. Elena sah ihn verwundert an, diesen Mann, der sie bis tief in die Seele hinein erobert und zu der Seinen gemacht hatte. Er hatte nichts bemerkt. Sicher, es war ja auch alles so schnell gegangen. Er hatte sich ganz darauf konzentrieren müssen, Ilium und Eion zu retten. Das weiße Feuer, das manchmal an deinen Flügeln leckt, hat dich vollständig erfasst. Sie streichelte das schimmernd weiße Gold seiner Federn. Es sah aus, als hätten deine Flügel alles Körperliche verloren, als wären sie reine weiße Flammen. Ein umwerfender Anblick, der ihr erst jetzt im Nachhinein so richtig ins Bewusstsein drang. Sobald du Ilium in deinen Armen hieltest, verschwand die Wirkung wieder. Raphael breitete die Flügel aus und sah sich erst den einen, dann den anderen ganz genau an, bevor er sie wieder zusammenklappte. Jetzt sieht man nichts mehr. Was du beschrieben hast, klingt wie Lijuans Fähigkeit, körperlos zu werden. Auf Elenas Haut bildete sich kalter Schweiß. Ja, das könnte stimmen. Sie ließ seine Hand los, packte ihn vorn am Hemd und zog ihn zu sich heran. Von dieser Art Evolution lässt du schön die Finger, ja? Sie konnte ihm nicht folgen, wenn er in diesem anderen Zustand war, würde sich bei dem Versuch, es doch zu tun, höchstwahrscheinlich den Hals brechen. Raphael lächelte. Da kannst du ganz unbesorgt sein. Ich liebe alles Körperliche viel zu sehr. Was er ihr umgehend bewies, indem er ihre Hüfte streichelte und sie lange und leidenschaftlich küßte. Aber noch während das donnernde, tosende Meer all ihre Sinne überrollte, wusste Elena, dass kein Erzengel die möglicherweise katastrophalen Veränderungen aufhalten konnte, die in einer Kaskade in ihm vorgingen. Ich folge dir, flüsterte sie ganz nah bei seinen Lippen. Egal, wohin du gehst, ich werde direkt neben dir sein. Sie blickte in unglaublich blaue Augen, in denen Flammen glühten. Zusammen, meine Elena, versprach Raphael. Du und ich, immer zusammen. Er umfing sie mit seinen Flügeln und hielt sie fest, bis ihr Herz ruhiger schlug und aus ihrer Furcht wütende Entschlossenheit geworden war. Nichts und niemand würde ihr ihren Erzengel stehlen. Ich habe ein bisschen Klatsch und Tratsch aus Ammanat zu hören bekommen, sagte sie, sobald sie widersprechen konnte. Wie kommst du zu Klatsch und Tratsch aus Ammanat? Seid ihr inzwischen dicke Freundinnen, meine Mutter und du? Sehr witzig. Sie stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Elena und Celiaen mochten sich auf eine Art Waffenstillstand geeinigt haben, aber Celiaen war und blieb nun einmal eine Uralte. Und sie war, verdammt nochmal, Elenas Schwiegermutter. Nein, ich habe bei unserem letzten Besuch dort ein paar Freundinnen gewonnen. Unter anderem eine kluge und witzige Zofe, die so anmutig tanzte wie Elenas Schwester Belle, bis ein blutrünstiger Vampir ihr Leben beendete. Belle, Belle, darf ich mit dir tanzen? Komm her, Kleine, und stell dich genauso hin. Wie immer wurde es Elena eng ums Herz bei der Erinnerung an den großen Verlust, der sie bis ans Ende ihrer Tage quälen würde. Es besteht wohl die Chance, dass Nasie und seine Gelehrte inzwischen nicht mehr nur Kollegen sind. Meine Informantin sagt, Nasie sehe Injomeda so an, wie sie es noch nie bei ihm erlebt habe. Als sei sie ein Schatz, den er gar nicht wieder hergeben möchte. Das kommt allerdings überraschend, murmelte Raphael nachdenklich. Besonders, da die besagte Gelehrte ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Wir reden hier über Nasie, Elena lächelte. Der Junge hat einen gewissen Charme, ganz wie sein Erzengel. Ich wollte mich anfangs auch nicht ausgerechnet mit dir nackt im Bett wälzen. Der tödliche, sich in ihren Augen sehr unmenschlich gebärdende Erzengel von New York war wirklich kein Mann gewesen, mit dem die Jägerin Elena Devereaux etwas anfangen wollte. In den Augen, die selbst in der Dämmerung ganze Ozeane zu enthalten schien, glitzerte es. Dann stell dich jetzt darauf ein. Raphael hob sie hoch und schloss sie fest in die Arme. Wir haben so lange nicht mehr am Himmel getanzt, und heute möchte ich das Leben feiern. Um Raphaels Mund zeichneten sich tiefe Falten ab. Genau diese Falten streichelte sie, während es auf ihrer Haut langsam immer stärker kribbelte, bis sie nicht mehr konnte und seinen Kopf zu sich hinunterzog. Leben, flüsterte sie, bevor sich ihre beiden Münder in einem Sturm von Gefühlen vereinten. Nach einer knapp zweistündigen Wanderung hatten Nasie und Andromeda den Außenbereich eines Dorfes erreicht, das die letzte Bastion der Zivilisation vor dem Höhlensystem war. Die Häuser dieses kleinen Weilers säumten einen kleinen, erstaunlich klaren, grünlich-blauen See. Ein unerwarteter Anblick in diesem Meer aus Sand. Der See hatte die Form einer länglichen Träne, und die Häuser des Dorfes drängten sich um den bauchigen unteren Teil. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie diese Oase mit dem Flugzeug hätten überqueren können, nur hätte das der Jet nicht überlebt. Die beiden Reisenden machten es sich bequem, sorgsam darauf bedacht, von den Dörflern nicht bemerkt zu werden, und warteten, bis aus dem frühen Abend tiefschwarze Nacht geworden war. Während sie warteten, aßen sie von dem Proviant, den sie mitgebracht hatten, wobei Andromeda wusste, dass das Trockenfleisch und die getrockneten Früchte nur ihr genügend Energie liefern würden. Nasir brauchte mehr. Trink einen Schluck bei mir, sagte sie und hielt ihm ihr Handgelenk vor den Mund. Er holte Tiefluft. Wieder einmal glichen seine Augen geschmolzen im Silber. Seine Fangzähne blitzten. Ich werde dich leer trinken, warnte er heiser. Nein, wirst du nicht. Dafür sorgten schon seine Beschützerinstinkte. Trink. Sonst glaube ich noch, du magst mich gar nicht. Er ließ sie warten, und sie wollte ihre Hand gerade zurückziehen, als er zupackte. Ein tiefes Grummeln in der Brust. Er schnupperte an der Stelle, wo er ihren Puls schlagen sah, und sofort schien sich alles Blut in ihr dort sammeln zu wollen, um zu ihm hinzufließen. Andromeda. Ein warmes, zärtliches Schnurren. Dann kratzten seine Fangzähne an ihrer Haut. In ihrem Unterleib spannten sich unvertraute Muskeln an. Der Atem stockte ihr. Ihre Brüste schmerzten. Aber auch die Eifersucht griff mit heimtückischen Krallen nach ihr. Trinkst du bei anderen auch so? Er fuhr ihr mit der Zungenspitze über die Haut. Was heißt hier trinken? Wieder die warme, raue Zungenspitze, die sie zittern ließ. Ich verführe dich. Und wie er sie verführte. Langsam, zärtlich, mit unendlicher Geduld, die ihren Ursprung tief in seinen Instinkten hatte. Als er das nächste Mal mit den Fangzähnen über ihre Haut fuhr, beugte sie sich zitternd vor, um ihre Flügel um ihn zu legen, bis es auf der Welt außer ihnen beiden nichts mehr gab. Als der Biss dann kam, war er ein heller Schmerz, der sich zitternd in ebenso helle Wonne verwandelte, die bald durch ihren ganzen Leib strömte. Enjometer unterdrückte nur mit Mühe einen Schrei. Sie vergrub die Finger der anderen Hand in seinem Haar und drückte ihn an sich. Aber er hob viel zu schnell den Kopf, leckte die Stelle ab, an der er zugebissen hatte, flink, fast spielerisch, bis sich die winzigen Wunden ganz geschlossen hatten und nur noch ein kleiner, kaum sichtbarer blauer Fleck zurückblieb. War das denn genug? fragte sie heiser. Er verharrte über ihre Hand gebeugt, und seine Haare liebkosten sie tausendfach, als er noch einmal die Stelle küsste, an der er ihren Puls schlagen sah. Als er den Kopf hob, blühten seine Augen. Erst einmal ja. Er streichelte ihren Arm, legte die Hand unter ihren Ellbogen. Du schmeckst köstlich. Auf Andromedas Körper bildete sich eine Gänsehaut. Sie legte ihre Hand an seine Wange, beugte sich vor, bis ihre Stirn an seiner lag und beide Atem sich mischte. Bin ich Nahrung für dich? Er legte ihr die Hand in den Nacken und knabberte an ihrer Unterlippe. Du gehörst mir. Nasir, flüsterte sie. Er lehnte sich mit dem Rücken an einen Baum, zog sie mit sich, und dann streichelte er sie. Zart und unglaublich langsam fuhren seine Finger über ihre Flügel, strichen durch das Haar, das er aus dem dichten Zopf befreit hatte. Als sie einschlief, lag ihr Kopf auf seiner Schulter, während er sie mit dem Arm unter ihren Flügeln hielt. Andromeda hatte noch nie bei jemandem geschlafen, selbst als Kind nicht. Es fühlte sich gut an, sein starker, warmer Körper unter und neben ihr, sein Herz, das so fest und gleichmäßig schlug. Das alles vermittelte ihr ein solches Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, dass sie tief und traumlos zu schlafen vermochte. Sie hätte gern ewig so geschlummert, doch nach zwei Stunden meldete sich ihre innere Uhr, die sie entsprechend eingestellt hatte. Als sie die Lieder hob, schnupperte Nasir an ihr, und auch sie sog seinen Duft ein, der ihr so ursprünglich, sinnlich und unglaublich vertraut vorkam. Schlaf nur, murmelte er leise. Wir haben noch mindestens neunzig Minuten, vielleicht sogar zwei Stunden, bis wir unbemerkt zu den Höhlen weitergehen können. Das hängt ganz von den Gewohnheiten der Dorfleute ab. Sie strich ihm die Haare aus dem Gesicht. Nein, du bist dran. Du musst dich doch auch ausruhen. Keine Widerrede. Wir müssen beide frisch und bei Kräften sein, wenn wir Alexander finden wollen. Er knurrte sie an, während eine plötzlich auffrischende Böe die Blätter des Baumes über ihnen rascheln ließ und sie ihn am liebsten geküsst hätte. Energisch setzte sie sich auf, lehnte sich an den Baum, zog ihn an sich und befahl ihm zu schlafen. In Nasirs Brust grummelte es noch ein wenig, aber schließlich streckte er sich in seiner Lieblingshaltung aus, den Kopf in ihrem Schoß und schloss die Augen. Enjometer flocht sich schnell den Zopf neu, um jederzeit zum Aufbruch bereit zu sein, wachte über seinen Schlaf und lauschte den Geräuschen der letzten noch wachen Dorfbewohner, die wohl nun auch zu Bett gingen. Von Zeit zu Zeit streichelte sie seine Haare, so wie er es gern hatte. Genau genommen tat sie das sogar ziemlich häufig, und sie genoss jede einzelne Sekunde seiner Nähe, wie er sich anfühlte, einfach alles. Sie war wild entschlossen, jedes noch so winzige Detail ihrer gemeinsam verbrachten Zeit nie zu vergessen. Ungefähr vierzig Minuten, nachdem alles still geworden war, hörte sie es. Ein leises Summen, das näher zu kommen schien. »Nasi?«, flüsterte sie. Er war sofort hellwach, hatte sich hingekauert und ein Ohr dem Geräusch zugewandt, noch ehe sie überhaupt richtig gemerkt hatte, dass er sich bewegt hatte. »Los, wir müssen rennen.« Er nahm sie bei der Hand und zog sie hoch. Dann rannten sie, und wie sie rannten. »Soll ich nicht lieber fliegen?«, keuchte sie, als sie kaum noch Luft bekam. »Dann wärst du am Boden schneller.« Er schüttelte den Kopf, dass die Silberhaare flogen. »Sie sind in der Luft.« Endromeda musste schlucken. Sie wollte schon nach dem Schwert greifen, das sie auch im Schlaf nicht abgelegt hatte, fürchtete jedoch, es würde ihnen bei dieser Sache nicht viel nützen. Was immer das sein mochte. Sie warf einen Blick über ihre Schulter. Vor dem dunklen Himmel schien sich eine noch dunklere Wolke abzuzeichnen. Unwillkürlich musste sie an Berichte über den Sturz denken, dem so viele Engel zum Opfer gefallen waren. Bevor die Engel stürzten, waren Vögel zu Tausenden aus dem Himmel gefallen. »Cherry Semnon!« Als ihr linker Flügel sich in einem tief hängenden Zweig verfing, hätte sie fast aufgeschrien, so wehtat es, sich loszureißen. Sie lief weiter, immer weiter, aber das Summen kam mit jedem Herzschlag näher. Das waren keine Vögel. Aber was dann? Käfer? Heuschrecken? Bienen? Plötzlich blieb Nasir ohne Vorwarnung stehen und sah sich um. Zeit, in Deckung zu gehen. Er ließ ihre Hand fahren, warf sich auf den Boden und fing an, mit ausgefahrenen Krallen in der staubtrockenen Erde zu graben. Injomeda grub neben ihm so schnell sie konnte, spürte die Insekten fast schon auf ihrem Rücken. Normale Käfer konnten weder ihr noch Nasi etwas anhaben, auch wenn sie sich vor manchen ziemlich ekelte. Wenn das hier allerdings Cherry Semnons Werk war, dann hatten sie es nicht mit normalen Käfern zu tun. Dann waren diese winzigen Wesen mit derselben Krankheit infiziert, die in New York viele Engel vom Himmel geholt hatte. Die Engel hatten gelitten, weil sie aus großer Höhe auf die gnadenlose Stadtlandschaft gefallen waren. Vampire dagegen waren an derselben Krankheit direkt gestorben. Und Nasir besaß Vampireigenschaften. Selbst wenn die Insekten Injomeda nichts anhaben konnten, ihm schon. Sie grub so hart und hektisch, dass ihre Nägel zerbrachen. Nasir rannte bereits der Schweiß von der Stirn. Erneut warf er einen Blick über seine Schulter. »Rein mit dir!« Er packte Injomeda am Arm und warf sich in das inzwischen entstandene Loch. »Gesicht nach unten, auf den Boden!« Injomeda wollte ihm erklären, dass er viel stärker gefährdet sei als sie, aber es blieb keine Zeit mehr für Diskussionen. Nasir würde sich erst in Sicherheit bringen, wenn sie in Sicherheit war. Also tat sie, was er wollte, und legte sich, sobald sie den Kopf in die Erde drückte, die Hände so über Mund und Nase, dass eine kleine Lufttasche entstand. Letzteres mehr aus psychologischen Gründen, als dass sie es wirklich gebraucht hätte. Sie starb nicht, wenn sie keine Luft mehr bekam. Sie konnte sogar über einen längeren Zeitraum ohne Luft auskommen. Allerdings wurde sie dann ohnmächtig, ein Zustand, der Stunden und unter Umständen auch Tage andauern konnte. In dieser Zeit konnte ihr jeder den Kopf abschlagen oder Herz und Hirn aus dem Leib reißen. Du brauchst keine Angst zu haben. Weitere Vorwarnungen erhielt sie nicht, ehe Nasir Erde über sie schaufelte. Lebendig begraben zu sein, den Druck der Erde auf den Flügeln zu spüren, war der reinste Horror. Aber Andromeda hielt es aus, lag reglos da, konzentrierte sich ganz auf ihn, flehte ihn wortlos an, sich zu beeilen. Denn er musste doch fliehen, er musste sich doch in Sicherheit bringen. Die Angst um ihn ließ ihr Blut bleischwer werden. Dann lag sie ganz und gar unter der Erde, hörte die Welt nicht mehr, hörte nur noch das Blut in ihren Ohren rauschen. Wenig später, mehr als ein Herzschlag schien nicht vergangen zu sein, umgab gedämpftes Summen ihr Grab. Wo war Nasir? Panik drückte ihr die Kehle zu. War er in Sicherheit? Ihr Herz schlug so schnell und heftig, dass es wehtat. Sie spitzte die Ohren, strengte all ihre Sinne an, hörte jedoch nichts weiter als das Summen der Insekten direkt über ihr, die fest entschlossen schienen, sich bis zu ihr durchzuarbeiten. Aber sie war gut eingegraben. Nasir hatte seine Zeit nicht verschwendet. Endlich schienen die Käfer aufzugeben. Enjomeda wollte sich sofort aufrichten und nach Nasir suchen, zwang sich jedoch noch volle zehn Minuten lang in ihrem Grab auszuharren. Wenn sie jetzt zu früh handelte und sich als Zielscheibe anbot, hätte er sein Opfer umsonst gebracht. Als sie sich wieder zu regen wagte, tat sie es langsam. Die Insekten schienen wirklich verschwunden zu sein, in der Luft bewegte sich nichts mehr. Kein Summen war zu hören. Enjomeda schüttelte sich Erde aus Haaren und Flügeln, rieb sie sich aus dem Gesicht und hielt Ausschau nach Nasir. Nichts. Nirgendwo Spuren. Nirgendwo blitzte es silbern. Nichts. Was hatte er wohl getan? Wohin war er gegangen? Enjomedas Atem ging schnell und flach. Es war keine Zeit mehr gewesen, noch ein Loch zu graben. Aber Nasir war schnell. Richtig schnell. Er konnte mit ihrer Fluggeschwindigkeit Schritt halten. Vielleicht hatte er es bis zu der kleinen Höhle geschafft, die sie auf dem Weg hierher bemerkt hatten. Sie wollte sich gerade dorthin aufmachen, zögerte aber noch einmal. Wahrscheinlich rechnete Nasir damit, dass sie blieb, wo sie war. Nein. Das schaffte sie nicht, auch wenn es sinnvoll erscheinen mochte. Vielleicht war er verletzt, also musste sie nach ihm suchen. Und wenn er nicht verletzt war, würde er sie ohne Probleme überall aufspüren können. Mit gezücktem Schwert machte sie sich auf den Weg zur Höhle, hatte aber auch nach zehn Minuten Laufen noch nichts entdecken können, was darauf schließen ließ, dass auch Nasir diese Richtung eingeschlagen hatte. Eigentlich hätte sie ihn längst finden müssen, wenn er hierher geflüchtet war. Ob er gar nicht zurückgerannt war, sondern weiter vorwärts, dem Wasser entgegen? Sie zögerte unentschlossen. Wohin hatte er sich gewandt? Höhle oder See? Die Höhle hätte ihm Schutz geboten, doch nur bis zu einem gewissen Grad, denn die Insekten hätten ihm dorthin folgen können. Wasser hingegen bot in diesem Fall den perfekten Schutz, denn Nasir, als so gut wie Unsterblicher, kam lange Zeit aus, ohne zu atmen, auch wenn Instinkte ihn zum Luftholen drängten. Also hastete Injometer jetzt Richtung See, und zwar auf den schmalen Ausläufer der Träne zu, den Teil, den man vom Dorf aus nicht sehen konnte. Die Flügel hingen ihr schwer an den Schultern, sie schleiften durch Zweige und Dornenbüsche hinterließen eine deutliche Spur. Aber darauf konnte sie keine Rücksicht nehmen. Mit schmerzender Brust erreichte sie stolpernd das Seeufer, wo sie sich panisch in alle Richtungen umsah. Der Mond hing wie ein magisches Licht am Himmel, hüllte die Welt in seinen weichen, silbergrauen Schein. Nichts. Oder doch? Beim näheren Hinsehen entdeckte sie kleine, leblose Körper, die das Wasser nicht weit von ihr entfernt an einen Felsen gespült hatte. Als hätten sich die Heuschrecken, oder was auch immer es sonst für Insekten waren, ins Wasser stürzen wollen und wären dabei ertrunken. »Nasir?« rief sie leise, damit sie nicht allzu weit zu hören war. »Nasir!« Keine Antwort. Sie steckte ihr Schwert in die Scheide und konzentrierte sich erst einmal auf die toten Insekten. Sie lagen alle in einem bestimmten Bereich, womöglich bedingt durch die im See herrschende Strömung. Sie ging stromaufwärts, bis sie an eine Stelle kam, an der am Ufer das Gras niedergedrückt und der Boden aufgewühlt waren. Als wäre jemand ausgerutscht, ehe er im See untertauchen konnte. »Nasir!« Enjomeda ließ sich auf die Knie nieder und starrte ins Wasser, ohne allerdings viel sehen zu können. Damit stand nur noch ein Weg offen. Sie band das Schwert ab, zog die Stiefel aus und tauchte in den See, durchsuchte das trübe Wasser. Das war etwas ganz anderes als zu schwimmen. Es war viel schwieriger. Enjomeda bekam es mit dem Auftrieb ihrer Flügel zu tun, die sie nach oben befördern wollten, während sie doch unter der Wasseroberfläche bleiben musste. Beim ersten Tauchgang entdeckte sie nichts. Auch nicht beim zweiten. Beim dritten Untertauchen dann stieß ihre rechte Hand an etwas, das kein Stein war, sondern eindeutig Stoff. Und darunter war ein Körper. Sie tastete sich an Nasis Körper entlang. Sein Kopf hing schlaff herunter. Hatte er sich den Hals gebrochen? Wieder musste sie gegen eine aufsteigende Panik kämpfen. Nasir war alt genug, ein gebrochenes Genick zu überleben, aber das hing von der Schwere der Verletzung ab. Nein, sie brauchte nicht Luft zu holen, es war nur das Gefühl. Sie konnte hier unten bleiben und versuchen, ihn zu bewegen. Aber das ging nicht. Warum nicht? Nur ruhig bleiben. Sie zwang, sich ihn loszulassen, damit sie mit beiden Händen seinen Körper ringsum abtasten konnte, bis sie endlich den Ast entdeckte, der sich in seinem zerrissenen Hosenbein verfangen hatte. Jetzt konnte sie ihn befreien und nach oben befördern, wo sie ihm hektisch nach Luft schnappend leichte Schläge auf beide Wangen verpasste. Wach auf! Nasir, wach auf! Keine Reaktion. Mit zusammengebissenen Zähnen, immer diese Panik, tastete sie sanft seinen Nacken ab, um festzustellen, ob irgendetwas gebrochen war. Das schien nicht der Fall zu sein, aber wer war sie denn schon, dies zu beurteilen? Eine Expertin ganz sicher nicht. Sie tastete weiter, bis sie oben an seinem Hinterkopf eine Beule entdeckt hatte. Automatisch glitt ihr Blick zu den großen Steinen am Ufer. Wahrscheinlich war Nasir ausgerutscht, als er ins Wasser ging und hatte sich den Hinterkopf angeschlagen. Das war nicht weiter schlimm, er würde es überleben, solange das Genick nicht gebrochen war. Zusammen mit ihm ließ sie sich ans Ufer treiben, wobei sie die ganze Zeit mit ihm redete. Ihn aus dem See zu ziehen, schien ihr zu riskant. Sie hätte ihm dabei leicht den Hals verrenken können, also blieb sie bei ihm und achtete darauf, dass sein Kopf nicht unter die Wasseroberfläche geriet. Da stand sie nun, mit immer lahmer werdenden Armen und immer enger werdender Kehle, weil sie schon viel zu lange ihre Angst hinuntergeschluckt hatte, bis sie begriff, wie dumm sie doch war. Seinen Hinterkopf mit einer Hand stützend, hielt sie ihm das Handgelenk der anderen unter die Nase. Keine Reaktion. Womit konnte sie sich schneiden, damit er ihr Blut riechen konnte? Ihr Schwert war zu weit entfernt, doch im Wasser fand sie schnell einen scharfen Stein, mit dem sie sich die Haut ritzen konnte, bis ein winziger Blutstropfen austrat. Die verletzte Stelle hielt sie Nasie direkt an den Mund. Nichts. Trinkverdammt, zischte sie ihn an. Diesmal brannten sich seine Fangzähne direkt in ihre Haut. Keine Wonne, keine Freude, nur das Wohlgefühl, dass er ihr Blut genoss. Und jedes Mal, wenn seine Kehle sich bewegte, weil er schluckte, lächelte sie. Und selbst, als ihr der Kopf schwer wurde, weil das Blut in ihn floss, zog sie ihre Hand nicht fort. Plötzlich saugte er nicht mehr in ihrem Handgelenk. Nasie schlug die Augen auf und hob den Kopf. Du hast dir nicht das Genick gebrochen. Enjometer wollte jubeln, aber die Worte drangen nur noch undeutlich aus ihrem Mund. Dafür schien Nasie wieder ganz der Alter. Stark wie eh und je hatte er sie im Handumdrehen aus dem Wasser gezogen, ans Ufer gebettet und verschwand. Während sie dort lag, hoch in den seltsam verschwommene Nachthimmel starrte und versuchte, den einen oder anderen Gedanken zu Ende zu denken. Dann war Nasie auch schon wieder neben ihr. Er hatte einen Rucksack dabei. Einen von ihren beiden Rucksäcken erkannte Enjometer bei näherem Hinsehen. Sie hatten beide zurückgelassen, um schneller vor dem Schwarm davonlaufen zu können. Nasie hatte den Rucksack schon geöffnet, um ein paar Streifen Trockenfleisch herauszunehmen. »Iss«, befahl er, aber sie konnte ihn nur anschauen. Mehr schaffte sie nicht. Also riss er das Fleisch in kleine Stückchen und fütterte sie damit. Nach ein paar Brocken drehte sie den Kopf zur Seite. »Zu salzig.« Er packte sie am Kinn und drehte ihr Gesicht wieder zu sich hin. »Iss, oder ich werde jagen und dich zwingen, rohes Fleisch zu essen.« Sie knurrte ihn an, kaute und schluckte dann doch brav. Denn da war dieser Ausdruck in seinem Gesicht. Der Mann meinte es toternst. Erst als er sicher sein konnte, dass sie ihm auch weiterhin gehorchte und tapfer aß, füllte er am See eine Flasche mit Wasser und warf eine Reinigungstablette hinein. »So etwas brauchen wir doch gar nicht«, murrte Enjometer, die das Trockenfleisch inzwischen nicht mehr sehen konnte. »Aber so schmeckt es besser.« Er half ihr, sich aufzusetzen, stützte sie von hinten und hielt ihr die Wasserflasche an den Mund. Sie trank. »Und jetzt isst du den Rest auch noch«, befahl er. Sie aß und spürte langsam, wie ihr Kopf klarer wurde. Ähnlich wie das Wasser, nachdem er die Tablette hatte hineinfallen lassen. Sie aß auch noch die Süßigkeiten, die er ihr gab und die über einen hohen Energieanteil verfügten und trank noch ein bisschen Wasser. Dann reichte es ihr. »Mir geht's schon viel besser.« Er lehnte sie gegen einen Baum, um sie sich ausführlich anzuschauen, ehe er nickte und die Wunden an ihrem Handgelenk säuberlich ableckte, bis sie fast nicht mehr zu sehen war. »Du hättest das nicht tun dürfen«, tadelte er sie in harschem Ton. »Ach ja?« Enjometer verdrehte die Augen. »Ich hätte dich ertrinken lassen sollen?« Nasir schnaubte verächtlich. »Vampire ertrinken nicht.« »Ist du sicher?« War diese These eigentlich je in einer Langzeituntersuchung untersucht worden? »Und du bist kein Vampir.« Er massierte mit dem Daumen die Bisswunde. Seine Zähne blitzten auf. »Du wirst ja selbst fast ertrunken.« »Ist dir das Wort Dankeschön eigentlich ein Begriff?« In Nasirs Brust grummelte es, aber dann senkte er den Kopf, um einen weichen und unerwartet süßen Kuss auf den letzten verbleibenden blauen Fleck an ihrem Handgelenk zu drücken. Enjometers Herz setzte einen Takt lang aus, fiel ihm direkt in die Hände. »Gerngeschehen«, flüsterte sie, und als er den Kopf hob, drückte sie ihn fest an sich. »Ich hatte solche Angst um dich?« Er legte die Arme um sie und schmiegte in einer immer vertrauter werdenden Liebkosung seine Wange an ihre Schläfe. »Ich bin ausgerutscht, weil ich zu schnell gelaufen bin. Diese Käfer hätten mich fast erwischt. Und jetzt sind wir beide nass. Aber wenigstens haben wir diesmal trockene Sachen dabei. Für Injometer gab es zwar keinen Ersatzanzug in Leder, doch die Kleidung, die sie dabei hatte, war ebenso strapazierfähig. Ehe sie sich umzogen, hielten sie sich erst noch eine Weile in den Armen. Nasir machte sich auf den Weg, um den zweiten Rucksack zu holen, und meldete beim Zurückkommen, er habe auch noch gleich ihre Spuren verwischt. Sie zogen sich beide trockene Kleidung an. »Ich habe auch eine zerbrochene Feder begraben«, sagte er, als sie fertig waren. »Wie schwer bist du verletzt?« »Nicht weiter schlimm. Es tat weh, als es passierte, aber jetzt heile ich schon wieder.« Injometer war fertig. Ihr Haar ließ sie so, wie es war, denn der Zopf hatte sich nicht gelöst, und langsam wurde es Zeit, sich unten am Wasser die toten Insekten anzuschauen, die die Strömung an den Felsen getragen hatte. Mit bloßen Händen mochte sie sie nicht anfassen. Das Risiko schien ihr zu groß zu sein. Also suchte sie sich zwei dünne Stöcke, kauerte sich mit Nasir zusammen ans Ufer und setzte die Stöckchen wie Essstäbchen ein, um eins der Insekten zu packen und zu untersuchen. Laut Nasir, denn Andromeda vermochte im Mondlicht Farben kaum zu unterscheiden, hatte das Tierchen einen gelben, heuschrecken Körper mit einem schwachen, blau-grün Muster darauf. Die Flügel glänzten silbern, was Andromeda auch ohne Nasies Hilfe erkannte. Sie schimmerten wie aus mikroskopisch winzigen Metallstückchen geschmiedet. »Nicht Cherry Semnon.« Andromedas Augen wurden immer größer. »Alexander?« Nach einem Blick auf die anderen geflügelten Körper in ihrer Nähe nickte Andromeda langsam und nachdenklich. »Ja, sie besaßen alle, diese Flügel aus Metall, und da mehr als ein Tier unter dem Zusammenprall mit dem Felsen gelitten hatte, konnte man ziemlich gut erkennen, wie sie konstruiert waren.« »So kann man sich natürlich auch gegen Neugierige verteidigen,« stellte sie bewundernd fest. »Wir haben seinen Namen laut genannt. Stirnrunzelnd besah sich Nasie das Insekt, das Andromeda zwischen den Stöckchen hin- und herdrehte.« »Das hat er gehört.« »Gut möglich.« Alexander galt als meisterhafter Taktiker. »Wenn er zuhört.« Andromeda musste sich zwingen, nicht zu flüstern. »Dann auf keinen Fall bewusst. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wir haben doch auch über Lijuan und ihre Pläne geredet und wie wir sie vereiteln können. Trotzdem wurde die Verteidigung aktiviert.« »Vielleicht steuert er sie mit einem Teil seines Hirns, das nicht bewusst denkt, sondern instinktiv handelt.« »Dann könnten womöglich auch noch andere Mechanismen ohne Vorwarnung aktiviert werden.« Andromeda legte drei der kleinen Toten in eine Tüte, in der sich vorher Studentenfutter befunden hatte. »Hoffentlich überstehen sie die Reise. Ich würde sie gern Jessamy zeigen.« Nasie sah ihr zu, wie sie die Insekten in einer Innentasche ihres Rucksacks steckte. »Ein Gutes hat dieser Zwischenfall ja.« Wollte er sie verspotten? Wie sonst sollte sie die lachenden Augen verstehen? »Und das wäre?« erkundigte sie sich ein bisschen spitz. »Wir sind hier auf jeden Fall richtig.« Andromeda stieß einen lauten Seufzer aus. »Ja.« Sie hatte sich so lange auf Einzelheiten konzentriert, dass sie das Gesamtbild aus den Augen verloren hatte. »Sollen wir Raphael informieren?« Wenn Alexander unter geschmolzener Lava schlief, egal ob es echte Lava war oder flüssiges Metall, dann konnte nur ein anderer Erzengel zu ihm durchdringen. »Ja.« Nasie fischte sein Handy aus einer der Vordertaschen des großen Rucksacks, wo er es verstaut hatte, damit es ihm nicht abhanden kam, wie das, was er auf der Flucht aus Lijuans Zitadelle verloren hatte. Er drückte auf das Display und stieß einen leisen Schrei aus. Andromeda hatte schon mit so etwas gerechnet. »Es funktioniert nicht, oder?« fragte sie leise. »Das Ding müsste überall funktionieren.« Nasie tippte noch einmal auf dem Display herum. Tod. Auch das ist Alexanders Werk. Andromeda musste an die reine Kraft denken, die Selyen ausstrahlte, und daran, dass es von Amanat kein einziges Foto gab. Vielleicht macht er das noch nicht einmal mit Absicht. Nasie steckte das Handy wieder ein. »Eigentlich ist es sowieso egal. Wenn ich mich nicht melde, schicken Sie Hilfe.« Das sagte er mit der Zuversicht eines Mannes, der seinem Sire und seinen Gefährten absolut vertraute. »Bis dahin sollten wir herausfinden, wo genau Alexander hier in der Gegend schläft, damit Raphael nicht zu lange von New York fernbleiben muss.« Er sprang auf und streckte ihr die Hand hin. »Los, gehen wir einen uralten Erzengel ärgern, der nicht auf junge Leute steht.« Lächelnd legte Andromeda ihre Hand in die Seine und ließ sich hochziehen. »Es gibt niemanden, mit dem ich das lieber täte als mit dir.« Er schenkte ihr ein freches Grinsen, gefolgt von einem finsteren Knochen. »Dieses dämliche Grimoire.« Xii sammelte seine Truppen in der Nähe von Rowans Palast, den er stürmen wollte, bevor Fawashi die Anwesenheit seiner Leute überhaupt bemerkte, als einer seiner Hauptleute aufgeregt angelaufen kam. »Was ist?« rief Xii dem Mann entgegen. »Gerüchten zufolge ist über einer Oase in der Wüste ein Insektenschwarm aufgetaucht. Ungefähr fünf Flugstunden von hier entfernt.« Und? Xii kannte diesen Untergebenen als soliden, kampferprobten Soldaten, der ihn mit einer solchen Geschichte bestimmt nur behelligte, wenn er fürchten musste, sie könnte Auswirkungen auf Xii's eigene Pläne haben. Einer unserer Leute da in der Gegend hat es von einem durchreisenden Engel gehört, der zugab, den Schwarm nur aus großer Entfernung und bei Mondschein gesehen zu haben. Trotzdem war der Mann der festen Überzeugung, es seien keine normalen Insekten gewesen, dazu wären sie in einer zu perfekten Formation geflogen. Konnte das ein Hinweis darauf sein, dass Alexander erwachte? Xii dachte nach. Natürlich konnte es sich auch um ein geschicktes Ablenkungsmanöver handeln, oder der Engel, von dem die Geschichte stammte, sah beim Mondlicht Gespenster. Nein, der Palast hier kam von der Logik her immer noch am ehesten als Ruheort in Frage, egal wie viel Sand ihm Raphael in die Augen zu streuen versuchte, indem er seine Gelehrte in ein Jet setzte und Kurs auf Michaelas Gebiet nehmen ließ. Xii's Leute meldeten, dieser Jet stünde seit seiner Landung mit geschlossenen Türen auf der Landebahn. Niemand hatte ihm sagen können, ob sich die Gelehrte und Raphaels Rätselwesen mit den silbernen Augen noch darin befanden. »Nimm dir eine halbe Schwadron und geh der Sache mit den Insekten nach«, befahl der General. Vielleicht täuschten seine Instinkte ihn doch, auch wenn er die Möglichkeit als äußerst gering einschätzte. Der Mann ging, um seine Leute zu suchen. Xii konnte sich wieder seinem eigentlichen Anliegen widmen. Wie sollte er es schaffen, in Rowans Haus einzudringen? Rowan war kein einfacher Gegner. Er war in den vergangenen 400 Jahren in seine Rolle hineingewachsen und hatte die Lehren seines Vaters verinnerlicht. Er hatte Fawashi die Treue geschworen, als sie zum Erzengel von Persien wurde, und gehörte inzwischen zu den gefürchtetsten Generälen der Dame. Vorher hatte er sich keinem speziellen Erzengel zugehörig gefühlt, was aus guten Gründen niemand in Frage gestellt hatte. Rowan genoss aufgrund seiner Abstammung den Respekt und die Zuneigung Zehntausender. Er war ein mächtiger Kämpfer und Anführer. Ein Gewinn für jeden, der ihn an seiner Seite wusste, und daher viel zu kostbar, um simplen Machtspielchen geopfert zu werden. Wo ist Fawashi gerade? erkundigte sich Xie bei einem eben gelandeten Kundschafter. Wenn sich die Erzengelfrau in der Nähe befand, würde er seine Pläne entsprechend ändern müssen. In Esthets Territorium. Der Kundschafter hatte eine anstrengende Reise hinter sich, seine Brust hob und senkte sich heftig. Sie nimmt dort an einem Festival teil. Wunderbar. Esthets Territorium befand sich am anderen Ende der Welt. Selbst wenn Fawashi bei den ersten Gerüchten über Probleme daheim aufbrach, würde es dauern, bis sie hier eintraf. Xie rief seine Kommandeure zusammen und befahl ihnen, ihre Leute zu sammeln. Wir stürmen den Palast, ehe Rowan ahnt, dass wir hier sind. Er schickte eine Nachricht an Lijuan, die von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden musste. Dabei ging ihm wieder einmal die Gelehrte mit den klugen, goldbraunen Augen durch den Kopf, deren Flügel so zart gemustert waren wie die eines Vogels. Was sie für Fragen gestellt hatte. Warum er immer noch zu Lijuans Gefolgsleuten zählte, nach allem, was sie getan hatte. Im Grunde war diese Frage allein schon eine Unverschämtheit. Er hatte Injomeda einzig deswegen nicht dafür bestraft, weil sie einerseits Gelehrte und damit von Haus aus wissbegierig war, und er sie andererseits als Frau interessant fand. Xie, der Intelligenz mehr schätzte als gewöhnliche Schönheit, hatte vor Injomedas Flucht aus der Zitadelle vorgehabt, Lijuan um die Erlaubnis zu bitten, der Gelehrten den Hof machen zu dürfen. Er hätte Injomeda nicht einfach so ohne ihre Zustimmung genommen. Das tat ein echter Krieger nicht. Außerdem hatte Lijuan ihm gleich während seiner ersten Zeit in ihrem Dienst ein paar wichtige Regeln im Umgang mit Frauen eingepaukt. Als Junge war Xie mager gewesen und hatte oft abgerissene Kleider getragen. Eine große Enttäuschung für seine Eltern, die beide Krieger waren. Lijuans Hof war der einzige, an dem man ihn hatte, haben wollen, und er hatte fest damit gerechnet, auf einen niederen Postenverband und dort vergessen zu werden. Aber Lijuan war durch die patriotische Farbgebung seiner Flügel auf ihn aufmerksam geworden. Sie hatte ihn fast wie ein Sohn behandelt, ihm die besten militärischen Ausbilder zur Seite gestellt, ihn von den besten Tutoren unterrichten lassen, und hochrangige Höflinge damit betraut, ihn mit den Regeln der Etikette vertraut zu machen. Xies Ausbildung hatte 100 Jahre gedauert. In dieser Zeit war er zu einem Mann herangewachsen, der von anderen respektiert wurde und der im Gegenzug seiner Dame bis zum bitteren Ende treu ergeben sein würde. Lijuan hatte sich in der vergangenen Dekade sehr verändert. Aus einer weisen, wenn auch sehr arroganten Erzengelfrau war etwas geworden, für das Xie noch keinen rechten Namen hatte. Aber er behandelte sie weiterhin mit Respekt, und sie ließ ihn an ihrer neuen Kraft teilhaben. Manchmal, wenn Lijuan weit fort war und er Zeit hatte, allein und ganz für sich nachzudenken, stellte er Lijuans Benehmen und ihre Pläne schon in Frage. Doch sie war eine Göttin, und ihre Vorhaben umfassten die ganze Welt. Wen wunderte es, wenn er ihre Vision nicht verstand? Als treuer Soldat, der er war, blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Jetzt wandte er sich an sie. Wir bereiten uns auf die Erstürmung des Palastes vor. Lijuan musste kommen, wenn sie Alexander fanden, denn sie war die Einzige, die die von dem Schlafenden ausgehende Bedrohung auszuschalten imstande war. Nur ein Erzengel konnte einen anderen Erzengel töten. Noch kann ich nicht bestätigen, ob er sich wirklich hier befindet, fuhr Xie fort. Er schlug Lijuan vor, zu warten, bis diese Frage geklärt war, und erst dann zu kommen. Seine Dame scheute moderne Annehmlichkeiten wie Flugzeuge, war jedoch noch zu schwach, um größere Strecken aus eigener Kraft zurücklegen zu können. Als es um den Kilimancharo gegangen war, hatte sie sein Rat befolgt und war zu Hause geblieben. Aber heute war sie anderer Meinung, und ihre Stimme klang wie aus Stahl. Ich komme. Du hast recht. Alexander hätte sein geliebtes Land nie verlassen. Und ich hätte nie an deinen Instinkten zweifeln und dich in das Gebiet von Titus schicken dürfen. Eine Sekunde lang ging ihre Stimme in den unheimlichen Schreien unter, die ihre Worte jetzt so oft begleiteten. Aber dann ertönte sie wieder in alter Kraft und Stärke. Wenn Alexander nicht unter dem Palast liegt, dann in der Nähe. Jetzt hörte man gar keine Schreie mehr, sondern nur noch eine einzige Stimme, von solcher Reinheit, dass es fast schon schmerzte. Finde ihn, Xie. Den Rest erledige ich. Nasir kletterte auf einen hohen Baum, von dem aus er das gesamte, zwischen ihnen und den Höhlen liegende Dorf überblicken konnte. Aber eigentlich gab es dort gar nichts zu sehen. Es war inzwischen lange nach Mitternacht. In den Häusern brannte kein Licht mehr, und der See lag still und ruhig da, wie ein leise flüsternder Spiegel, in dem der Mond badete. Falls die Dörfler den Insektenschwarm bemerkt hatten, wussten sie wahrscheinlich, dass es jetzt besser war, nicht nach draußen zu gehen und lieber sämtliche Fensterläden fest zu verschließen. Nasir sprang nicht vom Baum, sondern kletterte hinunter, um unnötigen Lärm zu vermeiden, nahm Injomeda bei der Hand, und so machten sich die beiden auf den Weg. Wenn Alexander hier schläft, flüsterte Injomeda nach einer Weile, dann war das heute bestimmt nicht der erste seltsame Zwischenfall, den die Dorfleute mitbekommen haben. Nasir konzentrierte sich mit allen Sinnen auf ihre Umgebung. Dennoch verstand er, worauf seine Begleiterin hinauswollte. Du glaubst, sie halten zu Alexander und wahren seine Geheimnisse? Wie Celiaen und die Leute von Ammanat? Celiaen hatte ihre Leute mit in den Schlaf genommen. Vielleicht hat Alexander diese Gruppe hierher mitgebracht, damit sie über seinen Schlaf wacht? Das würde erklären, warum ich hier außer Sterblichen auch so viele starke Vampire gespürt habe. Die Vampire, deren Gegenwart erwitterte, waren so alt und mächtig, dass sie eigentlich längst selbstständig kleinere Gebiete hätten verwalten oder aber direkt in der Festung ihres Erzengels hätten tätig sein müssen. Dort, wo die größten Herausforderungen auf sie warteten. Natürlich entschied sich das eine oder andere mächtige Wesen auch für das einfache Leben, aber gleich so viele, wie Nasir im und um das Dorf herum wahrgenommen hatte? Zuerst hatte er das Dorf für die Heimat von Kriegern gehalten, die Fawashi dienten und von denen einige gerade auf Urlaub bei ihren Familien walten. Was Andromeda gerade gesagt hatte, klang viel plausibler. Natürlich. Sterbliche allein sind rein körperlich nicht stark genug, Alexanders unsterbliche Feinde aufzuhalten. Im Garten eines der kleinen, ordentlichen Anwesen, die sich fast übergangslos in die Umgebung schmiegten, bellte ein Hund. Nasir knurrte. Das Tier winselte und verstummte. Nasir ging es jedes Mal gegen den Strich, wenn er kleinere Raubtiere erschrecken musste. Sobald die Sache hier ausgestanden war, würde er dem kleinen Kerl ein bisschen Fleisch bringen. Immerhin tat er nur das, was man ihm beigebracht hatte und was sein Job war. Er hielt nach Eindringlingen Ausschau. Nasir drückte Andromeda's Hand. Als sie ihn ansah, legte er warnend den Finger an die Lippen. Außer dem Hund schien niemand sie bemerkt zu haben, und so schlichen sie sich still und leise und ohne weitere Probleme an dem Dorf vorbei. Sie mögen Alexanders Wachen sein, sagte Nasir, sobald keine Gefahr mehr bestand, dass jemand sie hörte. Aber sie gehen mit der Zeit. Er hatte einiges an Elektronik gesehen und Kleidung, die eindeutig nicht handgewebt war. Wenn sie alles im Auge behalten wollen, was Alexanders Schlaf stören könnte, müssen sie ihr Dorf natürlich auch mal verlassen und Kontakt zum Rest der Welt aufnehmen. Andromeda fühlte sich auch jetzt wieder an Celiaen erinnert. Wenn du mich fragst, dienen die Obstplantagen als Tarnung, damit niemand die Leute fragt, warum sie hier eigentlich leben und wovon. Dabei ernähren sie sich bestimmt nicht vom Obstanbau allein. Alexander wird ihnen genügend Mittel hinterlassen haben, um ihr Überleben sicherzustellen. Sie biss sich auf die Unterlippe. Wir haben keine Flügel gesehen. Dabei waren Alexanders Krieger ihm treu ergeben. Flügel sind verdammt sichtbar, gab Nasir zu bedenken. Ein Vampir kann reisen, ohne dass es auffällt, solange er keine so hohe Stellung bekleidet wie zum Beispiel Dimitri. Und selbst dann. Manche mögen keinem anderen Herren dienen, wenn sich ihr Erzengel von der Welt zurückzieht. Auch bei ihnen denkt sich niemand etwas dabei, wenn sie mal hier, mal dort gesehen werden und ansonsten zurückgezogen leben. Da hast du recht. Keine Starts und Landungen, durch die man auf diesen Ort hätte aufmerksam werden können. Nur ein ruhiges Dorf mit einigen Vampiren, die sich aus dem Leben zurückgezogen hatten, als ihr Erzengel beschloss zu schlafen. Und mit den Sterblichen. Die Verbindungen zwischen diesen Vampiren und Sterblichen entstammten oder zu den Blutsfamilien der Vampire gehörten. Hier lebten wahrscheinlich ausschließlich die, die Alexanders vollstes Vertrauen genossen. Nur so konnte ein wichtiges Geheimnis so lange bewahrt bleiben. Wer hier als Sohn oder Tochter von Kriegern aufwuchs und wusste, das ganze Dorf bewachte den Schlaf eines Erzengels, der enttäuschte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht. Schließlich gab es auf der ganzen weiten Welt keine ehrenvollere Aufgabe. Als Nasie erneut warnend den Finger an die Lippen hob, blieb Injomeda stocksteif stehen und spitzte die Ohren. Aber sie hörte nur die normalen Geräusche einer Mondnacht. Den Wind, der das Laub rascheln ließ, die Bäume, die leise knackten. Weit hinten am anderen Ende des Dorfes bellte ein Hund. Trotzdem blieb Nasie in höchster Alarmbereitschaft, als sie endlich weitergingen und schien ständig mit einem Angriff zu rechnen. Aber es erfolgte keiner. Jedenfalls nicht gleich. Der Angriff kam kurz vor dem Morgengrauen, als die Welt sich in dichten Nebel gehüllt hatte und Nasie und Injomeda sich sicher fühlten. Ein Pfeil aus einer Armbrust zischte knapp einen Zentimeter an Injomedas Gesicht vorbei. Er hätte sich in ihr Gesicht gebohrt, hätte Nasie ihr nicht in letzter Sekunde einen Stoß versetzt. Ohne lange nachzudenken, verschwand Injomeda hinter einem Baum, während sich Nasie auf den Boden fallen ließ und zu ihr hinkroch. Es sind viele. Injomeda deutete auf den immer noch zitternden Pfeil, der im Stamm eines benachbarten Baumes stecken geblieben war. Der Pfeil war schwarz lackiert, mit einer auffallenden Gravur aus Silber am Schaft. Silber, das war immer Alexanders Farbe gewesen. Wir sind Freunde! Wieder verließ sich Injomeda auf ihr Bauchgefühl. Sie war sich sicher, dass sie es hier mit Alexanders Leuten zu tun hatten. Wir wollen vor dem Feind warnen, der unterwegs ist! Als Antwort hagelte es Pfeile. Injomeda drückte sich mit dem Rücken fest an ihren Baum, die Flügel eng an den Körper gefaltet, und warf Nasie einen kurzen Blick zu. Ein Versuch war es wert. Seine Augen glänzten im selben hellen Silber wie die Gravur auf den Pfeilen, nur lebendiger, flüssiger. Wieder einmal bewunderte sie die wilde Schönheit ihres Freundes, während die Gelehrte in ihr ins Grübeln geriet. Silber. Warum war gerade Silber die Farbe, die an Nasie am stärksten auffiel? In der Engelswelt war Silber als Farbe eindeutig einer Person zugeordnet. Iliums Flügel zeigten ein paar silberne Filamente, die Flügel einiger anderer Engel auch. Nur Alexander besaß Schwingen aus reinem Silber. In den Archiven gab es eine Feder, die von Alexander stammte. Sie hatte eine Leuchtkraft, die Injomeda sonst nur bei Nasie gesehen hatte, bei keinem anderen lebenden Wesen. Noch nicht einmal bei Rowan. Die Flügel von Alexanders Sohn erstrahlten in einem blassen, hellen Silber, das an den Spitzen eher grau wirkte, wie Kohlestaub. Rowan hatte seine Farben von beiden Eltern geerbt. Von wem aber stammten Nasies Farben? War es möglich, dass Nasie seine Farbgebung geerbt hatte? Falls er erschaffen worden war, wenn man in seinem Fall überhaupt von einer Erschaffung im herkömmlichen Sinne reden konnte, war es dann möglich, dass Alexander etwas damit zu tun gehabt hatte? Aber warum war Nasie dann in Rafaels Festung aufgewachsen? Wie hatte er überhaupt so, wie er war, Kind sein können, wenn er erschaffen worden war? Nur Erwachsene wurden erschaffen. Die Transformation froh die Entwicklung einer Person zum Datum seiner Erschaffung ein. Kinder wurden in diesem Prozess wahnsinnig, oder sie starben daran. Kein Kind hatte die Transformation je überlebt. Und sämtliche Versuche in dieser Richtung waren von Engeln unternommen worden, die selbst nicht bei Verstand waren oder aber geglaubt hatten, gegen Engels Gesetze verstoßen zu können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Was diese betraf, kam in diesem Fall nur eine Exekution infrage. Niemand war ihr je entgangen, die ganze Sache war das Risiko nicht wert. Nur war Alexander kein gewöhnlicher Engel. Ihn hätte niemand exekutiert. Er hatte tun und lassen können, was ihm gefiel. Aber die anderen Engel hätten ihn gemieden, wenn er ein Kind erschaffen hätte, und keiner der Berichte über Alexander erwähnte eine solche Ächtung. Nichts deutete darauf hin, dass er gegen eine so grundlegende Regel verstoßen hatte. Alexander glaubte an Gesetze und Regeln in einer auf Disziplin gegründeten Gesellschaft. In den wenigen Sekunden, die Nasir brauchte, um einen Plan zu schmieden, die Hand auszustrecken, einen Ast zu ergreifen und sich auf einen Baum zu schwingen, schlugen die Gedanken in Injomedas Kopf Purzelbäume. Doch jetzt war keine Zeit für wilde Spekulationen. Schnell hatte sie begriffen, was Nasir vorhatte. Wartete, bis er oben in den Ästen, direkt über Alexanders Leuten angekommen war, schnappte sich eine Handvoll Pfeile, die sich nicht weit von ihr entfernt in das Erdreich gebohrt hatten, und schleuderte sie den Angreifern entgegen. Das Ablenkungsmanöver hatte vollen Erfolg. In Form eines weiteren Pfeilhagels. Enjomedar ging in die Knie, um eine weniger große Angriffsfläche zu bieten, wehrte mit dem Schwert die wenigen Pfeile ab, die ihr zu nahe kamen, und hoffte aus ganzem Herzen, Nasir möge alles gut überstehen. Nasir war lautlos durch die Baumwipfel geklettert, immer den Gerüchen nach, die er kaum wahrzunehmen vermochte. Der Morgen war windstill. Auch deswegen hatten Alexanders Wächter sich so lange verstecken können. Aber immerhin wusste er jetzt, aus welcher Richtung ihre Pfeile kamen. Er hätte diesen Weg durch die Baumwipfel nie so problemlos nehmen können, wenn nur hohe Palmen die Oase gesäumt hätten, aber glücklicherweise war das nicht der Fall. Denn die Dorfbewohner hatten ja auch eine ganze Reihe von Obstbäumen und anderen Gehülsen gepflanzt und gehegt, darunter auch solche mit ausladenden Baumkronen. Vielleicht hatte Enjomeda rechts und die Pflanzung sollte den Dörflern nach außen hin als Lebensgrundlage dienen, aber ihre eigentliche Funktion bestand im Schutz für die Wächter. Diese fanden hier ausreichend Schatten und Verstecke, um unentdeckt handeln zu können. Mit einem Gegner, der klettern konnte, hatten sie vermutlich jedoch nicht gerechnet. Aber wer wollte ihn daraus schon einen Vorwurf machen? So jemanden wie Nasir gab es nur einmal. Er befand sich jetzt direkt über der Gruppe. Aber die Kämpfer hatten sich gut verteilt. Er würde sie nicht alle auf einmal erwischen können, was allerdings kein reiner Nachteil war. So brauchte er sich immer nur einen auf einmal vorzuknöpfen, zuerst natürlich den, der direkt unter ihm stand. Der Mann trug einen hellen, für die Wüste geeigneten Tarnanzug, hatte die Haare unter einem staubbedeckten, braunen, hinten im Nacken geknoteten Schal versteckt und sich das Gesicht mit brauner und grüner Tarnfarbe bemalt. Nasir riss ihn zu Boden, indem er sich von oben auf ihn fallen ließ, und drückte ihm den Arm an die Kehle, um ihn am Schreien zu hindern. »Wir sind nicht der Feind,« zischte er dem Krieger ins Ohr. »Wir sind hier, um Alexander zu warnen!« Als der Mann sich loszureißen versuchte, blieb Nasir keine Wahl. Er schlug ihn, wenn auch ungern, bewusstlos. Ähnlich musste er bei zwei weiteren Gegnern verfahren. Erst dann hatte die Mannschaft gemerkt, dass sich in ihrer Mitte ein gefährliches Raubtier befand. »Oben!« rief jemand. Nasir drückte sich flach an den Ast, auf dem er gerade kauerte, merkte aber schnell, dass die Männer unten im Moment nicht ihn meinten, sondern den aus der Ferne näher kommenden Flügelschlag. Vorsichtig steckte er den Kopf zwischen Zweigen und Blättern hindurch und wartete. Keine drei Sekunden später kamen Flügel in Sicht, leider jedoch nicht die, auf die er gehofft hatte. Und am Boden hatten sich Alexanders Wachleute hingekauert, ihre Armbrüste auf die Engel in den grauen Uniformen mit den roten Streifen gerichtet, aber sie schossen noch nicht. Genau richtig, fand Nasir. Denn falls Lijuans Leute lediglich einen Kontrollflug absolvierten, weil sie nachsehen wollten, was es mit dem Insektenschwarm auf sich hatte, der ihnen bestimmt gemeldet worden war, dann war Zurückhaltung jetzt das Beste. Man musste sie ja nicht gleich mit der Nase darauf stoßen, dass diese Gegend anders war als andere. Die Schwadron nahm ihre Aufgabe ernst und flog ein paar Mal über Dorf und See. Das dauerte bis zum Morgengrauen, und die ganze Zeit verharrten Nasir, Injomeda und Alexanders Wächter völlig reglos. Es rührte sich auch dann niemand, als Lijuans Krieger in der Nähe des Dorfes landeten. Wahrscheinlich wussten die Familien der Wächter genau, wie sie sich in so einem Fall zu verhalten hatten, und spielten bei Befragungen harmlose Bauern. Wie hätten sie sonst auch all die Jahre das Geheimnis wahren können? Und wenn Nasir die Männer und Frauen hier richtig einschätzte, dann vermochten selbst die Zivilisten, sich so lange zu verteidigen, bis die Krieger bei ihnen waren. Im Dorf blieb es ruhig. Nach einer Stunde des Wartens, die Sonne stand schon hell am Himmel, brach die Schwadronen endlich wieder auf. Die Schläge der großen Flügel verhalten in der Ferne. Und Nasir, Injomeda und Alexanders Wachen waren wieder da, wo sie vor dem Eintreffen der feindlichen Krieger gewesen waren. Injomeda entschied sich zu handeln. Wir gehören zu Raphael! Ihre klare Stimme war das Einzige, was man in der Stille unter den Bäumen hören konnte. Falls ihr das nicht bemerkt habt, die Schwadronen eben trug Lijuans Farben. Lijuan ist Raphaels Todfeindin. Denkt nach! Die Wächter direkt unter Nasir regten sich nicht. Dafür ertönte von links eine tiefe Männerstimme. Außenstehende dürfen diese Gegend nicht betreten. Der Mann bediente sich derselben allgemein bekannten Sprache, die auch Injomeda gesprochen hatte. Geht! Das können wir nicht! Lijuan wird kommen, um euren Erzengel zu töten! Es folgte eine längere Pause, ehe sich der Sprecher wieder meldete. Wir werden euch zuhören, von Angesicht zu Angesicht. Schwört, bei Alexanders Ehre, dass ihr uns nichts tut! Diesmal war die Pause länger, unheilvoller, aber als die Stimme sich wieder hören ließ, klang sie entschieden. Bei Alexanders Ehre! Inzwischen hatte Nasir den Sprecher ausfindig gemacht und sich bis zu ihm vorgearbeitet. Es war ein großer, kräftiger, sonnengebräunter Vampir, der sich das gleiche Tuch um den Kopf geschlungen hatte wie andere aus seiner Gruppe auch. Nasir ließ sich direkt hinter dem Mann auf den Boden fallen, denn er schien der Anführer der Wächter zu sein, und an seiner Reaktion würde er ablesen können, ob er wirklich nicht vorhatte, sie wie eine Beute zu behandeln. Der Wächter wirbelte herum. Helle, graue Augen blitzten auf, und eine Armbrust zielte direkt auf Nasirs Herz. Das silberäugige Monster. Das hätte eine Beleidigung sein müssen, klang aber nicht danach. Der Anführer ließ seine Armbrust sinken. Wie viele meiner Männer hast du getötet? Keinen, sagte Nasir mit lässigem Achselzucken. Das war nicht nötig. Der Schädel wird ihnen brummen, mehr nicht. Vielleicht sind sie auch schon wieder aufgewacht. Du könntest sie bei Gelegenheit daran erinnern, immer mal nach oben zu schauen, auch wenn gerade keine Flügel am Himmel sind. Der Anführer neigte kaum merklich seinen Kopf. Da hast du vollkommen recht. In diesem Moment tauchte Injomeda zwischen den Bäumen auf, Staub auf der dunkelbraunen Hose und Flecken auf der eng sitzenden hellbraunen Tunika. Ihre Augen suchten sofort Nasir, und die Falten zwischen ihren Brauen verschwanden erst, als sie sicher sein konnte, dass ihm nichts passiert war. Nasir hätte zu gern ein bisschen mit seiner Gefährtin angegeben, die sich um ihn sorgte, weil sie ihn so gern hatte. Noch lieber hätte er an ihr geschnuppert, mit Hand und Nase jeden einzelnen Millimeter ihres Körpers nach Verletzungen abgesucht, was natürlich nicht ging, und deswegen musste er sich mit dem äußeren Anschein begnügen. Also, Injomedas Hand lag auf dem Knauf des Schwertes, das sie zurück in die Scheide gesteckt hatte. Sie sah dem Anführer des Wachtrupps fest in die Augen. Da wir alle versammelt sind und niemand mehr versucht, den anderen umzubringen, schlage ich vor, wir gehen ins Dorf. Ich brauche einen Kaffee. Nasir widersprach nicht. Solange sie die Wächter nicht von ihren guten Absichten überzeugt hatten, würden sie hier keinen Schritt weiterkommen. Ihr wisst, wer ich bin, sagte er, und meine Partnerin heißt Injomeda. Ich heiße Tarek. Tareks glatte Haut spannte sich über markanten Wangenknochen. Am Kinn zeigten sich erste Schatten eines Bartes. Wir gehen mit euch ins Dorf. Aber eins muss klar sein. Wenn ihr einem der Leute dort ein Haar krümmt, ist unsere Übereinkunft null und nichtig. Er zog sich das Tuch vom Kopf, um es sich locker um den Hals zu legen. Anders als Nasir angenommen hatte, waren seine Haare nicht schwarz, sondern dunkelbraun, mit feinen goldenen Strähnchen darin. Wir sind nicht hier, um irgendjemandem etwas anzutun, versicherte Injomeda. Tarek führte sie ins Dorf. Die anderen Wachen folgten wohl, waren jedoch nicht zu sehen. Im Dorf wurden sie von den Bewohnern mit großen Augen bestaunt. Ein kleines Kind, barfüßig und fast so dunkel wie Nasir, kam auf Tarek zugerannt. Großvater! Ohne aus dem Tritt zu kommen, hob der Vampir das kleine Mädchen hoch und setzte es sich auf die Schulter. Er wirkte nicht älter als dreißig, war aber höchstwahrscheinlich nicht der Großvater, sondern der Ur-Ur-Ur-Urgroßvater des kleinen Wesens. Allerdings hätte Nasir nicht sagen können, wie viele Urs man vor den Großvater hängen musste. Auf jeden Fall hatte Tarek Übung im Umgang mit Kindern, und das sah man ihm und der Kleinen an, die Nasir nicht aus den Augen ließ. Ihre Augen waren hellgrau, genau wie die ihres Vorfahren. Nasir ließ mit fröhlichem Lächeln seine Fangzähne aufblitzen, woraufhin das Mädchen vor Freude Grübchen in den Wangen bekam. Sie winkte ihm zu. Kinder mochten Nasir. Sie wussten instinktiv, dass er ihnen nichts tun würde. Da spielte es keine Rolle, ob die Kinder nun Haut, Fell oder Schuppen trugen. Osiris hatte den unterschiedlichsten Lebewesen die Jungen geraubt, sie gefangen gehalten und letztlich ohne Gewissensbisse umgebracht. Einer der vielen Gründe, weswegen er hatte sterben müssen. Nasir hatte erst als Erwachsene erfahren, dass Alexander Osiris exekutiert hatte. Vorher hatte er geglaubt, Raphael habe es getan, doch dieser war zur fraglichen Zeit noch kein Erzengel gewesen und bei Osiris hatte es sich immerhin um den Bruder eines Uralten gehandelt. Über die Einzelheiten hatte Raphael vor etwa hundert Jahren mit Nasir gesprochen. Alexander und ich mögen später oft gegenseitiger Meinung gewesen sein, aber darüber, dass Osiris sterben musste, waren wir uns immer einig. Harte Worte, ebenso hart wie der Blick aus den blauen Augen, der sie begleitete. Alexanders älterer Bruder war nicht einfach nur wahnsinnig. Er war von Grund auf falsch verkabelt, wenn man das so sagen kann. Er hat in einem Ausmaß Kindsmord betrieben, das jeder Beschreibung spottet. Dass es sich dabei um die Kinder von Tieren und Sterblichen handelte, machte seine Verbrechen nicht weniger grauenhaft. Er hat es geschafft, mit seiner Obsession eine ganze Spezies auszurotten. Nasir wusste genau, wie gern Osiris für seine Experimente auch noch ein unsterbliches Kind zur Verfügung gehabt hätte. Nur war er nie in der Lage gewesen, mit den zahlreichen Konkubinen, die er weit von seiner Festung entfernt untergebracht hatte und nur selten besuchte, einst zu zeugen. Ein Engelskind hatte er dann doch nicht zu rauben gewagt. So arrogant war selbst er nicht gewesen. Damals noch nicht. Wenn man ihm erlaubt hätte, weiterzuleben... Tarek rief irgendetwas in einem Dialekt, den Andromeda nicht ganz verstand, bevor er seine Besucher auf eine Lichtung am See führte, um die herum vereinzelte Häuser standen. Dort war bereits ein Tisch mit zwei Bänken aufgebaut, der nun in aller Eile von Männern und Frauen aus dem Dorf gedeckt wurde. Andromeda fing den einen oder anderen auf sie gerichteten, kurzen, misstrauischen Blick auf. Dazu ein paar gar nicht so misstrauische, sondern recht Interessierte, die Nasir galten. Vor allem die Frauen des Dorfes musterten ihn so, aber auch einer der männlichen Wächter beäugte Nasir diskret und voller Bewunderung. Das Interesse an ihrem Tigerwesen beschränkte sich also eindeutig nicht auf Zivilisten und auch nicht auf das weibliche Geschlecht. Wem wollte sie das verdenken? Nasir hatte so etwas an sich. Eine Art, sich zu geben, sich zu bewegen, die von ungetrübten Freuden im Bett sprach. Nur weil Andromeda sich für das Zölibat entschieden hatte, war sie sexueller Anziehungskraft gegenüber nicht blind geworden. Ihr Körper erst recht nicht. Allein ihm zuzusehen, wenn er lief, seinen Atem an ihrem Ohr zu spüren, wenn er zärtlich an ihr schnupperte, erregte sie fast unerträglich heftig. Ihn nackt aus dem See auf Lijuans Territorium klettern zu sehen, ihr wurde heiß, wenn sie nur daran dachte. Als eine weitere Frau Nasir direkt vor ihren Augen einen eindeutig flirtenden Blick zuwarf, landete Andromedas Hand, ganz ohne ihr Zutun, auf dem Knauf ihres Schwertes. Dabei würde es keine dieser reäugigen Schönheiten auch nur eine Stunde lang mit Nasir in seiner wahren Haut aushalten. Er war zu wild, zu stark, zu fordernd und zu nervig. Er war perfekt. Und Andromeda war eine Närrin, wenn sie fand, die anderen Frauen passten nicht zu ihm. Niemand war unpassender als sie selbst. Wir werden das Brot miteinander brechen. Tarek reichte das kleine Mädchen an eine Frau von ungefähr 40 Jahren weiter und setzte sich auf eine Bank am Tisch. Andromeda und Nasir nahmen ihm gegenüber Platz. Tareks Leute verteilten sich über das Dorf, allerdings entfernte sich keiner von ihnen besonders weit oder ließ in seiner Wachsamkeit nach. Eine falsche Bewegung und die beiden Besucher würden es mit ihnen zu tun bekommen. Das war nicht zu übersehen. Bald standen eine kleine Tasse mit heißem, starkem Kaffee vor Andromeda und eine Schale Brot in der Mitte des Tisches. Tarek und Nasir bekamen Gläser mit Blut vorgesetzt, an denen das Kondenswasser hinablief. Offenbar wurde das Blut hier kühl gelagert. Nasir wurde von einer zugegebenermaßen wunderschönen Frau mit appetitlichen Rundungen bedient, die ihm dabei etwas ins Ohr flüsterte und enttäuscht zu sein schien, als er den Kopf schüttelte. Bestimmt hatte sie ihm angeboten, bei ihr zu trinken. Andromeda freute sich darüber, dass er das Angebot abgelehnt hatte, war aber gleichzeitig wütend, weil sie schon bald nicht mehr Teil seines Lebens sein würde. Tausende anderer Frauen dagegen schon. Tarek hob sein Glas, nachdem er die Frau, die ihm sein Blut gebracht hatte und offensichtlich ebenso gern noch geblieben wäre wie die andere, mit einem schneidenden Blick weggeschickt hatte. Auf die Ehre, sagte er. Auf die Ehre, erwiderten Andromeda und Nasir wie aus einem Mund. Nachdem sie getrunken hatten, nahm sich Andromeda ein Stück Brot, von dem sie für Nasir ein Eckchen abbrach. Der nahm und aß es, was den Wächter zu freuen schien, der daraufhin selbst der Zeremonie wegen ein Stückchen verzehrte. Er trank sein Blut aus und setzte sich bequemer hin. Dabei krempelte er die Ärmel seines sandfarbenen Tarnhemdes mit den dunklen Flecken hoch, das ihn draußen zu einem Teil der Landschaft hatte werden lassen. Ganz automatisch fiel Andromedas Blick auf das Tattoo auf seinem linken Unterarm, das einen leuchtend hellen, silbernen Raben zeigte. Der Rabe war Alexanders Symbol, denn der Legende nach war dem Uralten damals, als er zum Erzengel aufstieg, ein Rabe hoch in den Himmel gefolgt, um dort von der Hitze seiner Kraft verzehrt zu werden. Für Alexanders Leute verkörperte dieser Rabe Mut im Angesicht unwägbarer Gefahren und Umstände. Was diese stilisierte Wiedergabe des Vogels betraf, die Tareks Unterarm zierte. Andromeda kniff die Augen zusammen. Sie war sich sicher, diese Zeichnung schon einmal gesehen zu haben. Ihr behauptet, Freunde zu sein, brach Tarek das Schweigen, das sich am Tisch ausgebreitet hatte. Aber ihr schleppt Legions Leute hinter euch her. Andromeda warf Nasi einen kurzen Blick zu, ehe sie das Wort ergriff. Unsere Aufgabe besteht darin, Alexander zu finden und zu warnen, bevor der Feind ihn entdeckt. Ihr brecht ein uraltes Tabu, wenn ihr nach Alexander sucht. Tarek war sehr ernst geworden. So alt, dass sich niemand mehr seines Ursprungs erinnert. Jetzt war Vorsicht geboten, denn mit ihren nächsten Worten riskierte Andromeda, das ihnen nur mit Mühe entgegengebrachte Vertrauen gleich wieder zu verlieren. Unter Umständen brachte sie sogar ihr Leben und das von Nasi in Gefahr. Ja, wir brechen ein Gesetz, stimmte sie zu, nachdem sie Tiefluft geholt hatte. Aber wenn wir es nicht tun, liefern wir Lijuan einen hilflosen Alexander aus. Ihr könnt ihn nicht gegen sie beschützen. Selbst in ihrem jetzigen geschwächten Zustand war Lijuan problemlos in der Lage, dieses Dorf auszulöschen. Falls ihr Xi das nicht vorher schon abnahm. Ihr sterbt, wenn man euch den Kopf abschlägt. Und sobald ihr nicht mehr seid, steht nichts mehr zwischen Lijuan und dem Uralten. Sie sah Tarek unverwandt an. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Die Welt darf ihn nicht verlieren. Er ist der größte Engelsstaatsmann, der je gelebt hat. Er hat Kriege beendet und Städte erbaut, die bis heute existieren. Junge Soldaten studieren anhand der von ihm geführten Schlachten Strategie und Taktik und mit seinen politischen Strategien beschäftigen sich Erzengel. Tarek sah sie nachdenklich und so intensiv an, dass sich ihr die Nackenhaare aufrichteten. Wieso weißt du so viel über Alexander? Ich bin Gelehrte. Tareks Blick wanderte weiter zu Nasir. Und du? Ich war ja schon lange nicht mehr in der Zuflucht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich nicht als Gelehrten bezeichnest. Nasir grinste mit blitzenden Fangzähnen. Ich kann lesen. Er lachte leiser. Nein, ich bin kein Gelehrter. Ich bin Bluthund. Und Wachhund. So wie du. Du bist noch viel mehr. Enjomeda konnte sich diesen Einwurf nicht verkneifen. Du bist außergewöhnlich. In der Tat. Tarek nickte, aber sein Ton ließ sich kaum deuten. Es gibt niemanden wie dich. Ein silbereugiger Vampir. Haare und Augen so silbern wie Alexanders Flügel. Enjomeda runzelte die Stirn. Zum ersten Mal sprach jemand deutlich aus, was ihr bisher nur vage durch den Kopf gegangen war, wenn sie an die Silberfeder im Archiv dachte. Alexander hat mich nicht erschaffen. Obwohl niemand danach gefragt hatte, fuhr Nasir trotzdem fort. Es war sein Bruder, Osiris. Tarek sah ihn scharf an. Enjomeda hielt unwillkürlich die Luft an. Osiris wurde aus der Blutlinie ausradiert. Alle seine Spuren wurden getilgt. Alle bis auf eine. Mich. Nasir hörte sich an, als sei das keine große Sache. Er nahm dankend ein zweites Glas Blut entgegen, diesmal von einer älteren Frau, deren Lächeln reine Höflichkeit und nichts weiter ausdrückte. Bis auf dich. Wieder dieser durchdringende harte Blick. Wie hast du es geschafft, der Vernichtung zu entgehen? Indem ich dabei half. Nasir nippte an seinem Glas. Ich habe Osiris Leber und Herz aus dem Leib gerissen und gefressen. Ein rascher Seitenblick auf Enjomeda. Er hatte mich hungern lassen, um meine Stärke zu testen. Enjomeda nahm seine Hand. Dann war er ein dummer Engel und verdienter, gefressen zu werden. Nasir drückte ihr strahlend die Hand, wurde aber sofort ernst, als er Taric ansah. Ich habe Osiris nie Sire genannt und hätte das auch nie getan, selbst wenn Alexander ihn nicht exekutiert hätte. Nasirs Loyalität gehörte Raphael. Der Wächter starrte ihn an. Vor zweihundert Jahren reiste ich für kurze Zeit in einen anderen Teil der Welt und traf dort einen gelehrten Mann. Der sagte mir, es gäbe Gerüchte über eine lebende Legende, eine Chimäre mit silbernen Augen, die nicht ein Wesen sei, sondern zwei. Er fragte mich, ob ich wüsste, woher dieses Wesen stammte. Denn nur Alexander und Osiris hatten Augen aus reinem Silber, und beide lebten nicht mehr in der Welt. Chimären? Das sind reine Mythen. Nasirs Augen blitzten vergnügt, als Enjomeda ihm einen empörten Blick zuwarf. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Hand, woraufhin ihr der Mund offen stehen blieb und er ihrem Kinn einen leichten Schubs geben musste, damit er sich wieder schloss. Mit dir rede ich nicht mehr. Enjomeda wandte sich wieder an Taric, der die ganze Szene sichtbar belustigt verfolgt hatte. Wenn du nicht glaubst, dass wir hier sind, um Alexander vor Lijuan zu schützen, solltest du dir ansehen, was gerade in Rowans Palast stattfindet. Sofort konnte von leiser Belustigung keine Rede mehr sein. Ist das eine Drohung? Enjomeda blieb unbeeindruckt. Irgendetwas musste ich Lijuanja erzählen, als sie mich entführte, weil sie wissen wollte, wo sich Alexander meiner Meinung nach aufhält. Ich hab versucht, sie von dem Gebiet hier abzulenken. Doch die Schwadron vorhin bedeutet wohl, dass mir das nicht gut genug gelungen ist. Wir haben Rowan eine Warnung zukommen lassen, ergänzte Nasir. Ein Angriff trifft ihn nicht unvorbereitet. Rowan kann selbst auf sich aufpassen. Davon schien Taric felsenfest überzeugt. Solltet ihr beiden wirklich hier sein, um Lijuan entgegenzutreten, dürfen wir hier unseren Schwur trotzdem nicht brechen. Er sieht vor, diese Linie unter allen Umständen zu halten und niemanden durchzulassen. In diesem Fall, verkündete Nasir, werde ich euch alle unschädlich machen müssen. Das klang nach einem Witz, aber Enjomeda wusste, es war ihm toternst. Selbst ein silberäugiges Monster kann es nicht mit dem Herzstück der geflügelten Bruderschaft aufnehmen. Natürlich, da hatte sie das Tattoo schon einmal gesehen. Normalerweise zierte es sauber rasierte Schädel. Taric hatte sicher gemerkt, dass Enjomedas Blick kurz auf seinen Haaren gelegen hatte, denn er fügte hinzu, Wir alle nehmen das Zeichen an unserem 18. Geburtstag an. Wer fortgeht, schert sich als Teil des Initiationsritus den Kopf. Das soll uns an unsere Disziplin erinnern und daran, warum die Bruderschaft gegründet wurde. Ihr agiert weit verstreut und von eurem eigentlichen Heim entfernt. Die sehr zurückgezogen lebende und allgemein als tödlich gefürchtete Bruderschaft nahm Aufträge von unterschiedlichen Gruppen und Individuen an, verpflichtete sich jedoch nie für alle Zeiten. Bis jetzt hatte noch niemand herausgefunden, woher sie stammte, und man munkelte allgemein von der Zugehörigkeit zu einem Engel, der lieber unerkannt bleiben wollte. Einige meiner jüngeren Brüder sind gern unterwegs, erklärte Taric. Wir halten sie nicht auf. Alle kehren früher oder später hierher in ihr Zuhause zurück. Oft bringen sie Gefährtinnen mit, die unsere Art zu leben verstehen und akzeptieren und die unsere Blutlinie verjüngen. Soll das heißen, in 400 Jahren hat nicht einer das Geheimnis ausgeplaudert? flüsterte Injometer beeindruckt. Wie kann das sein? Ehre und Treue und eine Feuerprobe, die niemandem vergibt, dessen Seele schwach ist. Taric erhob sich. Ihr könnt entweder gegen uns kämpfen oder gehen. Wir werden euch aus dem Dorf geleiten. Nasir stand auf, Enjomedas Hand fest in der Seinen. Du musst an das Heute denken, mahnte er. Man darf nicht im Vergangenen verharren. Als Antwort legte der Führer der geflügelten Bruderschaft wortlos die Hand auf seine Armbrust. Als sei er gerade in seine höflich lässige Haut geschlüpft, wandte sich Nasir an Injomedar. Wie es scheint, sind wir nicht länger willkommen. Alexanders Wache ist auf meinen Bluff nicht hereingefallen. Sie zuckte die Achseln, ehe sie Taric ansah, deren Blick erwiderte. Wenn ihr uns nicht erlaubt, zu Alexander zu gehen, müsst ihr den Uralten selbst warnen. Tarics Miene war undurchdringlich geworden. Alexander schläft. Wer seine Kammer betritt, überlebt nicht. Gilt das auch für Lijuan? Er zuckte nicht mit der Wimper. Sie mag sich für eine Uralte halten und sich auch so aufführen, aber im Vergleich zu Alexander ist sie nichts. Du hast sie nicht erlebt, seit die Kaskade begonnen hat. Injomedar wollte noch einen Versuch unternehmen, auch wenn sie ahnte, wie vergeblich er sein würde. Alexanders Wächter glaubten verbissen an eine Welt, wie sie ihrer Meinung nach sein musste. Sie bekamen nicht mehr mit, was draußen wirklich vor sich ging. So verließen die beiden Besucher von einem starken Kontingent der Bruderschaft eskortiert das Dorf. Sie waren etwa eine Stunde gegangen, als Nasi Injomedars Hand freigab, während sie den Rucksack fallen ließ, den sie sich vor den Bauch geschnallt hatte. Keine zwei Herzschläge später hielt sie ihr Schwert in der Hand. Schnell, doch im Vergleich zu Nasi's Geschicklichkeit immer noch quälend langsam. Dieser hatte mit den Krallen drei der geflügelten Brüder erledigt, ehe sie überhaupt mitbekommen hatten, was los war. Es floss Blut, aber niemand starb. Sie wurden lediglich unschädlich gemacht. Auch Injomedar wollte niemanden ernsthaft verletzen, musste jedoch trotzdem ihr Schwert einsetzen, denn unbewaffnet hätte sie es mit den durchtrainierten Vertretern der Bruderschaft nicht aufnehmen können. Die bestand im Übrigen trotz ihres Namens aus Männern und Frauen. Injomedar hielt sich dicht hinter Nasi, da sie auf keinen Fall als Geisel enden wollte, und räumte mit den Kriegern auf, die er nur umwarf oder auf andere Weise zu Fall brachte, ohne sie ganz auszuschalten. Ein paar von ihnen schlug sie geschickt mit dem Schwertknauf K.O., wobei sie selbst im Getümmel des Kampfes darauf achtete, bei den Sterblichen weniger Kraft einzusetzen. Alexander würde auf keinen Fall jemandem vergeben, der auch nur einen seiner Leute tödlich verletzt hätte. »Flieg, Andy!« Alles in ihr rebellierte gegen den Befehl, der sie zwang, ihn hier, mitten unter Kämpfern, den Tod vor Augen zurückzulassen. Aber sie hatte versprochen, ihm in solchen Situationen zu gehorchen. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen, fest auf seine Klugheit und Geschicklichkeit zu bauen und abzuheben, verfolgt von laut zischenden Pfeilen aus zahlreichen Armbrüsten. Sie hatte es geschafft. Na, sie hatte die Bruderschaft so lange aufgehalten, dass keiner der Pfeile in Jomedar erreicht hatte. Zufrieden bläckte er die Zähne, schwang sich hoch in die Baumwipfel und bewegte sich in rasender Geschwindigkeit vorwärts. Die Pfeile schafften es locker durch das Laubwerk, nur waren die geflügelten Brüder nicht so schnell wie ihre Beute, und ihre Pfeile bohrten sich zitternd immer genau dort in das Astwerk, wo Nasir vor einer oder einer halben Sekunde noch gewesen war. Er lief direkt ins Dorf zurück, wobei er sich darauf verließ, dass in Jomedar ebenfalls diese Richtung eingeschlagen hatte. Wenn er auf die andere Seite des Sees gelangen wollte, war dies der schnellste Weg. Nasir bildete sich auf seine Tat nichts ein. Er wusste, dass die geflügelten Brüder zu den geschicktesten, am härtesten trainierenden Kämpfern der Welt gehörten. Der Trick eben hatte nur funktioniert, weil sie in Jomedar trotz ihres Schwertes für ein gelehrten Mädel gehalten und daher nicht so genau im Auge behalten hatten wie ihn selbst. Aber sie war kein bloßes gelehrten Mädel, sie hatte ihm Rückendeckung gegeben und damit den winzigen Vorteil verschaffen können, den er gebraucht hatte. Eine kleine Verschiebung, eine Minute Verzögerung hier oder dort und alles hätte einen anderen Verlauf genommen. Er hatte es mit wild klopfendem Herzen und unter Ausnutzung der Baumwipfel am Dorf vorbeigeschafft, bevor die Rufe der Wächter, die dort verbliebenen Krieger hatten, alarmieren können. Diese sammelten sich jetzt in seinem Rücken, um dann genau in die falsche Richtung loszurennen, aber Nasir blieb weiterhin wachsam. Die Kämpfer der geflügelten Bruderschaft waren bestimmt über die ganze Gegend verteilt und sicher auch in den Höhlen selbst. Nasir taten inzwischen sämtliche Muskeln weh und seine Lunge stand in Flammen, doch er blieb nicht stehen. Die letzte Strecke bis zu dem Höhlensystem verlief durch feinen Wüstensand, ohne den Schutz von Bäumen. Die Sonne schien grell. Jeder oben auf den Felsen postierte Scharfschütze würde ihn problemlos auslöschen können. Solange er sich in dieser Haut befand. Nasir war nicht dumm. Also streifte er die Haut, die er gerade trug, ab und schlüpfte in seine ureigene. Enjomeda kannte diese Haut bislang noch nicht, weil er sie ihr noch nie gezeigt hatte. Er wollte sie überraschen. Wer ihn jetzt sah, musste ihn für eine seltsame, gestreifte Luftspiegelung halten, die man einfach nicht richtig scharf zu erkennen vermochte. Natürlich war da noch der Rucksack, den Nasir nicht aufgeben wollte, aber wenn ein Scharfschütze auf den anlegte und schoss, musste er einfach daneben treffen. Nasir befand sich nie dort, wo man ihn vermutet hätte. Er war zu schnell. Sein Körper bewegte sich ganz dicht am Boden. Dazu noch die natürliche Tarnung. Das alles machte ihn zum perfekten Raubtier. Er blieb erst stehen, als er den Gipfel des Berges erreicht hatte, in dem sich das Höhlensystem befand und wo ihn kein Scharfschütze mehr erwischen konnte. Seine Nase führte ihn zu einem kleinen Bach, an dem er sich das Gesicht kühlte und trank. Dann zog er sich die Hose wieder an. Im nächsten Moment überfiel ihn heftige Müdigkeit. Die Leistungskraft all seiner Sinne war unter die eines Menschen gesunken. Das kannte er. Er würde jetzt warten müssen, bis sein Herz wieder normal schlug. Erst dann konnte er sich auf die Suche nach Andromeda machen, denn sein Körper musste sich nach der übergroßen Anstrengung erst einmal neu einstellen. Das mochte frustrierend sein, ließ sich jedoch nicht vermeiden, wie ihm Kehr erklärt hatte, sobald er in der Lage gewesen war, solche Vorgänge zu verstehen. Dieser unstabile Zustand nach einem Lauf in Höchstgeschwindigkeit schien ein Konstruktionsfehler zu sein. Die Kehrseite des unglaublichen Tempos, das er bei Bedarf vorlegen konnte und das ihn schneller sein ließ als alle bekannten zwei- oder vierbeinigen Wesen. Da er diese Geschwindigkeit offenbar nicht ohne den nachfolgenden Schwächeanfall erreichte, hatte sich Nasi bisher nicht darüber beschwert. Diesmal schon. Diesmal machte ihn sein Zustand zornig. Sobald ihm das Blut nicht mehr in den Ohren rauschte und sein Herzschlag sich beruhigt hatte, erwachten auch seine Sinne flackernd wieder zum Leben. Innerhalb weniger Sekunden hatte er Andromedas Duft entdeckt. Immer noch in seiner geheimen Haut und weiterhin dicht am Boden setzte er durch die unwegsame Felslandschaft, bis er sie unter sich auf einem Felsvorsprung entdeckt hatte. Seine Gefährtin war wirklich klug. Nasi grinste zufrieden. Da unten konnte man sie einerseits aus der Luft nicht sehen, andererseits befand sie sich noch weit genug vom Zugang zu den Höhlen entfernt, der ganz sicher von der geflügelten Bruderschaft bewacht wurde. Er wollte schon zu ihr hinunterspringen, als ihm einfiel, wie sehr sein Sprung auf den Balkon Onna erschreckt hatte. Also sah er sich suchend um, fand zwei kleine Steinchen und warf sie vorsichtig nach ihr. Andromeda wurde an der Schulter getroffen, sah auf, entdeckte ihn und sofort erhellte ein strahlendes Lächeln ihr Gesicht. Behände ließ er sich zu ihr hinunter und legte ihr die Rechte, vom langen Lauf auf allen Vieren ganz raue Hand mit immer noch ausgefahrenen Krallen an die Wange. Haben sie dich irgendwo erwischt? Andromeda schüttelte den Kopf, ehe sie beide Arme um ihn schlang und ihn fest an sich drückte. Er erwiderte die Umarmung, atmete ihren Duft, ihr Leben ein. Erst nach einer ganzen Weile machte sie sich von ihm frei, um ihm einen spielerischen Klaps auf die Schulter zu versetzen. Eine Chimere, was? Und das hättest du mir nicht sagen können? Hast so getan, als sei die bloße Vorstellung schon lächerlich. Ist sie ja auch, die in den Legenden. Na sie knurrte. Ein Löwe mit einem Ziegenkopf auf dem Rücken? Ich bitte dich, wer denkt sich denn sowas aus? Sie wollte aufbrausen, ließ es dann lieber sein, dachte nach und schien seine geheime Haut erst jetzt zu bemerken. Du warst kein gewöhnlicher Tiger, oder? flüsterte sie. In diesem Moment wurde Nasir klar, dass Andromeda immer nur ihn sah, egal welche Haut er trug. Sanfte Finger streichelten seine Brust. Ihr honigfarbener Teint hob sich fast dunkel gegen das Silberweiß mit den schwarzen Streifen ab, das ihn im gleißenden Sonnenlicht so gut wie unsichtbar werden ließ. Ein weißer Tiger, hauchte sie. Grinsend nahm er wieder sein normales Aussehen an. Die helle Haut ist tagsüber perfekt, besonders wenn die Sonne scheint. Aber ich sehe nicht besonders menschlich aus, wenn ich sie trage, also streife ich mir normalerweise die Nachthaut über. Die, die von dem Jungen stammte. Die andere Haut stammte von dem kleinen Tiger. Jetzt gehörten beide Nasir. Du bist ein wandelndes, sprechendes Ding der Unmöglichkeit. Andromedas Funkeln der Augen sprachen eine ganz andere Sprache, als die weichen Hände, die seine Haare und Schultern liebkosten. Es gibt einen Grund dafür, dass meine Art in der Natur nicht vorkommt. Er ließ sie ihre Flügel ausbreiten, damit er auch die genau untersuchen konnte. Ich hätte genauso gut an dem Wahnsinn verfallenes Tier oder ein verkrüppeltes Monster werden können. Er stand hinter ihr und sah sich die Rückseite ihrer Flügel an, als ihn urplötzlich ein heftiger, schmerzhafter Wutanfall überkam, den zu zerreißen drohte, bis er sich mit der Brust an Andromedas Rücken schmiegte und sein Gesicht in ihrer Halskuhle bag. Es gab viele meiner Art, meine Brüder und Schwestern, wenn man so will, auch wenn wir nie zur selben Zeit am Leben waren. Ich habe viele grässlich entstellte Skelette gesehen. Andromedas Hände legten sich schützend auf seine, die auf ihrer Taille ruten. Osiris hat alle anderen hingerichtet, sobald sie sich als fehlerhaft erwiesen, fuhr Nasir fort. Von seinen dreitausend Versuchen war nur ich körperlich einwandfrei und dem äußeren Anschein nach auch bei Verstand. Andromedas Finger zitterten. Er hat dreitausend Kinder ermordet? Nasir schüttelte den Kopf. Er hat sechstausend Kinder ermordet. Nicht alle trugen eine Menschenhaut. Wie der kleine Tiger, der Nasir seine geheime Tagesgestalt geschenkt hatte. Eine Chimäre basiert auf zwei Teilen. Die eine ist Mensch, die andere etwas anderes. Andromeda liefen heiße Tränen die Wangen hinab. Aber wie konnte das geschehen? Warum hat das niemand verhindert? Er drückte sie fest an sich. Ich werde all deine Fragen beantworten, Andy. Aber erst einmal müssen wir unsere Aufgabe hier erledigen. Seine Gefährtin nickte. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah ihm zu, wie er sein T-Shirt anzog. Ich glaube, ich habe beim Überfliegen des Höhlensystems eine Möglichkeit entdeckt, unerkannt hineinzugelangen, meinte sie. Der Zugang scheint mir relativ neu zu sein. Vielleicht hat es einen Erdrutsch oder ein kleines Erdbeben gegeben. Es könnte natürlich auch eine Falle sein. Zeig ihn mir. Sie krochen mehr oder weniger über das Felsmassiv, Nasir mit angespannten Sinnen, immer auf der Hut vor der geflügelten Bruderschaft, die auch hoch oben noch jemanden stationiert haben konnte. Andromeda darauf bedacht, nirgendwo mit den Flügeln hängen zu bleiben. Dort. Sie deutete auf eine Stelle nicht weit von ihnen entfernt. Du bleibst hier und passt auf. Nasir legte den ihnen noch verbliebenen Rucksack ab und ging, um sich die Öffnung im Berg näher anzusehen. In diesem gleißenden Sonnenlicht wäre er gern weiterhin in seiner geheimen Haut unterwegs gewesen, aber diese funktionierte besser, wenn er nackt war, also nicht das Wechselspiel aus Licht und Schatten auf seiner Haut unterbrach. Allerdings mochte er nicht gern unbekleidet über zerklüftete Felsen klettern, die jetzt an seiner Kleidung zerrten und ihm die Arme zerkratzten. Und? Injometer sah ihm aufgeregt entgegen, als er zurückkam. Um das Loch herum sind keine lebenden Wesen zu riechen. Die Bruderschaft scheint den Zugang noch nicht entdeckt zu haben. Leise jammernd kroch sie hinter ihm zum Höhleneingang. Für meine Flügel wird das die Hölle. Engel sind nicht dazu geschaffen, durch winzige Löcher hindurch in Höhlen unter der Erde zu kriechen. Nasir horchte auf. Die Hölle für ihre Flügel? Das kam nicht in Frage. Warte hier, solange ich die Flügelbrüder drinnen unschädlich mache. Dann kannst du von vorn und aufrecht hineingehen. Das dauert viel zu lange. Wir wissen doch gar nicht, wie viele von ihnen da drin sind. Sie strahlte ihn fest entschlossen an. Ein paar Kratzer bringen mich schon nicht um. Aber du gehst voraus, dann kannst du drinnen aufpassen und mich notfalls beschützen, während ich mich durch das Loch zwänge. Die Risiken sind da drin bestimmt viel größer als hier draußen. In aller Eile versuchte Nasir, die bekannten Gefahren hier oben auf dem Berg gegen die Unbekannten in der Tiefe abzuwägen. Andromeda hatte recht. Was sie dort unten erwartete, stellte mit Sicherheit eine ungleich größere Bedrohung dar. Er warf seinen Rucksack in das Loch hinein, sprang hinterher, landete auf feinem Sandboden, trat beiseite und schob auch den Rucksack aus dem Weg, damit Andromeda nicht darüber stolperte. Sie brauchte gute zwei Minuten, bis sie sich durch das Loch gezwängt hatte. Natürlich überstanden ihre Flügel das nicht unbeschadet. Auf dem Boden vor Nasir hatten sich Federn in allen möglichen Brauntönen gesammelt, als er sie endlich in die Arme schließen konnte. Es war ihr anzusehen, dass sie sich zusammenriss, um nicht zu weinen. Wieder hätte Nasir am liebsten geknurrt. Er bat sie jedoch nur, im durch den Durchgang fallenden Licht stehen zu bleiben, damit er sich eine Übersicht über den Schaden verschaffen konnte. Ich bin unsterblich, widersprach Andromeda, wenn auch recht heiser. Ich heile schon wieder. Statt einer Antwort biss er sie ins Ohrläppchen. Sie machte vor Schreck einen kleinen Satz, ehe sie sich zu ihm umdrehte und sein Gesicht sanft in beide Hände nahm. Mir geht es gut. Sobald das hier vorbei ist, suchen wir beide uns eine heiße Quelle zum Entspannen. Sie log. Nasir war die kaum merkliche Veränderung ihres Duftes nicht entgangen, auch nicht der unregelmäßige Puls. Noch wusste er nicht, warum sie ihn belog, aber dieser Frage würde er nachgehen, sobald der Auftrag hier erledigt und Andromeda wieder in Sicherheit war. Im Moment konnte er nichts weiter tun, als ihre Hand zu nehmen und ihre Finger in seinen Hosenbund einzuhängen, nachdem er sich den Rucksack aufgesetzt hatte. Vergiss nicht, ich kann im Dunkeln sehen. Selbst dort, wo noch nicht einmal mehr ein Restlicht vorhanden war. Halb Chimere, halb Vampir. Da war vieles möglich. Ich lasse nicht los, versprach Andromeda. Er lauschte, um ganz sicher sein zu können, dass die geflügelte Bruderschaft ihr Eindringen noch nicht bemerkt hatte. Dann setzte er sich vorsichtig in Bewegung. Sie folgten einem Korridor bis zu einer Kreuzung, wo er nicht weiter wusste. An dieser Stelle halfen ihm seine Sinne wenig, deswegen musste er sich nun auf Andromedas Ermittlungen verlassen. Rechts. Ihre Flügel raschelten leiser. Es geht leicht abwärts. Das ist gut so. Um zu Alexander zu gelangen, müssen wir weiter nach unten und in nördliche Richtung gehen, denn dort befindet sich den Gerüchten zur Folge die Lava. Nach unten und in nördliche Richtung. Okay. Bei allen weiteren Abzweigungen hielt sich Nasi an diese Angaben. Können wir sprechen? flüsterte Andromeda kurz hinter der dritten Kreuzung. Ja, solange wir nicht so laut sind. Die Höhlen und Verbindungsgänge sind so konstruiert, dass Geräusche nicht weit tragen. Ich fühle mich eingesperrt. Andromedas Finger an seinem Hosenbund packten fest dazu. Ich bin in so engen, niedrigen Räumen so gut wie nutzlos. Sie hatte recht. Die Flügel, die sie am Himmel schön und stark sein ließen, stellten hier unten ein schwerwiegendes Handicap dar. Du kannst trotzdem noch kämpfen. Mut war ein zentraler Bestandteil ihres Wesens. Was du empfindest, ist Klaustrophobie. Aber ich kenne dich. Du wirst dich von diesem Gefühl nicht unterkriegen lassen. Nein. Sie atmete ein paar Mal tief ein und aus. Er spürte die Veränderung im Luftzug. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Nasi griff hinter sich, um ihr kurz das Handgelenk zu drücken. Soll ich dir von Osiris erzählen und wie es dazu kam, dass es mich gibt? Über diese Frage dachte sie lange nach. Nein, das erzählst du mir irgendwo, wo Licht ist. An einem Ort, der zu deiner Seele spricht. Wieder hätte er sie so gern geküsst. Seine Gefährtin verstand ihn. Sie wusste, dass er sich im Dunkeln bewegen konnte, aber sie sah auch die Wildheit in seinem Herzen und wusste, dass er für sich ein Leben im Wind und in der Sonne gewählt hatte. Ein freies Leben, manchmal mit Regen im Gesicht, oft mit Gras unter den Füßen. Es gibt in der Nähe der Zuflucht einen Ort, an dem ich gern bin, erzählte er ihr. Auf deinen Flügeln wärst du in fünfzehn Minuten da. Ich habe dort ein Haus in den Wäldern, weit unten am Berg. In der Zuflucht selbst wuchsen zwar viele wilde Blumen und Pflanzen, aber nur wenige hohe Bäume. Wirklich? Andromeda klang so voller Sehnsucht, mehr über ihn zu erfahren, dass es beinahe einer Liebkosung gleich kam. Hast du dir ein Haus in den Bäumen gebaut? Jawohl, sie verstand ihn genau. Seine köstlich duftende Gefährtin. Ejon hat mir geholfen, es zu entwerfen. Für Nasir war Ejon noch ein Jungspund, jedoch einer, der in Mustern und Formen zu denken verstand. Es steckt hoch oben in einem Baum und lässt sich nach allen Seiten hin öffnen, um Wind und Sonne hereinzulassen. Für meine geflügelten Freunde gibt es eine Plattform zum Landen, fuhr er fort. Nicht viele wussten von seinem geheimen Zuhause und die, die er eingeweiht hatte, achteten sorgsam darauf, den genauen Standort nicht zu verraten. Der Baum ist sehr hoch gewachsen, mit einem geraden Stamm und nur wenigen unteren Ästen. Außer mir kann niemand dort hochklettern. Meinen Vampirfreunden werfe ich eine Strickleiter hinunter, wenn sie mich besuchen wollen. Und innen? Wie sieht es da aus? Wo schläfst du? Wenn es regnet oder schneit, richte ich mit drinnen ein Nest her, aber bei klarem Himmel hänge ich mit draußen eine Hängematte zwischen die Äste, um zu den Sternen aufzusehen und dem Wald zuhören zu können. Im Haus ist es immer warm, weil Ilium ringsum kleine Sonnenkollekturen versteckt hat, die die Wärme am Tag einfangen und nachts wieder abgeben. Wieder streckte er die Hand nach hinten, um ihr Handgelenk zu berühren. Ich werde uns eine größere Hängematte flechten, eine, in die deine Flügel passen. Er hörte Enjomeda nach Luft schnappen. Ich würde dein Haus sehr gern sehen, kam es wenig später leise von hinten. Ich zeige es dir. Hinterher. Wenn sie eigene Sachen dorthin bringen wollte, würde er nicht Nein sagen. Es war sein ureigenes Territorium, doch mit ihr erst teilen. Er sehnte sich nach ihrem Duft in seinem Leben, seinem Haus, seinen Dingen. Ich besitze allerdings nicht viele Bücher, gestand er leise. Jessamy hat sie mir geschenkt, damit ich mir Wissen aneigne. Aber ich eigne mir Wissen lieber an, indem ich Leuten zuhöre. Dann musst du ein sehr gutes Gedächtnis haben. Ja. Anscheinend war das eine angeborene Gabe, die aus der Blutlinie des Jungen stammte, der ein Teil von ihm war. Von der Hängematte aus kann man die Sterne ganz hell und klar leuchten sehen, und manchmal auch die Flügel einer vorüberfliegenden Schwadronen. Aber dich entdeckt man vom Himmel aus nicht? Die Hängematte ist zu klein, von oben nicht zu sehen, und das Haus ist wie ein Teil des Baums, gut getarnt unter Ästen und Zweigen. Eons Pläne waren fantastisch gewesen, als stammten sie direkt aus Nasies Träumen. Eon sagt, es gibt auf der ganzen Welt kein zweites Haus, das so ist wie meins. Sein Talent ist wirklich unglaublich. Trotzdem wurde Injomeda immer traurig, wenn sie an Eon dachte. Ihm ist einmal etwas Schreckliches zugestoßen, stimmt's? Nasie wusste genau, was Eon zugestoßen war. Immerhin hatte er Raphael geholfen, diesen Mann aufzuspüren, der für ihn wie ein jüngeres Mitglied im Familienverband war. Eon war so schwer verletzt gewesen, als sie ihn fanden, dass Nasie beim anschließenden was ihm bis heute nicht leid tat. Niemand durfte sich an seiner Familie vergehen und ungeschoren davon kommen. Er lächelt wieder. Es machte Nasie glücklich, daran zu denken, und er wusste, die Nachricht würde Injomeda ebenfalls sehr freuen. Neulich hatte Ilium einen Streich gespielt, weil er ihn zu sehr aufgezogen hatte. Was? Das habe ich noch nie bei ihm erlebt. Nasie grinste. Er war 120 Jahre alt gewesen, als er die beiden, damals noch Grünschnäbel, zum ersten Mal gesehen hatte. Selbst noch nicht richtig erwachsen, hatte er dennoch gewusst, dass es nicht richtig sein konnte, wenn winzige Engel von einer steilen Klippe in einen eiskalten Teich springen wollten. Also hatte er die beiden bereits klatschnassen Wesen am Kragen gepackt. Sie hatten sich gewunden wie glitschige Semi verfrachtet. Das war eine schöne Geschichte. Er würde sie später einmal mit Injomida teilen, die ihn gerade gebeten hatte, ihr mehr über Iorns Streich zu verraten. Nasir hätte am liebsten laut gelacht. Die Sache war aber auch zu lustig. Er hat sich zu Ilium ins Zimmer geschlichen, als sofort Alarm schlägt. Nur nicht bei Aeon. Den fand sein Unterbewusstsein wohl harmlos. Ilium schlief jedenfalls weiter. Wie Nasir weiter schlafen würde, wenn Injomida in sein Zimmer käme. Aeon wartete, bis Injomida sich auf den Bauch gedreht hatte und schrieb ihm etwas mit einer speziellen, schnell einziehenden Tinte auf die Flügel, die sich so dünn auftragen ließ, dass Ilium nichts davon spürte, als er aufwachte. Injomida kicherte. Und was hat Aeon geschrieben? Warte. Ilium geht also nichts ahnen zu den Kommandeuren, für die er zuständig ist, hält eine Übung ab und muss feststellen, dass ihm einer nach dem anderen auf die Schulter klopft und ihm versichert, es hätte ihm leid, aber Ilium sei nicht sein Typ. Nasir hatte das alles von einem Balkon aus mit ansehen können. Was stand da denn? Spann mich gefäll es nicht so auf die Folter. Injomida schlug ihm spielerisch auf die Schulter. Nasir grinste. Glockenblümchen hat Küsschen zu verschenken. Injomida hörte sich so an, als würde sie gleich an ihrem unterdrückten Lachen ersticken. Das Schönste daran, die Tinte ließ sich drei Tage lang nicht abwaschen. Irgendwann hat Ilium sich Ilium vorgeknöpft und ihn gezwungen, die Worte zu übermalen. So musste er wenigstens nur mit schwarzen Flecken auf den Flügeln herumlaufen. Wird Ilium sich rächen? Klar doch, irgendwann schon. Iliums Unfall hatte Ilium zu Tode erschreckt, das wusste Nasi genau. Aber welche Streiche sie einander auch spielen, sie werden immer Freunde bleiben. Die Bande zwischen den beiden waren so stark, dass niemand sie kappen konnte. Hast du auch einen solchen Freund? Andromedas Stimme hörte sich nachdenklich an. Ich habe eine Familie und ich habe Freunde. Viel mehr, als er sich je hätte träumen lassen, als er noch ein wilder Junge gewesen war, der nicht verstand, was zivilisiertes Leben bedeutete. Janvier und Ashwini sehen mich, wie ich bin. Sie sind gute Freunde. Sie hatten nie von ihm verlangt, anders zu sein, als er war. Raphael und die anderen aus der Gruppe der Sieben auch nicht. Aber die beiden mögen an erster Stelle einander. Wie es auch sein sollte. Meine Gefährtin und ich, wir werden bis in alle Ewigkeit Andromedas Stimme klang klein und leiser. Die Glückliche? Bitte? Was sollte das denn? Nasi knurrte leiser. Wusste sie denn nicht, wen er gemeint hatte? Er wollte sich gerade erkundigen, als er die ersten Anzeichen einer Spur witterte. Wir müssen noch leiser sein, flüsterte er. Ich rieche etwas. Die Spur ist alt, zeigt jedoch, dass die geflügelten Brüder hier auf Patrouille gehen. Kurz darauf wurde der Tunnel breiter und Andromeda konnte Hand in Hand mit ihm gehen. Nasies Augen drangen durch die Dunkelheit, als gäbe es sie gar nicht, aber für sie musste es hier unten sein wie in einem dunklen, unheimlichen Loch. Und trotzdem lief sie ohne mit der Wimper zu zucken dorthin, wo er sie hinführte. Wortlos hob er ihre Hand, um einen Kuss darauf Und genau in diesem Moment wich die undurchdringliche Dunkelheit des Tunnels einem diffusen weichen Licht. Nur das Licht war neu, sonst hörte oder spürte Nasie nichts Beunruhigendes. Deswegen gingen die beiden weiter, bis die Lichtquelle vor ihnen auftauchte. Sie waren in einer riesigen Halle angekommen, deren Decke Risse zeigte. Keiner von ihnen war breit genug, dass ein menschenähnliches Wesen hindurchgepasst hätte. Aber das Sonnenlicht stach breiten Schwertern gleich in die Halle. Wir sind immer noch viel zu hoch, sagte Injometer so dicht vor seinem Gesicht, dass ihre Lippen sein Ohr streiften. Wir müssen viel tiefer hinunter steigen. Nasie sah sich die Höhle genauer an. Da hinten scheint es weiter nach unten zu gehen. Er deutete auf einen Tunneleingang am anderen Höhlen Ende. Frische Spuren rieche ich nicht, dafür alte. Eine Falle? Mein Instinkt sagt ja. Langsam und vorsichtig gingen sie auf den Tunneleingang zu. Nasie spürte die kaum wahrnehmbare Veränderung unter seinen Sohlen einen Sekunden Bruchteil, bevor Injometer den nächsten Schritt wagte. Er riss sie zurück, ehe sie den Fuß aufsetzen konnte, und drückte sie mit den verkratzten und blutigen Flügeln fest an seiner Brust. Da unten ist irgendwas. Um ihren Mund waren feine weiße Linien entstanden, aber sie nickte tapfer. In Ordnung, ich rühre mich nicht vom Fleck. Als er sicher sein konnte, dass sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatte, ließ er sie los, kauerte sich hin und wollte gerade den Sand vor seinen Füßen mit der Hand zur Seite schieben, als ihm klar wurde, dass selbst eine so geringfügige Bewegung unter Umständen zu viel sein konnte. Hier! Enjomada reichte ihm eine ihrer Federn, hellbraun mit einer dunkleren Spitze. Die wollte mir sowieso gerade ausfallen. Er streichelte ihre Wade, wohl wissend, wie weh ihr die Flügel taten. Auch Unsterbliche waren nicht immun gegen Schmerzen. Seine Hand lag noch an ihrer Wade, als er sich vorbeugte, um vorsichtig mit der Feder die Stelle direkt vor ihnen von Sand zu befreien. Es war genau, wie er erwartet hatte. Ein Druckschalter. Enjomedas Wadenmuskeln spannten sich an. Und die Risse in der Decke sind auch nicht zufällig entstanden, flüsterte sie. Die ganze Höhle ist so angelegt, dass sie einstürzen kann. Und sämtliche Eindringlinge unter sich begräbt. Nasie stand vorsichtig auf. Wir können hier nicht einfach durchlaufen. Wer weiß, wie viele von den Schaltern noch unter dem Sand versteckt sind. Indem sie ihren eigenen Spuren folgten, schafften sie es sicher zurück in den Tunnel, wo sie ungefähr eine halbe Stunde lang nach einem weiteren, nach unten führenden Durchgang suchen mussten. Der brachte sie allerdings in gefährliche Nähe zum eigentlichen Höhleneingang. Einmal kamen sie einem Mann und einer Frau aus der Wachmannschaft so nahe, dass Nasie ihre Stimmen hören konnte. Sofort legte er Indromeda den Finger auf die Lippen, jetzt bloß nichts sagen. In den Höhlen, sagte die Frauenstimme, dafür sind bisher noch keine Anzeichen vorhanden, aber selbst wenn sie hier sein sollten, an uns kommen sie nicht vorbei. Das war eindeutig eine Männerstimme, tief und heiser, die nach einem langen Leben und viel Erfahrung klang. Alle Zugänge zur Kammer werden engmaschig bewacht. Der Forscher ist damals reingekommen. Im Vergleich zu dem Mann hörte sich die Frau deutlich jünger an. Weil Xavi zu der Zeit noch nicht ganz trocken hinter den Ohren war. Er ist auf ein Ablenkungsmanöver hereingefallen. Ein Segen, dass der Forscher den Verstand verlor. Sonst könnten wir uns hier vor Gaffern und gefährlichen Eindringlingen nicht mehr retten. Es folgte eine lange Pause. Nasi wollte schon weiter, als die Frauenstimme sich noch einmal meldete. Darüber denke ich ziemlich oft nach, weißt du? Sie klang ein wenig unsicher. Ich habe mir sagen lassen, er war vergnügt und munter, als er die Kammer betrat, aber als er sie schreiend verließ und versuchte, sich die Augen auszukratzen, schien er völlig wahnsinnig geworden zu sein. Wir haben ihn deswegen nicht getötet, heißt es, weil es unehrenhaft gewesen wäre, einen Verrückten hinzurichten. Da haben sie dich ja ganz schön angeschmiert, Mädchen. Ein leises Lachen. Es stimmt schon, dass wir ihn Leben ließen, weil er wie von Sinnen schien, aber der Forscher hat weder geschrien, noch versucht, sich die Augen auszukratzen. Oh, er hat es sogar noch bis in die nächste Stadt geschafft. Das Schicksal meint es eben manchmal gut mit denen, die nicht alle Tassen im Schrank haben. Dort landete er allerdings im Krankenhaus, wo er ein Jahr lang nicht ansprechbar im Bett lag. Als er danach aus seinem katatonischen Zustand erwachte, klafften riesige Lücken in seiner Erinnerung und was er erzählte schien so wirr und unlogisch, dass niemand seinen Geschichten Aufmerksamkeit schenkte. Der Sire hat ihm das Gehirn verschmort, hauchte die Frau. Er schläft, was jedoch noch lange nicht heißt, dass er nicht merkt, was um ihn herum vor sich geht. Etwas klickte, vielleicht ein Pfeil, der zurück zu den anderen in den Köcher gesteckt wurde. Vergiss nicht, was man sich über Seliane erzählt. Sie soll ja nach all der langen Zeit wieder aufgewacht sein, als sie merkte, dass Lijuan ihrem Sohn nach dem Leben trachtete. Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, passte in diesem Zusammenhang aber gut in die Diskussion. Nasi lauschte noch ein bisschen, aber die beiden wechselten das Thema und unterhielten sich über einen Mann, dem sich der weibliche Bruder gern genähert hätte. Nasi wünschte der jungen Kriegerin im Geiste Glück und Erfolg bei ihrem Vorhaben und führte Enjomeda von dem Eingang fort an einen Platz, der ihm sicher vorkam, weil er hier keine frische Witterung in die Nase bekam und darauf vertrauen durfte, dass man sie nicht hören würde, wenn sie sich unterhielten. Trotzdem legte er ihr die Lippen ans Ohr und flüsterte, als er das eben Gehörte weitergab. Sie so nah bei sich zu spüren, ihre Weichheit, Weiblichkeit, Wärme. Wie gern hätte er zivilisiertes Verhalten und Vernunft in den Wind geschrieben. Er wollte sie besitzen, erobern, sie nehmen, dem wilden Kern seines Wesens seinen Willen lassen, der überhaupt nicht begriff, was diese Warterei sollte. Als sie ihn zu sich herunterzog, um ihm zu antworten, konnte er nicht anders. Er legte ihr die Hand auf eine der unversehrten Stellen ihrer Flügel. Irgendetwas musste er tun, damit seine Sehnsucht ihn nicht übermannte. Dieses dämliche Grimoire. Wieder meldete sich kurz eine Erinnerung bei ihm, das Bild eines kleinen roten Buches mit einer goldenen Zeichnung auf dem Deckblatt. Er hatte es irgendwo gesehen, da war sich sein Verstand ganz sicher. Aber wo? Es stimmt, Enjomedas Lippen liebkosten Nasies Ohr, was ihm Wonneschauer über den Rücken jagte. Der Bericht des Entdeckungsreisenden war abgehackt und bestand aus Bruchstücken. Ich habe ihn überhaupt nur ernst genommen, weil ich wusste, dass Alexander als sehr junger Engel in dieser Oase gelebt hat. Das wussten nur wenige. Diese Zeit war vergessen worden, als Alexander zum Erzengel aufstieg, um letztlich ein ganzes Territorium zu beherrschen. Enjomedas hatte nur deswegen von Alexanders Leben hier erfahren, weil sie vor gut 100 Jahren drei damals in der Welt lebende Uralte aufgesucht und deren Geschichten gelauscht hatte. Sie waren nicht so mächtig gewesen wie Alexander und Seljen, doch hatten sie viel Interessantes und Erstaunliches erzählt. Die, mit denen sie damals gesprochen hatte, schliefen inzwischen wieder. Sie waren zusammen aufgewacht, um es einmal ein halbes Jahrhundert mit der neuen Welt zu probieren, wie sie es nannten. Was sie sahen, schien ihnen nicht allzu viel Eindruck gemacht zu haben, denn sie hatten sich wieder in den Schlaf zurückgezogen, hatten Injomedar jedoch vorher versichert, dass man sich in tausend Jahren wiedersehen würde. Heb dir deine liebenswerten Fragen bis dahin auf, Kind. Es ist schön zu wissen, dass junge Ohren sich an unseren Geschichten erfreuen. In einer dieser Geschichten war es um ein Fest für Krieger gegangen, das der gerade erwachsen gewordene Alexander im Dorf am See veranstaltet hatte und bei dem wild getanzt und jede Menge Met konsumiert worden war. Er hat uns nie vergessen, hatte einer der Uralten gesagt. Er wurde ja später ein mächtiger General und noch später Erzengel. Aber wir waren ihm immer willkommen, in seinen Jagdhütten ebenso wie in seinem Palast. Er hatte immer Zeit für uns, hat sich zu uns gesetzt, ein bis fünf Gläser gelehrt und über alte Geschichten gelacht. Die beiden anderen Uralten hatten zustimmend genickt und gelächelt, immer noch voller Zuneigung dem Erzengel gegenüber, der ihr Jugendfreund gewesen war. Ich hoffe, er ist irgendwann einmal zusammen mit uns wach, hatte einer der drei abschließend gesagt, ich würde gerne wieder mit ihm trinken und seine Meinung zu einer Welt hören, in der Maschinen aus Metall durch die Luft fliegen und ein Erzengel keinen Hof mehr unterhält. Enjomeda mit den Uralten in Erinnerung geblieben war. Wenn Alexander irgendwie mitbekommt, dass sich Freunde in diesem Höhlensystem aufhalten, sind wir möglicherweise trotzdem sicher vor ihm. Er war nie launisch oder grundlos grausam. Aber wenn er weiterhin selbst auslösende Verteidigungssysteme wie diese Insekten einsetzt, liegen wir hinterher vielleicht als Katatoniker in der Gegend herum, ergänzte Nasie im leisen Grummelton, den Andromeda inzwischen so liebte. Sollen wir uns zurückziehen? Soweit, dass dein Handy wieder funktioniert und wir die anderen informieren können? Da ich mich nicht wie vereinbart gemeldet habe, ist Raphael bereits unterwegs. Nasie legte seine raue, warme Hand auf Injomedas Hand, die auf seiner Brust ruhte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Alexander Zeit braucht, um richtig wach zu werden. Lijuan hat es bis hierher nicht so weit wie Raphael. Sie könnte vor ihm hier sein. Wir müssen bleiben und den Aufwachprozess in Gang setzen, sonst ist Alexander Lijuan hilflos ausgeliefert, sollte sie wirklich als Erste eintreffen. Injomedar musste daran denken, wie Lijuan vor ihren Augen mal sichtbar gewesen war und dann wieder nicht. Wie ihre körperliche Gestalt sich ein- und ausgeblendet hatte. Dazu die fehlenden Glieder, das magere Gesicht, der Erzengel von China war zweifellos noch sehr schwach. Andererseits sah es so aus, als hätte sie Geriel ermordet, wie Injomedar von Jessamy aus einem während ihres Aufenthaltes in Amanat geführten Telefongespräch wusste. Geriel hatte zu den Engeln gehört, von denen man munkelte, sie seien stark genug, um eines Tages Erzengel zu werden. Alexander jedoch war im Moment nicht stark, im Gegenteil. Wenn Lijuan jetzt zuschlug, erwischte sie ihn in einem völlig hilflosen Zustand. Worauf warten wir noch? fragte Andromeda leise, denn inzwischen kochte ihr Blut wieder heiß. Wir müssen los, einen uralten ärgern. Bleibt nur zu hoffen, dass er uns nicht in sabbernde Idioten verwandelt. Nasir lachte, leise und weich. Dafür waren die Zähne umso schärfer, die ihr Ohrläppchen streiften. Du bist meine Gefährtin. Ich wusste es doch. Nach nur einem Viertel des Weges bis zu Rowans Palast verließen Lijuan die Kräfte. Sie schaffte die Landung nur knapp, wobei sich ihre Flügel mehr und mehr als schwach und nutzlos erwiesen. Körperlich geworden lag sie hilflos auf dem Rücken, während in ihr der helle Zorn tobte. Sie war ein Oberkörper mit Flügeln, die sich kaum bewegten, als sie versuchte sich umzudrehen, wobei ihr auch das nicht weiter geholfen hätte. Mit nur einem regenerierten Arm, der genauso schwach war wie ihre Flügel und dessen Muskeln bei der geringsten Anstrengung heftig zitterten, konnte sie noch nicht einmal halbwegs schnell kriechen. Die Wut musste raus, es ging nicht mehr anders. Sie hob die Hand mit den roten Fingernägeln und holte aus. Sofort lösten sich schwarze Splitter aus ihren Fingern und ließen die Bäume um sie herum zu Staub werden. Li Juan zuckte zusammen, ehe sie befriedigt lächelte. Selbst die entwürdigende Schwäche ließ sich ertragen, solange ihre todbringenden Fähigkeiten Dagegen würde sich der schlafende Alexander nicht schützen können. Während er die vergangenen 400 Jahre im Stillstand verbracht hatte, war sie zur Göttin geworden. Damals, als sie ein Engel auf der Schwelle zum Erzengel und er bereits uralt gewesen war, hätte er sie im Kampf vielleicht schlagen können. Jetzt nicht mehr. Jetzt war sie stärker als er. Diesmal würde er sich nicht umdrehen und goldenen Haaren und silbernen Schwingen. Ein Mann, der zurückgewiesen hatte, wonach andere sich sehnten. Einen Moment lang zögerte sie, folgte den Erinnerungen an dieses hoffnungsvolle, süße, kluge Mädchen, das sie gewesen war. Damals war ihr Alexander wie ein helles Licht erschienen, das bis in alle Ewigkeit brennen würde. Ein Mann des Krieges, der in vielen durchlebten Epochen unermessliche Weisheit erworben hatte. Meine wunderschöne Suli Juan, wie seine Finger ihre Wangen gestreichelt, die silbernen Augen sie angeschaut hatten, bis sie ihre Sklaven geworden war. So zart und doch so voller Kraft und Stärke. Plötzlich erinnerte sich die Haut ihrer Handflächen mit lebhaftem Kribbeln daran, dass sie Alexander damals am Handgelenk gepackt hatte. Warum willst du nicht mit mir zusammen sein? Er fand sie doch schön. Er bewunderte sie, wie man sah. Ich kann an deiner Seite gehen, deine Partnerin sein, wie du mein Partner sein könntest. Er hatte sanft den Kopf geschüttelt. Du musst für dich alleine wachsen. Vielleicht können wir uns in siebentausend Jahren noch einmal treffen und prüfen, ob wir zusammenkommen wollen. Wenn wir uns gleich sind, weil du in deine Stärke hineinwachsen konntest. Jetzt würde ich dich erdrücken, ohne es zu wollen. Dabei bist du zur Größe bestimmt. Siebentausend Jahre. Die waren mittlerweile vergangen, wie ihr jetzt klar wurde. Vielleicht ging es ja gar nicht darum, ihn zu töten. Wieder übermannte sie der Zorn in einer lärmenden schwarzen Wolke. Nicht, weil Alexander sie zurückgewiesen hatte. Das hatte sie schon vor langer Zeit vergessen, hatte sich leidenschaftlich in einen anderen Mann verliebt. Ein Zeitalter lang war Alexander nichts anderes gewesen als eine süße Jugenderinnerung, an die sie sich voll Zuneigung, wenn auch leicht belustigt erinnerte. Sie war ein Jungvogel gewesen, voller Ehrfurcht für einen traumhaften Uralten. Nein, ihre Wut entstammte der Vorstellung, dieser silbern geflügelte Schläfer aus der Prophezeiung sie eines Tages zerstören könnte. Dazu hatte niemand das Recht, und sie waren nicht gleich, denn sie kannte nicht ihres Gleichen. Sie war Zulijuan, und sie würde die Welt regieren, noch ehe diese Kaskade vorbei war. Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte laut und herzlich. Zum ersten Mal wieder, seitdem Raphael sie verwundet hatte. Im Laufe der nächsten drei Stunden spürte Nasie zwei weitere Fallen auf. Injomeda erwischte auch eine, weil sie Veränderungen in der Luftströmung ernst nahm, die Nasie als natürlich abgetan hatte. Wie sich herausstellte, war diese Falle ein alter Trick, den die Gelehrte aus einem Buch kannte. Du solltest mehr lesen, spottete sie, als er ungehalten knurrte, weil ihm die Sache entgangen war. Du kannst mir vorlesen, ich höre gern Geschichten. Das mache ich. So dunkel es in der Höhle auch sein mochte, Nasie sah ihr an, dass dieses Versprechen sie traurig stimmte. Wieder einmal verbarg sie etwas vor ihm, und weil es ihn ärgerte, sie nicht gleich damit konfrontieren zu zuckte heftig zusammen und stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Lass das! Über deine Beißgewohnheiten unterhalten wir uns noch? Wenn wir über deine Geheimnisse sprechen, konterte er. Sie zuckte zusammen, was ihm natürlich nicht entging. Die Tunnel führen inzwischen alle nach unten. Wenn wir auf Flügelbrüder stoßen, dürfen wir sie auf keinen Fall töten oder auch nur verwunden, flüsterte in Jomedar. Falls Alexander uns wirklich auf irgendeiner Bewusstseinsebene beobachtet, würde ihn das sofort gegen uns einnehmen. Ich hatte vor sie K.O. zu schlagen, knurrte Nasir. Wir könnten sie fesseln und kniebeln. Im Rucksack steckt noch ein T-Shirt, aus dem wir Streifen reißen könnten. Na, ob man tatsächlich die durchtrainierten Männer und Frauen der Bruderschaft mit Stofffetzen in den Griff bekam. Nasir war sich da nicht so sicher, stimmte ansonsten aber mit Injomeda überein. Wenn sie erfolgreich sein wollten, durften sie Alexander nicht verärgern. Selbst das Fesseln und Knebeln seiner Wächter konnte als feindselige Handlung verstanden werden, aber das Risiko mussten sie eingehen. Er drehte sich so, dass sie den Rucksack vor der Nase hatte. Such mir das T-Shirt raus. Sie fand es, gab es ihm und er riss Außentasche des Rucksacks verstaute. Dabei musste sie sich ganz auf ihren Tastsinn verlassen. Nase hätte sie schon wieder am liebsten geküsst. Er war selbst ungern hier unten und er konnte sehen. Wie schlimm musste es da für sie sein. Trotzdem hielt sie durch. Fertig erkundigte er sich. Auf geht's! Sich fest an den Händen haltend gingen sie weiter. Natürlich trafen sie die Nasie zuschnappen lassen musste, damit sie weiter kam. Als er den Mechanismus betätigt und sich dann hastig zur Seite gedreht hatte, boten sich prompt nur einen Herzschlag später 100 Armbrustpfeile mit tödlicher Kraft in die gegenüberliegende Wand. Erst als keiner mehr nachfolgte, ließ Nasie die besorgte Enjomeda zurück, schob den Rucksack vor sich her, falls weitere Druckschalter auf sie warteten und ließ sie erst nachkommen, als alles in Ordnung zu sein schien. Danach legten sie eine kurze Pause ein, tranken Wasser aus einer Flasche, die sie im Rucksack bei sich hatten und nahmen sich etwas zu essen aus ihm heraus. Glücklicherweise hatten sie in beiden Rucksäcken Proviant verstaut. Kein Trockenfleisch mehr, erklärte Enjomeda entschieden und reichte das Fleisch an ihn weiter. Ich esse Nüsse und Trockenobst. Okay, das konnte er ihr durchgehen lassen. Sie hatte Trockenfleisch gegessen, ehe sie in die Höhle gestiegen waren. Er selbst kaute nur ungern auf dem ledrigen Zeug herum, aber es war Nahrung und mit ein bisschen davon hielt er noch eine Weile ohne Blut durch. Er spülte die Bissen mit Wasser hinunter, stand auf und zog seine Gefährtin Ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr Lächeln drang selbst durch das dunkelste Dunkel. Vielleicht wecken wir gleich einen Uralten. Momentan ist es mir sogar egal, ob er ungehalten ist oder nicht. Er schnupperte an ihr. Wild und furchtlos, kommentierte er grinsend und ungezogen. Ein bisschen jedenfalls. Wunderbar. Enjometer biss sich auf die volle Unterlippe, um nicht laut loszulachen, ihre Augen funkelten. Nasir hätte jetzt gern laut geknurrt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wären Keuschheits Gelübde verboten. Es ging aber nicht nach ihm, und Enjometer hatte nun einmal eins abgelegt, das er zu respektieren gedachte, weil ihr die Ehre wichtig war und er sie ihr natürlich nicht rauben wollte. Sobald er dieses dämliche rote Buch gefunden hatte, sah die Sache schon ganz anders aus. Lass uns das hier zu Ende bringen, sagte er leise, damit er losziehen und das Grimoire jagen konnte. Sie gingen weiter nebeneinander her, bis Nasir spürte, dass sie nicht mehr allein waren. Bisher hatte er hier unten an lebenden Wesen nur sich, seine Gelehrte und das eine oder andere größere Insekt wahrgenommen, wobei er Injometer die Insekten verschwiegen hatte. Sie war stark und hart im Nehmen, aber Nasir hatte schon ausgewachsene Krieger, Männer und Frauen beim Anblick bestimmter Insekten erbleichen sehen. Injomedas Toleranzschwelle diesen Dingen gegenüber wollte er lieber später testen, wenn sie nicht unter der Erde in einem Loch fest saßen, wo sie mehr oder weniger blind war. Er ließ ihre Hand los und berührte ihre Wange, um ihr Mut zu machen, legte den Rucksack auf den Boden und bewegte sich allein weiter. Der geflügelte Bruder stand am Eingang einer kleinen Höhle, die Augen wachsam auf den Tunnel gerichtet, die Armbrust schussbereit geladen. Das war kein grüner Junge, hier stand ein erfahrener Kämpfer. Injomeda atmete flach und hektisch, als er zu ihr zurückkam, hatte sich jedoch nicht vom Fleck bewegt. Er umarmte sie rasch und flüsterte ihr direkt ins Ohr. Zwei. Einer in der Höhle, einer am Eingang. Den draußen kann ich relativ leicht ausschalten. Du fesselst und knebelst ihn. Sie nickte. Wenn der in der Höhle etwas mitbekommt, muss ich den draußen K.O. schlagen. Hoffentlich versteht Alexander das. Wir müssen sie überrumpeln, das ist der einzige Vorteil, den wir hier unten haben. Injomeda berührte sein Kinn, tastete sich mit den Fingern hoch zu seinen Augen. Ja, hauchte er. Sie können im Dunkeln sehen, Nachtsichtbrille. Er rieb seine Wange an Ira. Wir klauen dir eine. Die beiden hier werden früh genug gerettet werden. Sie tätschelte ihm die Brust, löste sich aus seiner Umarmung, holte sich aus dem Rucksack ein paar Stoffstreifen und dann zogen sie los. Nasir war schon fort, als Injomeda schlagartig klar wurde, dass sie ja gar nicht wissen konnte, ob er den Flügelbruder am Höhleneingang niedergeschlagen Wie sollte sie das herausfinden, wenn Nasir nicht zurückkam, um ihr Bescheid zu geben? Die geflügelten Brüder trugen Nachtsichtbrillen und sahen sie vielleicht, wenn sie jetzt anfingen, hier herumzulaufen. Andererseits mochte sie Nasir auch nicht so lange allein lassen. Sie presste die Lippen aufeinander und dachte angestrengt nach, konzentrierte sich mit all ihren Sinnen auf ihre Umgebung. Von irgendwoher kam ein kleiner Lichtstrahl. Er war nicht stark genug, um den Tunnel auszuleuchten, aber vielleicht sah sie ein bisschen mehr, wenn sie näher heranging. Sie hatte schon fast ihr Schwert gezückt, um sich auf den Weg zu machen, als etwas gegen ihre Brust schlug. Sie schaffte es nicht, den Gegenstand aufzufangen, musste sich hinknien, um den Sandboden abzutasten, und wenig später stießen ihre Finger auf die glatten Kanten einer Nachtsichtbrille. Sie setzte sie auf und fand sich plötzlich in einer unwirklichen grünen Welt wieder. Nichts sah so aus, wie es aussehen sollte, doch sie konnte alles klar erkennen. Nasi hatte sein Opfer schon herbeigeschleift und irgendwie dafür gesorgt, dass sich der Flügelbruder nicht rührte, während er ihr die Brille zuwarf. Sie eilte zu ihm und half ihm, seinen muskulösen Gefangenen zu fesseln und zu knebeln, dessen Augen vor Wut förmlich glühten. Kaum war das erledigt, sprang Nasi mit solcher Leichtigkeit an die Decke, dass Injomeda um ein Haar erschrocken nach Luft geschnappt hätte. Er zwinkerte ihr zu, bevor er hoch oben in der Höhle verschwand, und als sie ihm unten leise folgte, sah sie gerade noch, wie er sich geräuschlos von der Decke auf den hinter dem Eingang postierten geflügelten Bruder fallen ließ. Der stürzte und wurde von Nasi mit seinem ganzen Körper auf dem Boden festgehalten. Er hielt dem Mann mit einer Hand den Mund zu, während die andere mit ausgefahrenen Krallen um seinen Hals lag. Schnell wie der Blitz schloss Injomeda zu den beiden auf, um den Wachposten zu fesseln und zu knebeln. Tut mir leid, flüsterte sie dem Mann zum Schluss noch ins Ohr. Andy. Sie sah auf. Nasi stand bereits am Eingang eines weiteren Tunnels, der nach unten zu führen schien. Am Tunneleingang schob Injomeda kurz die Brille hoch und erkannte, dass die roh behauenen Seitenwände des Tunnels für das diffuse Licht verantwortlich waren, dass ihr vorhin kurz die Orientierung erleichtert hatte. Sie schienen zu leuchten. Sie setzte die Brille wieder auf. Ja, das muss es sein. Ihre Stimme klang ein wenig zittrig. Such nach Fallen, ich hole unseren Rucksack. Letztlich war sie diejenige, die den Rucksack nach quälend langsam verstreichenden fünf Minuten fand, in denen Nasir einen der Flügelbrüder neu fesseln musste, der sie schon fast wieder befreit hatte. Im Zuge der sich daraus ergebenden Handgemengest fand Nasir heraus, dass der Höhlenboden auch nicht ohne Gefahren war. Es war eigentlich kein richtiger Boden, sondern eine Art Bühne, deren Falltür sich öffnen würde, wenn eine der Wachen einen entsprechenden Mechanismus auslöste. Was ihnen gewiss den einen oder anderen gebrochenen Knochen beschert hätte, je nachdem, wie tief sie gefallen wären, falls die einstürzenden Felsen gleich am Tunneleingang sie nicht vorher unter sich begraben hätten. Langsam tun mir die Höhlenforscher richtig leid. Injomeda bürstete sich den Staub von den Armen. Sie hatten die Fallen unbeschadet überwunden und standen jetzt im Tunnel, dessen Eingang sie absichtlich durch den Einsturz des Felsens verbarrikadiert hatten, damit ihnen die geflügelten Brüder nicht folgen konnten. Alexanders Wächter hatten wahrscheinlich andere keine Dolchstiche von hinten mehr zu befürchten. Jedenfalls nicht von den Wächtern. Ich weiß, dass sie hinter uns herkommen werden, aber ich hoffe trotzdem, sie müssen nicht allzu lange im Dunkeln auf Rettung warten. Du hast wirklich ein zu weiches Herz. Nasir musterte seine Begleiterin wohlwollend, wenn auch ein wenig gönnerhaft. Ich werde darauf Acht geben müssen, dass dich die Leute nicht ausnutzen. Eigentlich hätte sie ihm diesen Spruch nicht durchgehen lassen dürfen, aber was sollte sie tun? Ihr Herz schmolz dahin, wenn sie ihn so reden hörte. Er klang unglaublich glücklich, schien sich sehr darüber zu freuen, sie im Auge behalten zu können, und meinte es auf keinen Fall böse, ging er doch davon aus, dass sie an seiner Seite kämpfen und mit ihren Fähigkeiten und ihrem Geschick seine Talente ergänzen würde. Nasir ging es nicht darum, sie klein zu machen. Er wollte einfach nur die Frau beschützen, die er gern als seine Gefährtin sein Eigen genannt hätte. Enjomeda schnürte es die Kehle zu, ihr wurde ganz eng um die Brust und heiß im Gesicht. Nur gut, dass Nasir nach vorn schaute und sie nicht sehen konnte. Sie musste ihm endlich gestehen, dass sie nie seine Gefährtin werden konnte, doch wieder einmal blieben ihr die Worte im Hals stecken. Als ändere sich irgendetwas, wenn sie sie nicht aussprach, als würde das, was doch geschehen musste, dann nicht wahr werden. Vor ihr hob Nasir die Hand. Enjomeda blieb sofort stehen. Aber der Wächter hatte sie bereits gesehen und konnte einen lauten Warnruf ausstoßen, ehe sie es schafften, ihn zu überwältigen. Sofort hörte man aus verschiedenen Richtungen donnernde Schritte herbeieilen. Nasir und Enjomeda gaben es auf, unerkannt weitergehen zu wollen, und rannten, was das Zeug hielt. Enjomedas Hand fest in der von Nasir, die sie auch nicht losließ, als ihre Flügel in dem engen Durchgang zunehmend zu leiden hatten. Als er sie hinter sich hier in eine kleine Höhle schleppte, wo er auf eine weitere Falle deutete, die er entdeckt und geschickt umgangen hatte, zückte sie auf sein Geheiß das Schwert und ließ von einer riesigen Staubwolke begleitet Felsbrocken regnen, die den Höhleneingang wirksam verbauten. Es staubte so, dass Enjomeda husten musste und die Sandkörnchen auf den Zähnen spürte. Und jetzt? Nasi hätte sie nie um den Steinschlag gebeten, wenn sie damit in der Falle gesessen hätten. Er hatte irgendetwas gesehen, gerochen oder gehört, was ihr entgangen war. Da war sie sich sicher. Soweit kannte sie sich inzwischen mit seinen Sinnen aus. Hier entlang. Sie folgte seinen Fußspuren im Sand und fand sich bald in einem weiteren grob in den Fels gehauenen mögliche Art zu pulsieren schienen. Dieser Tunnel führte so steil in die Tiefe, dass man fast schon von einem senkrechten Fall sprechen konnte. Der Boden wirkte im Vergleich zu den Wänden recht glatt. Er schimmerte. Verdammt! Injometer steckte seufzend das Schwert in die Scheide. Ich gehe zuerst. Dann kannst du mich notfalls von hinten schieben, falls ich mit den Flügeln stecken bleibe. Nasie schüttelte den Kopf. Nein, es geht viel steiler runter, als ich von weitem erkennen konnte. Wir suchen uns einen anderen Weg. Vom Eingang her ließen eindeutige Geräusche darauf schließen, dass die Steinlawine für ihre Verfolger bald kein Hindernis mehr sein würde. Injometer schob sich ein Paar dem Zopf entschlüpfte Locken hinter die Ohren. Aber wie? Wie und ich glaube nicht, dass sie jetzt noch in der Stimmung sind, mit uns zu plaudern. Deine Flügel sind doch jetzt schon angeknackst. Mit leisem Knurren legte er ihr die Hand auf eine der wenigen unverletzten Stellen ihrer Schwingen. Du könntest dir etwas brechen. Sie tippte ihn ans Kinn. Das heilt dann auch wieder. Kurz entschlossen stieg sie in den Tunnel, hielt Güll so eng wie möglich an sich und ließ los. Sie stürzte. Und wie sie stürzte. Federn wurden ihr ausgerissen, Haut zerfetzt, es roch nach Blut. Ein stechender Schmerz trieb ihr die Tränen in die Augen, sodass sie fast blind mit den Füßen voran in einer Sandgrube landete, wo sie sich mit letzter Anstrengung sofort zur Seite rollte. Sekunden später landeten dort dicht nacheinander auch Nasi und der Rucksack. Enjomeda lag noch immer auf dem Bauch und versuchte an ihren Schmerzen vorbeizuatmen. Er berührte sie sanft am Hinterkopf, schnupperte an ihr. Wir sind fast da. Sie schöpfte Kraft aus seiner Zuneigung und schaffte es wirklich, sich zu erheben, erst auf Hände und Knie, dann setzte sie sich langsam auf. Weil es ihr schließlich doch nicht gelungen war, ihre Tränen zu unterdrücken, klebte ihr Sand an der Nase und ihr Atem hörte sich an wie heftiger Schluck auf. Es wäre ihr peinlich gewesen, von anderen so gesehen zu werden, bei Nasi jedoch machte es ihr nichts aus. Er würde nicht einmal im Traum daran denken, ihren Schmerz zu benutzen, um in emotionalen Wunden herumzustochern. Im Gegenteil. Er baute sie auf, indem er ihr Gesicht in beide Hände nahm, seine Nase an ihrer rieb und ihr mit glühenden Augen voller Stolz zuflüsterte, wie tapfer sie sei. Du aber auch. Sie griff mit zitternden Fingern nach seinen Handgelenken. Alexander sollte uns mal lieber nicht in die Luft jagen, nach allem, was wir für ihn durchmachen. Aufsprang und ihr die Hand reichte, um sie hochzuziehen. Sobald sie fest auf beiden Beinen stand, die Schmerzen in ihren Flügeln nicht mehr wie Eis und Feuer brannten, wie ihr ihre bloßliegenden Nervenenden zu verstehen gaben, und sie nicht mehr jede Sekunde fürchten musste, zusammenzubrechen, sah sie sich um. Sie befanden sich auf dem tiefsten Grund einer Höhle, die einer glatten Schüssel aus Stein glich und keine Ausgänge zu haben schien. Die Wände wirkten so glatt, dass selbst Nasies Krallen sich wohl als nutzlos erweisen würden. Ich könnte hochfliegen. Obwohl Enjome das Flügel schwer beschädigt waren, konnte sie sich mit ihnen noch in der Luft halten. Ich könnte nachsehen, ob es irgendwo da oben einen Weg nach draußen gibt. Nasie schüttelte den Kopf. Selbst in der Grünfärbung der Nachtsichtbrille erschien sein Haar wie flüssiges Quecksilber, wenn er sich bewegte. Der Klang hier drin will mir nicht gefallen. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Er kauerte sich hin, sich mit einer Hand im Sand abstützend, mit der anderen auf seinem Schenkel und neigte lauschend den Kopf. Enjomeda rührte sich nicht, sah sich aber ganz genau alles an, was sie aus dieser Position wahrnehmen konnte. Als Nasir seine Haltung änderte, drehte sie sich um und sah sich die Wände in ihrem Rücken an. Was sie dort entdeckte, ließ sie die Augen aufreißen. Nasir, es gibt einen Weg hier raus. Nasir hielt den Kopf nach wie vor schräg. Ich kann es hören. Andromeda tat zu der Wand, wo sie etwas gesehen hatte. Siehst du das? Nasir stellte sich neben sie. Er beugte sich vor, strich mit den Fingerspitzen über die Linien, die in den Steinen gegraben waren. Sie sind Teil eines größeren Bildes. Ja. Andromeda trat zurück, bis sie mehr sehen konnte. Teile der Zeichnung waren verblasst, doch es war noch genug übrig, um zu erkennen, was dargestellt sein sollte. Ein Rabe. Erschaffen aus unzähligen kleineren Bildern, die das umliegende Land darstellten. Alexanders Kammer muss. In diesem Moment bebte der Boden, rüttelte sie durch wie ein Jagdhund eine frisch gefangene Beute. Nasir riss Andromeda an sich, als die ersten Steine stürzten. Im nächsten Moment war der Boden unter ihren Füßen einfach verschwunden und sie fielen, laut schreiend, mit atemberaubender Geschwindigkeit. Öffne die Flügel! Nasir lockerte seinen Griff, als würde er sie loslassen wollen. Sie klammerte sich panisch an ihm fest. Ich kann nicht! Es ist wie ein Sog! Irgendwas zieht uns nach unten! Der enorme Druck drohte ihr die kleinen Knochen in den Flügeln zu brechen. Sie waren zwar unglaublich stark, mussten sie Andromeda doch in der Luft tragen, aber diese Stärke schien im Moment außer Kraft gesetzt. Lass mich nicht los! Nein! Das silberne Haar flog ihm aus dem Gesicht, als Nasi versuchte, den Kopf zu wenden, um sich umzusehen. Aber das ging nicht. Der Druck war zu stark, gestattete nicht eine Bewegung. Außerdem wurde die Luft um sie herum zunehmend wärmer, und Andromeda konnte sich lebhaft vorstellen, warum. Mit vor Angst trockener Kehle schaffte sie es irgendwie und auch nur, weil Nasi sich im Fallen beschützend über sie gebeugt hatte, den Kopf zu senken und einen Blick in die Tiefe zu werfen. Zunächst erkannte sie tief unten gar nichts. Der Wind hatte ihr, wie sie jetzt erst bemerkte, die Nachtsichtbrille vom Gesicht gerissen. Aber warum hatte sie Nasi dann die ganze Zeit gesehen? Das konnte nicht nur an den leuchtenden Wänden liegen. Langsam kam in der Tiefe ein roter Glanz in Sicht, wie in einem Stahlkessel. Mit jedem Sekundenbruchteil wurde es heißer. Die Lavagrube! Nasies Ohr war dicht genug, er würde sie schon hören. Ich sehe sie! Sein Atem an ihrer Haut berührte sie tief, trotz Wind und Gefahr. Versuch nochmal deine Flügel aufzuklappen, Andy! Sie strengte sich so sehr an, dass sie Angst hatte, in ihrem Kopf würden Äderchen platzen, doch nichts rührte sich. Als sie verzweifelt den Kopf schüttelte, knurrte Nasie laut. Erzengel, meine Gefährtin versucht dir, das bescheuerte Leben zu retten! Die Hitze drohte unerträglich zu werden, obwohl sich die brodelnde Grube immer noch sehr tief unter ihnen befand. Sie würden sterben, ehe sie mit der Lava in Berührung gekommen wären. Oder mit dem geschmolzenen Metall, das war jetzt auch egal. Die Hitze würde ihre inneren Organe flüssig werden lassen und ihnen das Fleisch von den Knochen schmelzen. Nicht viel später würden die Knochen knacken und brechen und zu Staub werden. Alles, ohne direkt mit der Grube in Kontakt zu kommen, das hatte Injomeda inzwischen begriffen. Sie würden sich auflösen. Ein unumkehrbarer Prozess. Völlige und absolute Unsterblichkeit existierte nur in Mythen. Vielleicht hatte Lijuan ja eine mythische Stufe der Evolution erreicht, als sie nach der Konfrontation mit Rafaels Feuer wieder auferstehen konnte. Injomeda war zu jung, um auch nur die Hälfte dessen zu überleben, was gleich mit ihr geschehen würde. Und Nasir, seine Grenzen kannte sie nicht. Sie wusste nur, sie konnte ihm nicht beim Sterben zusehen. Alexander, schrie sie laut und verzweifelt. Du sollst doch so ein kluger Mann sein. Schon rochen ihre Schuhsohlen angesenkt, schon qualmte es zwischen ihren Federn. Die Luft war so heiß und trocken, dass es ihr fast die Lungen zerriss. Von wegen, zischte Nasir, der Mann ist dumm. In diesem Moment gab es ein Ruck und sie fielen nicht weiter. Zitternd breitete Injomeda ihre Flügel aus. Sie ließen sich bewegen, aber sie wusste auch ohne es zu versuchen, dass es sie sofort wieder nach unten ziehen würde, wenn sie jetzt hochflog. Was sie ohnehin nicht vorhatte, denn sie hatte nicht die Kraft, Nasir mitzunehmen. So klammerte sie sich weiterhin an ihn, während er umgekehrt sie festhielt. Da hingen sie nun in einem glänzenden Tunnel aus Stein, Injomeda und Nasir, weit unter ihnen die brodelnde gierige Lava, sonst nichts. Injomeda schlug das Herz im Staccato und jeder Atem zu kostete unendliche Mühe. Ich glaube, jetzt hört er dir zu, sagte sie. Nasir schüttelte den Kopf. Nein, rede du mit ihm, du bist zivilisierter. Die Lava spuckte heiße Geysire, als würde Alexander ungeduldig werden. Erzengel? Injomeda sprach zu der heißen Grube, auch wenn Alexander sie natürlich so oder so hören würde, egal wohin sie dabei schaute. Die Welt erlebt gerade eine Kaskade und bei den Erzengeln des Kaders wachsen die Kräfte rasend schnell und in einem gefährlichen Ausmaß. Die Lava brodelte und spuckte, während Injomeda und Nasir einen halben Meter weiter hinunterstürzten. Inzwischen spürte Injomeda die Hitze durch die angesenkten Stiefel hindurch auf den bloßen Fußsohlen. Als Nasir knurrte, klang das lauter und wilder als alles, was sie je gehört hatte. Sie spürte den Widerhall bis in die Knochen. Lijuan will dich im Schlaf ermorden, du halsstarriger alter Bastard! Sie hält sich für eine Göttin! Bastard? Injomeda zuckte zusammen. Alexander galt als weise, man sagte ihm aber auch ein hitziges Temperament nach. Um sie herum grummelte der Fels, aber sie stürzten nicht tiefer. Er lacht, flüsterte Injomeda erschüttert. Nun reicht es aber. Hör zu, verdammt noch mal! Lijuan ist nicht die, an die du dich erinnerst. Sie ist wahnsinnig geworden, und sie kann dich umbringen. Während du geschlafen hast, wurde sie zum Erzengel des Todes. Sie spürte Nasis Haut immer heißer werden, roch verbranntes Fleisch. Nein, nein, selbst wenn du ihren Angriff überlebst, deine treuen Wächter schaffen es bestimmt nicht. Die geflügelte Bruderschaft gehörte zu Alexander, wie Nasie zu Injomeda gehörte. Für den anderen zu kämpfen und auch zu sterben. Deine Männer und Frauen haben sich vierhundert Jahre lang treu an ihren Schwur gehalten und würden einer wie der andere lieber qualvoll sterben als dich zu verlassen. Und sie werden langsam und qualvoll sterben. Weiter kam sie nicht. Sie stürzten wieder. Injomeda schrie laut auf, als der Gestank von verbrannten Federn in der Luft hing und ihr Blut sich so anfühlte, als würde es gleich überkochen. Sie musste die Augen schließen. Es ging nicht mehr, sie offen zu halten, dazu was zu heiß. Nasies Stimme hatte nichts Menschliches mehr. Jedes Wort verhallte gurgelnd in der sengenden Hitze. Ich komme wieder, auch aus dem Tod, du uraltes Relikt. Ich komme wieder und knöpfe mir deinen unsterblichen Arsch vor, wenn du meiner Gefährtin etwas tust. Bruder schafft, hauchte Injomeda, mehr schaffte sie nicht, aber sie war sich sicher, dass nur Alexanders starke Bindung an seine Leute ihnen noch eine Chance ließ, an den Erzengel heranzukommen. Nasie presste seine Wange fest an ihre, versuchte, sie mit seinem ganzen Körper zu schützen. Aus deinen Wächtern macht Lijuan wiedergeborene, lebende Tote, die nur noch von der Gier nach Fleisch getrieben durch die Gegend schlurfen. Du bist kein Seier, wenn du das zulässt. Ohne Vorwarnung wurden sie hochgestemmt, mit derselben mörderischen Geschwindigkeit, die sie hinabgezogen hatte. Es ging hoch und hoch und hoch, bis die Luft kühl wurde und sie wieder richtig atmen konnten. Als die Stimme ertönte, kam sie von überall her. Ich erwache, bereitet euch auf den Kampf vor. Nasir und Andromeda wurden ganz ohne eigenes Zutun aus dem Windtunnel geschleudert und auf dem sandigen Boden der Steinkammer abgesetzt, von der aus sie gestartet waren. Der Riss, der sich aufgetan hatte, schloss sich nahtlos wieder, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. Nasir rappelte sich als erster auf, katzenhaft anmutig und muskulös wie eh und je kam er hoch, und als Andromeda sich langsam aufsetzte, kauerte er bereits vor ihr, streichelte ihr Haar, fuhr sanft über die Bögen ihrer Flügel. Das war ein sehr empfindlicher Bereich, und die Geste kam einer intimen Berührung gleich, aber sie barg widerstandslos den Kopf an seiner Brust, wollte ihm nahe sein, brauchte seine Zärtlichkeit in diesem Moment. Denn sie konnten jeden Augenblick sterben. Küss mich, bat sie ihn, indem sie das Gesicht zu dem wilden, zärtlichen Mann hob, der vor ihr kniete. Ehe ich sterbe, will ich deinen Kuss geschmeckt haben. Aber er küsste sie nicht. Er knabberte nur leicht an ihrer Unterlippe. Wir küssen uns, wenn ich dein dämliches Grimoire gefunden habe. Vergiss das Grimoire, fauchte Andromeda. Nasie packte sie am Kinn und sah sie eindringlich an, die schönen, fast schon gespenstisch leuchtenden Augen ganz dicht vor ihrem Gesicht. Deine Ehre ist mir so wichtig wie dein Herz. Töte das eine und ich werde das andere töten. Da weinte sie, weil er ihr Herz kannte. Sofort schloss er die Arme um sie, rieb seine Wange an ihrer, bis sie seinen Atem warm auf ihrem Gesicht spürte. Doch sie wusste, für ihren Kummer gab es jetzt keine Zeit. Also stahl sie sich nur noch einen einzigen kurzen Moment seiner warmen lebendigen Nähe, ehe sie sich losmachte und aufstand. Ihre Fußsohlen hatten schwere Brandverletzungen davongetragen und schmerzten fast unerträglich, aber sie spürte, wie sich ihr Körper bereits um Heilung bemühte. Was noch wichtiger war, solange sie sich nicht auf den dumpf pochenden Schmerz konzentrierte, konnte sie laufen. Sie breitete die Flügel aus. Kurze erklärte sie, nachdem sie sie gestreckt hatte. Ich kann hochfliegen und nach einem Weg nach draußen suchen. Nasies Augen glichen Flammen aus flüssigem Silber, als sie ihre armen geschundenen Flügel untersuchte. Als er damit fertig war, nickte er. Gut, dann sehe ich mich hier unten um. Irgendetwas stimmt mit der Luft immer noch nicht. Den Zustand seines Rückens erkannte sie erst, als er ihn ihr zuwandte. Mit einem Aufschrei streckte sie die Hand aus, die sie gleich wieder zurückzog, weil jede Berührung doch nur wehtun konnte. Dein Rücken, ihre Stimme zitterte vor Wut. Alexander hat dir wehgetan. Nasies T-Shirt war am Rücken verbrannt, man sah nur noch die nackte, angesenkte Haut. Er drehte sich um, legte ihr die Hand an die Wange und liebkoste sie. Das sind nur leichte Verbrennungen, in ein paar Stunden sieht man davon nichts mehr. Er war alt und stark, rief sich Andromeda ins Gedächtnis, älter und stärker als sie, und eine Chimäre, direkt aus einer Legende. Stimmt es, dass du genauso gut heilst wie ein Engel? Manchmal sogar besser? Das war wieder einmal so eine Tatsache, die ihr aus dem Studium mythischer Wesen im Kopf hängen geblieben und gerade wieder eingefallen war. Ja, er beugte sich vor, um seine Nase an Ira zu reiben. Ich erzähle dir alles über die Chimären, wenn wir hier raus sind. Da musste sie trotz allem lächeln. Nasi hörte sich so an, als würde er ihr eine Belohnung versprechen. Und das tat er ja auch. Sie war Gelehrte, sie liebte Wissen Meere, hatte sie voll durchschaut. Ich komme darauf zurück, erklärte sie. Während er lächelnd zusah, breitete sie die verwundeten Flügel aus und schwang sich in die Lüfte. Ein Senkrechtstart kostete erheblich mehr Kraft als ein Gleitflug, was ihr dank des von Galen und der Harriel verordneten Krafttrainings normalerweise keine Probleme bereitete. Nur heute kam es ihr vor, als bohrten sich tausende dünner Nägel in ihre Flügel, um sie am Boden zu halten. Enjomeda biss die Zähne zusammen. Versagen kam jetzt nicht in Frage. Sie weigerte sich auch nur den Gedanken daran zuzulassen. Schließlich schaffte sie es. Sie hob vom Boden ab, stieg in die Höhe und suchte kreisefliegend den oberen Bereich der Wände ab. Abgesehen von dem Schacht, durch den sie gekommen waren und den sie unmöglich in umgekehrter Richtung hochsteigen konnten, schien es allerdings keine weiteren Tunneleingänge oder auch nur Risse im Stein zu geben. Sie stieg höher. Nasir sah ihr zu, bis er sicher sein konnte, dass ihre ramponierten Flügel sie trugen, bevor er sich die Reste seiner inzwischen völlig nutzlos gewordenen Stiefel von den Füßen riss, um sich barfuß auf die Suche nach einem unteren Ausgang zu machen. Nach wie vor kamen ihm die Luftströmungen im Raum falsch vor, so falsch, dass sich plötzlich Streifen auf seiner Haut bildeten. Man sah sie nicht, aber wer ihn in diesem Augenblick gestreichelt hätte, dem wäre die feine Lage Fell aufgefallen, die sich streckenweise auf seiner Haut zeigte. Vielleicht würde er Andromeda von sich aus nie etwas über diesen Aspekt seiner Person erzählen. Mochte sie selbst herausfinden, irgendwann einmal, wenn sie nackt miteinander spielten. Es würde sie nicht stören, so gut kannte er sie inzwischen schon. Sie mochte ihn, obwohl er doch in keiner Weise normal war. Nein, das stimmte nicht. Andromeda mochte ihn einfach so. Punkt. Kein Wenn und Aber, kein Obwohl. Selbst wenn sie knurrte, selbst wenn sie ihn anfauchte, hatte sie ihn gern. Während ihm das immer klarer wurde, begab er sich an verschiedene Stellen in der Höhle und spülte den Luftströmungen nach. Als Andromeda tiefer flog, schaute er hoch und fragte sie, ob sie es noch ein wenig länger oben aushalten würde. Wenn sie jetzt landete, wirbelte sie die Luft auf, die sich gerade beruhigt hatte. Wortlos stieg sie wieder höher, zog auf leisen Schwingen Kreise, weil ihr das im Moment leichter fiel, als schwebend an ein und derselben Stelle zu verharren. Nasir wusste das, wusste auch, wie sehr ihr die versenkten Füße wehtaten, aber noch konnte er nichts dagegen tun. So zischte er nicht ungehalten, wie er es gern getan hätte, sondern kehrte zu einer bestimmten Stelle an der Wand zurück, weil ihm die Luft dort frischer schien als anderswo. Andy? Als er zuwinkte, landete sie ein Stück weiter hinter ihm im Sand, entledigte sich ebenfalls ihre Stiefelreste und humpelte zur Wand hinüber. Was siehst du? Sie kniff die Augen zusammen. Warum kann ich eigentlich überhaupt etwas sehen? Nasir sah immer und überall. Er hatte gar nicht gemerkt, dass die absolute Dunkelheit gewichen war, um in ein Dämmerlicht überzugehen, dass sie dem intensiveren Strahlen der Hühlenwände verdankten. Alexander, murmelte er. Dann fand er uns wohl doch ganz in Ordnung. Nicht nett genug, um uns hier rauszuführen. Was willst du? Niemand behauptet, der Umgang mit ihm wäre einfach. Das wird wohl so sein. Nasir tastete mit den Fingerspitzen an der Stelle die Wand ab, wo er die frischere Luft gespürt hatte. Hier ist eine Tür. Andromeda kniete sich hin, um auf Bodenhöhe an verschiedenen Stellen auf die nach außen hin makellos wirkenden Steine zu drücken. Manchmal sitzen die Druckpunkte tief, wo man nicht so gut. Ihre Finger glitten über eine kaum wahrnehmbare Einbuchtung. Nasir? Sofort war er neben ihr, tastete, bestätigte, dass auch er sie spürte und drückte fest zu. Es tat sich nichts. Ich glaube, wir brauchen noch einen Druckpunkt. Andromeda erinnerte sich an Geschichten über eine uralte Tür mit einem doppelten Mechanismus. Wir können nur hoffen, dass das alles ist und wir die Druckpunkte nicht auch noch in einem bestimmten Rhythmus mehrmals hintereinander bedienen müssen. Nasir zuckte die Achseln. Wenn Alexander jemanden nicht leiden kann, dann lässt er ihn einfach in eine heiße Grube fallen. Für die, die er am Leben lässt, wird es doch wohl einen Ausgang geben. Stimmt auch wieder. Andromeda machte sich erneut auf die Suche nach einem zweiten Druckpunkt, aber Nasir war schneller. Gefunden. Sie berührte die Stelle, die er ihr zeigte, und nickte. Ich drücke hier, und du drückst dort. Als wieder nichts passierte, zog sich ihr Herz zusammen. Konnte es wirklich sein, dass sie in diesem Albtraum begraben waren? Aber schon bald hallte lautes Stöhnen durch die Höhle, und im strahlenden Licht der Wände sah man Staubkörnchen tanzen. Andromeda stand auf, erfreut, weil ihre Füße nicht mehr ganz so stark schmerzten, ergriff Nasirs Hand und zog ihn mit sich ein Stück weit zurück, für den Fall, dass die Tür nach außen aufging. Aber als sich der uralte Mechanismus endlich bewegte, öffnete sich die Tür nach innen, zu einem dahinterliegenden Tunnel. Dessen Wände waren über und über mit grauen Spinnweben bedeckt, weil offenbar seit Jahrhunderten niemand mehr hindurchgegangen war, sie erstrahlten aber darunter im selben Glanz wie die Wände der Höhle. Ich hasse Spinnweben, beschwerte sich Andromeda. Die verfingen sich nur allzu gern in ihren Federn, und wenn sie dazu noch so dick waren wie die hier im Tunnel, konnte sie das später draußen durchaus beim Fliegen behindern. Wieder bekam sie dieses Lächeln voll Zuneigung geschenkt, das sie jedes Mal mit voller Wucht traf. Ich gehe vor und sorge für freie Bahn. Nasir drängte sich an ihr vorbei in den Tunnel, wo er mit beiden Händen und ausgefahrenen Krallen die klebrige Masse auseinanderriss. Sie kümmerte sich mit dem Schwert um alles, was ihm entging, und so schafften sie es gemeinsam, in Andromeda's Flügel einigermaßen unversehrt durch den Tunnel zu manövrieren. Ich denke lieber nicht an die, die diese Netze gewoben haben, gestand sie ihm mit leichten Schaudern. Oder an das, was mir gerade über den Fuß gekrochen ist. Magst du keine Insekten? Schon, aber keine mit mehr als sechs Beinen. Oder einem Gehäuse. Oder Fühlern. Nasir ergriff leise lachend ihre Hand. Sie ging weiter. Nach einem Marsch, der ihren geschundenen Füßen wie eine Ewigkeit vorkam, entließ sie der Tunnel endlich in eine kleine Höhle. Auch hier sorgten die glühenden Wände für ausreichend Licht, was leider auch erahnen ließ, dass sie sich immer noch tief im Innern des Höhlensystems befanden. Und dort womöglich auch bleiben mussten, wenn es nach den wütenden geflügelten Brüdern ging, die sie mit hoch erhobenen, geladenen Armbrüsten erwarteten. Drei Stunden nach dem spannungsgeladenen Treffen vor Alexanders Schlafkammer war die Nacht hereingebrochen und die geflügelte Bruderschaft wusste, was auf sie zukam. Die Nachricht, dass ihr Erzengel gerade erwachte, hatte bei den jüngeren Mitgliedern für Erstaunen und ehrfurchtsvolle Erwartung gesorgt, während die Älteren einer leicht grimmigen Freude Ausdruck verliehen. Ich bin glücklich, darüber ihn wiederzusehen. Taric waren die Gefühle anzuhören, die ihn bewegten. Ein deutliches Zeichen für die Treue und Ergebenheit, die Alexander in seinen Leuten entflammt hatte. Ich wünschte nur, er müsste nicht aufwachen. Eigentlich wollte er noch tausende von Jahren schlafen. Nasir und Enjometer saßen mit dem Anführer der Bruderschaft draußen unter dem Sternenzelt und nahmen ein Mal zu sich. Sie wollte ihm gerade ein paar Fragen zu seinen langen Dienstjahren stellen, als sich in großer Eile ein Langstreckenmelder näherte. Die Telefone der Brüder funktionierten in dieser Gegend nämlich auch nicht, wie sich jetzt herausstellte, weshalb sie in einiger Entfernung von den Höhlen gut verborgen einen Kommunikationsbunker eingerichtet hatten. Selbst der nutzte ihn im Moment wenig, denn sämtliche Kommunikationssysteme waren zusammengebrochen, nachdem Alexander, Nasi und Andromeda von seinem Erwachen in Kenntnis gesetzt hatte. Soweit die Bruderschaft es beurteilen konnte, galt das für das gesamte Territorium, vielleicht sogar noch für weitere Gebiete. Zurzeit wurden Informationen jedenfalls mithilfe einer Reihe von Läufern und unter Verwendung eines alten Signalsystems weitergegeben, dessen Coats nur die Bruderschaft kannte. Im Palast wird immer noch gekämpft. Der Läufer nahm dankend eine Flasche Wasser entgegen, die er in einem Zug leerte. Rowan hat vor dem Angriff anscheinend noch all seine Schwadronen und Bodentruppen zusammengezogen. Dank eurer Warnung, Taric sagte es voller Überzeugung. Nasies Augen funkelten in der Dunkelheit. Und wer gewinnt? Rowan und Xi sind sich absolut ebenbürtig. Ein Putt. Das würde nicht lange so bleiben, wie Andromeda wusste. Lijuan wird das Gleichgewicht kippen. Es sei denn, Fawashi kann rechtzeitig nach Hause zurückkehren. Der Erzengel von Persien musste inzwischen von dem Überfall erfahren haben. Der Zusammenbruch der Kommunikationssysteme war erst danach passiert. Tarek ballte seine Hand zur Faust. An seiner Schläfe pochte eine Ader. Wir dürfen unseren Posten nicht verlassen, um Rowan zu Hilfe zu eilen. Ich glaube, er würde es auch nicht gut heißen. Wollen wir also hoffen, dass Lijuan viel zu schwach ist, um in nächster Zeit dort aufzutauchen, meinte Nasir. Im Grunde musste es als gutes Zeichen gelten, dass der Erzengel von China nicht schon längst dort war. Das Gewitter, das du vorhin erwähnt ist, könnte das Raphael aufhalten? Eigentlich hatte Nasir noch an diesem Abend mit dem Eintreffen seines Seiers gerechnet. Nach dem letzten Bericht, den wir vor dem Zusammenbruch der Kommunikationstechnik erhielten, tobt dieses Gewitter in allen Teilen der Welt, antwortete Tarek. Nur unsere Gegend hier ist davon verschont. Die Blitze sind stark, sämtliche Flugzeuge und Engel müssen am Boden bleiben. Vielleicht sah sich dein Sire auf der Hälfte der Strecke zur Landung gezwungen. Oder er wurde getroffen und muss erst wieder zu Kräften kommen. Er wird kommen. Nasir buxierte ein Stück Fleisch, nicht das erste, von seinem Teller auf den von Andromeda. Einer der geflügelten Brüder hatte sich netterweise erboten, ihm Ersatz für sein zerfetztes T-Shirt zu besorgen. So trug er nun ein lose sitzendes Leinenhemd, das seinem verwundeten Rücken gut tat. Andromeda verzehrte das Fleisch mit einem leisen Lächeln auf den Lippen, weil es so schön war, von jemandem umsorgt zu werden. Sie hatte fest vor, sich zu revanchieren. Die geflügelten Brüder hatten Flaschenblut aufgefahren, aber sie sah doch, wie wenig ihm das schmeckte. Wenn sie jetzt kräftig zulangte, konnte er es später nicht ablehnen, bei ihr zu trinken. In diesem Moment grummelte es in der Erde, und über den Nachthimmel huschte silbern flackerndes Licht, das einem Wasser faltlich, atemberaubend schön, umspannte das Funkeln den Himmel, soweit das Auge reichte. Der Sire, der Anführer der Bruderschaft sah auf. In seiner Kehle arbeitete es heftig. In Jomedar zog sich das Herz zusammen. Welch überirdische Schönheit und strahlende Kraft! Sie wurde Zeugin eines Ereignisses, das sich Zeit ihres unsterblichen Lebens vielleicht nie mehr wiederholen würde. Solange sich das Licht über das Gebiet hier ausbreitet, können Lijuans Leute die genaue Lage der Oase und der Höhlen nicht erkennen. Wir Nacht gut nutzen. Nazir schien lange nicht so erschüttert wie Taric und En Jomedar. Jedenfalls klang er viel pragmatischer. Ein paar der Läufer sollten wacher halten. Den Rest deiner Leute würde ich an deiner Stelle ruhen lassen, schlug er Taric vor. Wenn du einen sicheren Ort weißt, dann schick alle dorthin, die sich nicht selbst verteidigen können. Sie sollen sich verstecken. zu sich, sein Gesicht nahm härtere Züge an, als die Liebe zu seinem Sire durch alles dominierende Beschützerinstinkte ersetzt wurde. Kommt mit, ihr beiden. Er brachte Nazir und Andromeda zu einem kleinen Haus am Dorfrand. Du hast ausgezeichnete Sinne. Warum hältst du nicht für uns Wache? Ich schlage Alarm, sobald ich Eindringlinge spüre, versprach Nazir. Sie wünschten einander eine gute Nacht. Tarik ging. Nazir und Andromeda betraten das kleine, nur aus einem Zimmer bestehende Haus, in dem sich im Wesentlichen ein Bett und ein Tisch befanden. Aber das Bett war groß genug, um auch Andromedas Flügeln Platz zu bieten, und auf dem kleinen Tisch standen Essen und Trinken. Außerdem gab es noch einen kleinen abgetrennten Raum, der als Bad diente. Während Nazir das große Fenster ins Bad und wusch sich. Die Flügelbrüder hatten den Rucksack gefunden, den sie am Morgen auf ihrer Flucht zurückgelassen hatte. Auch wenn sie viel lieber in das lockere Nachthemd geschlüpft wäre, das ihr eine der Frauen des Dorfes überlassen hatte, suchte sie sich sicherheitshalber aus ihrem Rucksack die letzte saubere Kombination an kampftauglicher Kleidung zusammen und kleidete sich fertig an. Sie wollte bereit sein, falls es mitten in der Nacht zu einer Schlacht käme. Kaum hatte sie das Bad verlassen, als sich Nasir auf dem Weg hinein mit einem frechen Grinsen dicht an ihr vorbeidrückte. Natürlich tat er das mit Absicht. Er war wie eine Katze, die sich eben mal schnell im Vorübergehen an jemandem reibt. Lächelnd wartete sie, bis er geduscht hatte, um sich anschließend seinen Rücken zeigen zu lassen. Sie wollte seine Wunden begutachten. Sein Haar war feucht. Er trug ein sauberes weißes T-Shirt, das sie im Rucksack gefunden hatten, dazu eine geliehene dunkelbraune Cargo-Hose, die ihm tief auf den Hüften hing. Auf ihre Bitte hing, zog er das Hemd aus, warf es auf einen Stuhl und hielt still, damit sie ihn sich anschauen konnte. Wieder einmal blieb ihr beim Anblick seiner warmen makellosen Haut, unter der lebendig und kraftvoll die Muskeln spielten die Luft weg. Kein Wunder, dass sich Frauen darum rissen, ihn streicheln zu dürfen. So hinreißend er auch sein mochte, in Jomme das Augenmerk galt im Moment anderen Dingen. Du heilst wirklich schnell, meinte sie nachdenklich, denn es war keine Narbe mehr zu sehen, keine einzige Unebenheit, überhaupt kein Hinweis geschmolzen wäre. Tut dir noch irgendwas weh? Nein. Nasir kehrte den Spieß um und drehte sie so zum Fenster, dass sie ihre Flügel begutachten konnte. Das tat er dann auch, langsam und methodisch. Ein Teil deiner Flügel ist bis runter auf die Sehnen versenkt. Er knurrte tief und gefährlich. Pass auf, wie du dich zum Schlafen hinlegst. Enjomeda nickte. Sie spürte bereits den pochenden, sich ausbreitenden Schmerz, der auf die Bildung neuen Gewebes hinwies. Was machen deine Füße? Geheilt. Normalerweise hätte sich ihre Heilkraft erst auf die Flügel konzentriert, doch ihr Körper hatte in diesem Fall offenbar beschlossen, sich zunächst um die Füße zu kümmern, weil diese schnell wieder herzustellen waren. Sie kletterte ins Bett, legte sich auf den Bauch und breitete einen Flügel über Nasie aus, als er neben sie rutschte. Er streichelte sanft ihre unverletzten Stellen. Darf ich eine deiner kleineren Federn haben, wenn dir eine ausfällt? bat er. Nicht extra eine ausziehen. Letzteres war ein Befehl. Wenn er so mit ihr redete, die Stimme rauf vor Sehnsucht, ging es in Jomeda durch und durch. Da, unter ich nicht mehr. Für einen Engel waren die Federn Organe. Man merkte, ob sie noch lebten und fest verankert waren oder nicht. Ich glaube, sie hat sich gelöst. Nasie stupste die Feder vorsichtig an, fing sie auf, als sie sich löste und ging damit zu ihrem Rucksack. Als er zurückkam, hielt er eine Schnur aus Leder von der Art in der Hand, mit der knüpfte die Feder an das Leder und flocht sich aus Schnur und Haaren einen dünnen Zopf, dessen Ende er geschickt mit einem Knoten sicherte. Da. Er lächelte sie höchst zufrieden an, legte sich neben sie und drehte sich auf den Bauch. Enjomedas Herz war inzwischen zu einem weichen, warmen Honigklumpen geworden. Sie legte den Flügel um ihn. Du musst trinken. Ich nehme den Rest, noch in der Flasche ist. Enjomedas kraulte ihm mit den Fingernägeln den Nacken, bis er leise stöhnend ihr Augen schloss. Trink bei mir, ich habe gut gegessen. Als er den Kopf hob, hielt sie ihm ihr Handgelenk vor den Mund. Er küsste ihren Puls, sein feuchtes, so erstaunlich weiches Haar glich einer kühlen Liebkosung. Als ihr Herz darauf heftiger schlug und der Puls hüpfte, leckte Nasi ihr mit geblähten Nüstern die Haut, ohne jedoch seine Zähne einzusetzen. Eines Tages werde ich an dir nippen, während mein Schwanz in deiner engen heißen Scheide steckt, und ich werde mir Zeit lassen und tief eindringen und ganz langsam genießen. Wie schwer ihr auf einmal das Atmen fiel, aber heute Nacht flüsterte er, heute Nacht braucht dein Körper all seine Energie um deine Flügel zu heilen. Noch ein Kuss auf ihr Handgelenk, so sanft und liebevoll, dass Enjomedas Unterlippe zitterte und ihr große Tränen in die Augen traten. Fünf hundert Jahre ohne ihn. Wie sollte sie das nur überstehen? Enjomedar erwachte von einem lauten, krachenden Donner. Sie lag mit dem Kopf auf Nasies Schulter. Nasi war bereits aufgewacht, hatte einen Arm um sie gelegt und streichelte ihren Flügel, während er zusah, wie sich vor dem Fenster ein Gewitter austobte. Die Blitze leuchteten so hell wie Nasies Haare. Kein Regen fiel, um ihre harte Leuchtkraft zu dämpfen. Wie lange haben wir geschlafen? Sie schmiegte sich enger an seinen Körper, der mehr Wärme ausströmte als so mancher Ofen. Es ist noch früh am Morgen. Ein heftiger Donnerschlag drohte Nasies Worte zu verschlucken. So habe ich den Himmel noch nie gesehen. Dunkles Violett, wild bewegt, warf Schatten auf die Erde, wurde von Blitzen zerrissen und gleichzeitig angestrahlt. Wunderschön. So schön und wild wie die Chimere, die sie so liebevoll im Arm hielt. Das muss das Gewitter sein, über das aus anderen Teilen der Welt schon während der Nacht berichtet wurde. Ich habe es nicht erwähnt, als Terrick dabei war, aber Raphael kann über Blitze hinweg fliegen. Enjomeda sah ihn erstaunt an. Eigentlich dürfte gar kein Erzengel bei Gewitter Probleme haben. Und doch hatten es weder Raphael noch Lijuan oder Fawashi bislang hierher geschafft. Es sei denn, daran hätte sich im Lauf der Nacht etwas geändert. Drei Erzengel, die sich von Blitz und Donner aufhalten ließen, das konnte kein Zufall sein. Man sagt, die Welt verändert sich auf unerklärliche Weise, solange ein Engel aufsteigt, um zum Erzengel zu werden. Vielleicht ist das genauso beim Erwachen eines schlafenden Uralten. Normal sind diese Blitze nicht. Nasir nickte zustimmend. Als Seljain aufwachte, kam es auch zu Gewaltausbrüchen, aber lange nicht in diesem Ausmaß. Alexander war auf der Erde General. Bei Seljain erinnerte man sich im Wesentlichen an ihre Anmut und ihre wunderschöne Stimme, ihren Gesang. Seljain ist aber auch voll ausgebildete Kriegerin und sie wachte auf, um ihren Sohn zu beschützen. Gab Nasir zu bedenken. Ich glaube, die Auswirkungen der Kaskade nehmen zu. Was mochte das alles bedeuten? Enjomeda sträubten sich bei dem bloßen Gedanken die Nackenhaare. Willst du die gute Nachricht hören? Ich glaube nicht, dass Lijuan ihre nichtkörperliche Gestalt riskiert, um einen Schlag zu landen. Und ihre Hand spürte sie das Grummeln in Nasirs Brust. Vielleicht tut das Gewitter der Welt ja ein Gefallen und holt die Alte endgültig vom Himmel. Beiden war klar, wie unwahrscheinlich ein solches Geschenk war, und so lagen sie eine Weile schweigend da, bis Enjomeda fragte, Erinnerst du dich daran, zwei gewesen zu sein, bevor du einer wurdest? Ihr schien nichts Falsches an dieser Frage, angesichts der Natur, die sich in ihrer ganzen Wildheit vor ihrem Fenster austobte. Ja, das Menschenjunge spielte mit dem jungen Tiger. Sie hörte ein Lächeln in seiner Stimme. Sie waren die besten Freunde, an einem Ort, an dem es sonst außer Osiris und den Wölfen, die er sich als Schoßhunde hielt, keine anderen lebenden Wesen gab. Und als Osiris die beiden zwang, zu einem zu werden, sorgte die Freundschaft zwischen dem Kind und dem kleinen Tier dafür, dass die Chimere, zu der ich wurde, nicht dem Wahnsinn verfiel. Sechstausend Tod. Der Tiger und der Junge hätten zwei weitere Opfer sein können, und sie hätte Nasi nie kennengelernt. Schluss mit den düsteren Gedanken. Da war es doch viel besser, Nasies Herz zu lauschen und darüber nachzudenken, wie außerordentlich stark und liebhaft es schlug. Meine beiden Teile kämpften nicht um die Vorherrschaft, fuhr Nasie fort. Sie arbeiteten gemeinsam an unserem Überleben. Deswegen sind meine Knochen auch nicht verbogen und ich bin nicht verkrüppelt. Es gibt jetzt nur noch eine Person, mich. Ich bin Nasie. Wie einfach sich diese Erklärung anhörte und wie bedeutungsvoll sie gerade dadurch wurde. Hast du dir deinen Namen selbst ausgesucht? Auch wenn Osiris ihm einen Namen gegeben hatte, hätte Nasie diesen auf keinen Fall behalten, so weit kannte Injomedar ihn schon. Nein, Dimitri hat ihn mir gegeben. Ich heiße nach einem Freund von ihm, der in der Schlacht fiel, als er Dimitri das Leben rettete. Nasie holte tief Luft. Ich bin sehr stolz darauf, diesen Namen tragen zu dürfen, denn er bedeutet, dass Dimitri von Anfang an wusste, ich würde ihm gerecht werden und eines Tages stark genug sein, ihn zu meinem eigenen zu machen. Das hast du dann ja auch getan. Enjometer drückte ihn fest an sich. Du bist Nasie, eine Legende, Welt spricht und über die man auch in Zukunft sprechen wird. Unter ihrer Hand spürte sie ein Fell wachsen, ganz weich und fein, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen und auch mit den Fingern kaum zu fühlen. Zusammen mit dem Fell waren Streifen wie die eines Tigers auf Nasies Haut aufgetaucht. Enjometer stützte sich auf den Ellbogen. Ich bin so froh, dich zu kennen. Er bläckte die Zähne. Welche Geheimnisse hast du vor mir? Das verrate ich dir nach dem Dinner bei meinen Eltern. Du kommst doch? Hoffentlich klang die Frage nicht allzu verzweifelt. Ich hab schon über ein Geschenk für deine Eltern nachgedacht. Nasie grinste. In New York haben sie lebensgroße Puppen. Anatomisch vollkommen korrekt, mit allem, was dazugehört. Das wären doch die perfekten Liebhaber. Nie müde zu kriegen. Prustend vor Lachen boxte ihn in Jomeda spielerisch in die Schulter. Sage es bloß nicht. Er zeigte sich unbeeindruckt. Ellie hab ich einmal eine fleischfressende Pflanze geschenkt. Sie hat sich sehr darüber gefreut. Muss ich eifersüchtig sein? Sie hörte wohl, mit welcher Bewunderung und Zuneigung er von Gemahlin seine Sire sprach. Sie hatte den Satz kaum ausgesprochen, als er sie bei den Haaren packte und so dicht zu ihr herunter zog, dass sie die einzelnen Wimpern an seinen Lidern zählen konnte. Elena ist Rafaels Gemahlin und wir trainieren zusammen. Seine Stimme klang heiser. Sie ist nicht du. Niemand wird für mich je das sein, was du für mich bist. Enjomedas Herz zerbrach in Millionen winziger Stückchen. Lijuan erreichte Rowans Festung viel später, als sie geplant hatte. Die unmissverständlichen Begleiterscheinungen von Alexanders Erwachen hatten sie mehr als einmal gezwungen, längere Zeit am Boden zu bleiben und das hatte sie sehr geärgert. Aber es war nicht anders gegangen, denn sämtliche Instinkte hatten sie vor den silbernen Blitzen gewarnt. Sie fürchtete bleibende Schäden an ihrem noch heilenden Körper. Allem Anschein nach war auch Fawashi aufgehalten worden, denn Rowan kämpfte nach wie vor ohne die Unterstützung eines Erzengels. Das war gut, ebenso wie die Wucht und rasche Ausbreitung dieses Gewitters, denn beides zeigte an, dass Alexander sich zwang, so schnell wie möglich zu erwachen. Je schneller dies geschah, desto schwächer würde er anfangs sein, während sie selbst mit jeder verstreichenden Stunde weitere Kräfte zu rückkehren spürte. Schon trugen ihre Flügel sie über kurze Strecken und im Gegensatz zu Raphael vermochte Alexander ihrem schwarzen Feuer nichts entgegen zu setzen. Wenn sie sein Herz traf, konnte sie ihn töten. Wobei die sicherste Methode immer noch darin bestand, ihn hinzurichten, ehe er aufgestanden war. Lijuan hatte nicht vor, sorglos zu sein und Alexander abzuschreiben, ehe er wirklich tot war. Inzwischen saß sie bei Xi in dem Zelt, von dem aus er die Schlacht befehligte, und drängte darauf, das Pat zu brechen. Natürlich konnte sie das auch selbst tun, nur hätte sie dafür ihre Kraftreserven bemühen müssen. Rowan ist nicht sein Vater, und du bist ein erfahrener immer noch zuckten die Blitze, immer noch waren sie auch gefährlich, aber sie kamen nicht mehr so häufig und so regelmäßig. Rowan war besser vorbereitet und hatte mehr Truppen hier stationiert, als unsere Späher gemeldet hatten. Ich glaube, er war gewarnt. Xi kämpfte nun schon seit Stunden, was ihm allerdings niemand angemerkt hätte, blieb er doch nach wie vor kühl und gelassen. Außerdem hat er seinen Palast mit neuer Technologie aufgerüstet, die unsere Truppen behindert. Er kämpft mit großer Leidenschaft. Also dürfen wir wohl annehmen, dass Alexander hier ruht. Der Junge war seinem Vater immer schon ergeben, Li Juan dachte nach. Vielleicht war es doch angebracht, jetzt schon einen Teil ihrer Energie einzusetzen. Je schneller sie zu Alexander vorstieß, desto einfacher würde es sein, ihn zu töten. Gedacht getan. Sobald sie das Gefühl hatte, wieder ganz bei Kräften zu sein, bei erbärmlichen Kräften im Vergleich zu denen, die sie würde einsetzen können, wäre sie erst wieder vollständig geheilt, nutzte sie die Pause zwischen zwei Blitzen, um sich in die Luft zu schwingen und den Palast mit ihrem schwarzen Regen zu überziehen. Der Angriff legte große Teile des Baus in Schutt und Asche und riss eine riesige Lücke in Rowans Verteidigung. Sie überließ es Xi, das Beste daraus zu machen und drang in körperloser Gestalt in den Palast ein. Wobei ein Blitz sie nur um wenige Millimeter verfehlte. Hier in den gespenstisch leeren Räumen im Innern des Palastes stellte ihre Präsenz als körperlose Gestalt im Grunde reine Energieverschwendung dar, befand sich doch so gut wie niemand in den Fluren und Räumen, weil alle draußen zur Verteidigung eingesetzt waren. Aber Lijuan besaß nun einmal noch keine Beine und wenn sie flog, fiel sie vielleicht doch jemandem auf. Also blieb sie körperlos. Aber wo war Alexander? Sie spürte ihn nirgends, auch nicht, als sie in die Erde eintauchte. Hier gab es keinen uralten mit silbernen Flügeln. Rasch tauchte sie wieder auf. Bald war es aus mit der Körperlosigkeit, dann ließ sie sich nicht mehr aufrechterhalten und womöglich nahm ihr armer gequälter Leib ausgerechnet hier auf dem Palastboden wie der körperliche Gestalt an. Wie demütigend. Eine Lijuan kroch nicht, auch nicht über feine Fliesen. Das ließ ihr nur zwei Alternativen. Bevor sie Xie befehlen konnte, ihr ein Opfer zu bringen, fiel ihr Blick auf einen alten Diener, der ein Korridor entlang schlurfte. Sie breitete die Flügel aus, glitt lautlos durch die breiten, für Engels schwingen gebauten Flure, packte sich den Mann, schnitt ihm mit seinem eigenen Zeremonienmesser die Kehle durch und leckte das aus der Wunde schießende Blut auf. Es schmeckte ihrer Meinung nach fürchterlich und war auch nur ein jämmerlicher Ersatz dafür, ihm direkt die Lebenskraft aus dem Leib zu saugen, aber trotzdem schenkte ihr der Mann ausreichend Energie, um sie für kurze Zeit zu verjüngen. Wenn sie sich wieder schwach fühlte, würde sie sich eben das Blut eines anderen Lebens einverleiben. Einer Göttin standen immer warme Körper zur Verfügung. Jetzt wollte sie zunächst die Aufgabe hier beenden, damit sie sich endlich wieder ganz auf ihre Heilung konzentrieren konnte. Sie wartete eine Pause in dem Blitz Hagel ab, erhob sich über den Palast und ließ erneut mit ihrem schwarzen Regen Mensch und Stein zu Asche werden. Such Rowan Xi, ich während derer sich Lijuan noch zweimal sehr ungenügend nähren musste, um überhaupt weitermachen zu können, ehe es Xi gelang, die Verteidiger zu überwältigen und Alexanders Sohn gefangen zu nehmen. Da lag der Palast fast ganz in Schutt und Asche und von Rowans Leuten lebte kaum noch jemand, denn nicht nur die Kämpfer waren gefallen, sondern auch Zivilisten, die sich in einem Raum versteckt gehalten hatten, der Lijuans Erzengels Kraft zum Opfer gefallen war. Sie hatte die Zivilisten nicht mit Absicht getötet, denn an solche unbewaffneten Ameisen verschwendete eine Göttin keinen Gedanken. Aber dass die Leute nun tot waren, verursachte ihr auch nicht die geringsten Schuldgefühle. Rowan hätte sich ergeben müssen, als er merkte, dass er es hier mit einem Erzengel zu tun hatte. Bis jetzt noch schien Alexanders Sohn nicht zu ahnen, was gespielt wurde. Hocherhobenen Hauptes und mit stolzer Miene stand er vor Lijuan inmitten der verkohlten Überreste dessen, was wohl einmal sein Prunksaal gewesen war, die Hände auf dem Rücken gefesselt, ohne Furcht. Lijuan hatte sich einen Sessel kommen lassen. Ich weiß nicht, wohin mein Vater sich zurückgezogen hat. Er wagte doch wirklich, ihr Glauben Sie, denn er wäre so unvorsichtig gewesen, dies ausgerechnet seinem Sohn anzuvertrauen? Damit wäre ich doch automatisch zur Zielscheibe geworden. Und er ist ganz bestimmt auch nicht in seinem eigenen Territorium geblieben. Dort sucht ein Feind doch als erstes nach ihm, wenn er dumm genug ist. Du sprichst hier mit einem Erzengel. Vergiss das nicht, warnte ihn Lijuan. Und spar dir deine Lügen. Wir nie verlassen. Lijuan hatte die Liebe, die Alexander für sein Volk empfand, schon lange als dumme Schwäche empfunden. Raphael litt genauso unter dieser Schwäche, ebenso Elias, Titus und Estet. Selbst Nia, die doch sonst keine Gnade kannte und auf niemanden Rücksicht nahm, würde ihr eigenes Blut vergießen, um ihre Leute zu beschützen. Bei Fawashi war sich Lijuan da nicht so sicher. Michaela an erster Stelle, wie es auch bei Uram der Fall gewesen war. Nur Cherry Semnon dachte wie Lijuan. Erzengel zu sein, bedeutete Gott zu sein. Lijuan machte sich durchaus etwas aus ihren Leuten. Sie sorgte auch für sie, indem sie sicherstellte, dass sie beschützt wurden und genug zu essen hatten. Aber sie liebte sie nicht. Wenn nötig, würde sie jeden Einzelnen in ihren Kriegen einsetzen. Man konnte sie ruhig aufbrauchen, denn es wuchsen ja immer neue nach, um die Welt zu bevölkern. Alexander hatte das anders gesehen. Er hatte in seinem Land Waisenhäuser gebaut, um Straßenkindern ein Zuhause und Schulbildung zu geben. Und er war auf diese Heime sehr stolz gewesen. Auch auf die Schulen, die er gegründet hatte und die auch heute noch existierten. Mal zu ihr gesagt, als sie auf dem obersten Balkon des Palastes standen, den sie gerade eben in Schutt und Asche gelegt hatte. In meinem Land wird jedes Kind die Chance bekommen, mehr zu sein als ein Stück Strandgut. Lijuan hatte gelacht. Was bist du doch für ein Narr, Alexander? Die liebevollen spöttischen Worte einer Freundin. Menschen werden geboren und sterben. Ihre Lebenszeit ist Was bringt es Geld und Gefühle an sie zu verschwenden? Sie erinnerte sich noch genau an die Sonne in Alexanders goldenem Haar. Als würde es in Flammen stehen. Er hatte gelächelt. Hast du nicht eben erst den wand behang in der Halle bewundert? Den hat ein Sterblicher entworfen und geschaffen. Es war sein Lebenswerk. Viel viel schöner als vergleichbare Arbeiten von Unsterblichen, die ich kenne. Sie hatte noch einmal lachen müssen, weil er ihr so geschickt eine Falle gestellt hatte. Ja, in diesem Fall mochte er Recht haben. Manchmal, sehr selten, besaßen die einen oder anderen Sterblichen durchaus einen gewissen Wert. Bei den meisten war das allerdings nicht der Fall. Sie waren wie Insekten, die man nach Belieben zerquetschen durfte. Damals hatte sie es nicht so formuliert. Damals war sie erst seit tausend Jahren Erzengel gewesen und sehr weich. Außerdem hatte sie immer noch und trotz aller Widersprüche Alexander bewundert und die nicht enttäuschen mögen. Inzwischen hatte sie erkannt, wie schwach er immer gewesen war. Getrieben von Gefühlen hatte er sich von seinem Herzen leiten lassen, statt von dem kalten Pragmatismus eines Gottes. Das würde ihm nun zum Verhängnis werden. Du weißt etwas, hatte sie zu dem Sohn gesagt, den Alexander ihr gezeigt hatte, als Rowan gerade mal einen Tag alt gewesen war. Li Juan hatte ihm gratuliert, in dem winzigen, sich windenden Bündel letztlich aber nur einen weiteren Riss in seiner Rüstung gesehen, eine lebende Verwundbarkeit. Li Juan hatte den Sterblichen schon vor langer Zeit getötet, der ihr Herz berührt hatte und zu ihrer Achillesferse hätte werden können, hätte sie sich nicht rechtzeitig darum gekümmert. Zhao Xiang war so dunkel gewesen wie Alexander Blond, und er hatte so oft und herzlich gelacht wie Rafaels Kommandeur mit den blauen Flügeln. Geliebter, hatte er sie genannt, mit tanzenden Augen. Diese Augen hatten sie auch angesehen, als sie ihm den Dolch ins Herz rammte. Ohne Vorwurf in den dunklen Tiefen, nach wie vor voll Liebe und Verzeihen. Was hatte er als letztes Wort gehaucht? Lijuan. Dieser Tag markierte ihren eigentlichen Aufstieg. Seitdem war sie unverwundbar. Anders als Alexander. Wenn du den Mund nicht aufmachst, herrschte sie Rowan jetzt an, werde ich auslöschen, was von diesem Palast und deinen Truppen noch geblieben ist, und ich werde die umliegenden Städte und Dörfer dem Erdboden gleich machen. Ich werde Zehntausende töten. Rowans Augen, tief schwarzes Ebenholz, nicht Alexanders Silber, wurde noch dunkler. Sie sind ein Monster. Er spuckte ihr die Worte vor die Füße, die hellbraune Haut heiß vor Zorn. Ich bin die Evolution. Sie packte ihn am Hals, erhob sich schwebend vom Sessel und riss ihn hoch mit sich. Vor dem Verhör hatte sie noch einmal getrunken. Es war zwar nicht besonders lohnend gewesen, aber immerhin, und diese neue Kraft brannte noch in ihr. Da Rowan gefesselt war, konnte er sich nicht zur Wehr setzen, aber sein Blick blieb stolz und trotzig. Meine Leute halten zu mir und meinem Vater, sagte er. Alle wissen, wenn sie an die Macht kommen, er trinkt die Welt in Blut und Tod. Die Welt wird gereinigt, alle Schwächen ausgemerzt. Sprich oder stirb! Sie würden deswegen einen Krieg mit Fawashi riskieren? Fawashi ist jung. Jetzt, da sie sich wieder nähren konnte, wenn auch nicht optimal, würde Lijuan die viel jüngere Erzengelfrau töten können, sollte Fawashi so dumm sein, sich ihr in den Weg zu stellen. Wo ist dein Vater, Rowan? Alexanders Sohn, das Baby, das ihr einst in ihren Armen gehalten hatte, sah sie an, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bin Rowan, der stolze Sohn des größten Erzengels, der je gelebt hat. Du bist eine Abscheulichkeit, die meinen Willen niemals brechen wird. Unverschämter Narr! Sie drückte ihm die Kehle zu, bis sein Kopf haltlos nach vorn rollte. Dann ließ sie ihn auf den Boden fallen. Er würde es überleben. Er war ein Engel und stark genug, solche Verletzungen zu überstehen. Meine Leute haben den Palast von oben bis unten abgesucht, doch keine Spur von Alexander gefunden. Xie war gekommen, um sie zu informieren. Wenn er sich wie Selian wir ihn vielleicht nicht rechtzeitig. Alexander hat sein Volk geliebt. Seinen einzigen Sohn hatte noch mehr geliebt. Lijuans Blick glitt zu Rowan, der bereits anfing zu genesen. Ihr Mund verzog sich. Dann sorgen wir dafür, dass Alexander zu uns kommt, flüsterte sie und wartete, bis Rowan die Augen aufschlug. Das dauerte kaum eine Minute. Dein Vater wird unter allen Umständen so schnell wie möglich aufwachen, um dich zu rächen. Rowan biss bei ihren Worten die Zähne zusammen, bis die Muskeln an seinem Kiefer zuckten, aber Alexanders Sohn schrie und bettelte nicht, als sich die schwarzen Messer in seinen Leib bohrten. Er ging mit der stoischen Ruhe und dem trotzigen Stolz des echten Kriegers in den Tod. Ein Teil von Lijuan kam nicht umhin, diese Haltung zu bewundern. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie Anweisung gegeben, Rowan mit allen einem Krieger zustehenden Ehren zu bestatten. Nur war dies nicht möglich, denn ihr schwarzer Tod hatte seinen Körper zu schwarzer Asche werden lassen. Mehr war von Alexanders Sohn nicht mehr vorhanden. Rowan war fort. Unter Lijuans Schritten schrie die Welt auf, krümmte sich, als wollte sie sie abschütteln. Anjomeda und Nasir waren schon aufgestanden und wollten gerade aus dem Haus gehen, um mit Taric das weitere Vorgehen zu besprechen, als die Erde unter ihnen wie von wilder Wut geschüttelt bockte. Das Beben schien gar nicht aufhören zu wollen. Nasir, Anjomeda deutete aufgeregt aus dem Fenster. Draußen schossen Sandfontänen aus dem Boden, drehten sich spiralförmig hoch zum Himmel, brannten eine Spur der Zerstörung in das Land. Gleichzeitig zuckten die Blitze so mächtig und grell, dass sich das Licht in die Netzhaut einbrannte. Das Beben stoppte mit einem Ruck, den man bis in die Wirbelsäule hinein spürte, aber die Wolken hoch am Himmel gaben noch lange keine Ruhe. Sie waren jetzt schwarz und silbern, brodelten düster am Himmel, verwandelten den Morgen in schwärzeste Mitternacht. In der Ferne brach das Land auf, und die Lava, die hervorquoll, war rot vor Zorn und breitete sich in rasender Eile über das Land aus. Anjomedas Herz schlug laut und heftig vor Angst. Trotzdem schaffte sie es, die Übersicht zu behalten. Das Dorf, schrie sie Nasie zu, denn der Lärm draußen war inzwischen ohrenbetäubend geworden. Im Dorf schlägt kein Blitz ein und es steigt auch keine Sandfontäne auf. Selbst das Erdbeben hatte nicht ein Haus umstürzen lassen. Nasie zog sie ins Haus zurück, wo er das Fenster schloss, um den Lärm auszusperren. Irgendetwas hat Alexander erzürnt, aber sogar in seiner Wut vergisst er nicht, dass ihn die geflügelte Bruderschaft all die Jahrhunderte hindurch treu bewacht hat. Es heißt doch, Alexander liebe seine Leute. Andromeda richtete sich mit zitternden Fingern den Zopf. Meinst du, er bringt sie um? Das werden wir erst herausfinden, wenn das alles hier vorbei ist. Nasie holte Tiefluft. Auf dieses Dorf hat er jedenfalls einen Lichtstrahl gerichtet, um es zu schützen. Li Juan wird wissen, dass sie zum Auge des Sturms kommen muss, wenn sie Alexander treffen will. Und sie wird auch wissen, dass das hier ganz in der Nähe ist. Andromeda band sich ihr Schwert um. Wir sollten nachsehen, ob wir den geflügelten Brüdern helfen können. Nasie nickte. Er öffnete die Tür und führte sie hinaus in den wütenden, sand aufwirbelnden Sturm. Die Bruderschaft war schnell entdeckt. Die Frauen und Andromeda auf dem Weg dorthin weder auf der Straße noch hinter den Fenstern der Häuser jemanden bemerkt hatten, waren die Zivilisten wohl schon in Sicherheit gebracht worden. Alles, was jetzt stattfindet, gehört zu den Vorzeichen, auf die wir achten sollten, weil sie Alexanders Erwachen ankündigen, erklärte Tarek. Allerdings hätten diese Vorzeichen lange nicht so dramatisch ausfallen sollen. Und es hieß, der gesamte Prozess werde sich über ein Jahr hinziehen. Andromeda überlegte, ob sie sich aus dem Vorrat der Bruderschaft eine zweite Waffe zulegen sollte und entschied sich für eine leichte Armbrust. Er sieht sich gezwungen, viel zu schnell wach zu werden. Das heißt aber auch, er wird in wachem Zustand erst einmal viel schwächer sein, als er jetzt sein dürfte. Tarek ballte die Hände zu nicht, denn Wind und Blitze verstummten ohne Ankündigung und machten einer unheimlichen Stille Platz. Kopfschüttelnd unternahm er einen zweiten Anlauf. Wenn wir Lijuans Truppen ablenken, gibt ihm das zumindest ein bisschen mehr Zeit. Dazu sagte Andromeda erst einmal nichts. Nasi und sie wussten beide, dass Alexander trotzdem katastrophal im Nachteil war. Wenn ein Erzengel zu schnell aus dem Schlaf erwachte und aufstand, hatte Andromeda in den Annalen gelesen, dann verfügte er oder sie nur über die Hälfte seiner oder ihrer eigentlichen Stärke. Und auch um die Ausdauer war es schlecht bestellt. Lijuan musste einfach nur länger durchhalten als Alexander. Wenn er stürzte, konnte sie ihn töten. Versteck deine Frauen und Männer in den Bäumen, und zwar sofort, riet Nasir Tarik. Wenn Xi angreift, dann sicher bald, denn es geht nur darum, Alexander zu erreichen, bevor er seine Kräfte sammeln kann. Auf Bodentruppen wird Xi nicht warten wollen. Es wird nur die Luftstreitkräfte geben. Wir haben Waffen gegen Luftangriffe. Tarik klang entschlossen. Sie liegen im Umfeld des Dorfes und der Höhlen vergraben. Ich wollte sie nicht aktivieren, solange der Boden bebt und Sand durch die Luft Fallt. Er wollte niemandem auf die Füße treten, denn immerhin befehligte Tarik hier schon einige Zeit eine tödliche Truppe. Trotzdem wusste Nasia einiges, was dem anderen neu sein mochte. Er arbeitete seit Jahrhunderten eng an der Seite seines Erzengels und ihm war klar, wie wichtig sein Wissen und seine Erfahrungen jetzt waren. Ich würde dir raten, die Waffen jetzt bereit zu machen. ich als jemand, der an der Schlacht von New York teilgenommen hat und weiß, wie man einen geflügelten Feind vom Boden aus bekämpft, wenn es nötig ist. Tarik nickte nur kurz, ehe er seinen Leuten befahl, die Aktivierung der Waffen einzuleiten. Es bereitete ihm keine Schwierigkeiten, einen Rat anzunehmen, wofür ihn Nasia nur umso mehr respektierte. Sag uns, was du sonst noch über den Kampf gegen Engel weist, bat ihn Tarik, nachdem die Vorbereitungen für die Luftabwehrwaffen erledigt waren. Nasia dachte nach. Was stand den geflügelten Brüdern aktuell zur Verfügung und wie ließ es sich am wirkungsvollsten einsetzen? Sie kannten das Terrain, sie waren erstklassig ausgebildet und sie hatten das Momente Überraschung auf ihrer Seite. Er riet ihnen, ihre Beweglichkeit zu nutzen und zwischen den Bäumen dünne, fast unsichtbare Drähte zu spannen, die als Fallstricke dienen konnten. Wenn ein Engel zu landen versuchte, würde er sich unweigerlich darin verfangen, wie ein Insekt in einem Spinnennetz. Wir hätten größere Aussicht auf Erfolg, wenn wir dafür sorgen könnten, dass sie in der Luft bleiben, fuhr fort, nachdem sich Taric auch mit den Fang Drähten einverstanden erklärt hatte. Besonders, weil ihr ja Luftabwehrwaffen habt. Am Boden würdet ihr Mann gegen Mann kämpfen, wobei zu Lijuans Truppen sehr viele alte Engel zählen, deren Fähigkeiten ich nicht kenne, die ich aber als sehr gefährlich einschätze. Auf jeden Fall sind sie alt genug, um sich am Boden nicht von ihren Flügeln behindern zu lassen. Wenn doch welche landen, erklärte Taric seinen Leuten, dann zielt ohne Vorwarnung gleich auf die Herzen und Köpfe. Wir müssen so viele wie möglich unschädlich machen. Euch steht auch eine geflügelte Kämpferin zur Verfügung, warf Andromeda an dieser Stelle ein. Nasir musterte sie mit abschätzendem Blick, nicht mehr wilde Chimere, sondern der erfahrene, wortgewandte Kommandeur eines Erzengels. Er wirkte ein bisschen einschüchternd. Und deine Verletzungen? wollte er wissen, wobei er ohne eine Miene zu verziehen sanft ihre Handschwingen berührte. Wieder einmal lief Andromeda vor Liebe fast das Herz über. Er war immer noch Nasir und was sie gerade sah, war keine falsche Haut, sondern nur ein weiterer Aspekt seiner Persönlichkeit. Meine Flügel sind so weit geheilt, dass sie mir keine Probleme bereiten werden, jedenfalls nicht bei kurzen Strecken. Ich bin auch in der Luft gut mit dem Schwert, werde allerdings nicht allzu viel Schaden anrichten können. Du nimmst dir die Versprengten vor, die wir dann in die Enge treiben können. Die Feder, die er sich ins Haar geknüpft hatte und die mehr als viele Worte seine Verbundenheit mit ihr offenbarte, fiel ihm ins Gesicht, als er sich vorbeugte, um ihr die Hand an die Wange zu legen. Oder du treibst sie hinunter in die Fallstricke zwischen den Bäumen. Ein leises Knurren. Und zwischendurch bleibst du am Boden. Sie hatten es eilig, es blieb ihnen nicht mehr viel Zeit. Trotzdem hätte sich in Jomada gern auf die Zehenspitzen gestellt, um ihn auf den Mund zu küssen. Wie lange haben wir deiner Meinung nach noch? Wie auf ein Stichwort hin taumelte ein von oben bis unten staubbedeckter Läufer in den Saal, dessen Gesicht vom scharfen Treibsand wie verbrannt wirkte. Ich war an der Zwischenstation, keuchte er vornüber gebeugt, sich mit beiden Händen auf die Knie stützend. Die eintreffende Nachricht war nicht ganz einfach zu verstehen, weil so viele Signalspiegel zerbrochen sind, aber zwei Dinge sind klar. Lijuan hat Rowan ermordet und sie ist auf dem Weg hierher. Enjomadar erstarrte. Kinder waren allen Engeln heilig und auch wenn Rowan kein Kind mehr gewesen war, war er doch der einzige und sehr geliebte Sohn eines Erzengels gewesen. Um sie herum senkten die geflügelten Brüder mit fest zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten die Köpfe. Als sie sie wiederhoben, lag im Blick jedes einzelnen grenzenloser Zorn und die Sehnsucht nach Rache. Taric stellte dem Boten mit kalter Stimme Fragen, die bestürzende Details zutage förderten. Xie und seine Truppen befanden sich nur vier Stunden vom Dorf entfernt. Niemand hat Lijuan gesehen, fügte der Läufer hinzu, aber ein Teil der empfangenen Nachrichten spricht von Blutopfern. Enjomedas Hand fuhr unwillkürlich an den Griff ihres Schwertes. Nasi knote. Sie nährt sich von der Lebenskraft anderer, so stärkt sie sich. Nasi war anzuhören, dass er es genau wusste. Hat irgendjemand eine Spur von Raphael gesehen? Der Läufer schüttelte den Kopf. Nein, allerdings sind in verschiedenen Richtungen einige Spiegel der Signalkette zerbrochen. Nachrichten kommen aber trotzdem durch. Bisher ist er nirgendwo auf dem Territorium gesichtet worden. Los, Taric wandte sich an seine Leute. Richtet die Fallen ein, ich werde nachsehen, ob mit der Luftabwehr alles in Ordnung ist. Dann sucht eure Stellungen auf und bleibt dort. Er hielt inne, um jeder einzelnen Frau, jedem einzelnen Mann fest in die Augen zu sehen. Heute tun wir das, was wir vor vierhundert Jahren zu tun gelobt haben. Wir kämpfen für unseren Erzengel. Wenn wir fallen, dann auf ehrenvolle Art. Und wir werden an Alexanders Seite wiedererwachen, wenn seine Zeit gekommen ist und er diese Welt verlässt. Aber das wird nicht heute sein. Mit einem Schlachtruf, der Nazies Augen glühen ließ, brach die geflügelte Bruderschaft auf, um Posten zu beziehen. Nazie und Injomeda schlossen sich ihnen an. Sie halfen, die Fallen einzurichten, deren genaue Position vor allem Injomeda bekannt sein musste, damit sie später gegebenenfalls feindliche Kämpfer dort hineintreiben konnte. Die Zeit verging rasend schnell. Injomeda kam es vor, als würden ihr die Minuten nur so durch die Finger rinnen. Irgendwann warf sie wieder einmal einen Blick gen Westen, als dort, fern am Horizont, eine große Gruppe geflügelter Krieger auftauchte. Sie warnte die anderen mit einem lauten Ruf, ehe sie sich auf den Boden warf, die geliehene Armbrust auf den Himmel gerichtet. Dabei hätte sie lieber ihr Schwert gezückt, mit dem sie viel besser kämpfte als mit Pfeil und Bogen, doch angesichts einer derartigen Kurz darauf warf sich Nasir dicht neben ihr ebenfalls auf den Boden. In seinen Augen stand die wilde Vorfreude auf den Kampf, aber auch noch etwas anderes, das ihn zu beunruhigen schien. Du glaubst, dass wir ohne Raphael nicht gewinnen können, flüsterte Injormedar. Nasir schüttelte nachdenklich den Kopf, die silbernen Haare schwangen sanft im Wind. Alexander hat diese Männer und Frauen nicht hier gelassen, um Schlachten zu schlagen. Sie sollten für ihn da sein, wenn er aufwachte. Er vertraute ihnen und wusste, wenn sie um ihn wären, würde er in aller Ruhe seine Kräfte sammeln können. Während er sprach, sah sich Nasir noch einmal Injormedars Flügel an, um sie auf noch vorhandene Verletzungen zu untersuchen. Die Bruderschaft sollte die Höhlen vor den Blicken neugieriger schützen. Es war nie geplant, dass sie das Gebiet gegen einen feindlichen Erzengel und dessen Truppen verteidigen. Sie sind über allemaßen tapfer, diese Frauen und Männer, aber man wird sie allesamt abschlachten. Enjormedar mochte nicht an eine Zukunft denken, in der Taric blutend am Boden lag, sein Verstand und sein tapferes Herz für alle Zeiten für die Welt raucht noch lange? Ich höre ihn nicht. Nasi berührte seine Schläfer, dann war ihm also die Ehre zuteil geworden, sich mit seinem Sire von einem Bewusstsein zum anderen verständigen zu können. Dabei kann ich den Sire auch aus großer Entfernung hören und einschätzen, wie weit es von ihm zu mir ist. Wenn ich ihn jetzt noch nicht höre, wird er es nicht rechtzeitig schaffen. Das Jujuan ihn entdeckt und ihm ihre mächtigsten Kommandeure entgegengeschickt, um ihn aufzuhalten. In Injomedas Magen hatte sich ein Knoten gebildet. Sie legte ihre Hand an Nasies Wange. Was immer heute auch geschieht, eins sollst du wissen. Ich wäre ungeheuer stolz darauf gewesen, deine Gefährtin zu sein. Nichts hätte mir größere Freude bereitet. Er zog sie fest an sich und seine Krallen gruben sich in sie, ohne ihr wehzutun. Dann lass uns kämpfen, Gefährtin. Da war es wieder, das wilde, fröhliche Glitzern. Danach finde ich dein blödes Grimoire und wir paaren uns und du darfst meinen nackten Körper streicheln, solange du magst. Er hat es wieder einmal geschafft, selbst in dieser prekären Situation. Enjomeda wurde rot und musste gleichzeitig lachen. Zufrieden drückte er sie noch einmal an sich, ehe er zwischen den Bäumen verschwand, während sie blieb, wo sie war. Es war sehr still geworden, keine Blitze, kein Donner, keine Sandfontänen mehr. Aber es war keine friedliche Stille, eine unglaubliche Spannung lag in der Luft, als käme eine riesige Welle auf sie zugerollt, die sich gleich vor ihnen brechen würde. Genauso geschah war es auch. Lijuans Truppen überschwemmten die ganze Gegend, angeführt vom Erzengel selbst in ihrer körperlichen Gestalt. Lijuan richtete sofort ihren schwarzen, von weitem so täuschend schön anzusehenden Regen gegen das Dorf, ihren todbringenden Regen aus unzähligen Kleinbruchstücken Onyx, jedes einzelne Messer scharf, das glänzende Schwarz mit blauen und dunkelgrünen Lichtern durchsetzt. Die Verteidiger regten sich nicht. Im Dorf hielt sich kein einziges Lebewesen mehr auf, selbst die Tiere waren schnell fortgeschafft worden. Sollte der Erzengel von China hier ruhig seine Energie verschwenden? Leider wandten sich ihre Feinde nur allzu schnell den Höhlen zu, als hätte Lijuan erkannt, wo das Ziel lag. Jetzt mussten die Verteidiger handeln, wenn sie die feindlichen Engel von dem Ort fernhalten wollten, an dem Alexander seinen Schlaf hielt. Natürlich wäre es gut gewesen, oben auf den Bergen den einen oder anderen zusätzlichen Scharfschützen postiert zu haben, aber Nazir und Injometer hatten feststellen müssen, dass es dort so gut wie keine Deckung gab. Die erste Salve Pfeile holte mindestens zehn von Lijuans Leuten vom Himmel. Die Engel, die stürzten, stiegen jedenfalls nicht wieder auf, denn die in den Bäumen und am Boden versteckten geflügelten Brüder verstanden sich gut auf den Umgang mit Messern und hatten keine Skrupel tödliche Kraft einzusetzen. Leider lernten Lijuans Leute schnell und flogen die nächste Angriffswelle höher, außerhalb der Reichweite von Armbrüsten. Taric brachte die Luftabwehr zum Einsatz. Diese schaffte es, die gewöhnlichen Engel in alle Richtungen zu treiben und wieder mindestens zehn von Schwarzengel. Sie konterte mit einem Guss aus schwarzem Regen, den sie gegen die Baumreihen richtete. Enjomeda hörte ganz in ihrer Nähe zwei schwere Körper zu Boden gehen. Kämpfer der geflügelten Bruderschaft, die direkt von den kleinen schwarzen Klingen getroffen worden waren. Sie eilte zu ihnen, während ringsum sie einzelne Bäume schwarz wurden und zerfielen, als wäre der Tod, den Lijuan brachte, stark genug die Erde verwittern zu lassen. So ging das nicht. All ihre Pläne waren hinfällig, wenn Lijuan die Bäume zerstörte. Ohne lange nachzudenken, schwang sich Enjomeda so hoch in die Luft, dass sie die Göttin des Todes ins Visier nehmen konnte. Diese hatte in all ihrer Arroganz offenbar nicht mit einem direkten Angriff gerechnet, und als sich der Pfeil aus Enjomedas Armbrust in einen ihrer Flügel bohrte, verlor sie kurz das Gleichgewicht und geriet ins Trudeln. Aber sie erholte sich mit tödlicher Geschwindigkeit und hob gerade laut schreiend die Hand, um erneut einen schwarzen Scherbenhagel freizusetzen, als der Himmel zu explodieren schien und gleißende silberne Blitze mit Brachialgewalt in ihre Truppen fuhren. Flügel barsten, Knochen knackten, Engel krachten mit atemberaubender Geschwindigkeit zwischen den Bäumen hindurch auf die Erde. Enjomedar nutzte die Gelegenheit, um nach den beiden geflügelten Brüdern zu sehen, deren Sturz sie mit angesehen hatte. Beide waren verschwunden, nur ein Häuflein Asche markierte die Stelle, an der sie gelegen hatten. Oben am Himmel hatte sich Lijuan von den Bäumen abgewandt, schützte sich mit einem schwarzen Schild, der die Blitze abwehrte und flog in direkter Linie auf die Höhlen zu. Sie hatte vor, die Höhlen zu zerstören, was durchaus möglich war. Selbst wenn sie nur von oben her angriff, konnte ihr starkes schwarzes Gift in das Höhlensystem tropfen und Alexander töten. Und mit ihm die Zivilisten, die sich wahrscheinlich auch in den Höhlen versteckten. Alexander, erhebe dich! Laut schreiend lief Andromeda in das offene Gelände, von wo aus die Höhlen zu sehen waren. Sie hatte keine Ahnung, ob jemand sie hören konnte, ob jemand zuhörte, aber sie konnte doch nicht einfach schweigend zusehen, wie Lijuan einen Uralten umbrachte. Lijuan kommt mit Gift in dein Heim! Die Blitze hörten auf. Einen Herzschlag später barst das Gestein über den Höhlen laut und zornig, als würde die Erde brüllen und ein Engel erhob sich aus dem Felsgestein. Seine Flügel schienen aus reinem Silber geschmiedet, das Haar aus Gold gesponnen, seine Haut war fast so golden wie das Haar. Er war makellos in seiner Schönheit, wie eine aus Marmor geschaffene Statue. Nur war es nicht Marmor, diese Statue bestand aus grenzenlosem Zorn und hielt Silberfeuer in den Händen. Das raste jetzt wie ein losgelassener Blitz in hohem Bogen auf Lijuan zu. Diese lachte, als Alexanders Angriff an ihrem Schild abprallte und konterte mit tödlichem schwarzem Regen. Den konnte Alexander zwar beiseite wischen und damit direkte Er wirkte dabei allerdings recht unbeholfen, fand Injomeda und wenn ihr das schon auffiel, war es Lijuan erst recht nicht entgangen. Mit kräftigem Flügelschlag stieg der Erzengel des Todes zum alles entscheidenden Schlag noch weiter auf. Injomeda ahnte, was sie vorhatte. Sie wollte ihren schwarzen Regen von oben herab auf Alexander fallen lassen. So musste sie ihn treffen, denn es gab nichts, wohin er sich so schnell hätte zurückziehen können. Nasir brach einem Engel das Genick, der in die Fallstricke zwischen den Bäumen geraten war, nachdem ein Blitz sein Flügel getroffen hatte, bevor er nach dem geflügelten Bruder suchte, den er unter Lijuans schwarzem Regen hatte fallen sehen. Der war fort, einfach verschwunden. Nur ein Haufen Asche erinnerte noch an seine war sie nicht. Mit wild klopfendem Herzen legte er den Kopf in den Nacken. Richtig, sie flog hoch oben am Himmel, seine tapfere, mutige, starke Gefährtin. Sie stieg soeben zu Lijuan auf, und wie durch ein Wunder hatte die halbe Schwadron, die die Silberblitze überlebt hatte, sie bisher nicht entdeckt. Sorgt dafür, dass die Engel Arbeit bekommen, rief er den Kämpfern der geflügelten Bruderschaft zu, die sofort aus sämtlichen Armbrüsten das Feuer eröffneten. Auch der Scharfschütze oben auf dem Bergmassiv, in dem sich die Höhlen befanden, versuchte sich auf Lijuan einzuschießen, aber sie blieb wohl weißlich außerhalb der Reichweite seiner Pfeile. Die Luftabwehr war jetzt nicht mehr zu gebrauchen, erzeugte sie durch Druckwellen, die auch Alexander gefährlich werden konnten, und Andromeda. Die Druckwellen würden sie vom Himmel holen. Nasir bläckte die Zähne. Na warte! Ihn so um sie bangen zu lassen, das würde er seiner Gefährtin schon noch heimzahlen. Aber erst einmal schnappte er sich einen tragbaren Raketenwerfer aus einem der überall auf dem Gelände versteckten Nachschublager. Diese Waffe war weniger gefährlich, die von ihr erzeugte Druckwelle begrenzt. Während Andromeda mit Pfeilen auf Lijuan schoss, damit Alexander ein bisschen Zeit gewinnen und Kräfte sammeln konnte, feuerte Nazi eine Rakete ab. Lijuan gelang es zwar nicht getroffen zu werden, sie verlor bei dem Manöver jedoch kurz das Gleichgewicht. Gleichzeitig ließ sich Andromeda wie ein Stein fallen und schoss pfeilschnell auf die unter ihr liegenden Bäume zu. Da hatte sich Lijuan schon wieder gefangen, wirbelte herum und wollte ihr nach. Nicht schnell genug. Alexander schleuderte den nächsten Silberblitz nach ihr und diesmal war ihr Schild unten gewesen. Mit einem hohen schrillen Schrei drehte sie sich um und feuerte ihren trügerisch schönen schwarzen Regen ab, dem der Uralte diesmal nicht auszuweichen vermochte. Dort, wo er getroffen wurde, färbten sich als würden die mächtigen großen Schwingen ihn nicht mehr tragen können. Lijuans schneeweißes Haar war pechschwarz geworden und knisterte vor Kraft, als sie laut lachend den Kopf in den Nacken warf. Nasir sah vom Boden aus zu, entsetzt, doch nach wie vor konzentriert, und als Lijuan ihre einzige, bereits regenerierte Hand hob, um ihrem Gegner den Todesstoß zu versetzen, lud er nach und wollte seine zweite Rakete abfeuern, als sich endlich in seinem Bewusstsein die frische Meeresbrise, der feine Regen meldete, auf den er gewartet hatte. Konzentriere dich auf die Schwadron Nasir, ich kümmere mich um Lijuan. Raphael verzichtete auf jegliche Raffinesse. Er ließ sich in einem Sturzflug aus der schweren Wolkendecke fallen und bombardierte Lijuan hart und zielsicher mit dem Wildfeuer, das tief aus seinem Innern stammte, gleichzeitig aber auch den Kuss des sterblichen Herzens seiner Jägerin in sich trug und das Gegenstück zu Lijuans tödlichem Regen war. Sie hatte ihn nicht gesehen, hatte noch nicht einmal mehr mit ihm gerechnet. Ihr Körper war ungeschützt. Raphaels Hände krallten sich in ihre Schultern, ihren Rücken, packten sie direkt über dem Herzen. Das Wildfeuer kroch überall auf ihr herum, zündelte zwischen den Federn ihrer Flügel, fraß sich auf der Suche nach nackter Haut und ihrer Kleidung, wollte bis in die inneren Organe vordringen. Sie schrie, aber Raphael merkte, dass sie das Feuer noch abzuwehren wusste. Da schlug er noch einmal zu. Diesmal drehte sie sich um, wollte fliehen. Er hatte die Wahl, ihr nachzusetzen und zu versuchen, sie endgültig zu vernichten oder Alexander zu helfen. Eine der schwierigsten Entscheidungen, vor denen er in seinem Leben je gestanden hatte, und er musste sie blitzschnell treffen. Wenn er Lijuan tötete, rettete er damit unter Umständen Millionen, wenn nicht sogar Milliarden das Leben. Aber wenn er zuließ, dass Alexander starb, verlor er einen mächtigen Verbündeten, der ihn vielleicht im Kampf gegen Lijuan unterstützen könnte, wenn sie Seinen und Alainas letzten Versuch, ihr ein Ende zu bereiten, hatte Lijuan überstanden, und ehe sie jetzt geflüchtet war, hatte er den schwarzen Regen an dem Wildfeuern Nagen sehen, hatte gesehen, wie er Schilde gegen die verheerende Wirkung des weiß-golden Brandes errichtete. Wozu Lijuan auch geworden sein mochte, sie war nicht mehr so wie die anderen Kadermitglieder. Wenn Raphael auf sein Gefühl hörte, dann musste er sich eingestehen, dass ein Erzengel allein die selbst ernannte Götte nicht mehr zu töten vermochte. Also ließ er sich zu Alexander hinunter, während Nazir und die anderen Verteidiger, Lijuans Kämpfer, die ihrem Erzengel folgten, weiterhin von unten her unter Beschuss nahmen. Alexander lag nicht weit von dem hier oben postierten Scharfschützen entfernt auf dem harten Felsen. Die Kleidung, die er trug, unterschied sich kaum von der seiner Krieger. Raphael befahl dem Scharfschützen, seinen Posten zu verlassen und seine Brüder unten zu unterstützen, was der Mann auch tat. Alexander war auf seinem linken Flügel gelandet, der jetzt unter ihm eingeklemmt war. Sein linkes Bein wirkte auf den ersten Blick vollständig zertrümmert. Einem Sterblichen hätte man es abnehmen müssen. Blut ran ihm aus dem Mund, aber seine Augen standen offen. Sie starrten blicklos, schwarz wie Obsidian. Raphael erinnerte sich noch gut an die Blindheit, unter der er nach einer von Legions Attacken gelitten hatte. Er griff nach der Hand des Uralten. Alexander, ich bin es, Raphael. Als nächstes streckte er die Fühler nach Alexanders Bewusstsein aus, dass er wieder erreichen konnte. Die Störungen, die ihn gehindert hatten, sich mit Nasi in Verbindung zu setzen, waren behoben. Sie hatten höchst wahrscheinlich mit Alexanders Erwachen zu tun und aufgehört, als der Uralte stürzte. Ich leite etwas in deinen Körper, das gegen Legions Gift wirkt. Wehre dich nicht dagegen. In der Hoffnung, dass der halsstarrige alte Krieger seine Bitte befolgte, schickte er einen winzigen Ball Alexanders Flügel. Alexander wurde ganz steif, als das Wildfeuer in ihn eindrang. Sehnen und Muskeln dehnten sich, und er hätte Raphael fast die Hand zerquetscht, aber er gab nicht einen Laut von sich. Er war ein General. Qualen wurden von ihm schweigend und stoisch ertragen. Der Lohn folgte sozusagen auf dem Fuß. Raphael konnte zusehen, wie sich die Schwärze aus dem behandelten Teil des Flügels zurückzog. Alexander starrte Raphael an, ohne ihn zu sehen. Deine Medizin ist so schlimm wie die Krankheit. Seit 400 Jahren hatte Raphael diese tiefe Stimme mit dem Hauch uralter Arroganz nicht mehr gehört. Damals hatte Alexander ihm Krieg angedroht, trotzdem freute er sich jetzt über das Wiedersehen mit diesem Mann, den er immer respektiert hatte, auch wenn sie oft verschiedener Meinung gewesen waren. Ich muss vorsichtig sein und darf nicht zu viel Wildfeuer auf einmal einsetzen. Es könnte dich sonst töten. Nahm er zu viel, wurde aus dem Gegengift eine Waffe. So dauerte der ganze Vorgang einige Zeit. Alexander ertrug die unsäglichen Schmerzen ganz wie der Krieger, der er war. Als seine Augen endlich wieder ihm gehörten, sah er Raphael an. Na, junger Ruffy, dann war es doch wohl gut, dass ich dich damals nicht getötet habe. Raphael musste grinsen. Niemand nannte ihn Ruffy, nur Alexander, der sich immer geweigert hatte, in ihm den Erzengel zu sehen. Ich hoffe, du vergisst das nicht, Xander. Diese vertraute Anrede gestattete Alexander nur wenigen engen Freunden. Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Sie hat meinen Sohn aus der Welt geholt, sagte er dann heiser vor Zorn. Ich werde nicht ruhen, bis ich sie aufgespürt und ihr das vergiftete Herz aus dem Leib gerissen habe. Das war ein Alexander, an den sich die wenigsten erinnerten, dachte Raphael. Der Uralte galt als weise und stark, als kluger Staatsmann und großer Friedensstifter, aber er hatte sein Leben als Krieger begonnen und in seiner Brust schlug nach wie vor das blutdürstige Herz eines Kämpfers. Und ich werde an deiner Seite sein. Raphael tastete Alexanders Körper ab. Vielleicht ließ sich die Heilung des Uralten beschleunigen. Eine schwere Verwundung so früh in der Aufwachphase würde ihn sonst sehr lange behindern. Was ist nur aus Legion geworden? Trotz aller Wut und Trauer wollte Alexander verstehen, was geschehen war. Sie war seit ihrem Aufstieg oft arrogant, zeigte doch aber auch Anzeichen echter Größe. Bis vor etwa einhundert Jahren war das noch so. Raphael hatte Legion oft nicht verstanden und ihr Verhalten manchmal als verstörend, ja sogar unheimlich empfunden, aber die sehr alten Engel waren ja häufig nicht mehr ganz von dieser Welt. Er hatte sie im Lauf der Jahrhunderte in unzähligen Fragen um Rat gebeten und ihn immer großzügig bekommen. Nachdem er sich eine Ewigkeit lang hatte fragen müssen, ob der Wahnsinn seiner Eltern eines Tages auch von ihm Besitz ergreifen würde, fragte er sich jetzt angesichts Lijuans Evolution, ob nicht zu hohes Alter an sich Seelen veränderte. War es möglich, dass Lijuan gar nicht mehr frei in ihren Entscheidungen war? Dass das Böse von ihr Besitz ergriffen hatte, weil die Ewigkeit das nun einmal so vorsah? Wir beide sind nicht deine Eltern und du bist verdammt noch mal kein bisschen wie Madame Bösartigkeit. Sie hat ihren sterblichen Liebhaber ermordet. Du hast deine Geliebte zu deiner Gemahlin gemacht. Sie hatte die Wahl, genau wie du. Elenas Stimme Klang so scharf und verärgert, als stünde sie direkt neben ihm. Raphael wusste genau, was seine Gemahlin zu diesem Thema dachte. Sofort schmolz die Kälte, die ihn ergriffen hatte, unter ihrem Feuer dahin. Ich weiß nicht, was der Veränderung vorangegangen ist, sagte er zu Alexander, aber Lijuan ist zu einer Geißel für die Welt geworden. Sie hält sich für eine Göttin und richtete den Blick auf das zerstörte Dorf in der Ferne. Meine Leute, komm, ich will sie hier nicht haben. Raphael verstand ihn gut, deswegen hatte er vorhin auch den Scharfschützen weggeschickt. Er setzte sich mit Nasir in Verbindung. Nasir, bitte die Leute, mit denen du zusammen bist, unten einen Platz vorzubereiten, auf dem sie Alexander angemessen empfangen können. Er kommt zu ihnen, sobald er soweit ist. Kein Erzengel mochte seine Leute begrüßen, wenn er so stark verwundet war, dass man ihm sein Befinden deutlich ansah. Ich sorge schon dafür, dass sie mir gehorchen, antwortete Nasir mit der brutalen Direktheit, die ein Teil seines Wesens war. Die Sache ist erledigt, meldete Raphael. Alexander nickte nachdenklich. Du bist nicht mehr der Grünschnabel, den ich zurückließ. Raphael war schon über tausend Jahre alt gewesen, als Alexander den Schlaf wählte. Kein Grünschnabel also, obwohl ein Uralter der unzählige Zeitalter erlebt hatte, das vielleicht anders sah. Ich gehöre zum Kader, Alexander, und ich habe mich in einer Schlacht gegen Lijuan durchsetzen können. Das solltest du im Kopf behalten. Er bewunderte Alexander, wusste jedoch genau, wie dieser andere beurteilte. Wie ein Krieger eben. Schwäche wurde verachtet, Stärke bewundert. Dieses wilde Wesen, das kam, um mich zu warnen. Das war doch das kleine Ding, das du vor Osiris gerettet und an deinem Hof großgezogen hast. Alexanders Knochen wuchsen langsam wieder zusammen. Dazu trug seine eigene Heilkraft als Erzengel ebenso bei wie Raphaels Kräfte. Aus Nazie ist ein Krieger geworden. Er ist einmalig, anders als alle anderen. Wild und treu ergeben, voller Liebe zum Leben. Er scheint wenig Respekt zu haben. Raphael zog eine Braue hoch. Er ist einer der meinen. Als Alexander lachte, klang das ein wenig eingerostet. Ja, du hattest auch nie viel Respekt vor Älteren. Das Lachen verstummte. Alexander starrte in die Ferne auf den Horizont. Mein Sohn ist nicht mehr auf dieser Welt, Raphael. Das Baby, das ich in meinen Armen hielt, der Junge, dem ich beibrachte, ein Schwert zu führen, der Mann, mit dem ich ihn schlachten zog, ist für immer gegangen. Es war deutlich zu hören, wie sehr er Schmerz würde nie mehr vergehen. Raphael schwieg. Er ließ Alexander Zeit, um um den Sohn zu trauern, den er nicht wiedersehen würde. Rohan hatte in seinem Leben Fehler gemacht, besonders den, zu versuchen, Alexanders riesiges Territorium allein zu halten, nachdem sein Vater sich für den Schlaf entschieden hatte. Aber am Ende hatte er bewiesen, was in ihm steckte. Dein Sohn war ein Mann, dem von allen Seiten Achtung entgegen gebracht wurde, sagte Raphael wesentlich später. Da war Alexanders Bein fast geheilt und die Wolken am Himmel lösten sich langsam auf. Er hielt diesen Teil des Territoriums für den Erzengel, der nach dir kam. Und er hat selbst einen Sohn gezeugt. Alexander sah auf. Ich habe einen Enkel. Ja, er war nicht in der Festung, weil Rowan ihn zu Titus geschickt hatte, damit er dort von dessen Kriegern lernt. Er ist ein Grünschnabel von 200 Jahren und heißt Xander, nach seinem Großvater. Alexanders Augen leuchteten. Dann hatte sich Rowan eine Gefährtin genommen. Ja, er und Xanders Mutter waren ein Paar. Aber sie lebt sicher nicht mehr. Sie wohnte mit Rowan im Palast und hat höchst wahrscheinlich bis zum bitteren Ende an seiner Seite gekämpft. Wie Elena an Raffaels Seite kämpfen würde. Sie liebte ihn und die beiden liebten ihren Sohn. Der Junge wird bei mir ein Zuhause haben. In Alexanders Stimme mischten sich Freude, Kummer und Zorn. Und eines Tages wird er sich rächen können. Injomeda und Nazie halfen den Frauen und Männern der geflügelten Bruderschaft beim Aufräumen. Ein Teil ihres Dorfes existierte nicht mehr. Es war schlicht und einfach zu Staub zerfallen. Von den Häusern, die noch standen, erwies sich keines als unversehrt. Wir werden den Sire unter offenem Himmel begrüßen müssen. Man sah Tarek nicht an, wie er sich fühlte, was nicht für alle seine Krieger galt. Vielen merkte man deutlich den Kummer darüber an, wie sehr es sie schmerzt, ihrem Erzengel nicht die nötige Ehrerbietung erweisen zu können. Den Leuten konnte geholfen werden und Injomeda wusste auch wie. In den Geschichten wird immer wieder erzählt, dass euer Sire viel lieber mit seinen Soldaten am Feuer sitzt und trinkt, was sie entspannte sich sichtlich. Er ist einer von uns, Taric nickte. Nachdem das nun klar war, säuberten alle zusammen die Gemeinschaftswiese am See, während einer der Läufer aufbrach, um die Zivilisten zu holen. Er eilte zu Injomedas Verwunderung nicht zu den Höhlen, sondern steuerte die Baumreihen an. Geheimnisse, immer wieder neue Geheimnisse. Injomeda wandte sich ab. Sie bei den Bäumen vor sich ging, sie mochte nicht noch ein Geheimnis erfahren, wenn doch Gefahr bestand, dass sie es an Cherry Semnons Hof verriet. Cherry Semnons Hof. Allein der Gedanke durchfuhr sie wie ein scharfes Messer. Sie versuchte nicht darauf zu achten, während sie Holz und Scherben und Dachziegel zusammensuchte und aufschichtete. Was sie an persönlichen Gegenständen entdeckte, wurde in teilweise intakte Wände standen. Was im Moment als Lagerraum völlig ausreichte. Eine halbe Stunde später strömten die evakuierten Zivilisten zurück ins Dorf, alle ganz aufgeregt vor Vorfreude. Zwar erschraken sie, als sie sehen mussten, in welchem Zustand sich ihre Häuser befanden, aber schon bald zählte die Aussicht nicht nur den eigenen Erzengel, sondern auch noch einen zweiten Gast zu haben, mehr ganzen Leben nicht einmal einen Erzengel zu Gesicht und zwei schon gar nicht. Das war äußerst nervenaufreibend. Trotzdem unterhielten die Köche schon bald ein munteres Feuer, auf dem ein Eintopf aus hastig in den eingestürzten Häusern zusammengesuchten Zutaten brodelte. Als schließlich ein Kühlschrank unter den Trümmern hervorgezogen wurde, der mit frischen Früchten gefüllt war, klatschten alle begeistert und als jemand auf die Idee kam, die Dosenvorräte zu überprüfen und der Inhalt der leicht eingedellten Dosen sich als genießbares Trockenobst entpuppte, war die Freude genauso groß. Schon bald waren getrocknete Feigen und andere Trockenfrüchte auf einer kaum angeschlagenen großen Platte arrangiert, die von einem eifrigen Teenager vorsichtig zu dem großen Holztisch getragen wurde, den drei der geflügelten Brüder aus geretteten Baumaterialien zusammengefügt hatten. Als Nasir dann noch unter dem umgestürzten Tragbalken eines Daches eine ganze Flasche Met fand, die wie durch ein Wunder überlebt hatte, fand der Jubel kein Ende. Er nahm den Beifall mit breitem Grinsen entgegen, reichte Injomeda die Flasche und machte sich auf die Suche nach weiteren Köstlichkeiten. Seine Sinne hatten ihn zum absoluten Liebling der Köche avancieren lassen, die mitteilten, was sie brauchten und dann staunten, wenn er das meiste davon wirklich in den Trümmern aufspürte. Als die Sonne dunkelrosa und orangefarbene Streifen an den Himmel malte, lag das Dorf so sauber und ordentlich da, wie es unter diesen Umständen möglich war. Die Dörfler hatten nicht nur alles für den Empfang gerichtet. Jeder wusste, dass Alexander schwer verwundet war, und so waren alle aufs Äußerste gespannt. Während der Sonnenuntergang immer spektakulärere Farbspiele veranstaltete, bis es dunkler wurde und die Wolken wie Rubine schimmerten, wurde es im Dorf immer stiller. Papa, Engel! Enjomeda sah auf. Dort, wohin der Finger eines kleinen Jungen deutete, zeigten sich vor der Farbenpracht des Himmels Flügel aus glitzerndem Silber neben solchen aus weißem Gold, die in Flammen zu stehen schienen. Welche Macht und welch überwältigende Schönheit! Enjomeda blieb bei ihrem Anblick fast das Herz stehen. Sie sind nicht wie wir, flüsterte sie Nasie zu, denn dieses Wissen hatte sie mit einem Mal tief durchdrungen. Sie sind überhaupt nicht wie wir. Ebenso wenig, wie sie als Engel so war wie ein Sterblicher. Nasie schlang von hinten die Arme um sie und schnupperte an ihrer Schläfe. Sie lieben genauso wild, Andy, und sie kämpfen genauso wild. Seine Worte verdeutlichten wieder einmal, wie unterschiedlich sie beide aufgewachsen waren. Nasie sah in Raphael nicht den Erzengel, den man aus der Ferne bewunderte und der ein tödliches Mitglied des Kaders war. Für Nasie war Raphael zunächst einmal sein Zayer und ein Krieger. Alles andere kam danach. Sie hätte so gern gelernt, Raphael im Lauf der Jahre auch so zu sehen, hätte das blendend machtvolle Wesen gern näher kennengelernt, das jetzt mit kräftigem Flügelschlag nicht weit von ihnen entfernt landete. Die Kraft, die die beiden Erzengel ausstrahlten, trieb ihr Tränen in die Augen. Während Alexanders Leute, Junge und Alte, in andächtiger Verehrung vor ihrem Sire niederknieten, kam Raphael zu Nasie und Injometer herüber. Nasie schloss seine Hand um Raphaels Unterarm, als dieser ihm die Hand hinstreckte. Raphael erwiderte die Geste. Gut gemacht, Nasie, sagte er. Alexander meinte, du hättest vor nichts und niemandem Respekt. Nasie grinste. Auf jeden Fall nicht vor starrsinnigen Uralten, die sich keine vernünftigen Argumente anhören wollen. Ein leises Lächeln, ehe sich Raphael Injometer zuwandte, um auch ihr den Arm hinzustrecken. Die Gelehrte bekam sofort einen trockenen Mund, ihr ein Rennpferd. Meine Gemahlin ist Kriegerin, meinte Raphael, als sie sich nicht zu rühren vermochte. Daher weiß ich, wann ich eine Kämpferin vor mir habe, selbst wenn sie sich entschieden hat, mehr die Schreibfeder zu schwingen als das Schwert. Jetzt endlich schaffte es Andromeda, sich aus ihrer Erstarrung zu lösen und seinen Gruß zu erwidern. Die Kraft, die von als Gemahlin, die vor ihrer Transformation sterblich gewesen war, gehörte nach Engelsmaßstäben immer noch in die Gruppe der Neugeborenen, besaß aber trotzdem die Stärke, sich einem Erzengel gegenüber durchzusetzen. Andromeda hätte diese Elena Devereaux zu gern einmal näher kennengelernt. Alexander lebt, weil ihr beide so tapfer und entschlossen gehandelt habt. Raphael gab Enjomedas Unterarm frei. Das wird er euch nicht vergessen. Enjomeda hatte inzwischen sogar ihre Stimme wieder gefunden. Sie klang allerdings noch ein wenig heiser. Ich bin froh, dass ein Uralter der Welt nicht verloren ging. Raphael sah zu Alexander hinüber, der seine Leute hatte aufstehen lassen und sie nun einen nach dem anderen begrüßte. Meine Mutter wird sich über einen Zeitgenossen freuen, mit dem sie sich unterhalten kann. In diesem Moment fiel es Enjomeda wie Schuppen von den Augen. Es gibt jetzt elf Wache lebende Erzengel auf der Welt, von denen zwei Uralte sind. Kader mit weniger als zehn Erzengeln hatte es in Ausnahmefällen schon gegeben, wenn auch nur selten. Aber mehr als zehn, das war noch nie da gewesen. Allem Anschein nach hat die Kaskade das natürliche Gleichgewicht der Welt nachhaltiger beeinflusst, als bisher irgendwem klar war. Raphael sah sich den Himmel an, aber Enjomeda wusste, er dachte nicht an das Farbenspiel dort oben, sondern an die furchtbare Schlacht, die vor nicht allzu langer Zeit den Frieden seines Landes gestört hatte. Zehn reichten lange Zeit, um das Gleichgewicht zu wahren. Das scheint nicht länger der Fall zu sein. Vielleicht wachen noch mehr Uralte auf und erheben sich, ehe alles vorbei ist. Denn die Kaskade hatte ja gerade erst begonnen. Raphael begleitete Nasi und Injomeda noch sicher aus Fawashis Territorium heraus, ehe er sich aufmachte, um persönlich mit dem Erzengel von Persien zu reden. Da war Mitternacht schon lange ins Land gezogen. Er fand sie unter dem Sternenzelt in den dunklen Ruinen von Rowans Palast. Ihre braunen Augen wirkten stumpf, unter der feinen Haut zeichneten sich deutlich die Wangenknochen ab. Die ausladenden Flügel in der Farbe alten Elfenbeins hingen schlaff herunter, berührten sogar das Trümmerfeld. Dann ist es also wahr. Sie sah auf, als er durch die Ruinenlandschaft auf sie zukam. Außer ihnen beiden war niemand zu sehen, als hätte Fawashi ihre Leute gebeten, sie allein zu lassen. Alexander ist erwacht und du hast mit Lijuan gekämpft, um ihn zu beschützen. Ja. Er konnte verstehen, dass sie den Nachrichten nicht gleich Glauben geschenkt hatte. Da gab es allerhand zu verarbeiten. Erstens, ein Uralter hatte im Herzen ihres Fawashis Territoriums geschlafen. Zweitens, dieser Uralte war nun wach und wieder auf der Erde. Drittens, Lijuan hatte versucht, einen schlafenden Erzengel umzubringen. Rowan war seinem Vater immer treu ergeben, sagte Fawashi jetzt, elegant und kultiviert wie eh und je, wobei der stählerne Kern in ihrem Ton zur Abwechslung einmal nicht zu überhören war. Ich wusste, ich würde ihn an Alexander verlieren, wenn er je wieder aufwachen sollte, aber bis dahin hat er sich mir gegenüber immer loyal verhalten. Der Nachtwind zerzauste ihr Haar, sie machte keine Anstalten etwas dagegen zu tun. Ich wusste immer, dass ich mich auf ihn verlassen konnte und dass er meine Interessen wahren würde. Er hat auch für die Leute in dieser Gegend und deren Sicherheit gesorgt. Als Fawashi ihn ansah, erkannte Raphael zu seinem erstaunen Tränen in ihren Augen. Fawashi wirkte nach außen hin weich und feminin, aber so war sie nicht. Sie agierte ebenso hart und entschieden wie jedes andere Mitglied des Kaders. Sie war die sprichwörtliche eiserne Faust im Samthandschuhen. Er war einmal mein Liebhaber vor meinem Aufstieg. Fawashis Stimme klang rau, stark und treu. Ich hätte ihn zu meinem Gemahl machen sollen, aber ich wusste, dass Fawashi seinem Stellvertreter einen entsprechenden Antrag gemacht hatte. Das tut mir sehr leid, Fawashi. Hätte er ihre Tränen nicht gesehen, dann wäre er nie auf die Idee gekommen, ihr Herz könnte hier beteiligt sein, aber die Tränen waren echt, ebenso das kaum wahrnehmbare Verziehen des Gesichtes, mit dem sie sie zurückzuhalten versuchte. Sie holte Luft, tief und ein wenig zittrig. Er hat mich zum Lachen gebracht, flüsterte sie leiser. Wir sind Freunde geblieben, auch nachdem sich unsere Wege getrennt hatten und er eine Gefährtin gefunden hatte. Er konnte mich immer zum Lachen bringen. Bis jetzt habe ich gar nicht gewusst, wie sehr ich das brauche. Sie sah sich um, einen verlorenen Ausdruck in den Augen. Ich hätte ihn zu meinem Gemahl machen sollen, wiederholte sie. Jetzt gibt es niemanden mehr, der mich so zum Lachen bringen kann, wie er es konnte. Die beiden Erzengel schwiegen eine ganze Weile. Es war ein bedeutungsvolles Schweigen. Dann holte Fawashi erneut Tiefluft, diesmal mit geballten Fäusten, und die einsame Frau mit dem gebrochenen Herzen war verschwunden. Vor Raphael stand ein zorniger, auf rache sinnender Erzengel. Wenn Lijuan glaubt, ich vergebe ihr diese Freveltat, dann ist sie nicht bei Verstand. Ob Lijuan ahnte, dass sie in ihrer Überheblichkeit einen Erzengel gegen sich aufgebracht hatte, der in kommenden Schlachten vielleicht neutral geblieben wäre? Lijuans Arroganz ist gefährlich, stimmte Raphael zu. Aber schlimmer sind die Kräfte, die ihr wachsen. Lijuan war im Verbund mit ihrem heimtückischen schwarzen Regen, ihre Fähigkeit, sich die Lebenskraft anderer einzuverleiben und sich damit zu verjüngen und der Fähigkeit, Wiedergeborene zu erschaffen, die ansteckende Krankheiten zu übertragen vermochten, machte sie diese Körperlosigkeit zum gefährlichsten Wesen auf der Welt. Sie ist nicht die Einzige, die an Kraft zunimmt. Plötzlich war aus dem Nachtwind, der durch die Ruinen strich, ein Tornado geworden. Er erstarb genauso rasch, wie er gekommen war, bestätigte aber die Gerüchte über eine Fähigkeit, die Verwaschi in der Kaskade erwuchs. Raphael hatte sofort daran denken müssen, wie ein solcher Wind in der Schlacht zu nutzen wäre. Ihr werdet nicht lange zu zweit im selben Territorium existieren können, Alexander und du, sagte er. Die Territorien von Erzengeln waren aus gutem Grund so riesig, dass sie eine gewisse Distanz zwischen den einzelnen Mitgliedern des Kaders garantierten. Erzengel hielten es nur begrenzte Zeit in zu großer Nähe miteinander aus. Wie lange hing von den Beteiligten ab. Früher oder später musste sich ihre Kraft in die Quere kommen. Ein Schubs hier, ein Stoß dort, bis eine solche Spannung herrschte, dass es jederzeit zur Explosion kommen konnte. Selbst Raphaels Eltern hatten nie lange zusammen ihre große Liebe die Wirkung erheblich gedämpft hatte. Als hätte die Natur gewusst, dass man ihre Herzen nicht gewaltsam trennen konnte. Der Kader wird entscheiden. Fawashi breitete die Flügel aus. Jetzt gehe ich zunächst einmal hin und heiße ihn in der Welt willkommen. Raphael schwang sich mit ihr in den Nachthimmel hinauf, um ihr den Weg zum Dorf zu zeigen. Gleichzeitig informierte er Alexander über ihre bevorstehende Ankunft. Der Uralte saß mit seinen Wächtern am Feuer, lachte und scherzte und ließ sich nicht anmerken, wie schwach er noch war. Er war viel zu schnell wach geworden und würde bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung noch mindestens sechs Monate benötigen. Bis dahin bestand für ihn jederzeit die Gefahr getötet zu werden, jedoch nur, wenn jemand um seine tatsächliche Schwäche wusste und einen Angriff auf ihn unternahm. Raphael hatte anfangs befürchtet, Lijuan könnte sich so rasch aus der Schlacht zurückgezogen haben, weil sie eine weitere Attacke plante. Aber dann hatte ihm Injomeda von ihren Beobachtungen in der Zitadelle erzählt. Der Erzengel von China hatte sich nur teilweise von den in New York erlittenen schweren Verletzungen erholt. Da Lijuan sich trotzdem für den Überfall auf Alexander entschieden hatte, musste ihr Körper nun eine zweite Verwundung durch Rafaels Wildfeuer verarbeiten, was sie hoffentlich so lange beschäftigte, bis Alexander wieder ganz bei Kräften war. Können wir sie töten, während sie schwach ist? erkundigte sich Fawashi ganz direkt, nachdem sich Alexander und sie formvollendet Alexander runzelte die Stirn. Raphael kannte die Prinzipien, nach denen der Uralte gelebt hatte, und nahm deshalb an, dass er den Vorschlag, eine wehrlose Lijuan umzubringen, rundweg ablehnen würde. Doch da täuschte er sich. Er hatte den in Alexanders Herzen wütenden Zorn nicht berücksichtigt. Wer als Erzengel einen Schlafenden überfällt und dessen Sohn umbringt, verdient keinen Respekt. Jedes Wort des Uralten klang wie ein Eisbrocken. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht zuschlagen sollten, solange sie verwundet ist. Wir hatten nach dem Angriff auf meine Stadt auch daran gedacht, meinte Raphael, aber Lijuan ist nicht dumm. Weder mein Meisterspion noch die Spione meiner Verbündeten konnten mir damals sagen, wohin sie sich zur Regeneration zurückgezogen hatte. Zuerst hatte es so ausgesehen, als wäre sie in ihre Zitadelle geflohen, aber das schien nicht der Fall gewesen zu sein. Fawashis Flügel glühten. Vielleicht kann sie sich inzwischen genauso in den Schlaf zurückziehen, wie Alexander und Celéen das taten. Celéen? Alexander horchte auf, sein Ausdruck wirkte nicht mehr ganz so hart. Ist sie wach? Ja. Raphael sah ihn an. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ich glaube, ich überschreite meine Befugnisse nicht, wenn ich dich in ihrem Namen zu einem Besuch in ihrem Territorium einlade. Celéen erwartete sogar, dass er diese Einladung aussprach, denn mochte er auch zum Kader gehören, so war er doch ihr Sohn. Ihre Beziehung würde nie einfach oder eindimensional sein können. Alexander akzeptierte das Angebot mit einem Aufmerksamkeit wie der Fawashi zuwandte. Dieses Land hat einst mir gehört und sinkt noch in meinem Blut. Aber du hast dich seit deinem Aufstieg darum gekümmert und für seine Sicherheit gesorgt. Es war klar, was er damit sagen wollte. Er wollte sein Territorium zurück. Fawashi ließ sich nicht beeindrucken. Wie immer wird die Entscheidung des Kaders Gesetz sein. Das sehe ich so. Allerdings soll der Teil meines Gebietes, der unter Rowans Obhut stand, dir gehören, bis der Kader entschieden hat, fügte Fawashi hinzu. Er hat immer gesagt, er würde sich so darum kümmern, wie du es gewollt hättest. Ihre Stimme klang bleischwer. Alexander musterte sie mit scharfem Blick. Du trauerst um meinen Sohn. Ja, um Fawashis Mund hatten sich weiße Linien eingegraben. Ich fliege in meine Festung zurück. Sie breitete die Flügel aus. Alexander, Rowans Palast, dein altes Zuhause ist schwer beschädigt, aber wenn du dort wohnen möchtest, kann ich ein Team schicken, das bei dem Wiederaufbau hilft. Nein, Alexander klang um eine winzige Nuance weicher als zuvor. Ich danke dir, aber meine Leute und ich werden tun, was getan werden muss. Fawashi schwang sich ohne weiteren Kommentar in die Luft, setzte sich allerdings auf ihrem Weg hoch zu den Sternen noch einmal mit Raphael in Verbindung. Ich danke dir, dass du eine solche Freveltat auf meinem Territorium verhindert hast, Raphael. Ich habe lange genug untätig am Rande des Spielfelds gestanden. Vom heutigen Tag an betrachte mich als deine Verbündete. Raphael nahm ihre Worte zur Kenntnis, wusste jedoch, dass er sie nicht als unverbrüchliche Wahrheit nehmen durfte. Fawashi spielte gern ein undurchsichtiges Spiel, das in diesem Fall durchaus auf ein Doppelspiel hinauslaufen könnte. Denn auch wenn sie um Rowan trauerte, bedeutete das noch lange nicht, dass sie seinen Vater nicht lieber tot sähe. Wie der Uralte gerade bewiesen hatte, würde er nicht untätig am Rande stehen, wenn es um die Angelegenheiten seines Territoriums ging. Und in diesem Land war die Loyalität zu Alexander T. verankert. Fawashi hatte sich in ihrer relativ kurzen Regierungszeit Respekt erworben, aber selbst unter Sterblichen wurde die Legende von dem Erzengel mit den silbernen Flügeln noch immer voller Ehrfurcht und Staunen erzählt. Vor seinem Schlaf hatte Alexander Tausende von Jahren dieses Land gehalten. Daher musste Fawashi gewusst haben, dass sie, sollte Alexander aufwachen, entweder ihr ganzes Territorium oder doch einen großen Teil der Länder verlieren würde und womöglich wieder ganz von vorn anfangen musste. Die Entscheidung des Kaders war eine reine Formalität. Raphael? Ja? Meine Truppen werden zu mir zurückkehren, erklärte Alexander mit fast schon an Überheblichkeit grenzendem Selbstvertrauen. Sie werden ihre Verträge mit anderen annulieren und aus allen Erdteilen zurück nach Hause fliegen. Aber noch sind sie nicht hier. Noch habe ich niemanden, der sich für mich zu Titus aufmachen könnte. Raphael verstand die unausgesprochene Frage sofort. Ich muss in mein eigenes Gebiet zurückkehren. Auch er hatte Leute, die er beschützen musste und eine Gemahlin, die sich um ihn sorgte, bis sie ihn wieder in Sicherheit wusste. Doch ich werde bei Titus vorbeifliegen und ihn bitten, Xander mit einer Eskorte nach Hause zu schicken. Titus kannst du vertrauen, er ist noch genauso, wie er immer war. Offen und ehrlich, Alexander nickte. Sag ihm, ich werde mich persönlich mit ihm unterhalten, sobald ich hier alles geregelt habe. Er starrte hinaus zu den Höhlen, unter denen er geschlafen hatte. Ein Sohn sollte nicht um seinen Vater trauern müssen, denn der blühte seine Jahre stand Raphael. Und ein Vater sollte nicht um seinen einzigen Sohn trauern müssen. Xander und ich müssen genau das tun. Gemeinsam werden wir Rowan im Tod Leben schenken und ihn rächen. Nach all den Abenteuern schien die Rückreise ein Kinderspiel zu sein, nur war sie viel zu schnell vorbei. Soweit es ging, nutzten Andromeda und Nazir den Jet. Für Andromeda war die gemeinsam verbrachte Zeit unendlich kostbar. Nach der Landung staffierte sich Nazir mit der warmen Kleidung aus, die Galen am Flughafen für ihn deponiert hatte, riet seiner Begleiterin oben am Himmel den direkten Weg zu nehmen und schwang sich selbst auf das Motorrad, das ein Mechaniker für ihn vorgefahren hatte. Deine Flügel müssen sich erst noch ordentlich erholen, erklärte er ihr. Wenn du über mir die Strecke fliegst, die ich über Land nehmen muss, belastet sie das zu sehr. Sie wollte sich nicht von ihm trennen, doch er hatte ja recht. Also stieg sie hoch in den Himmel und die Uhr in ihrem Herzen tickte mit jedem Flügelschlag lauter. Nazir würde sie nicht zurückweisen, das hatte sie inzwischen begriffen. So war er einfach nicht. Er wollte mit ihr zusammen sein und würde wie sollte das gehen. Selbst er würde nicht einfach Traditionen ignorieren können, die aus gutem Grund seit Ewigkeiten Bestand hatten, weil sie dazu beitrugen, die Sicherheit aller zu garantieren. Auch wenn Injomeda den Dienst bei ihrem Großvater nicht antrat, in ein anderes Territorium flüchtete und der Erzengel dort sie nicht an Sherry Semnon auslieferte, was dann? Dann wäre eins der zentralen Tabus ihres Volkes gebrochen. Man stahl niemandem die Kinder. Selbst Feinde taten das nicht. Ein solches Vorgehen war einfach inakzeptabel. Der Wind riss ihr die Tränen vom Gesicht. Sie flog, bis ihre Flügel schmerzten. Um sie herum spannte sich der Himmel wie sternenübersäter schwarzer Samt. Als sie irgendwann zwischen Dunkelheit und Morgenröte die Berge der Zuflucht erreichte, versuchte sie in den Wäldern unter sich Nasies Haus zu entdecken, aber das lag offenbar viel zu gut versteckt. Diesen Ort würde nur er selbst ihr zeigen können. In der Zuflucht dann gelang es ihr unbemerkt zu landen. Sie zog sich nicht in ihre Suite in Raphaels Festung zurück, sondern in eine kleine Hütte, ihren Adlerhorst, den sie sich hoch auf einer Klippe eingerichtet hatte. Nach dem Flug schmerzte so gut wie jeder Muskel in ihrem Leib, aber schlimmer als alles andere waren ihre Herz Schmerzen. Nasie fehlte ihr schon jetzt. Sogar bei dem unglaublichen Tempo, das er vorlegte, konnte er frühestens am Ende dieses Tages wieder bei ihr sein. Sie ließ sich ein Bad ein, kauerte, die Arme um die angezogenen Knie ihr gelegt im heißen Wasser und knabberte wieder einmal an der Frage herum, wie sie aus der Falle entkommen konnte, in der sie steckte. Auch diesmal fiel ihr nichts ein. Wie denn auch, nur Cherry Semnon selbst konnte ihr die Freiheit schenken. Und Cherry Semnon erwartete, dass das Kind aus seinem Blut seine Pflicht tat. Sie stieg aus der Wanne, trocknete sich ab, zwang sich wollte nicht eine Sekunde des Zusammenseins verschwenden. So wurde es Mittag. Es blieben noch so viele Stunden. Da sie mit niemandem reden und niemanden sehen mochte, blieb sie in ihrem Nest und beschäftigte sich damit, eine Liste ihrer noch unerledigten Projekte zusammenzustellen. Eine schmerzliche Aufgabe, die aber immerhin Jessamy die Arbeit erleichtern würde, wenn ihre Schülerin sich verabschiedete, um die Zeit verging im Schneckentempo, dabei hätte sie es diesmal wirklich gern gesehen, wenn sie nur so verflogen wäre. Endlich wurde es Abend, dann Nacht, dann Mitternacht, und eine tiefe Stille kam auf, wie immer in den Stunden, wenn es einem so scheint, als schlafe die ganze Welt. Jetzt musste er kommen. Mit einem Kloß im Hals zog Enjometer sich an, eine schlichte schwarze Hose, dazu eine hübsche rosa Tunika mit einem blau eingefassten V-Ausschnitt. Ihr Haar ließ sie offen. Sollte es doch einmal tun dürfen, was es wollte. Sie steckte es nur an jeder Seite mit einem der Juwelen besetzten Kämme hoch, die Jessamy ihr geschenkt hatte, damit ihr die Locken nicht so wild ins Gesicht fielen. Nasir liebte ihr offenes Haar. Als sie fertig war, stellte sie sich oben auf die Klippe und hielt Ausschau nach der vertrauten Gestalt des schnellsten aller Läufer, nach einem Aufblitzen von Silber unter dem Licht der Sterne. Nach zwei Stunden kam ihr erster Zweifel. Was, wenn Nasir nicht hierher käme, sondern direkt zu seinem Haus lief? Ihr wurde ganz übel vor Kummer. Es blieb mehr geben, denn schon am nächsten Tag musste sie die Reise nach Afrika antreten. Nasir, flüsterte sie leise in den Wind, ich brauche dich, komm doch bitte. Da tauchte er in der Ferne auf, leichtfüßig, schnell, als hätte er ihre Worte gehört. In Jomeda kamen die Tränen, ihre Augen brannten. Als Nasir sie sah, hob er beide Arme und war verschwunden. Das machte nichts, sie wusste ja jetzt, wo er war. Sie flog los, hin zu der Stelle, an der eine schmale Steinbrücke die beiden Seiten der Schlucht miteinander verbannt. Dort wartete er schon auf sie, und als sie über ihm schwebte, sprang er gefährlich weit hoch, um sie zu sich herunter zu ziehen. Nasir, sie schlang ihm lachend beide Arme um den Hals, er war schweißgebadet, seine Haut strömte Hitze aus, roch wild und schön, und sie begehrte ihn so sehr. Bist du sicher, dass du mein Angebot nicht annehmen willst? flüsterte sie hoffnungsvoll. Er rieb seine Nase an Ira. Und ob ich dein Angebot annehmen werde? Du schuldest mir ziemlich viele Gefälligkeiten im Bett, weil ich so geduldig war und so viel Frust ertragen musste. Er schnappte spielerisch mit den Zähnen nach ihr. Aber ich werde diese Schulden ganz korrekt und auf ehrbare Art und Weise eintreiben. Doch wenn du es nicht rechtzeitig findest, ich bin gut im Auffinden von Dingen. Wieder schnappte er spielerisch nach ihr. Und jetzt will ich baden. Sie führte ihn in ihren Horst und schloss die Tür hinter ihnen. Ihr Heim war das einer Gelehrten, voller Bücher und Kunstwerke. Nasir, dieses schöne, ganz und gar nicht zahme Wesen, schien kaum hierher zu gehören, bis er Jacke, Pullover und T-Shirt auszog, über einen Stuhl warf und sich seiner Stiefel und Socken entledigte. Da war es plötzlich so, als hätte er immer schon hier gewohnt. Den Weg ins Bad musste er die Sprache verschlagen. Er ließ die Badezimmertür offen. Du hast mir ja schon Wasser eingelassen. Sie hörte es rascheln, als er die Jeans auszog. Ja, ihre Kehle war so trocken, sie musste sich räuspern, um weiterreden zu können. Das war vor zwei Stunden, da war das Wasser fast kochend heiß. Wenn du jetzt noch ein bisschen Heißes dazu tust, dürfte muss am Wannenmaterial liegen, an der Art des Steins. Sie konnte ihm ebenso wenig widerstehen wie ein Kind einer Tüte Bonbons. Leise schlich sie sich zur Badezimmertür und warf einen Blick auf die Wanne. Da war sie gerade untergetaucht. Als er wieder hoch kam, warf er ihr ein sündiges Lächeln zu. Komm und schrubb mit den Rücken, Andy. Sie tat noch nicht Haare, massierte seine Kopfhaut, bis er mit träge geschlossenen Augen wohlig schnurrte. Wieder erkannte sie, wenn sie genau hinsah, die Streifen auf seiner Haut, und als sie seinen Halsansatz und die Schultern erforschte, regte sich unter ihren Fingerspitzen feines Fell. Was denkst du gerade? Seine Lieder flogen hoch, die nüstern beten. Du riechst anders, Andromeda fühlte sich ertappt, ihre Wangen liefen hochrot an, und sie wollte ihm gerade irgendetwas vorlügen, als sie sich auf die Zunge biss. Nein, sie würde nicht lügen. Wenn das hier ihre letzten Stunden in Freiheit sein sollten, die letzten Stunden mit ihm, solange sie beide noch tun konnten, was sie wollten, dann würde sie ihm die Wahrheit sagen. Und sie würde versuchen, ihn zu verführen, die Ehre war ihr völlig egal. Ich frage mich gerade, wie es wohl wäre, mich nackt an deinem nackten Körper zu reiben. Nasies Augen leuchteten. Als sie sich neben ihn auf den Rand der Steinwanne setzte, legte er ihr seine große, feuchte Hand auf den Schenkel und beugte sich vor, bis er der geschwollenen Stelle zwischen ihren Beinen, in der es heftig pulsierte, gefährlich nahe kam. Und dann biss er zu, hart, biss sie in die Innenseite ihres Oberschenkels. Sie schrie auf, gleichzeitig verwandelte sich die Hitze zwischen ihren Beinen in flüssigen Honig. Gefällt dir meine Idee nicht? flüsterte sie. Wir dürfen solche Gedanken nicht haben, knurrte er sie wütend an. Du hast einen Schwur geleistet. Benimm dich gefälligst. Bitte? Das war ja unglaublich. Du sagst mir, ich soll mich gefälligst benehmen? Ich stehle dir jedenfalls nicht die Ehre. Nasir meinte es ernst, das war nicht zu überhören. Ich finde dein dämliches Grimoire, damit wir uns ohne Schuldgefühle paaren können. In Enjomedas Körper summte es jedes Mal, wenn er von Paaren sprach. Es war ein so sinnliches Wort, so ungeschönt. Ich wüsste gern, was du dann mit mir machst, flüsterte sie, ihre Lippen nur Zentimeter von den Seinen entfernt. Sag es mir. Ein kurzes, tiefes Knurren, dann riss er sie ohne weitere Warnung zu sich in die Wanne. Als sie keuchend und prustend wieder auftauchte und sich die nassen Haare aus den Augen strich, funkelte er sie wütend an. Nimm dich, oder ich dreh den Kaltwasserhahn auf. Und weil sie wirklich nicht weiter wusste, sagte sie empört, mach doch, lass schon sehen, was du davon hast. Er warf sich lachend auf sie auf sie, zog sie an seine Brust, rieb seine Nase an Ira. Als sie drohte ihn zu beißen, grinste er nur noch breiter und jubelte, ich habe immer gewusst, dass meine Gefährtin so wild sein wird wie ich. Wild? Niemand hatte sie je wild genannt. Aber es gefiel ihr, stellte Injometer fest. Als er sich nackt wie er war an sie schmiegte und sie nur noch ihre nassen Kleider von ihm trennten, dachte sie nicht mehr an Flucht. Sie blieb einfach in der Wanne sitzen. Von ihm gehalten und liebevoll gestreichelt zu werden, während sie das gerade eben durchgestandene Abenteuer noch einmal besprachen, war ein herrliches Gefühl. Schiere Freude zog in ihr Herz ein und ihre Augen brannten, bis sie schloss, damit ihr keine verräterische Träne über die Wange lief. Drei Stunden nach Sonnenaufgang verabschiedete sich Nasi von seiner Gefährtin. Ich werde dein blödes Grimoire schon finden. Das Buch ist eine Legende. Sie war so wütend, seine kluge und wilde Gefährtin, die gern so tat, als wäre sie gar nicht wild. Ich nehme den idiotischen Schwur zurück. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Du kannst ein Schwur nicht zurücknehmen. Irgendetwas hatte seine N. D. T. verletzt und er würde ihr nicht helfen, sich noch weiteren Schaden zuzufügen. Wir sehen uns in einer Woche bei deinen Eltern. Dann erzählst du mir, was du mir bisher verschwiegen hast. Keine Geheimnisse mehr. Sie nickte mit weit aufgerissenen Augen, bevor sie noch einmal zu ihm trat, um ihn in einer stürmischen Umarmung an sich zu drücken. Pass auf dich auf. Lass dich bei der Suche nach dem Grimoire nicht verwunden und vergiss nicht, ich warte auf dich. Komm nicht zu spät. Von jetzt an in sieben Tagen zur Mittagszeit, da sind wir fest verabredet. Sie drückte ihre Wange an sein Gesicht. Ich packe etwas für ein Picknick ein und wir treffen uns an dem Wasserloch auf dem Anwesen meiner Eltern, zu dem früher immer die Elefanten zum Baden kamen. Du findest es, indem du dem Flug der Fischreiher folgst. Die sind gerne dort. Er sog noch ein letztes Mal ihren köstlichen Duft ein, ehe er sie hoch hob und herum schwenkte. Ich werde dort sein. Er setzte sie wieder ab. Das Fleisch nicht braten, versprochen? Ihre Finger spielten mit dem Zopf, in den er sich eine zweite Feder geknüpft hatte. Versprochen. Eins musst du noch wissen, sagte er, ehe sie sich trennten. Ja? Wenn wir uns gepaart haben, wenn du meine Gefährtin geworden bist, dann gehe ich nie mehr so weit fort. Dann bleiben wir immer zusammen. Na, sie verstand nicht, wie man eine Gefährtin haben konnte, um dann nicht bei ihr zu sein. Wenn ich nach New York muss oder sonst irgendwo hin, dann kommst du mit. Wenn das deiner Arbeit wegen nicht geht, bitte ich Raphael bei dir bleiben zu dürfen. Er wird nicht nein sagen. Er ist auch gern bei seiner Gefährtin. Seine Worte erschütterten Injomeda mehr, als Nazia ahnen konnte. Obwohl er in der Hierarchie der Unsterblichen eine ungleich höhere Position einnahm als sie, ging er nicht automatisch davon aus, dass seine Wünsche immer an erster Stelle kamen. Ich würde mit dir überall hingehen, flüsterte sie mit einem dicken Kloß im Hals. Geh und finde das blöde Grimoire, damit wir uns nackt auf Laken wälzen und schlimme Dinge tun können. Er strahlte sie an und rannte los. Sie sah ihm nach, mal das Haus, um eine kleine Tasche für die Reise zu holen. Afrika, eine Landschaft, die sie so liebte, wie Alexander sein Land, das zu ihr sang und doch zu ihrem Gefängnis werden sollte. Nasir hasste Kälte. Er verabscheute sie, sie war ihm zutiefst zuwider, aber um das Grimoire zu finden, musste er sich der Kälte stellen. Alle hielten das Buch für eine bloße Legende, aber ihm war auf dem Flug von Alexanders Territorium hierher endlich eingefallen, warum es ihm so bekannt vorkam. Weil er es schon einmal gesehen hatte. Das war inzwischen eine Ewigkeit her, er war damals noch nicht einer gewesen, sondern zwei. Der kleine Tiger hatte das rote Buch mit der goldenen Gravur auf dem Deckblatt gesehen, hätte es aber bestimmt wieder vergessen, wenn nicht genau in jener Nacht das Experiment Schimäre stattgefunden hätte, bei dem Tiger und Junge Gewalzer miteinander verschmelzen mussten. Die Erinnerungen des Tigers waren zu denen des Jungen geworden, doch da sie beide ursprünglich sehr unterschiedlichen Arten angehört hatten, die nie zu einer hätten werden dürfen, war Narze das lange nicht ganz logisch vorgekommen. Es war damals für ihn eine sehr verwirrende, in höchstem Maß angsteinflößende Zeit gewesen. Die Chimäre, zu der Junge und Tiger geworden waren, hatte das von dem kleinen Tiger entdeckte Buch lange Zeit vergessen. Die Erinnerung war erst wieder gekommen, als Jason Nasir das Grimoire beschrieben hatte. Denn in diesem Moment arbeiteten alle Teile seiner Person Hand in Hand, weil es um seine Gefährtin gesehen hatte und wo sich das Buch eigentlich noch immer befinden musste. Dieser Ort lag nur leider mittlerweile unter Tonnen von Eis und Schnee begraben. Deswegen lief er jetzt dick vermummt in gut gefütterten Stiefeln über das kalte weiße Zeug, knurrte es von Zeit zu Zeit böse an und war nicht im mindesten überrascht, als irgendwann, nicht weit von ihm entfernt, ein Engel mit Ende der Welt. So war der Meisterspion nun einmal, ein Mann, der Geheimnisse kannte. Was machst du in der Antarktis? Jason klappte die schwarzen Flügel zusammen. Und wie bist du überhaupt hierher gekommen? Nasir zuckte mit den Achseln. Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen. Weit von seinem eigentlichen Ziel entfernt. Hinter ihm lag schon eine ziemliche Strecke, die er gelaufen und weil es so wichtig war, sein Geheimnis zu wahren, hatte er Illium gebeten, dafür zu sorgen, dass sämtliche Augen am Himmel woanders hinschauten, bis er wieder hier verschwunden war. Außer seiner Familie und seiner Gefährtin durfte niemand von dem Ort hier wissen. Du hättest dich weiß anziehen und deine Flügel färben müssen, tadelte er das soeben aufgetauchte Mitglied seiner Familie. Das hier ist ein Ort ohne Schatten, da fällst du ziemlich auf. Außer dir ist hier niemand, der mich sehen könnte. Du hast Schnee. Jason ließ nicht locker. Was willst du hier? Ach, das dämliche Grimoire holen. Nasi knurrte, weil eine Schneeflocke auf seiner Nase gelandet war. Als er sie abgewischt hatte, sah er Jason an. Dieser stand vollkommen reglos da, bei jedem anderen hätte man meinen können, er sei zu verblüfft, um sich zu rühren, aber das hier war Jason. Du weißt, wo es ist, erkundigte sich der Meisterspion ungläubig. Ich weiß, wo es früher mal war. Da Osiris immer sehr an seinem Besitz gehangen und sich selten von einem Stück getrennt hatte und da seine Festung als ganzes so, wie sie gewesen war, begraben worden war, musste das Buch eigentlich auch noch dort sein. Willst du mitkommen? Jason konnte auf eine Art listig sein, die Nasi gefiel. Vielleicht wusste der Meisterspion, wie man schneller unter dieses Eis und diesen Schnee kam, als mühsam zu graben. Oder sehe deine Gefährtin das nicht gern. Mahir hat mir befohlen, nach dir zu suchen, nachdem Illium dein Verschwinden gemeldet hatte. Meine Prinzessin mag dich. Jason breitete die Flügel aus. Warum hast du nicht einfach einen von uns gefragt? Wir wären doch mitgekommen. Illium wollte ja, aber die Heiler ließen ihn nicht. Und ich wusste, du würdest mich finden. Jason war mindestens so neugierig wie Nasir, nur verbarg er es gut. Ein schwaches Lächeln. Du verstehst andere Leute besser als den meisten klar sein dürfte. Jason hob mit einer kalten Windböe ab, die Nasir Schneeflocken ins Gesicht blies. Lachte er dabei etwa auch noch? Nasir biss knurrend die Zähne zusammen. Das wäre allerdings ungeheuerlich. Jason lachte nie. Es sei denn, vielleicht lachte er ja mit seiner Prinzessin. Nasir nahm sich fest vor, Jason und Mahir bald einmal zu besuchen, um Jason beim Lachen zuzuhören und rannte weiter, kaum behindert durch den Rucksack, in dem er gefrorenes Blut mit sich herum trug. Das war natürlich beim Einpacken noch nicht gefroren gewesen, aber die Gegend hier war ja der reine Gefrierschrank. Nasir hasste gefroren Nahrung, aber leider gab es weit und breit niemanden, bei dem er hätte trinken können. Außerdem hatte er irgendwie das Gefühl, dass Andromeda es nicht gern sah, wenn er bei anderen trank, weil er ihr Territorium war. Nasir grinste. Er war gern Andromedas Territorium, das gefiel ihm. Wenn sie wollte, dass er nur bei ihr trank, dann trank er eben nur bei ihr. Oder Flaschenblut. Oder er lutschte die ekelhaften Eiswürfel aus seinem Rucksack. Und dabei wollte er von ihr träumen, sich vorstellen, wie es sein würde, wenn er in ihr steckte, während er bei ihr trank, warm und gemütlich. Besonders, wenn er schon einmal gekommen war und sie innen drin ganz nass von ihm war, mit seinem Geruch tief in ihrer Haut. Und mit diesen Fantasien in seinem Kopf rannte er immer weiter. Und sein Herz schlug laut und heftig, weil er so schnell sein wollte und dabei später von oben her wissen, weil Nasir langsamer geworden war. Er konnte das volle Tempo nicht länger durchhalten, denn am Ziel der Reise würde es keine Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Nein, Nasir lief, als hätte er einen inneren Kompass in sich, den auf direktem Weg zu dem Ort führte, an dem er erschaffen worden war. Noch eine Stunde. Jason schwang sich wieder höher, bis über die Wolken, wodurch er zweifellos dem leichten Schneefall entging, der Nasir so ärgerte. Wehe, ein Jerminder liebkoste ihn nicht anständig für all diese Mühen. Er war für sie durch Schnee gegangen. Er lief weiter, den Kopf voller Bilder von ihren gemeinsamen Spielen. Genau eine Stunde später blieb er stehen. Jason landete neben ihm. Aber hier ist nichts, wunderte sich der allen Richtungen gleich aus. Hier stand einmal ein Haus. Nasir zog die Schultern hoch. Eine Festung. Der Engel, der hier wohnte, liebte den Schnee und die Kälte. Denn so kamen die Ergebnisse seiner Experimente nicht weit, wenn ihnen die Flucht gelang. In der Festung selbst war es allerdings immer warm, denn Kinder und junge Tiere sterben, wenn es so kalt ist. Jason sah ihn an. Langsam dämmerte eine Erkenntnis in seinen dunklen Augen. Raphael hat die Festung vergraben, nicht wahr? Nein, Alexander. Raphael stand damals bereits am Scheitelpunkt, war aber noch kein Erzengel. Er hatte Osiris kampfunfähig machen können, doch um diesen Ort des Schreckens im Schnee versinken zu lassen, hatte es eines Erzengels bedurft. Alexander versenkte die Festung als Ganzes im Schnee. Hat mir Raphael erzählt. Er zerstörte sie nicht. Nasir lief ein paar Runden im Kreis. Hier. Er scharrte an einer bestimmten Stelle mit dem Fuß im Schnee. Hier ist eine Tür. Wenn ich dort hineinkäme, könnte ich mir holen, was ich brauche. Tritt mal ein bisschen zurück. Nasir knurrte unwillig, zog sich aber ein paar Schritte zurück. Ich wollte graben. Seine Krallen mochten allerhand leisten können, aber er hatte sich außerdem noch ein paar solide, scharfe Grabwerkzeuge mitgebracht. Dabei kannst du mir helfen. Die Festung liegt tief unter dem Schnee. So tief, dass in dieser ungastlichen Landschaft niemand sie einfach so per Zufall entdecken würde. Oder ich könnte das hier tun. Schwarze Blitze lösten sich aus den Fingern von Jasons rechter Hand. Nasir sah diese Blitze nicht zum ersten Mal. Sie konnten ein Dunkel erschaffen, das alles in seiner Reichweite heute konnte er erleben, wie Jasons Blitze das taten, was Blitze normalerweise tun. Sie boten sich heiß und knisternd durch Eis und Schnee. Als wäre es nichts. Wenn der Vorgang trotzdem eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, dann nur deswegen, weil Jason darauf achtete, wirklich nur Schnee und Eis zu vernichten und nicht zufällig auch noch das, was darunter lag. So schuf er innerhalb von zehn Minuten einen unglaublich tief reichenden Schacht. Warte. Nasir setzte seinen Rucksack ab, zog ein kleines Päckchen aus einer der Seitentaschen und steckte es sich in seine dicke Jacke. Ich steige runter und schaue nach, ob wir schon tief genug sind. Jason warf einen Blick in das Loch. Wenn es tief genug ist, dann kletterst du wieder so weit hoch, bis du mir ein Zeichen geben kannst. Sonst muss ich noch annehmen, du liegst da unten im Schnee begraben. Nasir versprach sich zu melden und kletterte mithilfe seiner Klauen an der Schachtwand hinunter. Sollte Jason weit genug gegraben haben, dann würde er die gesuchte Tür auf dem Weg nach unten schon spüren. Wie sich herausstellte, befand sich die Tür noch einen halben Meter tiefer, aber das wollte Nasir schnell selbst schaffen. Den Schnee drückte er an die Seiten von Jasons Schacht. Sobald er die Tür gefunden hatte, kletterte er wieder ein Stück nach oben und rief Jason zu, er möge ihm die Axt hinunter werfen, die sich im Rucksack befand. Die Tür ist vereist, ich muss das Eis aufhacken. Jason hatte die Axt bald gefunden und warf sie hinunter, während sich Nasir eng an die Wand drückte. Nasir machte sich daran, sich durch das Eis und den festgebackenen Schnee hin zu der Tür zu hacken. Das dauerte seine Zeit. Bald lief ihm unter den verschiedenen Lagen Winterkleidung schweiß den Rücken hinunter. Selbst als er die Tür freigelegt hatte, konnte er sie noch nicht öffnen, weil sie festgefroren war. Also kam die Axt noch einmal zum Einsatz. Er musste sich allerdings vorsehen, dass das Siegel nicht zerstört wurde. Wenn er ging, würde er es wieder an die richtige Stelle rücken. Alexander hatte die Festung aus gutem Grund nicht gesprengt, sondern untergehen lassen. Sie war eine Begräbnisstätte, ein einziges großes Grab. Ob gleich Nasir seine vielen Brüder und Schwestern nie kennengelernt hatte, würden sie nichts dagegen haben, wenn er das Haus betrat, um etwas zu holen. Er war einer von ihnen. Sonst war hier niemand willkommen und Nasir würde es auch niemandem gestatten, den Ort zu entweinen. Von oben her schwebte eine schwarze Feder herunter. Jason schien sich langsam Sorgen zu machen. Nasir stieg noch einmal so weit hinauf, dass er dem Freund zuwinken wegen ließ. Ein erster Erfolg. Er stemmte die Schulter gegen die Tür, drückte so fest er konnte. Als es ächzte und knarrte, warf er sich dagegen. Einmal, zweimal, bis er mit der Schulter voran in das eiskalte Haus flog, in dem er zur Welt gekommen und so viele andere gestorben waren. Alles in Ordnung, ich bin es nur, Nasir. Die anderen schliefen in den Steinsärgen, mit denen Osiris die Wände und den Boden seines ursprünglich bescheidenen Heims verstärkt hatte, bis eine große Festung daraus geworden war. Jeder dieser quadratischen Blöcke enthielt ein entstelltes Geschöpf, das ursprünglich zwei gewesen war, oder den geschundenen Leib eines Einzelwesens, das vor dem Experiment gestorben war. Ich bin wegen eines Buches hier. Nasir sprach laut, denn er spürte die Wesen um sich herum, merkte, wie neugierig sie waren, wie aufgeregt darüber, dass er gekommen war. Ein rotes Buch mit einem goldenen Bild vorn auf dem Deckblatt. Auf dem Verschluss ist eine Goldprägung, die Umrisse eines Greifes. Ein Greif ist halb Löwe, halb Vogel. Nasir gefrohr der Atem vor dem Mund und die Klauen an seinen Füßen hatten sich durch das Stiefel Leder gebohrt, damit er sich besser an dem Eis festklammern konnte, mit dem hier alles überzogen war. Von der Decke tropfte es aus Eiszapfen, aus dem Boden strebten Stalagmiten empor. Es war ein kalter Ort voller Verzweiflung und doch hatte Nasir an keiner Stelle das Gefühl, es könnte für ihn gefährlich werden. Er fühlte sich auch nicht unwohl. Hier gab es jetzt nur noch seine Geschwister. Alexander hatte Osiris in Brand gesetzt und die Asche fortgeschafft, ehe er die Festung untergehen ließ. Ich hab euch auch etwas mitgebracht. Er griff in seine Jackentasche und holte das Spielzeug heraus, das er sich vor dem Abstieg eingesteckt hatte. Es war eine Spieluhr und er hielt sie in der Hand, während er langsam die eisbedeckte Treppe hinunter in den unteren Bereich der Festung stieg. Im Labor legte er sein Geschenk auf den großen Tisch, wie es in den Notizen empfohlen wurde, die Raphael sich gemacht und an Nasi weitergegeben hatte, als er schließlich dazu bereit gewesen war, sie zu lesen. An diesem Tisch hatte Osiris unzählige missgestaltete verformte Körper seziert, darunter viele, in denen noch Leben gewesen war. Ich habe eine Gefährtin, erzählte er den anderen, denn er wollte hier unten nicht an die furchtbaren Dinge denken, die in diesem Haus passiert waren, sondern daran, wie diesen Dingen ein Ende bereitet worden war, so dass es jetzt wieder denen gehörte, die hier gelebt hatten und gestorben waren. Das Buch ist für sie, sie ist eine Gelehrte. Von der Decke fiel ein Eiszapfen hinunter in die düsteren Tiefen des Labors. Nasir fasste dies als Hinweis auf und ging ihm nach. Da hier unten eine Eishülle sämtliche Gegenstände umgab, musste er sich erst einmal von oben die Axt holen und noch einmal vorsichtig hacken. Das Buch lag auf dem Boden, mitten in einem dicken Eisklumpen. Er arbeitete sich langsam vor, bis aus dem Block lediglich eine Eishülle geworden war, die er mit Handschuhen anfassen konnte. Vielen Dank, sagte er zu seinen Freunden. Eines Tages werde ich meine Gefährtin herbringen. Sie hat Flügel, aber sie ist tapfer und steigt mit mir hier herunter. Andromeda würde es bestimmt nicht seltsam finden, dass er mit seinen Freunden sprach. Sie waren anwesend, das spürte er genau. Sie waren zufrieden und spielten glücklich miteinander. Sie würde das verstehen, denn sie verstand ihn und wusste deshalb, dass sein Kopf anders arbeitete als ihrer. Wieder fiel ein Eiszapfen klirrend zu Boden. Es klang sehr hübsch, lächelnd wandte er sich zum Gehen. Noch auf der Treppe hörte er, dass die Musik seiner Spieluhr einsetzte und wusste, dass sein Geschenk willkommen gewesen war. Er verstaute das Buch in seiner Eishülle sorgsam in einer Jackentasche, zog die Tür hinter sich zu und achtete darauf, dass sich das Siegel wieder an der richtigen Stelle befand. Dann sicherte er die Tür zusätzlich mit einer dicken Schneeschicht. Oben bei Jason angekommen, erklärte er dem Freund, warum sie den Schacht wieder zuschütten mussten. Niemand darf wissen, was hier unter dem Eis liegt. Seine Brüder und Schwestern hatten ihren Frieden verdient. Meiner Meinung nach erledigt das der Schneefall ganz von allein, aber wir können gerne ein bisschen nachhelfen. Gemeinsam und in Handarbeit, nur von dem Klappspaten aus Nasis Rucksack unterstützt, machten sich die beiden an die Arbeit. Nicht lange und Nasi merkte, wie die Eishülle um das Buch in Salz. Das war nicht gut. Er legte das kostbare Grimoire lieber oben auf den Rucksack, wo es so schnell nicht auftauen würde. Es wurde Nacht und sie schaufelten immer noch. Auch als man das Loch selbst nicht mehr erkennen konnte, blieben sie, bis sie ganz sicher sein konnten, dass gar nichts mehr an ihren Besuch hier erinnerte. Als die Morgenröte auf leisen Sohlen über die Landschaft Koch war es soweit. Nur die Abdrücke von Nasies Stiefeln verrieten ihn noch, doch sie füllten sich schnell, als der Himmel seine Schleusen öffnete und Schnee fallen ließ. Seine Freunde waren wieder in Sicherheit und er hatte das Grimoire. Enjomeda hätte später nicht mehr sagen können, wie sie die ersten fünf Tage bei ihren Eltern durchgestanden hatte. Die beiden waren noch genauso, wie sie sie zurückgelassen hatte. Selbst an ihren Exzessen hatten sich höchstens winzige Nuancen geändert. Immer noch genehmigten sich Layla und Kato perfide sexuelle Eskapaden, bei denen viel gequält und gefoltert wurde, wobei Enjomeda sich ziemlich sicher war, dass die angeblich so willfährigen Spielgefährten ihrer Eltern einfach nur zu viel Angst hatten, um Nein die beiden einfach nur gewalttätig, weil sie sich langweilten und es witzig fanden, dagegen anzugehen, indem sie andere in Angst und Schrecken versetzten. Im Grunde langweilten sie sich immer, egal was sie taten. Auch heute schrie ein unglücklicher junger Engel in den Gemächern ihrer Mutter wie am Spieß, während Kato nur mit einer roten Seidenhose bekleidet im Wohnzimmer saß und zwei nackt vor ihm tanzenden Vampiren zusah. Er hatte Injomeda aufgefordert, sich zu ihm zu gesellen. Inzwischen war er viel zu abgestumpft, um sich daran zu erinnern, was es bedeutete, Vater zu sein. Injomeda war kaum dem Krabbelalter entwachsen gewesen, als sie das erste Mal erlebte, dass ihr Vater sich sexuell mit einer Frau vergnügte, die nicht ihre Mutter war. Dabei hatte er die Frau, die bereits von ihm ausgepeitscht worden war und blutete, gewürgt, bis ihr die Augen aus dem Kopf traten. Die völlig verstörte Injomeda hatte bei diesem Anblick laut weinen müssen und war schließlich von ihrem Vater aus dem Zimmer getragen worden. So rücksichtsvoll hatte er sich danach nie wieder gezeigt. Und Injomeda hatte gelernt, nicht mehr unangekündigt, irgendein Zimmer der Festung zu betreten. Leila hatte ihre Tochter bei deren Heimkehr augenzwinkernd mit der Nachricht begrüßt, in ihrem Zimmer warte ein ganz spezielles Triptychon auf sie. Injomeda war sofort übel geworden, dennoch hatte sie gehofft, sich diesmal geirrt zu haben. Nein, sie hatte sich nicht geirrt. In ihrem Bett warteten drei nackte Männer auf sie. Ein Engel, ein Vampir und ein Sterblicher. Ein Triptychon, wie witzig. Die drei waren von ihr mit gezücktem Messer unmissverständlich zum Gehen aufgefordert worden. Jetzt war es Mittag, Enjomedas sechster Tag hier in der Festung, der siebte, seit sie die Zuflucht verlassen hatte. Sie lief inzwischen nur noch stocksteif und mit festgeballten Fäusten durch das Haus, war immer auf der Hut und wurde zunehmend verzweifelt. Wie sollte sie fünfhundert Jahre in diesem Sumpf aus betäubender Angst, brutaler Gewalt und leerer Genusssucht nur überstehen? Ihren Eltern hatte sie Ihr Großvater würde das nicht dulden. Und da Enjomedas nicht vorhatte, auf seine Anweisung hin jemanden zu foltern, war jetzt schon klar, dass er die Gewalt gegen sie richten und sie auf das Brutalste so lange quälen würde, bis sie nur noch eine hohle Puppe war. Komm schon, denk nicht darüber nach, Andy, flüsterte sie sich zu und zwang sich, die Fäuste zu lockern, Angst und Zorn beiseite zu schieben. Es ging nicht an, dass die düstere Zukunft ihr diesen einen strahlenden Tag nahm. Heute war sie Andy, heute würde sie glücklich sein. Sie klemmte sich die Picknickdecke unter den Arm, griff nach dem Korb mit den vorbereiteten Speisen, ging hinaus in einen der hinteren Höfe und flog los. Sobald sie sich hoch oben in der sauberen Luft befand, öffneten sich ihre Lungen und das Herz wurde ihr weit. Nicht lange danach saß Andromeda im Dunst der Mittagssonne auf ihrer Picknickdecke unter einem einem Regenschirm gleichenden Baum, der so viele Namen besaß wie Afrika sprachen. Akbar, Nioswa, Samor, Umbrella Thorn, Schirmakazie. Dabei war es gar nicht wichtig, wie dieser Baum genannt wurde. Wichtig war allein der Schatten, den er überall in der Savanne spendete. Von ihrer Decke aus konnte sie die Schwingen der zum Wasserloch fliegenden Fischreier weiß aufblitzen sehen. Das Wasserloch selbst war kaum noch zu erkennen. Zu dicht und üppig wuchs das Schilf um die Wasserstelle, seit die riesigen Füße der Elefanten es nicht mehr regelmäßig niedertrampelten. Dahinter leuchtete die Savanne im goldgrünen Farbton der Jahreszeit nach dem Regen. Enjomeda mochte die Fischreier und es gefiel ihr, wie gut sich die Pflanzenwelt an diesem Wasserloch erholt hatte. Aber die Elefanten fehlten jedoch. Die mächtigen, beeindruckenden Wesen hatten so etwas Beständiges an sich und sie kümmerten sich rührend um ihren Nachwuchs. Als Kind war sie richtig eifersüchtig gewesen, wenn die unbeholfenen Elefantenbabys sorglos im Wasser planschten, weil sie sicher sein konnten, von ihren Eltern vor den häufig in der Gegend umherstreifenden Löwen beschützt zu werden. Aber die Elefanten waren weitergezogen, aus Gründen, die nur sie selbst kannten. Obwohl Enjomeda wusste, wo sie sich jetzt am liebsten aufhielten, ging sie dort nicht hin. Sie wollte auf keinen Fall, gewisse Es reichte, dass sie einmal versehentlich eine Gruppe Rhinozerosse an solche Gäste verraten hatte. Die drei Monster hatten zwei der majestätischen Tiere vor Enjomedas Augen abgeschlachtet, während sie schrie und bettelte und versuchte, sie aufzuhalten. Sie hatten es nur so aus Spaß getan. Aus Spaß. Dieser schreckliche Tag war gleichzeitig der einzige in Enjomedas Kindheit gewesen, an dem sie stolz auf ihre Eltern gewesen war. Leyla und Kato hatten vor Wut geschäumt, als die Nachricht von dem sinnlosen Abschlachten sie erreichte, und hatten an Ort und Stelle drastische, fast tödliche Strafen verhängt. Enjomedas Eltern, die ohne Mitleid und ohne groß nachzudenken Sterbliche und Unsterbliche auf das Grausamste folterten und verstümmelten, erlaubten nichts, dass jemand in ihrem Gebiet Tiere misshandelte oder sinnlos tötete. Sie hatten ihre Haltung ihrer Tochter gegenüber damals damit begründet, Tiere könnten sich nicht aussuchen, ob sie mitspielen wollten oder nicht. Enjomedar hatte sich ein Herz gefasst und nachgefragt. Gilt das denn auch für eure Spielgefährten? Sind sie denn in ihren Entscheidungen frei? Frei genug, um nicht so unschuldig zu sein, wie ein Tier unschuldig ist. Aufgrund dieser Einstellung wimmelte es im Territorium von Leila und Kato von wild lebenden Tieren und die Gegend galt in Bezug auf ihre Fauna als eine der artenreichsten des ganzen Kontinents. Mittlerweile wusste natürlich jeder Gast hier, wie der Mord an den Rhinozerossen ausgegangen war. Aber Injomedar mochte trotzdem keine Risiken eingehen und hielt sich von den Elefanten fern. Die Fischreier konnten fortfliegen, wenn jemand kam, und auf die hatte es sowieso kaum jemand abgesehen. Wo blieb nur Nasia? Bestimmt zum zehnten Mal stand sie auf, um auf die kleine Böschung hinter dem Baum zu steigen. Von hier aus hatte sie in alle Richtungen einen freien Blick auf die Savanne. Aber nirgendwo lief die geliebte Gestalt, nirgendwo blitzte es silbern auf. Noch mochte sie die Hoffnung nicht aufgeben, also ging sie zurück zu ihrer Decke und sah nach dem Essen, das sie eigenhändig und mit all ihrer Liebe zubereitet hatte. Sie hatte das Fleisch auf Eis gelegt und in einem gut isolierten Behälter untergebracht, aber es würde trotzdem höchstens zwei Stunden lang halten, es war einfach zu warm. Andromeda liebte die Warme auf ihrer Haut, liebte den trockenen Geruch von Staub und Sand, liebte es, in der Ferne den Schrei eines Löwen zu hören. Das alles hatte sie in ihrem Leben in der Zuflucht verzweifelt vermisst. Eine Stunde später waren die Reiher davongeflogen und hatten ihr zur Gesellschaft nur noch das dichte grüne Gras gelassen. Die leichte Brise, die vorhin noch geweht hatte, war abgeebbt. Die ganze Welt schien in der Mittagshitze erstarrt zu sein. Als Injomeda wieder einmal die Böschung hinaufkletterte, lag das Land ringsum leer und still da. Nach wie vor war niemand zu sehen. »Nasir!« brüllte sie so laut sie konnte. »Wenn du nicht bald hier bist, esse ich dir das Fleisch weg. Lügnerin!« Injomeda sprang das Herz in die Kehle. Sie fuhr so schnell herum, dass sie um ein Haar das Gleichgewicht verloren hätte. Dann stand er vor ihr, heftig atmend, mit heißer Haut und Haaren, die ihm nach dem langen Lauf wirr ins Gesicht hingen. Er breitete die Arme aus und sie sprang hinein, damit er sie unter den Flügeln packen konnte, als hätte er das schon Millionen Mal getan. Und er wusste genau, wo er sie anfassen musste, um sie hoch zu heben und herum zu wirbeln. Lachend und weinend zugleich schlang sie ihm die Arme ganz fest um den Hals. Du kommst zu spät, beschwerte sie sich, als er aufhörte, sie herum zu schwenken. Ich warte schon eine Ewigkeit. Er zog sie fest an sich und rieb seine Wange an ihrer. Ich habe Hunger. Sie tat so, als würde sie ihm empört in die Rippen boxen, aber als er sie absetzte, zog sie ihn hinter sich her zur Picknick Decke und dort, dort, mitten auf dem ordentlichen Karomuster, lag ein Buch, das es eigentlich gar nicht geben durfte, weil es eine Legende war. Injometer keuchte. Sie fiel auf die Knie, streckte die Hand nach dem Auf dem Deckblatt prangte in Goldprägung das Bild eines wilden geflügelten Wesens, das Feuer spuckte. Du kannst es ruhig anfassen. Nasi hatte es sich auf der Decke bequem gemacht. Ich habe Jessamy gefragt, wie ich es auftauen soll, ohne dass es dabei zerstört wird. Auftauen? Nasi antwortete nichts, denn er hatte die Kühltasche mit dem Würzfleisch darin entdeckt und rummelte es in seiner Brust vor Wonne und er sah sie unter schweren Lidern an. Wer hat das gemacht? Injomeda kaute nervös an ihrer Unterlippe. Schmeckt es dir? Ja. Hoffentlich hast du gleich einen ordentlichen Vorrat besorgt. Er stopfte sich schnell noch ein paar Stücke in den Mund. Einen Moment lang vergaß Injomeda sogar das Grimoire. So sehr freute sie sich. Ich hab es selbst gemacht. Sie strahlte bis über beide Ohren. Mit besonderen Gewürzen, die man nur in einem bestimmten Laden in Marrakesch bestellen kann. Ich hatte mir ein Paket hier herschicken lassen, damit es rechtzeitig da ist. Nasys Augen leuchteten. Trotzdem knurrte er sie als nächstes unwirsch an. Schau dir das verdammte Buch an, damit du sagen kannst, ob es ein Star Grimoire für ihn also immer noch dein dämliches Grimoire. Ganz vorsichtig nahm sie das Buch in die Hand, dessen Ledereinband sich in fast unversehrtem Zustand befand. Lediglich der Rücken zeigte ein paar Bruchstellen. Wie kann es so alt und so perfekt sein? Es war versteckt. Vielleicht hat es Osiris im Eis gefunden, als er das Haus baute, aus dem später seine Festung wurde. Er zuckte die Achseln. Noch später ist es ins Eis zurückgekehrt. Erzählst du mir, wie du erschaffen wurdest? Hier, unter der warmen afrikanischen Sonne, wo sich die Dunkelheit nie lange hielt. Statt einer Antwort nahm er ihr das Buch aus der Hand, öffnete so grob und hastig den Verschluss, dass sie unwillkürlich zusammenzuckte und warf ihr das Buch in den Schoß. Schau rein, ist es das Richtige. Da begriff sie, dass er ihr keine Frage beantworten und doch nichts erzählen würde, bevor nicht klar war, dass es sich hier wirklich um das Star Grimoire handelte. Gut, wenn er es so wollte. Enjomeda setzte sich im Schneidersitz auf die Decke und schlug das Buch vorsichtig auf. Der Text floss über die Seiten, nur von zwei kleinen Rechtecken mit zart ausgeführten Illustrationen unterbrochen. Gold und Silber, grün und rot, die Farben hell und klar, als wären die Zeichnungen erst gestern entstanden. Auch die schwarze Tinte der Schrift leuchtete ungebrochen dunkel und kräftig. Auf der nächsten Seite fand sie die Darstellung eines Greifen, die sich über ein ganzes Blatt erstreckte. Wie wunderbar der unbekannte Künstler die gebogenen Flügel und den Löwenkörper des mythischen Wesens getroffen hatte, die dunklen Augen schwarz wie Obsidian und seltsam hypnotisierend. Vorsichtig strich sie mit der Fingerspitze über das Bild und spürte dabei, wie sich ein Kloß in ihrer Kehle festsetzte. Es ist ein Juwel, flüsterte sie ergriffen, einer der sieben verlorenen Schätze der Engelswelt. Sie rieb sich die Tränen von den Wangen, damit keine herunterrollen konnte und das Buch benetzte. Nasir setzte sich so, dass er ihr über die Schulter schauen konnte und legte einen Arm um ihre Taille. Kannst du die Schrift denn lesen? Ja, es ist eine alte Engelssprache. Obwohl Engel unsterblich waren, hatten sich ihre Sprachen im Laufe der Äonen durchaus verändert. Du würdest den Text zum Teil sehen, wenn ich ihn dir laut vorlese. Die Schreibweise hat sich stärker verändert als die einzelnen Worte. Nasirs Haar streichelte ihre Wange, als er sich vorbeugte, um die Seite umzublättern. Sein Körper ruhte stark und warm an ihrem Rücken. Dann ist es das Buch deines Schwures? Ja. Gut. Er entwand ihr das Grimoire und warf es weit fort, auf die hinterste Ecke der Decke. Als sie sich fragend zu ihm umdrehte, küsste er sie und griff in ihre Locken. Der erste Kontakt schockierte sie fast, blendete sie. Dann kam die Lust. Unversehens, hart, schmerzhaft. Sie hatte so lange auf ihn gewartet, sich so sehr nach ihm gesehnt. Stöhnend wandte sie sich in seiner Umarmung, bis sie ihm die Arme um den Hals schlingen konnte. Er aber hatte ganz andere Vorstellungen. Keine Sekunde später lag sie auf dem Rücken und Nasir war über ihr. Er hielt ihre Hände rechts und links von ihrem Kopf fest, indem er seine Finger um ihre schlang. Die Haare fielen ihm ins Gesicht, eine der eingeflochtenen Federn hatten die Reise überstanden, als er sich dicht über sie beugte. Seine Augen leuchteten silbern und hell. Er war so unglaublich schön, dachte sie, ehe sein Mund ihre Lippen eroberte, ihre Zunge verschlang und ihr Herz verrückt zu spielen drohte. Sie verschlang ihn mindestens ebenso gierig wie er sie. Zunge, Zähne, Lippen, er biss zu, natürlich biss er zu, und das war völlig in Ordnung, denn er war Nasir und er gehörte ihr. In diesem Augenblick, an diesem Tag gehörte er ihr. Er legte sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie, drückte ihre Beine auseinander, stieß mit seiner Erektion an die geschwollenen Lippen zwischen ihren Schenkeln und in ihrem Innern zuckten unbekannte Muskeln, bis sie aufschrie, die Beine um seine Talie schlang und sich an ihm rieb. Er ließ knurrend eine ihrer Hände los, griff nach unten zwischen ihre Beine. Krallen fuhren kratzend über ihre Haut. Als ihre Hose riss, zuckte sie kurz zusammen. Aber damit war es noch nicht getan. Er riss und zerrte an dem Stoff, bis ihr die Fetzen um die Stiefel hingen. Von einem Hüschen war da schon nichts mehr zu sehen. Und dann streichelten seine Finger ohne Krallen sie dort, wo es feucht und intim und warm war, bis sie am liebsten gebettelt hätte, er möge doch jetzt sofort alles nehmen, aber auch alles geben. Ihre Brüste schmerzten, die Spitzen ragten fest und drängend in die Höhe, als sie sein T-Shirt hochschob. Doch weil er immer noch nicht auf ihr drängen reagierte, zickte sie ihn kräftig ins Kinn. Da endlich sah er auf, knurrend, ein silberner Blick durch ebenso silberne Wimpern. Zieh es aus, befahl sie. Und was tat er? Er fuhr mit den Fingern in sie hinein. Ein Jometa bog das Rückgrat durch. Sie schrie, laut und schrill, bis ihr Atem nicht mehr mitspielte und ihr Körper sich schloss, um die kleine besitzergreifende Invasion nicht mehr loszulassen. Nasies Lippen glitten an ihrem Hals entlang. Sie zuckte zusammen, als sie die Fangzähne spürte, aber er biss nicht zu. Dabei schien jeder Muskel in seinem Körper zum Zerreißen gespannt. Obwohl Injomeda eigentlich gar nicht mehr denken konnte, spürte sie, was er jetzt brauchte. Sie griff ihm ins Haar, zog ihn an sich und fand den Atem für die Worte, die er hören musste. Ja, du darfst bei mir trinken, nimm mich. Nasies Anspannung wich sofort Erneut strichen seine Fangzähne über ihre zitternde, angespannte Haut, und als er die Finger aus ihr herauszog, ganz feucht von ihrer Erwartung, stöhnte sie leiser. Er tastete nach dem Reißverschluss seiner Jeans, und keine Sekunde später drängte er sich fordernd gegen ihre Schenkel. Er drückte ihre Beine hoch, bis sie die Knie in seine Brust stemmen konnte und drang in sie ein. Sie hatte damit gerechnet, dass er zustoßen würde, hatte sich auf einen Moment des Unbehagens, ihr sogar auf kurzen Schmerz eingestellt, der doch unausweichlich kommen musste. Aber er drang ganz langsam in sie ein, während er sie küsste und an ihr knabberte. Du bist sehr eng, Gefährtin. Endromedas Herz schmolz unter seinen Händen. Sie klammerte sich an ihm fest, presste sich an ihn voller Hunger, Sehnsucht, Begierde. Und während sie sich mit einer Hand immer noch an seine Hand klammerte, dehnte sich ihr Körper, streckte sich seiner Länge, seiner Härte entgegen. Mit einem tiefen Kuss schob er sich einen Zentimeter weiter vor, woraufhin sie ihm mit den Nägeln die Brust zerkratzte. Er knurrte, drängte sich noch ein Stück weiter vor, noch ein Stück, noch ein Stück. Bis er ganz in ihr steckte, ihr Schmerz, erotischen Qualen wich, das Gefühl der Zusammengehörigkeit so stark wurde, dass ihr Tränen aus den Augen ran. Nasir. Er streichelte ihre Schenkel, die Kniekehlen, bahnte sich mit den Lippen, einen kleinen Kuss nach dem anderen, einen Weg hinunter zu ihrer Kehle. Enjomedas Magen flatterte, ihr stockte der Atem, und dann versenkte er seine Fangzähne in ihr, während er sich langsam und in tiefen Stößen in ihr bewegte. Die Lust übermannte ihre Sinne wie das tosende Meer den Strand. Nasir ritt sie durch die erste Welle, entfachte eine zweite, indem er bei ihr trank und mit dem Daumen die pochende Stelle zwischen ihren Schenkeln massierte. Nach der zweiten Welle sank sie erschöpft in sich zusammen, fühlte sich satt und schlaff und weich wie Honig und ihre Muskeln zitterten. Es kostete sie alle Kraft, weiterhin beide Beine um seinen Körper zu schlingen. Nasir stieß jetzt schneller zu, löste sich von ihrem Hals, eroberte ihre Lippen, schien sie in die Erde hämmern zu wollen. Ja, er bediente sich ihrer. Sie fühlte sich genommen, mit einem Brandzeichen versehen, geliebt mit echter, ehrlicher, ungestümer Wildheit, die an den Kern ihres Wesens, ihre eigene, ursprüngliche Wildheit appellierte. Es hielt sie nichts mehr. Auch sie gab ihren Instinkten nach, und als er sich erneut zu ihrer Kehle hinunterbeugte, biss sie ihn in den Hals. Sein Knorren hatte nichts Menschliches mehr, als er zupackte und seine Fangzähne sich in ihren Hals bohrten, während es sich zu immer größerer Heftigkeit und Schnelligkeit antrieb. Nasir steckte noch an seiner Gefährtin, als er auf ihr zusammenbrach. Träge streichelte er ihre seidigen Schenkel. Er hörte ihr Herz unter sich stürmisch klöpfen, spürte, dass es in ihrem Körper immer wieder zuckte, dass die Lust noch nicht aus ihren ermatteten Gliedern gewichen war. Überraschung und Erschütterung hatten ihre Augen in große dunkle Monde verwandelt. Nasir war sehr zufrieden mit sich und der Welt, als er mit leisem Lächeln die winzigen Wunden leckte, die seine Fangzähne hinterlassen hatten. Du schmeckst göttlich. Er würde oft bei ihr trinken, wenn sie sich paarten. Jetzt waren sie gemeinsam so feucht und klebrig geworden, wie er es sich erträumt hatte und wie er es noch ein wenig genießen wollte, indem er sanft aus ihr hinaus und wieder in sie hineinglitt. Was seine Erektion freute. Sie fühlte sich langsam wieder bereit. Hast du Schmerzen? Ich habe Schmerzen, weil ich mich so nach dir gesehnt habe. Sie fuhr ihm mit den Fingern über die Lippen, die Lider schwer und träge. Du fühlst mich ganz aus. Sie lächelte, als er an ihren Fingerspitzen knabberte, stöhnte leise, als er die Hüften verführerisch kreisen ließ. Nicht aufhören. Entzückt wanderte er mit der Hand unter Tunika und Tanktop, spielte mit ihren Brüsten. Sofort schloss sich ihre Vagina wieder besitzergreifend um ihn. Das tat sie jedes Mal, wenn er eine der warmen, weichen Kugeln knetete. Und das gefiel ihm über die Maßen gut. Also drückte er noch einmal. Als Antwort bog Enjomeda den Hals durch. Nasir senkte den Kopf, leckte ihre Haut am Hals, fing an, sich zu bewegen. Langsamer dieses Mal, aber genauso tief. Er konnte es bis zu einer Stunde durchhalten. Würde es vielleicht sogar tun, wenn sie ihn ließ. Langsam, fast schon träge, fuhr er mit der Zunge an ihrem Hals entlang. Rieb mit dem Daumen über eine Brustspitze, dann über die andere. Tat so, als würde er sie beißen wollen, während sie an seinen Haaren zerrte. Ich will einen Kuss, beschwerte sie sich. Seine Gefährtin zu küssen war nun wirklich keine schwere Aufgabe. Er streckte sich auf ihr aus und suchte spielerisch nach ihren Lippen, als sie sein T-Shirt hochschob. Hilf mir, das auszuziehen. Befriedigt genug, um geduldiger zu sein, spielte er endlich mit und so küsste bald warme Luft seinen nackten Rücken. Er wollte ihr die Tunika vom Leib reißen, aber sie hielt seine Hand fest. Ich hab doch schon keine Hose mehr. Rasch zog sie sich Tunika und Tanktop über den Kopf, befreite die runden, von dunkelbraunen spitzen gekrönten Brüster. Hübsch, schnurrte er. Er kniete sich so hin, dass er sich immer noch zwischen ihren Schenkeln befand, legte ihr die Hände auf die Brust und sah zu, wie sie die Augen schloss. Als er sie sanft mit den Krallen zwickte, stöhnte sie so laut, dass seine Hoden ganz hart wurden. Von Geduld konnte keine Rede mehr sein. Wieder legte er sich auf sie. Ihre schönen Brüste würde er später streicheln und liebkosen. Jetzt wollte er sich mit dem ganzen Leib an ihr reiben, in ihr sein, sie mit seinem Duft ertränken, bis nie wieder jemand es wagen würde, sie für sich zu beanspruchen. Andy gehörte ihm. Ihre Hände fuhren an seinen Rippen entlang hoch zu seinem Rücken. Ihr Körper bewegte sich ohne ihr Zutun im Rhythmus seiner lässigen Stöße. Das ist doch... Weiter kam sie nicht. Sie musste stöhnen, als er sich noch tiefer in ihr versenkte. Er schob die Hand unter sie, packte ihr Hinterteil, hob sie hoch, um noch weiter in sie eindringen zu können. Nasir! Ihre Nägel gruben sich in seine Schultern, auf der Picknick Decke zuckten haltlos die Flügel. Unfähig zu widerstehen beugte er sich zu ihrem Hals vor und biss erneut zu. Sie kam, ungestüm und völlig außer sich. Knurrend vor Freude, weil seine Gefährtin ihn so unwiderstehlich fand, packte er noch fester zu, sog ihr Blut ein, während er sie ritt und ihr Geschmack wie eine Droge auf seiner Zunge lag. Ihre Nägel auf seiner Haut waren die reine dunkle Wonne. Sie erregten ihn, wie ihr Duft ihn erregte. Der Duft, der zu höchsten Sinneslust führte. Sein Rückgrat wurde Er hörte sie aufschreien, aber es war kein Schmerzensschrei und deshalb war es in Ordnung. Als er hinterher träger auf dem Rücken lag, nachdem er seine Jeans ausgezogen hatte, damit Andromeda sie zu ihrer Tunika tragen konnte, sah Nasie, dass seine Gefährtin ihn beobachtete. Er verstand nicht, warum, denn sie mochte nicht einfach so nackt unter dem Himmel liegen, da war sie schüchtern. Anscheinend hatte sie es jedoch gern, wenn er nackt war, denn ihr Blick wanderte immer wieder zu ihm hinüber, und dann beugte sie sich seufzend über ihn, um ihn zu küssen. Oder sie streichelte seine Brust oder seine Schenkel. Mit vorhersehbarer Wirkung, doch inzwischen machte es ihm nichts aus, sich zurückzuhalten, die erste Begierde war ja gestillt. Er kaute an dem Fleischbrocken, den sie ihm gerade in den Mund gesteckt eigenhändig zubereitete Fleisch und sah ihr zu, als sie das Buch wieder zur Hand nahm. Wie schön es ist! Noch einmal strich sie bewundernd über das rotlederne Deckblatt, ehe sie das Buch aufschlug, um sich einzelne Seiten genauer anzusehen. Sie hatte sich so hingesetzt, dass sie halbschräg mit dem Rücken an seiner Seite lehnte, einen Arm auf seiner Brust, das Haar wie elektrisiert und wild von seiner Liebe. So las sie ihm aus dem Buch vor, wobei sie ihm die Stellen, die er nicht verstand, übersetzte. Und man erzählt, der Greif sei das mächtigste aller Wesen, nur trug er einen Wahnsinn in sich, den niemand zu heilen vermochte. Er ließ sich auch nicht zähmen. Wo der Greif hinkam, tränkte Blut den Boden. Als Kämpfer hatte er nicht seinesgleichen, doch ließ er sich nie beherrschen und blieb ein wildes Wesen, das die Hand des Menschen nicht kannte. Sie blätterte um. Wer einem Greifen begegnete, vergaß den Anblick nie. Man beschrieb ihn als königliche Erscheinung, denn den Wahnsinn sah man ihm nicht an. Sein goldenes Fell glänzte im Sonnenlicht, die mächtigen Schwingen trugen ihn hoch in die Lüfter, dorthin, wo sonst nur Engel fliegen. Trotz der Gefahr, die von ihm ausging, war er zu großartig, um getötet zu werden. Sie zeigte ihm die Zeichnung eines Greifen, der neben einem Engel hoch am Himmel flog. Kannst du dir das vorstellen? Das Bild weckte Erinnerungen und Nasies Zorn. Geschichten wie die hier haben Osiris angetrieben, er wollte sie wahr werden lassen. Unwillkürlich fuhren seine Krallen aus. Alexanders Bruder war ein Kombinator, denn er beschloss, unterschiedliche Wesen miteinander zu kombinieren. Enjometer legte das Grimoire weg, um sich ganz Nasie zuwenden zu können. Entschuldige bitte, da rede ich die ganze Zeit von dem Grimoire und komme nicht auf die Idee, wie weh die das tun muss. Diese Reaktion hatte Nasie nicht gewollt. Deine Gedanken und Fragen zu mysteriösen Wesen tun mir nicht weh. Er zog sie zu sich herunter und bettete ihren Kopf auf seiner Brust. Mit dir macht es Spaß, über diese Dinge zu reden. Es ist ein Spiel. Ehrlich? Ganz ehrlich. Enjometers Herz war nicht falsch. Sie verspürte kein Verlangen danach, eins dieser Wesen zu besitzen, um es in einem Käfig zu sperren. Ich höre gern, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Und weil es in der Zeit war, erzählte er ihr von dem Bösen, das sich damals im ewigen Eis zugetragen hatte. Ich wusste vor dieser Kaskade nicht, was sie bedeutet, aber inzwischen glaube ich, Osiris hat seine Fähigkeiten in der vorigen Kaskade dazugewonnen. Da er wie sein Bruder ein Uralter war, lebte er da bestimmt schon. Enjormida nickte, und das spürte er, weil ihr Kopf immer noch auf seiner Brust ruhte. Jessimis Recherchen zufolge verändert eine Kaskade auf jeden Fall die Erzengel, und zwar in hohem Maße. Sie kann aber auch Auswirkungen auf einige andere Engel haben. Sie streichelte seine Brust, fuhr mit den Nägeln über seine Haut, und das feine Fell dessen Streifen darauf wuchs. Wenn sie ihn streichelte, konnten Tod und Dunkelheit ihm nichts anhaben. Osiris Fähigkeit bestand darin, zwei Dinge zusammen zu bringen und eines daraus zu machen. Eine Fähigkeit, die niemand weiter beachtet hatte. Warum auch? Sie war allen wohl eher albern und unwichtig erschienen. Zuerst hat er unbelebte Dinge zusammen geführt. Einfach so. Aus Spaß und zur Belustigung seiner Freunde. Ein Stuhl mit einem Besen zum Beispiel. Oder ein Schwert mit einem Stein. Aber dann wollte er herausfinden, ob er das nicht auch mit lebendigen Dingen tun konnte. Das stand so in den Tagebüchern, die Raphael für Nasi aufbewahrt hatte. Er fing mit Pflanzen an. Das funktionierte. Er ist für eine Menge außergewöhnlicher Pflanzen auf dieser Welt verantwortlich. Pflanzen, die nicht nur in einer, sondern in vielen Farben blühen. Oder ungewöhnliche Züchtungen, bei denen niemand versteht, wie sie entstehen und sich noch dazu vermehren konnten. Enjomida hauchte ihm einen leichten, warmen Kuss auf die Brust. Als Raphael mich fand, fuhr Nasi fort und zu sich in die Zuflucht holte, riss sich anfangs die Blätter von sämtlichen Blumen, die Osiris vor meinen Augen erschaffen hatte. Nach einer Weile brauchte ich das nicht mehr. Ich wusste, sie hatten ihn besiegt und sollten ruhig existieren dürfen. Sie lebten, ich auch, er nicht. Aber irgendwann beschloss er, von den Pflanzen auf Menschen, auf Kinder überzugehen. Andromedas Stimme bebte vor Zorn, die Hand auf Nasies Brust war zur Faust geballt. Wie konnte das geschehen? Wie kann irgendjemand so etwas vor sich selbst rechtfertigen? Oder gar vor anderen? In seinen Tagebüchern ist von einem Zufall die Rede. Er fand einen Straßenjungen und brachte ihn zu seinem alten Labor auf Alexanders Territorium, wo der Kleine für ihn putzen sollte. Als er mit dem Jungen in seinem Zimmer saß, kam plötzlich sein Jagdhund herein. Die Idee, aus den beiden ein einziges Wesen zu erschaffen, nannte er in seinen Aufzeichnungen den ruhmreichen Geistesblitz eines Genies. Nasir hob Andromedas Bein an und legte es über sich. Sie drehte sich noch ein bisschen mehr auf die Können. Das Gewicht ihrer Gliedmaßen, ihr Duft, ihre Wärme, das alles verankerte ihn in dieser Zeit, in diesem Moment. Er lag hier mit seiner Gefährtin im Arm, sie hatten sich gerade geliebt und Osiris war tot. Er würde nie wieder irgendwelche Abscheulichkeiten begehen können. Er hat die beiden, den Jungen und den Hund gleich an Ort und Stelle zusammenzufügen versucht. Sie starben in einem grauenhaften Durcheinander ausgebrochenen Knochen und inneren Organen. Nasirs Herz schlug hastig. Es raste vor Wut, denn dieser Mord stellte erst den Anfang eines langen, todbringenden Regimes dar. Der Fehlschlag hat ihn erst recht angespornt. Der Plan, Lebewesen zusammenzufügen, wurde ihm zur Obsession. Er kaufte armen Leuten ihre Kinder ab oder stahl sie einfach. Er beauftragte, Wilderer und Jäger in die jungen erlegten Tiere zu bringen. Er hob in Jomme das Hand an den Mund, küsste ihre Finger und zwang sich, an den Frieden zu denken, den er unter dem Eis empfunden und gespürt hatte. Jungen Trauer, keinen Schmerz, keine Angst, Frieden. Der Junge, der ein Teil von mir wurde, wuchs einsam und allein auf. Sein einziger Freund war der kleine Tiger. Osiris hatte den Jungen als Baby gekauft oder gestohlen. Ich habe es nie herausfinden können. Ich weiß nicht, wer die Eltern des Jungen sind. Er fuhr Andromeda mit der Hand durch das Haar, ergriff eine Handvoll Locken und ließ sie wieder los, eine glänzende Wolke aus Leben und Licht. In seinen Tagebüchern nannte er uns seine Hoffnung. Ein Hohn, dieses Wort in diesem Zusammenhang. Ich gönne ihm diese Genugtuung nicht, aber mit dem kleinen Tiger und dem Jungen hatte er Erfolg. Osiris hat nie herausgefunden, warum. Und ich könnte es dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass einander zu überleben halfen. An die Wandlung an sich erinnerte sich Nasir nur noch verschwommen. Es hatte unendlich wehgetan, das wusste er noch. Andromeda richtete sich auf. Ihre Augen versprühten Gefühle, die nur noch wenig mit Kultur und Erziehung zu tun hatten. Bin ich froh, dass er tot ist. Er drückte sie wieder an sich. Ich habe gleich nach der Transformation versucht, ihn umzubringen, war aber zu schwach. Er hatte sich gefühlt, als sei er eine zerbrochene Puppe mit Gliedern, die ihm nicht gehorchten und einem hohlen Kopf. Es hat Monate gedauert, bis ich wieder klar denken konnte, fuhr er fort, auch wenn meine Gedanken wohl nicht dem Muster menschlicher Überlegungen folgten. Ich dachte aber auch nicht wie ein Tier. Es war wohl eher eine Mischung aus beidem gewesen, verschmolzene Gedankenstränge. Ich musste neu laufen, neu sprechen lernen. Osiris wollte wissen, warum ich zwei Beine hatte und nicht vier, warum die Gestalt des Jungen sich in vielerlei Hinsicht gegenüber der des Tigers durchgesetzt hatte. Also unternahm er weitere Experimente. Enjomedas Augen blitzten. Was bin ich froh, dass er tot ist, wiederholte sie mit Inbrunst. Andererseits könnte er gut kurz wieder auferstehen, damit ich ihm das schwarze Herz aus dem Leib reißen und ihm ins Maul stopfen kann. Nasir zeigte Zähne. Ach, ich wusste es von Anfang an, du bist meine Gefährtin. Er zog sie an sich, küsste sie und spielte mit ihrer Zunge, bis ihre Flügel und Schenkel zitterten. Mit einer Hand unter der Tunika auf ihrer Brust drehte er sie auf den Rücken und sog mit bebenden Nüstern ihren köstlichen Duft ein, bevor er die Hand weiter wandern ließ. Der lockere Bund der Jeans stellte kein Hindernis dar und bald tauchten zwei seiner Finger in die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen. Als er den Kopf hob, wirkten ihre Lippen voller als zuvor und ihr Atem ging flach. Noch Fragen. Lieder mit silbernen Wimpern hüllten seine Augen in Schatten, während er zusah, wie sich ihre Brust hob und senkte, weil er seinen Daumen mit dem kleinen heißen Hügel zwischen ihren Schenkeln spielen ließ. Sie schnappte sich sein Bizeps, drückte zu, funkelte ihn an, was ihr allerdings nicht richtig gelang, weil die Lust sie packte und unkontrollierbare Wellen durch ihren Deine ganz persönliche Bestie. Er knabberte an ihrer Unterlippe, zupfte an der Haut, während sich seine Finger spielerisch geschickt bewegten und ihr fast gegen ihren Willen einen herrlichen Orgasmus bescherten, der sich für ihn anfühlte wie süßes Flattern und den er am liebsten mit der Zunge aufgeleckt hätte. Nasie lief das Wasser im Mund zusammen. Du sollst heute nach dem Dinner mein Nachtisch sein, flüsterte er dicht an ihrem Ohr. Ich werde dich schlecken wie Honig und meine Fangzähne in das zarte feste Fleisch zwischen deinen Schenkeln versenken. Ihr Körper bebte. Die Schenkel, die er eben erwähnt hatte, umklammerten seine Hand. Enjomada zuckte selbst dann nicht zusammen, als er die Krallen ausfuhr, obwohl ihre Haut zart und empfindlich war. Seine Gefährtin war so wild wie er, und sie wusste, würde ihr nie wehtun. Zitternde Finger wühlten sich in sein Haar, aber die Zähne an seinem Kinn waren scharf. Wollen doch mal sehen, wer hier wen beißt, wenn ich dich zuerst vor den Mund kriege. Er zog ihr knurrend die Jeans aus, und zehn Minuten später lag Enjomada schweißgebadet und nackt auf seiner Brust, während Nasies Herz sich erst einmal beruhigen musste, weil es noch wild schlug, auch wenn er selbst schon lang ausgestreckt, satt und befriedigt im warmen Sonnenschein ruhte. Als sich Enjomada schließlich aufrichtete, um ihn anzusehen, sah sie betörend aus, gezeichnet von seinen Küssen und Bissen. Er schwelgte in ihrem Anblick und in der Zuneigung, die er in ihren Augen las. Wie lange haben wir noch, bis wir reingehen müssen? Stunden. Als ihm die Augen zufielen, strich sie ihm die Haare aus dem Gesicht. Nicht einschlafen, ich hab doch noch eine Frage. Er war so satt und träge, er machte sich nicht die Mühe, die Augen zu öffnen. Ja? Wie du zur Chimere wurdest, weiß ich ja nun, aber was ist mit deinem Vampirismus. Nasir gähnte. Osiris fürchtete, ich könnte keine echte und sterbliche Chimere sein und ihm wegsterben, ehe er herausgefunden hatte, was er wissen wollte. Außerdem sollte ich ein Kind bleiben, weil er mich dann leichter handhaben konnte. Nach einem von Nasirs Angriffen hatte seinem Erschaffer die Haut in Fetzen von den Wangen gehangen. Von wegen leichter handhaben, fuhr er fort. Der Tag, an dem Raphael kam und mich fand, weil er von einem Kurier, der mehr gesehen hatte, als er hätte sehen dürfen, erfahren hatte, was Osiris trieb. An diesem Tag hatte ich Osiris an der Decke hängend aufgelauert. Ich hatte ihn angesprungen, ihm die Augen ausgekratzt und dafür gesorgt, dass er die Treppe hinunter fiel. Er schlug sich dabei den Schädel auf und verlor das Bewusstsein. Da hatte ihm Nasie Kehle und Brustkorb aufgerissen. Jedenfalls waren das Osiris Gründe, mich genauso zu erschaffen. Injometer war vor Entsetzen, wie er starrt. Was für eine Horrorvision. Ein Kind zum Vampir zu machen, ist strengstens verboten. Kinder werden verrückt, wenn sie erschaffen werden. Viele sterben daran. Ich bin dem Tod wohl auch ziemlich nahe gekommen. Vielleicht überlebte ich, weil ich ja nicht jemere war. Und ich war hinterher nicht irre als vor dem Prozess. Du warst nie wahnsinnig. Ich war wild. Das ist kein Wahnsinn. Küsse auf sein Kinn. Er reckte sich den Küssen entgegen, verlangte schamlos mehr. Entjometer gab ihm, was er wollte. Ihre Lippen waren so sanft, ihre Liebe wild. Um diese wilde Liebe sehen zu können, schlug er die Augen auf. Er nahm ihre Hand und küsste ihre Fingerspitzen, eine nach der anderen. Die, die darüber Bescheid wissen, glauben, ich sei deshalb unsterblich und so stark, weil ich als Kind das Herz eines Uralten verzehrte. Macht dir das etwas aus? Nein. Nasir bläckte die Zähne. Ich mag die Vorstellung, meinen Feind verspeist und seine Stärke zu meiner eigenen gemacht zu haben. Ich auch. Die Augen seiner klugen, wilden Gefährtin funkelten. Du bist trotz der Erschaffung gewachsen und ganz normal älter geworden. Ja. Das hatte niemand erwartet. Raphael und die anderen hatten sich darauf eingestellt, sich für alle Zeiten mit dem Kummer und den Qualen eines Kindes befassen zu müssen, dessen Leib nicht wuchs, sein Verstand aber schon. Beim Wachsen folgte mein Körper dem Muster der Engel. Niemand wusste weswegen, aber es gab eine Theorie. Da Nasie als Chimäre von Haus aus unsterblich war, hatte sein Körper die Gifte teilweise abwehren können, als Osiris ihn erschaffen wollte. Allerdings nicht ganz, weil er noch klein und schwach gewesen war. Deshalb die Wesenszüge, die zu einem Vampir gehörten. Seit ich erwachsen bin, werde ich nicht merklich älter. Wie Engel auch. Wir können bis in alle Ewigkeit zusammen sein. Enjomida wurde kreidebleich. Jetzt reicht's mir aber. Er ließ sie auf den Rücken fallen und richtete sich über ihr auf, die Hände rechts und links von ihrem Kopf aufgestützt. Was verbirgst du vor mir? Sein Ton hatte kaum mehr etwas Menschliches. Morgen Andromeda räusperte sich, ihr war die Kehle zu eng geworden. Morgen muss ich an den Hof von Cherry Semnon. Nasie schnitt eine Grimasse. Deinem Erzengel Tribut sollen? Ich komme mit, beschütze dich. Nein, Andromeda fiel das Atmen immer schwerer, fast schien es unmöglich überhaupt noch Luft in ihre Lungen zu bekommen. Ich bin dazu verpflichtet. Ich muss 500 Jahre lang an seinem Hof Dienst tun. Nasie erstarrte. Warum bist du dazu gezwungen? Ein familiärer Blutschwur, über den nicht verhandelt werden kann. Das klang endgültig. Nasie zischte. Niemand kann Cherry Semnon leiden, sagte er, ignoriere die Verpflichtung doch einfach. Er knabberte an ihrer Unterlippe und dann gleich noch einmal, weil sie ihm Dinge verschwiegen hatte, die ihr wehtaten. Nägel gruben sich in seine Schultern und sie schloss die Augen ein bisschen. Er strich ihr mit der klauen bewährten Hand über die Wange, was sie wenig beeindruckte. Ich mag deine Nägel in mir, sagte er grinsend, grabfester. Sie fauchte empört. Ich kann da nicht einfach nicht aufkreuzen, fuhr sie ihn an. Du weißt doch, wie Erzengel sind. Sie kämpfen vielleicht untereinander, aber wenn es in den jeweiligen Familien Rebellion gibt, dann unterstützen sie ganz bestimmt nicht die Rebellen. Alles ändert sich gerade. Nasie stützte sich auf die Unterarme. Raphael hasst Sherry Semnon, weil er den Sturz der Engel herbeigeführt hat. Er und Raphael hinter seinen Sieben stand. Andromeda schüttelte den Kopf. Das könnte ihn verbündete wie Estet kosten, die traditioneller denken. Nasie knurrte, ohne ihr zu widersprechen. Wie auch immer, sie wussten beide, dass Andromeda recht hatte. Estet betrachtete Sherry Semnon als Feind, doch wenn Raphael gegen ein so wichtiges Gebot seiner Gattung verstieß, würde das der Allianz gegen Lijuan und Sherry Semnon sehr schaden. Interne Streitigkeiten und große Meinungsverschiedenheiten bei ihren Gegnern wiederum behalfen Lijuan zu einem Vorteil, den sie gnadenlos ausbeuten würde. Aber Jason hat Nia Mahia weggenommen. Unsere Umstände mögen sich zwar oberflächlich betrachtet ähneln, sind aber eigentlich grundverschieden. Andromeda hatte Hoffnung geschöpft, als sie von der Geschichte der Prinzessin hörte, hatte alles ausgegraben, was sich zu diesem Thema finden ließ. Die Dienstverpflichtung, der ich unterliege, bezieht sich explizit auf den Hof meines Großvaters. Ich hasse Schwüre, murmelte Nasir finster. Jetzt, da wir ein Paar sind, erlaube ich dir keine mehr. Und wenn ich gern schwören würde, dich bis in alle Ewigkeit zu lieben? Eine leise Frage. Der Schwur ist erlaubt. Er biss sie sacht in die Nase. Ich liebe dich, auch wenn du andauernd dämliche Schwüre leistest, die ich dann brechen muss. Sie war empört. Den hier hab ich mir nicht ausgesucht. Der Zorn ließ ihre Stimme rauh 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 heiser werden. Ich will da nicht hingehen, aber wenn ich es nicht tue, wird Cherry Semnon mich zur Verbanden erklären und einen Preis auf meinen Kopf aussetzen. Selbst wenn Raphael der Blutschur egal ist, irgendwer wird das schon anders sehen oder sich für das Kopfgeld interessieren. Ich wäre bis zum Ende meiner Tage eine Gejagte. Und mit ihr würden sie Nasir jagen. Das wäre doch kein Leben. Was ist mit deinem Vater? Kato würde sich nie gegen seinen Erzengel stellen. Nasir sah sie an. Aber Kato ist nicht dem Blut nach dein Vater. Das weißt du doch, oder? Warum tust du dann so, als wäre es dir nicht klar? Der Hariel hat sich nicht nur außergewöhnlich aufmerksam um dich gekümmert. Seine Flügelzeichnung ist mit deiner fast schon identisch. Enjometer wandte den Blick ab, was Nasir nicht zulassen mochte. Er hob ihr Kinn an und zwang sie ihn anzusehen. Da gab sie nach. Ich war so glücklich, als mir das klar wurde, gestand sie leise. Ich fand ihn so tapfer und stark und intelligent. Und das ist er ja auch. Gleichzeitig ist er zu den abscheulichsten Grausamkeiten fähig. Sie holte Tiefluft. Zehn Jahre vor meiner Flucht in die Zuflucht kam ich einmal im Haus meiner Eltern zufällig dazu, wie er einen sterblichen Jungen folterte, der kaum volljährig war. Der Anblick hatte Andromeda den Boden unter den Füßen weggezogen. Alle Hoffnung, die sehnte Harriel gesetzt hatte, hatte sich mit einem Schlag verabschiedet. Er wollte, dass ich ihn so erlebte, flüsterte sie. Er hatte die Hoffnung in meinen Augen gesehen. Die wollte er zerschlagen, indem er mir seine wahre Natur zeigte. Nicht so sehr von der Suche nach Gefühlen getrieben wie ihre Eltern, aber mindestens ebenso übersättigt wie sie. Andromeda hatte ihn angefleht, den Sterblichen gehen zu lassen, woraufhin der Mann, der dem Blut nach ihr Vater war, mit spöttisch hochgezogener Braue seine Peitsche noch einmal auf den Rücken des Jungen niederfahren ließ, bis er wimmerte und Blut aus den Striemen trat. In der Welt der Unsterblichen kann ein weiches Herz zum Tod führen. Es zieht Raubtiere an. Wenn du überleben willst, nimm dir ein Beispiel an mir. Injomeda hatte sich stattdessen übergeben. Der Harriel ist ein Bastard, fand auch Nasir, aber er ist auch Estets Stellvertreter und kann darum bitten, dir Zuflucht zu gewähren. Wenn es so liefe, würde sich niemand einmischen. Immerhin bist du sein Kind. Injomeda wusste, dass er Recht hatte. Die Erzengel und auch andere konservative ältere Engel würden diesen Fall als Privatangelegenheit ihrer Familie betrachten, da der Harriel und somit auch Estet ebenso Anspruch auf sie erheben konnten wie Cherry Semnon. Ich habe ihn gefragt, gestand sie leise, vor etwa fünfzig Jahren. Voller Verzweiflung hatte sie die Demütigung einer Zurückweisung in Kauf genommen, denn der Harriel mochte wohl grausam sein, aber am Hof von Estet ging es wirklich nicht so zu wie an dem von Cherry Semnon. Nasir kniff die Lippen zusammen. Er hat Nein gesagt. Zu seinem eigenen Kind? Engel lieben ihre Kinder. Auf seiner eigenen seltsamer Art liebt er mich wohl auch. Deswegen hatte sie die Zurückweisung noch stärker getroffen. Sie hatte sich im Stich gelassen gefühlt. Er sagte, er habe mir gegeben, wozu er in der Lage sei und würde mich auch weiterhin trainieren, aber in allem anderen sei ich auf mich selbst gestellt. Das war damals. In den letzten fünfzig Jahren hat sich allerhand verändert. Aber er hat mir nie angeboten, sich für mich einzusetzen, obwohl wir uns oft genug beim Training sahen. Sie strich Nasie das Haar aus dem Gesicht. Ich glaube, die Bindung zwischen uns hat nie so stark werden können, dass er mich als sein Kind, sein eigen reklamieren würde. Er wusste ja erst fünfzig Jahre nach meiner Geburt, als meine Flügel ihre endgültige Zeichnung angenommen hatten, dass ich seine Tochter bin. Da war es zu spät, in mir das schutzlose Baby zu sehen. Sie hatte in der Harrile anscheinend nicht die beschützte Instinkte eines Vaters geweckt. Dann willst du, dass ich fünfhundert Jahre warte? Ja, dachte sie. Nein, sagte sie aber laut, obwohl es ihr die Seele nicht von dir erwarten. Er knurrte sie laut und wütend an, fast hätte sie Angst bekommen. Und wirst du dich an Cherry Semnons Hof mit anderen Paaren? Nein, sie boxte ihn empört in die Schulter, aber er rührte sich nicht. Warum sagst du so schreckliche Dinge? Warum sagst du, ich soll nicht auf dich warten? zischte er. Wenn du mir gehörst, dann morgen immer. Enjomeda fing an zu weinen, nicht leise und diskret, sondern mit lautem Schluchzen, das alles beinhaltete. Ihre Qualen, ihre Liebe, ihre Träume. Nasi ließ sich auf den Rücken fallen, zog sie an sich, streichelte leise schnurrend ihr Haar und ihren Rücken. Tut mir leid, wenn ich zu laut geworden bin. Ich würde dir nie wie tun. Das weiß ich doch, versicherte sie unter Tränen. Wenig später putzte sie sich die Nase, schluckte die letzten Tränen hinunter und lag still in seinen Armen. Ich hab doch nicht geweint, weil du geknurrt hast. Ich hab geweint, weil du so wunderbar bist und ich den Gedanken nicht ertragen kann, dich zu verlassen. Es muss einen Weg geben. Es ist ein Blutschwur und ich bin eine Chimäre aus einem kleinen wilden Jungen und einem genauso wilden kleinen Tiger erschaffen. Ich lass mir schon einen Ausweg einfallen. Auf keinen Fall würde seine Gefährtin am Hof des Erzengels der Pestilenz enden. Am nächsten Tag musste er zusehen, wie sie ihre Reise an genau diesen Hof antrat. Fünfhundert Jahre, sagte sie, die Hand auf seiner Brust, auf dem Herzen, das für sie schlug. Und du willst wirklich warten? Wenn ich muss, ja. Er eroberte ihren Mund mit einem langen, hungrigen Kuss. Aber das wird nicht der Fall sein. Halte Ausschau nach mir. Ich werde dich holen. Er vergrub beide Hände in ihrem Haar. Bleibe am Leben. Er kannte die grässlichen Regeln am Hof ihres Großvaters, wusste von den Schrecken, die ihr bevorstanden. Das mache ich, versprach sie. Nur stand in ihren Augen die Angst, es könnte vielleicht nicht reichen. Der Tod kannte viele Gestalten, nicht alle bezogen sich auf den Körper. Eine Woche nach ihrer Trennung warf Indromeda wieder einmal einen sehnsüchtigen Blick durch die Balkontüren ihres Schlafzimmers. Sie konnte nicht anders. Natürlich wusste sie, dass ihre wilde Chimäre unmöglich einfach so einen Blutschwur aus der Welt räumen konnte, der einem Erzengel gegenüber abgelegt worden war. Aber sie wartete trotzdem. Er würde sich bestimmt hier einschleichen und sie besuchen. Da war sie sich sicher, auch wenn sie sich seit dem Abschied im Haus ihrer Eltern nicht mehr gesprochen hatten. Indromeda wagte es nicht, ein Handy bei sich zu tragen. Wenn ihr das abgenommen würde, erführe ihr Großvater sofort, dass Nasi für sie keine kurze Affäre gewesen war, sondern der Mann, dem ihr Herz gehörte. Er würde Mittel und Wege finden, etwas Hässliches daraus zu machen. 500 Jahre Natürlich hatte sie fest vor, um ihr Überleben zu kämpfen, doch manchmal fürchtete sie, dass sie nach dieser langen Zeit nicht mehr dieselbe wäre. Heute hatte ihr Großvater sie zu sich beordert, um ihr eine spezielle Aufgabe zu übertragen. Sie hatte den draußen auf dem Hof angeketteten Vampir schon gesehen und auch die Folterwerkzeuge, die sie auf keinen Fall in die Hand zu nehmen gedachte. Also würde man statt des Vampirs sie selbst quälen. Nicht öffentlich, sondern in einem finsteren Verlies, denn immerhin war sie eine Prinzessin an diesem Hof. Die Folter würde auch nicht von unerfahrenen Händen an ihrem nackten Körper vorgenommen werden, sondern von Sherry Semnons Meisterschafrichter. Der große, magere Engel würde ihren Verstand bis sie wie Layla war, wie Kato. Die Tochter und das Pflegekind, beide von Sherry Semnon großgezogen. Aus beiden hatte er leere Hüllen gemacht, um sie dann nach seinen Vorstellungen zu füllen. Andromeda glaubte inzwischen zu verstehen, warum ihre Eltern immer noch zusammen waren, weil nur sie einander verstanden und wussten, welche Hölle sie überlebt hatten. Auch das war Liebe, eine erschütternd verunstaltete Liebe zwar, aber dennoch Liebe. In Andromedas Eingeweiden brodelte es. Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt, während sie ihre Uniform anlegte, die aus einer dunkelbraunen Hose und einer hellbraunen Tunika bestand, die auf der Vorderseite links mit den Umrissen eines Baums bestickt war. Es war eine Schirmakazie, der Baum, unter dem sie sich mit Nasie geliebt hatte. Die Erinnerung an ihren Nachmittag das sie tief in ihrem Herzen bewahrte. Jetzt flocht sie sich noch einen Zopf und band sich ihr Schwert um. Keine Zeit mehr. Nasie, kämpfe für Nasie, lass nicht zu, dass sie ihn dir rauben. Hocherhobenen Hauptes verließ sie ihr Zimmer und machte sich auf den Weg zu dem Innenhof, der zu Cherry Semnons Privatgemächern gehörte. Es roch nach Alkohol und verschiedenen narkotischen Substanzen, mit denen Unsterbliche sich berauschen konnten, und ein paar Höflinge hingen immer noch betäubt über den Tischen, wo sie die ganze Nacht verbracht hatten. Ein fast noch bewusstloser Engel schlurfte vorbei, ohne zu bemerken, dass seine schlaff herabhängenden Flügel den klebrigen Fußboden wischten, während auf einem der Sofas mit offenem Mund ein völlig übersättigter Vampir schlief, im Arm einen sterblichen Jungen, der noch keine Sechzehn zu sein schien. Als sie es hinter sich stöhnen hörte, drehte sich Indromeda rasch um. Einer der Generäle ihres Großvaters kopulierte gerade mit einer Vampirfrau, die bereits von oben bis unten voll blauer Flecken war, weil er so fest zupackte, der es aber trotzdem Spaß zu machen schien, auf dem Esstisch genommen zu werden. Sie durchquerte den Hof, ohne anzuhalten, schlug einen weiten Bogen um schlafende oder anderweitig zu Fall gebrachte Körper und ignorierte verschiedene Anträge, die ihr lallend hinterhergerufen wurden. So gelangte sie an die beiden hinteren Hoftüren. Meisterwerke der Holzschnitzerei mit feinen Einlegerarbeiten aus Gold und Edelsteinen. Diese Türen waren ebenso schön wie das Herz ihres Großvaters verdorben. Die Posten, hellwach und bestimmt nicht betrunken, rissen sie umgehend auf, sodass Andromeda ins innerste Heiligtum der Privaträume weitergehen konnte. Ehe sie die nächste Tür aufstieß, musste Andromeda wieder einmal ihren tiefen Abscheu vor der bevorstehenden Begegnung überwinden. Hier gab es keine Wachen, dafür hinter der Tür seidene Vorhänge, die man zur Seite schieben musste, ehe man in Sherry Semnons Schlafzimmer stand. Andromedas Großvater lag im Bett, der einst so gesunde, muskulöse Körper deutlich geschrumpft und von Narben gezeichnet. Er hatte die Seuche selbst verbreitet, die sich dann wie ein tollwütiger Hund auch gegen ihn gewandt hatte. Aber im Gegensatz zu anderen Opfern genas er wieder. Noch dazu relativ schnell, was im Grunde kein Wunder war. Immerhin war er ein Erzengel. Mit der Zeit würden die Narben verblassen, die jetzt dünnen, glanzlosen, rotbraunen Haare würden dichter werden und sich Die Muskelmasse würde sich neu aufbauen, bis er nach außen hin wieder ein gut aussehender Erzengel mit goldbrauner Haut und fast ebenso dunklen Augen war, dessen Blick goldene Funken zu versprühen vermochte und dessen makellose Lippen Sinnlichkeit versprachen. Nicht immer trugen Sterbliche und Unsterbliche ihre Hässlichkeit sichtbar vor sich her. Enjometer gab sich Mühe, die kaum erblühten Mädchen in Sherry Semnons Bett zu ignorieren. Sire? Die Anrede blieb ihr fast im Hals stecken. Ach, meine liebe Enjometer. Sherry Semnons Stimme war durch die Krankheit heiser geworden. Mein Verwalter sagt, du lebst dich ein? Ja, Sire. Sherry Semnons antwortete nicht sofort. Er war abgelenkt, denn gerade erwachte eins der Mädchen neben ihm. Diese jungen Konkubinen waren so erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass sie einander hinterrücks erstechen würden, um Noir seine Gunst nicht zu verlieren. Waren die Mädchen zu alt für ihn geworden und wurden seinem Geschmack nicht mehr gerecht, dann bereiteten sie als Hofdamen und Kammerzofen Jüngere darauf vor, ihren Platz einzunehmen. Das alles machte Enjometer ganz krank, ohne dass sie eine Möglichkeit gesehen hätte, dagegen vorzugehen. Sie hatte mit der jüngsten Gruppe das Gespräch gesucht und angeboten, einen Ausweg für sie zu finden, aber sie hatten ihr lachend und völlig glaubwürdig versichert, glücklich zu sein. Das Leben am Hofe biete ihnen so viele Möglichkeiten. Jetzt dem Sire zu dienen, steigert mein Wert bei meiner späteren Heirat, hatte ihr einste hübschen Kinder erklärt, für meinen Mann wird die Ehe mit mir eine Ehre sein. Das war traurig, aber leider nur zu wahr. Cherry Semnon hatte seine Leute so konditioniert, dass sie als ehrenvoll ansahen, was für Andromeda pervers war. Jetzt konnte die junge Gelehrte nur noch nach Mädchen Ausschau halten, die nicht ganz so willig schienen, um ihnen nach Möglichkeit zu helfen. Enkelin, ich habe eine Aufgabe für dich, verkündete Cherry Semnon jetzt, die Hand auf der eben erst gerundeten Brust des Kindes neben ihm. Andromedas Magen drohte mit Rebellion. Sire, es ging nur darum, am Leben zu bleiben. Solange sie lebte, gab es eine Hoffnung, denn Nasir kämpfte für sie. Deswegen musste sie auch und bis zum letzten Atemzug an ihrem Verstand und ihrer Seele festhalten. Cherry Semnon grinste ein wenig schief. Eigentlich solltest du heute Morgen vor meinem Hof deine Abstammung unter Beweis stellen, denn niemand darf jemanden aus meiner Blutlinie für schwach halten. Meine Geschicklichkeit mit dem Schwert haben sie doch schon beobachten können. Cherry Semnon wischte den Einwand mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite. Man kennt dich allgemein als Gelehrte. Eine Prinzessin in meinem Hof muss hart und mitleidlos sein. Kalter Schweiß lief Injomeda am Rückgrat hinunter. Ja, Sire. Sire. Wie ich sagte, das war mein Vorhaben. Aber damit werden wir jetzt wohl bis zu deiner Rückkehr warten müssen. Eine Atempause also. Nur mochte Injomeda sich darüber nicht freuen. Es konnte sie ja durchaus noch Schlimmeres erwarten. Meine Rückkehr? Wie es aussieht, möchte Alexander dich sprechen. Wie bitte? Sprachlos geworden, starrte Injomeda ihren Großvater einfach nur an. Der lächelte zufrieden, dass seine Überraschung gelungen war. Er hat das Gefühl, dich für die Hilfe bei seiner Rettung belohnen zu müssen. Jetzt galt es vorsichtig zu sein. Injomedas Hände wurden feucht. Nur kein falsches Wort. Was ich getan habe, beeinträchtigt das ihr Verhältnis zu Lijuan? Eigentlich wartete sie seit ihrer Ankunft darauf, hierfür zur Rechenschaft Scherisemnon ließ von den Mädchen neben sich ab. Gut erzogen und pflichtbewusst zogen sie sich lautlos zurück, ohne sich vorher etwas übergezogen zu haben. Scherisemnon stieg ebenfalls nackt aus dem Bett und zog sich einen dunkelroten Morgenmantel an. Injomeda sah erst wieder hin, als sie sicher sein konnte, dass er den Gürtel geschlossen hatte. Das hätte durchaus geschehen können, und ich werde dich auch noch bestrafen, weil du deine Handlungen nicht vorher mit mir abgesprochen hattest. Auf einmal stand nicht mehr ein alter Mann mit ekelhaften Angewohnheiten vor Injomeda, sondern ein Erzengel, dessen Macht einen blenden konnte. Doch da Alexander nun offenbar sanfte Gefühle für dich hegt, sehe ich keinen Grund, warum wir daraus kein Kapital schlagen sollten. Dann möchten sie, dass ich die Beziehung zu ihm pflege? Andromeda blieb höflich und respektvoll, auch wenn sie das Gefühl hatte, auf einem sehr hohen, sehr dünnen Drahtseil zu balancieren. Aber würde das nicht Lijuan verärgern und ihre Allianz bedrohen? Alexander ist ein Uralter. Cherry Semnon goss sich einen Drink ein. Wenn wir sein Wohlwollen gewinnen können, wird Lijuan weniger bedeutsam. Andromeda machte sich nichts vor. Sie wusste, dass ihr Großvater sie ganz bestimmt nicht ins Vertrauen zog. Also durfte sie seinen Worten keinen allzu großen Glauben schenken. Natürlich, Sire. Cherry Semnon setzte das Glas, das er in der Hand hielt, ab. Seine Lippen wurden schmal, sein Blick eisig. Lijuan hätte nie ein Kind aus meiner Blutlinie entführen dürfen, und sie hätte mich über ihre Pläne in Bezug auf Alexander in Kenntnis setzen müssen. Daher also wehte der Wind. Sie persönlich bedeutete ihrem Großvater nichts. Das wusste Injomeda genau. Trotzdem blieb sie ein Symbol für seine Herrschaft. Lijuan hatte eindeutig eine Grenze überschritten, mehr noch allerdings damit, dass sie ihren Verbündeten nicht in ihre Pläne eingeweiht hatte. Mit mir zusammen wäre sie erfolgreich gewesen, verkündete Es war dumm, von ihr mich nicht einzuweihen. Ja, Sire. War das alles? Injomeda wartete. Jedoch entließ Cherry Semnon sie erst, nachdem er ihr noch mitgeteilt hatte, dass Alexander am nächsten Tag im Haus ihrer Eltern sei. Sie solle dorthin fliegen und sich auf den Besuch vorbereiten. Schon wieder hätte sich die Gelehrte fast übergeben, diesmal allerdings vor Erleichterung, denn immerhin blieb ihr die Folter fürs Erste erspart. Sie lehnte es ab, sich von einer der Wachen begleiten zu lassen, als sie abreiste. Sie war Kriegerin und Gelehrte, Gefährtin einer wilden Chimäre, da schaffte sie es von einer Ecke des Territoriums in die andere auch ohne Wächter an ihrer Seite. Nach dem Start blieb sie erst einmal unterhalb der weißen Zuckerwatte Wölkchen, weil sie die Landschaft genießen wollte, die sie überflog. Nach einer knappen halben Stunde lag die Stadt hinter ihr, deren Zentrum Cherisemnons Palast bildete. Unter ihr zog sich die Wildnis hin, die den Hauptteil des großen, ehrfurcht gebietenden Territoriums ausmachte. Fast eine halbe Meile lang begleitete sie eine Herde Antilopen. Die Tiere liefen so schnell, als würden sie mit ihrem Schatten In den Flüssen badeten Flusspferde und Gruppen von Pavianen tobten zeternd durch die weit auseinanderstehenden Bäume. In Jomeda ging das Herz auf. All diese Schätze befanden sich in Cherisemnons Händen, den Händen, die der Welt tödliche Krankheiten gebracht hatten. Das war doch ungerecht. Ein nacktes, kahles Gebiet hätte viel besser zur Seele ihres Großvaters gepasst, und auch Lijuans todbringender Regen durfte nicht aussehen wie schwarze Diamanten. Sie nutzte den Aufwind, um sich höher zu schwingen, und zwang sich, alle düsteren Gedanken fahren zu lassen. Warum dachte sie nicht lieber an Nasia, der ihr anvertraut hatte, dass er ihre Heimat fast ebenso sehr liebte wie sie. Er stahl sich, so oft es ging hierher, um mit den Tieren um die Wette zu laufen. Die Vorstellung gefiel ihr. Nasia war so tapfer, so ehrenhaft, so rein, und er fand Gefallen an diesem Land. Warum war nicht er für dieses Territorium zuständig? Obwohl, wahrscheinlich würde er den Job gar nicht haben wollen. Am Ufer eines kleinen Sees, dessen Wasser sich im leichten Wind kräuselte, legte sie eine Pause ein. Denn sie wollte nicht mehr Zeit im Haus wissen als irgend notwendig. Natürlich war es dort nicht ganz so schlimm wie am Hof ihres Großvaters. Aber der Unterschied war nicht besonders groß. Nur weil Injomeda sich inzwischen vorstellen konnte, wie Leilas und Katos Kindheit verlaufen war, und die beiden ihr deswegen auch leid taten, billigte sie noch lange nicht das Leid, das ihr anderen zufügten. Bei ihrer Ankunft war es bereits dunkel. Sie auf dem Dach beim Studium der Sterne. Nasir, flüsterte sie immer wieder, denn ihr Vertrauen in seine Liebe bildete den Grundstein für ihre neue Existenz. Du fehlst mir, Herz. Diesmal tauchte er nicht aus der Savanne auf, warf sie nicht spielerisch zu Boden. Um sie herum war nur Nacht und Stille. Früh am nächsten Morgen flog sie zu einem Ansitz oben auf einem Hügel und sah zu, wie der Himmel heller wurde. Aus dem Grau der ersten Morgenstunde wurde lichtdurchflutetes rot, das schon bald dem diesigen, weichen, blauen Glanz wich, den es nirgendwo sonst auf der Welt gab. Wenn es nach Injomeda gegangen wäre, dann hätte sie sich hier oben mit Alexander getroffen. Aber als der Erzengel neunzig Minuten später am Himmel auftauchte, senkte er nur kurz zum Gruß die glänzenden Flügel, die sie so schmerzhaft an Nasi erinnerten, und flog weiter zur Festung ihrer Eltern. Er hatte sie gesehen, wollte sie aber offenbar nicht hier allein treffen. Auch Injomeda flog zurück. Ihre Eltern warteten schon. Anders als ihre Tochter, die eine schlichte grüne Tunika sowie eine einfache schwarze Hose trug, hatten sich Layla und Kato formell ausstaffiert. Injomeda stellte alle Anwesenden einander vor und hoffte, nichts falsch zu machen. Das richtige Protokoll war natürlich bei einem Treffen wichtig, nur hatte sie nie gelernt, wie man zwei mächtigen Engeln einen uralten vorstellt. Niemand beschwerte sich, also hatte sie den Ton wohl richtig getroffen. Ihre Mutter führte den Gast in den eleganten Empfangsraum voll kostbarer Kunstwerke. Sie brauchte einige Minuten, um zu bemerken, wie sehr Alexanders Gegenwart sowohl Layla als auch Kato einschüchterte. Eure Tochter hat ihr Leben riskiert, um meines zu retten. Alexander trug die Kleidung eines Kriegers in den Farben Dunkelgrau und Tiefschwarz. Ich bin kein Mann, der so etwas vergisst. Sie war immer schon stark, lobte Layla, und sie besaß immer schon einen beeindruckenderen Willen als so manche Erwachsene. Das klang ja beinahe so, als sei ihre Mutter stolz auf sie. Injometer sah überrascht auf, aber da konzentrierte sich Layla schon wieder voll und ganz auf ihren Besucher, das Gesicht mit den feinen Zügen ganz höfliche Aufmerksamkeit, die glatte Haut wie dunkler Honig, die dichten, vollen Locken zu einer anmutigen Frisur hochgesteckt. Neben ihr wirkte Kato fast schon geisterhaft bleich. Sein Gesicht kannte die Wärme der Sonne nicht, seine Augen waren von einem verwaschenen Blau und dennoch unvergesslich in ihrer gespenstischen Schönheit. Das feine, blonde Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Zahlreiche Künstler hatten sich bereits an der Wiedergabe seines Gesichtes versucht. Sie stellten ihn immer als Unschuld dar. In der Tat, sagte Alexander in das Schweigen hinein, das sich über die Gruppe gelegt hatte. Eure Tochter ist stark für ein Kind ihres Alters und sie hatte den Mut mit einer Armbrust auf einen Erzengel zu schießen, um einen anderen Erzengel zu retten. Ein schwaches Lächeln spielte um seine Lippen. Aus diesem Grund hätte ich sie gern an meinem neuen Hof. Injomeda erstarrte. Nasi, das war sein Werk. Irgendwie hatte es ihr gewitzter, mit allen Wassern gewaschener Gefährte fertiggebracht, das hier zu arrangieren. Ihre Eltern blickten ungefähr so entgeistert rein, wie Injomeda sich fühlte. Laila erhob sich als Erste, wenn auch mit weit aufgerissenen goldbraunen Augen. Sie soll eine ihrer Hofdamen werden? Bei mir gibt es keine Hofdamen im eigentlichen Sinne. Alexander klang kühl. Dafür zählen Krieger und Gelehrte zu meinem inneren Kreis. Ich muss meinen Hof neu aufbauen, da so viele meiner Leute zusammen mit meinem Sohn ermordet wurden. Im Raum war es eiskalt geworden. Die Kraft, die Alexander ausströmte, erzeugte einen physischen Druck auf Injomedas Trommelfell und seine Flügel leuchteten in einem Glanz, den niemand sehen wollte. Nicht, weil dieses Leuchten nicht herrlich gewesen wäre, denn das war es. Aber wenn Erzengel glühten, hatten sie in der Regel vor, zu töten. Brutal und endgültig. Ich fühle das Wort, als es so aussah, als würden ihre Eltern so schnell den Mund nicht aufbekommen. Es kommt nicht oft vor, dass einem so jungen Engel wie mir eine Stelle am Hof eines Uralten angeboten wird. Als Alexander lächelte, erkannte Andromeda einen Moment lang den herrlichen Krieger in ihm wieder, über dessen Herrschaft so viel geschrieben worden war. Trotzdem vermochte sie nicht einfach nur den Mann in ihm zu sehen, denn seine Augen zeugten von einem erdrückend hohen Alter. Welche Frau wäre wohl in der Lage, mit Macht in einer solchen Reinform umzugehen? Cillian vielleicht? Diese liebte Gerüchten zufolge immer noch den Gefährten, den sie hatte hinrichten müssen. Außer ihr war jedoch niemand auf der Welt Alexander an Alter und Macht ebenbürtig. Kann man dich denn einen gewöhnlichen Engel nennen Gelehrte? Alexander sah ihr fest in die Augen. Wie viele Engel würden wohl einen schlafenden Uralten anbrüllen, er solle verdammt noch mal zuhören. Während ihre Eltern entsetzt nach Luft schnappten, wobei sie sich fast verschluckt hätten, er tappte sich in Jomada bei einem Lächeln. Zu meiner Verteidigung möchte ich anführen, dass ich versuchte, ihnen das Leben zu Alexander warf den Kopf in den Nacken und lachte so laut und herzlich, dass sie endlich verstand, was ihn mit Titus verbannt. Auch der Erzengel des südlichen Afrikas lachte so offen, wenn ihn etwas belustigte. Du bist wirklich ungewöhnlich, Andromeda. Immer noch lächelnd wandte sich Alexander an Kato und Leila. Mir wurde gesagt, euer Kind sei an einen Blutschwur gebunden und könne mein Angebot vielleicht nicht annehmen? Ach, wenn sie uns einen Moment Zeit lassen, Kato klang immer noch fast heiser vor Ehrfurcht, dann reden wir mit Erzengel Cherry Semnon, denn er ist der Einzige, der sie freigeben kann. Solange ihre Eltern nicht im Zimmer waren, sagten weder Andromeda noch Alexander ein Wort. Für Andromeda stand zu viel auf dem Spiel und dem Uralten gingen Er musste seinen Palast wieder aufbauen, sein Gebiet zurück gewinnen. Eigentlich hatte er doch gar keine Zeit für den langen Weg hierher, nur um Andromeda einen Platz an seinem Hof anzubieten. Ganz gleich, welche Rolle sie gespielt hatte, als ihm das Leben gerettet wurde. Von dem Sicherheitsrisiko, dass er in seinem geschwächten Zustand mit dieser Reise einging, ganz zu schweigen. Wie hatte Nasi das nur sich keine allzu großen Hoffnungen und wartete. Es dauerte nicht lange, bis ihre Mutter zurückkehrte. Dein Großvater möchte im Arbeitszimmer mit dir sprechen. Andromeda entschuldigte sich bei den anderen und ging in einen Nebenraum, in dem das zerstörte Gesicht von Cherisemnon bereits auf einem großen Bildschirm auf sie wartete. Wobei man von seinen Narben in diesem Fall nicht viel erkannte. Ihr Großvater hatte auf seiner Seite für ausreichend Schatten gesorgt. Ihr Vater, der noch im Zimmer gewartet hatte, verließ es bei ihrem Eintreten sofort. Sire, Andromeda verneigte sich vor dem Bildschirm. Sie haben es gehört? Ja. Cherisemnons Augen glitzerten habgierig und zufrieden. Du musst das Angebot natürlich annehmen. Eine von meinem Blut an Alexanders Hof. Das ist ein Coup, wie ich ihn mir nie hätte träumen lassen. Ich bin durch meinen Blutschwur gebunden. Cherisemnons machte eine wegwerfende Handbewegung. Aus diesem Schwur entlasse ich dich hiermit. In Andromedas Ohren rauschte es. Ihr Kopf kam ihr plötzlich ganz leicht vor. Ihre Knie wurden weich. Sie hielt sich nur noch mit Mühe auf den Beinen. Ich glaube, das wird der Uralte persönlich hören wollen, sagte sie. Er gehört zur alten Garde und denkt in diesen Fragen wahrscheinlich traditionalistisch. Hoffentlich unterstützte Alexander sie jetzt. Sie brauchte ihn als Zeugen. Sein Wort würde nie jemand in Frage stellen. Soll ich ihn herbitten? Natürlich. Ich würde gern mit ihm sprechen. Die wackeligen Beine trugen Andromeda auch noch in den Empfangsraum, wo sie Alexander ihre Bitte vortrug. In seinen Augen funkelte es belustigt, als er aufstand, um ihr in das Arbeitszimmer zu folgen, wo Cherisemnon ihm offiziell versicherte, dass seine Enkelin aus dem Blutschwur entlassen war. Ich danke ihnen für ihre Großzügigkeit, meinte der Uralte. Es ist doch ein herber Verlust, wenn ein Enkelkind an den Hof eines anderen geht. Sie gehört weiterhin zur Familie. Cherisemnon zeigte sich ganz als Erzengel. Auch seine Macht war nicht zu übersehen. Ich hoffe, es wird die Verbindung zwischen unseren Höfen stärken. Alexander neigte kaum merklich den Kopf, schwieg jedoch. Cherisemnon wiederum schien gar nicht gemerkt zu haben, dass er ihm eigentlich nicht zugestimmt hatte. Musst du packen? erkundigte sich Alexander draußen im Empfangssaal. Es war ihm anzuhören, wie eilig er es hatte. Nein, ich kann gleich mitkommen. Sie trug ihr Schwert an der Hüfte, alles andere konnten Nasi und sie später regeln. Gut, ich muss nämlich wieder zurück in mein Territorium. Alexander verabschiedete sich von Leila und Kato, die immer noch nicht ganz verstanden, wie ihnen geschah, wartete, bis Andromeda sich in der Küche mit einem Beutel Anjomeda verabschiedete sich hastig von ihren Eltern, wobei es sie überraschte, als Leila sie kurz aber fest an sich drückte. Fliege frei, meine Tochter, flüsterte sie ihr ins Ohr, sei, was ich nie sein konnte und kehre nie wieder in diesen Käfig zurück. Anjomeda erstarrte. Die traurigen Worte halten noch in ihr nach, als Leila sich schon wieder gefangen hatte, ganz die grausam schöne Mutter, die sie immer gewesen war. Da befand sich Alexander bereits in der Luft. Anjomeda folgte ihm. Mit Alexander mithalten konnte sie auf keinen Fall, selbst wenn er seine volle Kraft noch nicht wiedererlangt hatte. Das war für junge Engel körperlich schlicht unmöglich. Aber bis zur Grenze blieb der Uralte dicht neben ihr. Sobald sie das Meer erreicht hatten, bat er sie in ihrem eigenen Tempo in sein Reich zu fliegen, während er noch höher stieg und bald nicht mehr zu sehen war. Er musste nach Hause, seine Leute brauchten ihn. Enjomeda trödelte ebenfalls nicht herum und flog, so schnell ihre Flügel sie trugen, zum nächsten sicheren Ort. Anders als Alexander schaffte sie die Reise nicht an einem Stück, sondern musste sich ein paar Mal ausruhen und suchte sich dafür einsam gelegene Plätze aus. Insgesamt dauerte die Reise 36 Stunden und die Sonne wollte gerade im Westen untergehen, als sie das angestrebte Gebiet erreicht hatte. Da sie nicht sicher war, wo sie erwartet wurde, suchte sie das Dorf der Bruderschaft auf. Das lag immer noch in Schutt und Asche. Wahrscheinlich waren die geflügelten Brüder alle in den Palast gezogen. Injomeda wollte sich auch gerade dorthin aufmachen, als ihr auffiel, dass das Haus, in dem Nasi und sie die Nacht vor der Schlacht verbracht hatten, offenbar vollständig wieder aufgebaut worden war. Injomeda war viel zu erleichtert, um sich zu fragen, warum ausgerechnet dieses Haus wieder hergerichtet war. Sie brauchte einen sicheren Ort, um sich auszuruhen und zu orientieren. Da war die Hütte mit den schönen Erinnerungen an Nazir genau das Richtige. Ein schwacher Ersatz für den Mann, den sie liebte, aber besser als alles, was ihr widerfahren war, bevor Alexander ihr sein Angebot machte. Morgen früh würde sie den Verwalter seines Hofes aufsuchen und sich nach ihren Pflichten erkundigen. Sicher hatte Alexander nichts dagegen, wenn Nazir sie besuchte. Darauf wollte sie sich jetzt schon freuen. Im Haus suchte sie als erstes das Bad auf, stellte dankbar fest, dass die Wasserleitung funktionierte, zog sich aus und wusch sich unter der Dusche den Staub der langen Reise vom Leib. Sie hatte das Wasser gerade abgestellt und war aus der Dusche gestiegen, nachdem sie sich die Haare ausgewogen hatte, als etwas an der Badezimmertür ihre in seiner Tasche steckte das Grimoire. Das Buch, das Enjomad Anasi gegeben hatte, damit er es Jessamy brachte. Hastig streifte sie sich den Bademantel über, band den Gürtel und stürzte freudestrahlend aus dem Bad direkt auf das Bett und den Mann zu, der sich dort sehr lässig ausgestreckt hatte. Wie bist du denn hier reingekommen? Silberaugen funkelten sie beleidigt an. Bitte? Das fragst du mich wirklich? Er zog das Buch aus der Bademanteltasche und warf es auf einen kleinen Tisch. Das blöde Grimoire. Lachend überhäufte sie sein Gesicht mit Küssen. Nasi eröffnete den Bademantel, damit seine Hände hineinschlüpfen und ihre nasse Haut streicheln konnten. Du hast mir gefehlt, erklärte sie immer wieder zwischen einzelnen Küssen. Du hast mir gefehlt, du hast mir gefehlt, du hast mir gefehlt. Nasies Haut trug Tigerstreifen, in seiner Brust grummelte es leise. Das muss auch so sein, ich bin dein Gefährte. Er klang so selbstzufrieden, dass sie ihn gleich noch einmal küssen musste. Warum bist du denn nicht gekommen? Ich hab gewartet und gewartet und gewartet. Sie versetzte ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf die schützt über ihn. Ich hab jede Nacht nach dir Ausschau gehalten. Ich musste mir etwas einfallen lassen, um dich aus Jerry Semnons Clown zu befreien, knurrte Nasie mit gebleckten Zähnen. Dazu musste ich Alexander aufspüren und ihm klar machen, dass er dir und mir einen riesen Gefallen schuldet. Enjomada bekam den Mund nicht mehr zu. So hast du mit ihm geredet? als Mann von Ehre bekannt und er mag dich. Enjomada schüttelte sich. War er wirklich einfach so zu einem Uralten gegangen und hatte eine Bezahlung verlangt? Und wenn er dich vor Zorn umgebracht hätte? Unvorstellbar. Sie hätte ihn verlieren können. Nein, mich mag er auch. Er zog sie grinsend zu sich herunter, damit er sie auf den Rücken drehen und sich auf sie legen konnte. Er hat versucht, mich zu stehlen, von Raphael wegzulocken, aber mich stiehlt man nicht. Sie streichelte ihm die Wange, genoss das feine, fast unsichtbare Fell, das manchmal zusammen mit den Streifen auftauchte. In ihren Augen brannten unzählige ungeweinte Tränen. Ich hatte solche Angst, gestand sie ihm, auch wenn es ihr schwer fiel. Nasi heuchte auf. Hat dir jemand wehgetan? Donnergrollen in der Stimme. Nein, ihre wilde Chimere brauchte nicht zu wissen, dass sie um ein Haar gefoltert worden wäre. Die Vorstellung hätte Nasir nur Kummer bereitet und niemandem genutzt. Das sollte ihr letztes Geheimnis sein. Ab jetzt wollte sie ihm nie mehr etwas verschweigen. Ich wusste, du würdest kommen. Wem machte sie etwas vor? Nasir so oder so, es war ihm anzusehen. Ich wusste, du würdest stark sein, sagte er. Du würdest am Leben bleiben, egal was passiert. Sie hielt ihn lange einfach nur an sich gedrückt. Ihre Augen waren ganz heiß und feucht. Nasir regte sich als warf ein Blick auf seine Hand und riss die Augen auf. Das ist für mich? Gefährten tragen Bernstein. Er steckte ihr einen goldenen Ring an den Finger, dessen Patina auf ein sehr hohes Alter schließen ließ. Er war mit einem dunklen Bernstein besetzt. Oh, Injomeda wusste nicht, ob sie vor Freude lachen oder weinen sollte. Du hast mir Bernstein geschenkt. Diesen Ring würde sie nicht mehr aus den Augen lassen. Sie streichelte ihn ehrfürchtig, gab leise entzückte Laute von sich. Er hat eine Geschichte, eine Geschichte aus der Geschichte. Ihre Freude entzückte Nasir mindestens ebenso wie Injomeda der Ring. Ich dachte, das wäre dir lieber als ein neuer Ring. Aber ja, viel lieber. Sie nahm sein Gesicht in beide Hände und ließ Küsse darauf regnen. Ich habe einen Ring für dich entworfen, konnte ihn aber noch nicht anfertigen lassen. Ihr Großvater hätte davon erfahren können, dann hätte er gewusst, dass sie einem Mann auf das innigste verbunden war. Ich wollte meinen Namen eingravieren lassen. Ob er etwas dagegen hatte? Nasirs Augen glühten, weil ich dir gehöre. An der Hand, die ihre Wange liebkoste, waren die Krallen ausgefahren. Was habe ich für eine besitzergreifende Gefährtin? Oh ja, das stimmt. Lachend schnappte sie mit den Zähnen nach ihm. Er schnappte zurück, ebenfalls lachend, und bald ballten sie sich auf dem Bett wie zwei Katzen. Als sie ganz außer Atem wieder unter ihm lag, ließ sie sich die Haare aus dem Gesicht. Und jetzt erzählst du mir genau, wie du Alexander so weit bekommen hast, mich anzufordern. Er versetzte sie immer wieder in Erstaunen, ihr schamlos dreister, mutiger Gefährte. Nasie seufzte. Ach, können wir uns nicht erst paaren? Er rieb seine Erektion an ihr, schloss die Hand um ihre bloße Brust. Ich will dich. Enjomeda spreizte zitternd die Schenkel, schlang die Arme um seinen Hals. Er versank in ihrem Kuss, während seine Finger sie zwischen den Beinen streichelten und liebkosten. Als er die Finger in sie hineinstieß, bog sie den Rücken durch, damit er sie ganz in Besitz nehmen konnte. Aber so weit war er noch nicht. Erst einmal küsste er sich einen Weg ihren nackten Leib hinunter, leckte hier, saugte dort, ganz die verspielte Katze, bis sie sich auf dem Bett wand und der Bademantel, den sie immer noch trug, sich unter ihr hoffnungslos verwickelte. Mit einem kräftigen Griff um ihre Schenkel zog er ihren Unterleib dichter an seine Lippen, um sie direkt in einen überwältigenden Orgasmus hineinzuführen. Doch noch spielte er nur. Er ging noch einen Schritt weiter. Seine Fangzähne kratzten an ihrer Haut ließen sie noch feuchter werden, als sei sie sein Lieblingsspielzeug und unglaublich köstlich noch dazu. Na sie spürte das Knurren an ihrer Haut mehr als sie es hörte, spürte vor allem aber das Saugen an ihrer Klitoris. Ihre Bauchmuskeln spannten sich an, ihr Rückgrat bog sich in einer unbeschreiblichen Kurve durch, als sie noch einmal kam und meinte, keine Knochen mehr im Leib zu haben, als er mit den Fangzähnen innen über ihre Schenkel strich und immer weiter leckte, schmeckte, saugte. Injomeda atmete so schwer, dass es beinahe wehtat. In ihren Adern floss nur noch die reine Lust. Sie zitterte wie Espenlaub, als er ein zweites Mal mit den Fangzähnen innen an ihrem Schenkel entlang fuhr. Da biss er zu. Mit einem lauten Schrei, die Hände in seinen silbernen Haaren vergraben, gab sie sich dem Blutkuss ihres Gefährten hin. Nasir trank sich satt. In dieser Nacht war keine Schlacht zu schlagen und in seinem Gepäck befand sich ein Beutel mit Nahrung für seine Gefährtin. Er würde sie füttern und streicheln und ihr alles erzählen. Hinterher. Jetzt trank er aus ihr, ließ sich berauschen. Er atmete ihren betörenden, warmen, befriedigenden Geruch ein. Ihr Blut ran ihm heiß über die Zunge und sie hatte ihm ein Bein um den Rücken geschlungen, während er kräftig an ihr sog. Sie flüsterte zitternd immer wieder seinen Namen, bis es in seiner Erektion heftig pochte. Während er trank, streichelte er ihre Schenkel, ihre seidige Haut. Wie weich sie war und welche Stärke in ihr steckte. Er wollte mit ihr trainieren, kämpfen, die Schwerter mit ihr Als er endlich satt war, leckte er die winzigen Wunden, bis sie sich geschlossen hatten und stützte sich auf die Ellbogen. Enjomedas Lieder waren schwer geworden, ihre Brüste rosig. Sie zog ihn zu sich herunter, während er ihre Hüfte anhob und sich in ihre heiße, enge Scheide drängte. Er küsste sie, während er sie liebte, und sie hielt ihn die ganze Zeit über fest. Es war nicht so, wie er sich diesen Akt vorgestellt hatte, wenn er sich früher ausgemalt hatte, wie es sein würde, mit seiner Gefährtin zu schlafen. Er hatte immer gedacht, es würde hart und rau zu gehen. Dabei ging es heiß und zart zu, was ihm ausnehmend gut gefiel. Er bewegte sich in ihr, streichelte dabei weiter ihre Schenkel, hörte nicht auf, sie zu küssen. Ihre Zungen spielten miteinander und als sie so tat, als würde sie ihn beißen, knurrte er und sie lachte. Er biss sie spielerisch in die Nase und kniff sie in den Schenkel. Sie strahlte ihn an, schlang die Beine noch ein wenig fester um ihn. Ich liebe dich. Ihr Lächeln wurde tiefer und sie hielt ihn sogar noch fester an sich gedrückt. Ich liebe Lachend mit funkelnden Augen stahl sie sich noch einen Kuss und so spielten sie weiter ihr erregendes kleines Spiel, das ihn so glücklich machte, dass ihn bis tief in sein Innerstes zufrieden stimmte. Als er spürte, wie ihre Muskeln sich anspannten, ritt er sie durch ihren Orgasmus, die Lippen auf ihren Brüsten, die er leckte, an denen er saugte, bis liebte es, ihren Mund zu küssen, so wie alles andere an ihr auch. Und als er kam, kam er auf ihr und in ihr, bis alles an ihr nach ihm roch. Später rieb er seine Wange an ihrer und lag lange einfach nur da, auf einen Arm gestützt, um sie nicht mit seinem Gewicht zu erdrücken. Als er sich endlich zurückzog und auf den Rücken legte, hörte er einen leisen Laut der Beschwerde. Er zog sie liebevoll an sich. Ihre Flügel lagen auf dem Bett, einer auch auf seiner Brust. Den streichelte er gähnend. Ich habe es geschafft, dass du wieder in die Zuflucht zurück darfst. Mhm. Sie legte ihm mit besitzergreifender Geste die Hand auf die Brust, genau wie eine Gefährtin es tun sollte. Richtet sich Alexander dort eine Festung ein? Ja. Der bist du rein formell gesehen zugeordnet, aber du darfst weiterhin mit Jessamy in den Archiven arbeiten. Sie stützte sich auf einen Ellbogen und blinzelte ein paar Mal, als müsste sie erst wieder Ordnung in ihre Gedanken bringen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Du bist einfach hingegangen und hast Alexander um all das gebeten? Und es bekommen? Ein schrecklicher Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Ist da irgendein Deal im Spiel? Hast du im Gegenzug etwas geben müssen? Nasi massierte mit dem Daumen die Sorgenfalte, die sich zwischen ihren Brauen gebildet hatte. Wir haben ihm das Leben gerettet. Alexander verstand inzwischen, was sich im Zuge der Kaskade abspielte und welche Entwicklung mit Lijuan vor sich gegangen war. Insofern begriff er auch, in welcher Gefahr er sich befunden hatte. Er ist dankbar dafür, nicht mehr im Schlaf gefangen zu sein, da seine Leute ihn brauchen. Worum ich ihn gebeten habe, war keine große Sache. Er spielte mit Ingeomedas Haaren. Alexander hat sogar angeboten, dich ganz freizugeben, ohne Bindung an seinen Hof. Aber das könnte zu Problemen mit den anderen Erzengeln führen. Also bleibst du offiziell ein Mitglied seines Hofes, brauchst dort aber keine Pflichten zu übernehmen. Es sei denn, du möchtest das selbst. Mein Großvater wird nicht begeistert sein, wenn ich ihn nicht mit Informationen füttere. Macht dir das etwas aus? Nein, er hat den Blutschwur in Alexanders Gegenwart widerrufen. Was er will oder nicht will, kann mir egal sein. Sie lächelte ihn vergnügt an. Nur was wir wollen zählt. Nimmst du mich mit zu deinem geheimen Hochsitz? Morgen brechen wir nach Hause auf. Unser Zuhause. In Jormeda liefen Tränen über die Wangen. Zum ersten Mal würde ihr Heim ein sicherer Ort sein, an dem sie geliebt und geschätzt wurde und an dem sie ganz sie selbst sein durfte, ohne Angst haben oder Geheimnisse wahren zu müssen. Zuhause flüsterte sie noch einmal. Er küsste ihr die Tränen fort, um dann spielerisch jeden Einzelnen ihrer Punkte abzuküssen, einen nach dem anderen. Ja, unser Zuhause, grummelte er, als sie lachend anfing, die Punkte mitzuzählen. Für mich und meine Gefährtin und meine Jungen. Ja, flüsterte sie, das Bild winziger, wilder Kinder vor Augen, die sie in den Wahnsinn treiben würden und die sie ebenso lieben würde, wie sie ihren wundervollen, schönen Vater liebte. Ihre wilde Chimäre. Ja. Epilog Raphael beendete seine Unterhaltung mit Alexander und schaltete den Bildschirm ab. Der Uralte hatte einem von Raphaels sieben einen enorm großen Gefallen getan und obwohl er beteuert hatte, es sei nicht nötig, hatte Raphael ihm trotzdem danken wollen. Warum hast du angerufen, wollte Elena wissen? Wäre es nicht besser gewesen, die Dinge einfach auf sich beruhen zu lassen? Das Paar hatte gerade Seite an Seite sein Haus verlassen und stand auf den Klippen hoch über dem Hudson. Unter ihnen schleppte sich der Fluss braun und träge dahin, am Himmel ballten sich Wolken zusammen, ganz Manhattan lag im Schatten des heraufziehenden schlechten Wetters und in einigen Wolkenkratzern brannten schon die ersten Lichter, obwohl es erst früher Nachmittag war. Du darfst eins nicht vergessen, Alexander wirkt nicht viel älter als ich, lebt aber schon tausende von Jahren länger. Dann erwartet er wohl eine bestimmte Art von Höflichkeit, wie deine Mutter? Richtig, du wirst doch immer mehr zu der Gemahlin, die ich brauche, täglich eleganter und gebildeter. Er wollte sie necken, hatte aber auch recht. Elena war gezwungen gewesen, sich in relativ kurzer Zeit eine Menge Wissen anzueignen. Nicht mehr auf wen du hier beleidigst. Sie ließ ein Messer aufblitzen, um es gleich darauf wieder in der Scheide verschwinden zu lassen. Aber es ist schon eine recht delikate Angelegenheit, oder? Deine Unterhaltungen mit Alexander klingen anders als die mit Elias oder Titus. In Manhattan sah man einige der unverwechselbaren Kämpfer der Legion in ihrem neuen Heim ein- und ausfliegen. Lass uns in der Luft weiterreden. Bei der Gilde erwarten sie dich doch schon. Elena breitete die Flügel aus und ließ sich erst einmal in einem relativ niedrigen Gleitflug über den Hatzen tragen, ehe sie einen Aufwind erwischte, der sie höher steigen ließ. Raphael brauchte diese Art von Anlauf nicht, nahm ihn aber trotzdem, um an ihrer Seite in die Stadt fliegen zu können. Titus hat an meiner Ausbildung mitgewirkt, als ich noch ein Grünschnabel war, sagte er, als sie eine bequeme Flughöhe erreicht hatten. Aber nach meinem Aufstieg hat er meinen Status als Erzengel und vollwertiges Mitglied des Kaders sofort akzeptiert. Er weiß, wir sind gleichgestellt. Alexander dagegen hatte schon immer Schwierigkeiten damit, dass ich bei meinem Aufstieg erst tausend Jahre alt der Engel, der je zum Erzengel wurde. Ich darf mich von ihm nicht wie ein junger Mann behandeln lassen. Mit Titus durfte Raphael scherzen und ihn alter Mann nennen, während er der Welpe war, aber bei Alexander kamen solche Spielchen nicht in Frage. Okay. Elenas Zopf glitt ihr über die Schulter, als sie nach links abbog. Es war ihr anzusehen, wie gern sie sich in der Luft aufhielt. Er ist wie ein Vater, der nicht akzeptieren kann, dass sein Kind inzwischen erwachsen ist. Ein guter Vergleich. Sieh mal, inzwischen hatten sie Manhattan fast schon erreicht. Elena folgte seinem Blick und freute sich. Unmittelbar nach Illiums Sturz hatte es Tage gegeben, in denen sie große Sorgen geplagt hatten. Aber damit war es nun vorbei. Glocken, Blümchen und Fünkchen liefern sich mal wieder in weit vom Turm entfernt rasten die beiden Engel in einer geradezu vertikalen Linie auf die Wolken zu. Eben noch hatte sich Iorn an die Spitze setzen können, da überholte ihn Illium, um selbst wieder überholt zu werden, und dann eskalierte alles dramatisch. Illium knallte in die Stratosphäre und die Welt zerbrach in einem blau-goldenen Regen, der auch Elena traf. Er glitzerte und blieb an ihr hängen, verlieh Haut und Haaren blau-goldene Streifen. Raphael, was ist hier los? Er steigt auf. Raphaels Herz schlug zum Zerbersten. Lande! Sofort! Er konnte sich auf Elena verlassen. Seine kluge Gemahlin würde seinem Befehl sicher folgen, da die Luft um sie herum bereits zu heftigen Turbulenzen geworden war. Er selbst schnellte zu Illium hoch. Nicht etwa, weil er generell den Aufstieg eines anderen verhindern wollte, darum ging es ihm nicht. Aber Illium war noch viel zu jung, hunderte von Jahren zu jung. In diesem Moment sah Raphael in ihm nicht den Krieger, der ihm stets treu zur Seite stand, sondern den Jungen, der ihm in der Zuflucht auf Schritt und Tritt gefolgt war, um ihm Geschichten von seinen vielen Abenteuern zu erzählen. Der kleine Junge mit den blauen Flügeln, der zusammen mit seinem stilleren Freund Ayaan mehr angestellt hatte als alle anderen Kinder zusammen. Illium war erst 500 Jahre alt. Sein Körper war rein physisch nicht in der Lage mit der Kraft umzugehen, die in den Adern eines Erzengels steckte. Und zwar nicht nur manchmal, sondern jede einzelne Sekunde jedes einzelnen Tages. Tausend Jahre waren ja schon knapp gewesen. Raphael hätte den Übergang bei sich selbst fast nicht überlebt, hatte bei der Landung nach dem Aufstieg genau gespürt, wie seine Haut zu bersten drohte. Er hatte seinen ganzen Willen einsetzen müssen, um nicht auseinander zu brechen, zu explodieren. Heute nutzte er dieselbe unbändige Kraft, um durch die wilden Lüfte vorwärts zu stürmen, die alle anderen Engel zu teilweise wackeligen Landungen genötigt hatten. Mindestens so schnell und direkt wie ein Pfeil flog er auf Die Kraft strömte in ihn ein, drang durch seine Poren, drohte ihn in Brand zu setzen und zu vernichten. Sein Körper war nach hinten durchgebogen, die Flügel hingen schlaff herab, aber er hielt die Fäuste geschlossen und die Zähne fest zusammengebissen. Raphael zögerte nicht eine Sekunde. Er drängte sich durch die goldene Feuersbrunst, um Illium am Arm zu packen. Illium! Illium starrte ihn aus schreckgeweiteten Augen an, in deren Tiefen bereits rotes Feuer glühte, als brodle das Blut in seinen Adern. Sire! Das Reden strengte ihn ungeheuer an. Ich kann nicht! Weit kam er nicht, sein Kopf flog mit einem unguten Geräusch zurück, Licht strömte ihm aus den Augen, dem Mund, der Haut. Raphael weigerte sich, auf die Risse zu achten, die in Illiums Fleisch aufgetaucht waren, Risse, durch die hindurch sich die rohe Kraft ihren Weg aus einem Körper hinaussuchte, der noch nicht in der Lage war, sie zu halten. Der Erzengel fing die Kraft mit seiner eigenen auf, ohne zu wissen, ob das überhaupt möglich war, aus einem Instinkt heraus. Es ging zwar das Gerücht, die Kaskade habe Lijuan die Fähigkeit geschenkt, von anderen Erzengeln Kraft abzuziehen, aber Raphaels Erlebnisse mit ihr in der Schlacht von New York stützten diese Vermutungen nicht. Wenn es hochkam, schaffte sie es inzwischen bei Erzengeln zu trinken wie bei anderen Personen auch. Kein Erzengel vermochte die wahre, die eigentliche Kraft eines anderen einzufangen. Es sei denn, Illiums Kraft schoss Raphael in die Arme und von dort aus in sein Blut. Überschüsse lenkte er in den Himmel, wo sie als zuckende Blitze zerbarsten. Die Blitze, die versuchten sich erneut in Illium zu bohren, wehrte er mit einem blauen Schild ab, in dem das Wildfeuer aufflammte. Gleichzeitig fing er weiterhin die aus Illium strömende neue Energie auf. Die Kraft, die er zerstreut hatte, ballte sich wieder zusammen, drückte gegen seinen Schild. Nur war sie noch neu und zerbrechlich und brach auseinander, wenn er die eigene Energie dagegen hielt. Noch regnet es rings umher glitzerndes blaues Gold, aber Illium schien wieder ein bisschen besser atmen zu können. Immer noch pulsierte das goldene Licht auf der Haut des jungen Engels, aber immerhin drängte es sich nicht mehr durch irgendwelche Risse. Diese bluteten inzwischen nicht mehr, was geschehen würde, wenn er die neue Kraft insgesamt einfing. Würde Illium dabei getötet werden? Seine Chancen auf einen Aufstieg ein für allemal zunichte machen? Er hörte auf. Schaffst du es allein nach unten zu fliegen? Die beiden waren inmitten blendenden Licht so weit aufgestiegen, dass niemand sie hatte beobachten können, aber wenn Illium irgendwann zum Kader gehören wollte, durfte er gerade jetzt auf keinen Fall schwach wirken. Illium wirkte angespannt, seine Augen leuchteten lebhaft und golden, er klammerte sich an Rafaels Arm und spannte die Flügel auf. Ja, tiefes Luft holen, ist nicht weit. Folge mir, fliege zu Elyon. Der Turmbalkon, auf dem Illiums Freund gelandet war, schien der nächste sinnvolle Landeplatz. Dann ließ sich Raphael durch die jetzt totenstille Luft fallen, weil er gesehen hatte, dass Illium seine Muskeln noch nicht ganz unter Kontrolle hatte und ebenfalls eher stürzen als fliegen würde. Die neue Energie im Körper des Jungen war zu mächtig, ließ ihm keinen Spielraum. Raphael hielt den ganzen Weg über Kontakt zu Illium und achtete darauf, als erster zu landen, um den Jüngeren notfalls auffangen zu können. Aber Illium schaffte es, auf seinen eigenen Beinen aufzusetzen, wenn auch nur knapp. Aeon, ganz krank vor Sorge, wollte die Hand ausstrecken, zog sie dann aber schnell wieder zurück. Illiums Blick sprach von Hunderten unterschiedlicher Gefühle. Sire, seine Stimme steckte so voller neuer Kraft, dass man ihn fast nicht verstand. Ich bin nicht bereit. Blut quoll ihm aus dem Mund, wurde jedoch sofort von schweren Regentropfen weggespült, die nicht mehr blau und golden waren. Die Kraft zerstörte Illiums innere Organe. Wenn man nichts unternahm, erkannte Raphael, war er innerhalb weniger Minuten tot. Raphael packte ihn am Nacken, sah ihm in die Augen, nahm noch ein wenig von der Kraft in sich auf. Er wollte Illium auf keinen Fall stehlen, was dem Jungen als Geburtsrecht zustand, würde aber auch nicht zulassen, dass einer seiner sieben vor seinen Augen starb. Konzentriere dich darauf, die Kraft zu kontrollieren, sagte er gerade, als Elena auf der Balkonbrüstung landete. Pack zu, versuch sie in den Griff zu bekommen. Ohne Raphael aus den Augen zu lassen, biss Illium die Zähne zusammen und konzentrierte Blötslich war Yon da, schlang dem Freund von hinten die Arme um die Brust, hielt ihn fest. Konzentrier dich, befahl er, konzentrier dich. Nicht weit von Raphael entfernt hatte Elena ihr Handy gezückt. Lady Celiane, schrie sie gerade, nein, ich kann nicht warten, holt sie sofort. Wenige Herzschläge später, Lady Celiane, tut mir wirklich leid, so unhöflich sein zu müssen, aber Ilium ist aufgestiegen und es bringt ihn um. Sie rannte zu Raphael, hielt ihm ihr Handy ans Ohr. Ich kann die Kraft von ihm abziehen, Mutter, sagte der Erzengel, aber ich weiß nicht, was das bei ihm bewirkt. Soweit Raphael wusste, war noch nie ein Aufstieg angehalten oder umgekehrt worden. Allerdings lebte er im Vergleich zu seiner Mutter auch noch verbindet ein Blutsband, erkundigte sich Selene kurz und knapp. Ja. In diesem Akt war Ilium zu einem seiner Sieben geworden. Alle Mitglieder dieser Gruppe waren diese Verbindung zu Raphael eingegangen, was teilweise der Grund dafür war, dass alle, egal wie alt, egal ob Engel oder Vampir, mit dem Bewusstsein ihres Erzengels kommunizieren konnten. Absorbiere die gesamte Energie, sofort, ehe es zu Raphael widersprach ihr nicht. Wie denn auch, da Ilium vor seinen Augen an seinem eigenen Blut zu ersticken drohte. Er öffnete seine Sinne und tat, was er oben am Himmel rein instinktiv getan hatte. Die Kraft schoss mit Macht in ihn ein, golden und voller Lebensfreude, die die reine Verkörperung von Ilium darstellte. Und doch verschmolz diese Kraft so lückenlos mit der von Raphael, dass man denken konnte, sie sei für ihn bestimmt. Die Kraft war stark, aber jung. Trotzdem verband sich das goldene Licht in einer Art und Weise mit Raphaels Zellen, die von Dauer kündete. Sie würde ihn stärker werden lassen, ein weiterer Baustein in den Grundfesten seiner Macht. Kein reiner Machtzuwachs, sondern Evolution, die sich innerhalb von Sekunden statt Äonen abspielte. Ilium schnappte schwankend nach Luft, aber Ion stützte den Freund, damit Raphael weiterhin das Unmögliche möglich machen konnte, indem er die Kraft eines anderen Erzengels absorbierte. Nur, dass Ilium nicht dem Kader angehörte. Standen zwei Mitglieder des Kaders nebeneinander, so stießen sie einander ab. Schwach zwar, aber doch merklich. Als sei es nicht vorgesehen, einander zu nahe zu kommen. Dieser Effekt war nicht weiter schmerzhaft und man konnte ihn über eine kurze Zeit hinweg ignorieren, aber er war immer vorhanden. Bei Ilium verspürte Raphael nichts dieser Art. Ja, hörte er Elena hinter sich sagen, während er die letzten Strahlen der neuen Energie aus Iliums Leib zog. Ich glaube, es hat funktioniert. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu. Ja, das werde ich tun. Sie beendete das Gespräch. Schaffen wir ihn ins Haus. Raphael und Elyum trugen Ilium in das Büro, zu dem der Balkon gehörte. Es war zufällig das von Honor und schlossen die Tür. Elena betätigte den Knopf, mit dem die Fensterscheiben verdunkelt wurden. Erst dann sank Elyum erschöpft auf den erstbesten Stuhl. Er zitterte am ganzen Leib, die Flügel hingen matt auf den Boden. Was war das denn eben? Als Elyum vor ihm in die Hocke ging, um ihm das schweißnasse Haar aus dem Gesicht zu streichen, lehnte er sich dankbar in die Liebkosung. Es dauerte eine Weile, bis er aufhörte zu zittern und Raphael ansehen konnte. Das sah Raphael auch so. Vielleicht wirst du eines Tages einer sein, aber jetzt wird dein Körper mit der Kraft noch nicht fertig und dein Geist auch nicht. Du bist noch zu jung. Da die neue Kraft nun in Raphael wohnte, sah man Elyum nichts mehr von seinem Aufstieg an. Elena hatte eine Flasche kaltes Wasser aufgetrieben, das sie ihrem geliebten Glockenblümchen reichte. Sie setzte sich auf eine Armlehne seines Stuhls und strich ihm sanft über den Rücken, während ihre Fingerspitzen seine Flügel berührten. Hat meine Mutter sonst noch etwas gesagt? Wollte Raphael wissen. Elena sah ihn an. Die grauen Augen waren dunkler als sonst. Der silberne Ring darum leuchtete lebhaft. Du sollst sie anrufen. Das erledigte der möglich, dass Ilium gleich wieder anfing zu glühen. Er ließ sich das Handy seiner Gemahlin, rief seine Mutter an und schaltete auf Lautsprecher, damit alle im Raum hören konnten, was Sillian zu sagen hatte. Eigentlich hatte er fest damit gerechnet, erst einmal den Techniker an den Apparat zu bekommen, der für das auf Raphaels Anweisung hin von Ilium in Amanat installierte Kommunikationssystem zuständig war. Doch diesmal erschien auf dem winzigen Display sofort Sillians Gesicht. Mein Sohn, fragte sie mit angespannter Miene, steht deine Stadt noch? Ja. Sillians besorgte Frage führte allen das ganze Ausmaß des eben Geschehenen vor Augen. Wenn Raphael nicht gewesen wäre, um Iliums verfrühten Aufstieg zu verhindern, hätte der Tod des jungen Engels eine verheerende Schockwelle herbeigeführt. Hast du so etwas schon einmal gesehen, Mutter? Ja, bei einer Kaskade während der Morgenröte meiner Existenz, ehe ich Erzengel wurde. Eine Epoche, die Raphael sich nicht vorzustellen vermochte. Seine Mutter war Zeit seines Lebens ein starker Machtfaktor gewesen. Was geschah damals genau? Ein Engel stieg ohne jede Vorwarnung auf. Er gehörte zu den Kommandeuren eines Erzengels und er war als siebenhundert Jahre alt. Sein Körper vermochte die Kraft nicht zu bändigen. Noch jetzt schien sie der Verlust dieses vor langer Zeit verstorbenen Engels zu bedrücken. Er starb inmitten unglaublicher Explosionen und riss zwanzigtausend Leute mit sich in den Tod. Illium holte Tiefluft. Er stand auf, immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, trat zu Raphael Display an. Dame Seliane, er verneigte sich tief. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke ihnen. Seliane neigte den Kopf, während Raphael hastig Illiums Arm ergriff, damit der Freund nicht umfiel, als er sich aufrichten wollte. Setz dich, Kind, befahl Raphaels Mutter. Du bist verletzt. Gegen diese Anordnung hatte Illium nichts einzuwenden. Verletzt? Elenas Ton klang scharf. Gibt es irgendetwas, um das wir uns Sorgen machen müssten? Nein, er muss sich nur erholen, da jetzt die Kraft nicht mehr in ihm steckt. Seliane lehnte sich zurück. Sie hatte sich das Haar zum Zopf geflochten und trug und trug einen Lederanzug, der dem von Elena glich. Als damals in meiner Jugend der Engel starb, hörte ich gleichzeitig Gerüchte über einen anderen jungen Engel, der auch zu früh aufstieg und überlebte, weil er durch ein Band aus Blut und Vertrauen mit seinem Erzengel verbunden war. Er war nach dem Krafttransfer schwach, erholte sich jedoch vollständig. Sie sah Raphael an. Sein Erzengel gewann an Stärke. Raphael spürte sein Blut erkalten. Ich habe nicht vor zu stehlen, was rechtmäßig Ilium gehört. Was er getan hatte, hatte er getan, um Ilium zu retten. Sie dürfen es haben, Sire. Ich will es gar nicht mehr, meldete sich Ilium. Raphael ignorierte den Aufstieg nicht gewaltsam verhindern, wenn vorgesehen ist, dass er aufsteigen soll. Nur während einer Kaskade steigen plötzlich Engel auf, die dazu noch viel zu jung sind, erklärte Seliane. Ich habe von drei solchen Vorfällen gehört, und jedes Mal war der Betreffende Engel entweder der Stellvertreter seines Erzengels, oder er gehörte zumindest zu dessen inneren Kreis. Dann geht es hier also eigentlich um den so, dass auch sie auf das Display schauen konnte. Ihre Flügel und ihr Körper berührten ihren Gemahl, eine Geste, die in ihre Intimität ebenfalls Kraft vermittelte. Was, wenn Raphael nicht da gewesen wäre? Die Kaskade lässt sich nicht vorhersehen, Gemahlin, erklärte Seliane. Wir wissen nicht und können noch nicht einmal ahnen, ob sich ein solcher Vorfall wiederholt oder ob er einmalig war und der Junge nicht mehr in Gefahr ist. Sie sah ihren Sohn an. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du die Kraft nicht annimmst, wird er sterben und Zehntausende mit ihm. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Aber allein die Tatsache, dass Raphael die Kraft absorbieren kann, hat doch sicherlich etwas zu bedeuten, gab Elena zu bedenken. Seliane zog die rechte Braue hoch. Ein sehr wichtiger Gedanke. Ein echter Aufstieg duldet keine Einmischung. Gegen den ist selbst der mächtigste uralte machtlos. Sie sprachen noch eine Weile über das Thema, wobei Seliane nicht mehr viel beizutragen wusste. Als Raphael das Gespräch beendet hatte, war Elium gerade wieder aufgestanden. Er wirkte mit einem Mal unglaublich jung, ohne Schutzschild, ohne Maske. Ich bin nicht bereit, die Gruppe der Sieben zu verlassen. Raphael packte ihn beim Nacken, wie er es vorher auch getan hatte, und zog ihn fest an sich. Und ich bin noch nicht bereit, dich gehen zu lassen. Über Eliums Kopf hinweg begegnete sein Blick dem seiner Gemahlin, während sich der Engel mit den blauen Flügeln an ihm festklammerte. Meine Mutter hat Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Ilium würde eines Tages zu einem Machtfaktor werden, aber in diese Rolle musste er erst hineinwachsen. Sie durfte ihm nicht mit der ganzen Wucht einer Kaskade aufgezwungen werden. Neben Elena stand der kreidebleiche Aeon. Er braucht dich jetzt mehr denn je Aeon, sagte Raphael. Sieh zu, dass er in der Gegenwart bleibt und nicht in eine Zukunft gerät, die vielleicht geschieht oder auch nicht. Blaue und grüne Kristallsplitter, darin tiefschwarze Pupillen, sahen Raphael an. Ja, Sire. Als Ilium endlich nicht mehr zitterte, ließ Raphael ihn los und sah ihm in die Augen, aus denen die dunkelrote Flamme verschwunden war. Geh in deine Suite und ruh dich aus. Wir reden weiter, wenn du aufwachst. Eins sollst du wissen, ich werde da sein, wenn es noch einmal passiert. Lady Celiane meint, es lässt sich nicht vorhersehen. Wenn es um den Krafttransfer geht, wonach es ja aussieht, dann wird es passieren, wenn ich in der Nähe bin. Ilium war die abgrundtiefe Erleichterung anzusehen, bis er plötzlich kreidebleich wurde. Meine Mutter! Dimitri kümmert sich darum. Was den Kolibri betrifft, so war die Sache heute ein kleines Experiment mit deinen und meinen Fähigkeiten, das leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aber du bist in Sicherheit, das ist Mutter, die sich noch in Raphaels Territorium befand, war heute zu einem Besuch bei Jason und Mahia gefahren. Jason wird die Geschichte bestätigen und dafür sorgen, dass sie keine Aufzeichnungen des Vorfalls zu Gesicht bekommt, falls es welche geben sollte. Die Augen des Engels mit den blauen Flügeln schimmerten feucht. Danke, Sire, sie... Ich gebe Acht auf sie, Ilium. Raphael würde dem Kolibri gegenüber nie unsanft sein können. Geh jetzt, ruh dich aus. Raphael wartete, bis Ilium von Aeon unterstützt das Zimmer verlassen hatte. Erst dann warnte er sich an Elena. Solange es Ilium gut geht, gibt sich der Kolibri mit einer solch vagen Erklärung zufrieden. Aber für den Rest der unsterblichen Welt müssen wir uns auch etwas einfallen lassen. Niemand darf glauben, dass es hier um einen Aufstieg ging. Wenn irgendjemand aus dem Kader auf die Idee kam, in Ilium einen, wenn auch schwachen, Erzengel zu sehen, würde der Engel mit den blauen Flügeln sofort zur Zielscheibe aller werden. Ich hab eine Idee. Dimitri kam ins Büro, ziemlich aufgeregt für jemanden, den sonst so schnell niemand aus der Ruhe bringen konnte. Ich arbeite daran, seit ich bemerkt habe, dass sie zu Ilium hochflogen. Raphaels Stellvertreter fuhr sich mit beiden Händen durch das Haar. Das schwarze T-Shirt spannte über der Brust. Was haben die Leute gesehen? Doch nur Ilium und sie, die hinauf in den Himmel gerast sind. Auf den Bildern, die via Teleskop oder Satellit gemacht wurden, erkennt man nur einen blendenden Nebel aus Licht. Er breitete ein paar Ausdrucke auf Onnas Schreibtisch aus. Jedes Einzelne zeigte einen hellen Glanz, der sich in die Netzhaut einbrannte, mehr nicht. Was sich hinter dem Licht befand, war nicht zu erkennen. Ich werde dafür sorgen, dass durchsickert, Ilium und sie hätten einen Krafttransfer geprobt, wie Lijuan ihn mit ihren Truppen vornehmen kann. Dimitris Ton war klar, seine Gesichtszüge finster. Ich werde außerdem durchsickern lassen, dass der Versuch schief lief und Ilium in einem ungesteuerten Spannungsstoß die übertragene Kraft einbüßte, was zu Regen und Blitzen führte. Die Wucht des Zwischenfalls wird niemand vergessen, egal, ob das Experiment nun fehlgeschlagen ist oder nicht. Es zeigt, womit der Feind es bei euch zu tun bekommt. Er lächelte finster. Die Sache mit dem Experiment beantwortet auch Raphael hatte im Laufe der Jahrhunderte Dimitris taktischen Verstand oft bewundert, aber nie mehr als heute. Niemand wird ernsthaft glauben, ein gerade einmal 500 Jahre alter Engel könne aufsteigen. Wir müssen lediglich eine plausible alternative Erklärung liefern. Nachdem Dimitri gegangen war, nahm Elena eines der Fotos in die Hand. Raphael, bilde ich mir das nur ein oder bist du stärker geworden? Natürlich konnte seine Gemahlin die Veränderung spüren. Sie waren zu intim miteinander verbunden, es konnte gar nicht anders sein. Die aus Ilium strömende Kraft, die ich abfing, ist nicht an mir abgeglitten. Sie ist jetzt in mir, mit meiner Kraft verwoben wie eine Art Hilfsgenerator. Elena ließ das Foto fallen und stellte sich dicht vor ihn. Wenn es stimmt, was Helian sagt und es eigentlich um den Krafttransfer geht, dann wurde Ilium vorhin vorübergehend stärker, weil du bald mehr Kraft brauchst, als du selbst erzeugen kannst. Sie berührte seine Brust, dort, wo sein Herz schlug, fuhr sacht über seine rechte Schläfe. Dort leuchtete das Zeichen der Legion. Es wird etwas Schlimmes geschehen, etwas Schlimmeres als je zuvor. Er schloss sie schweigend in seiner Arme. Was hätte er auch sagen sollen? Sie wussten beide, dass Elena recht hatte. Elf Erzengel. Ein beinahe Aufstieg, der eine ganze Stadt hätte vernichten können. Zwei Uralte, die auf der Erde wandelten. Ein Erzengel, der eine verzerrte Art von Leben erschaffen konnte. Die Kaskade nahm Fahrt auf. Peking war bereits gefallen. New York und das Territorium von Elias hatten nur knapp überlebt. Niemand konnte vorhersagen, wie viel von der Welt noch stehen würde, wenn die Kaskade endete. Zusammen, Herr Bebdi. Immer, Erzengel. Das war Nalini Singh, Gilde der Jäger, Engelsmacht, ins Deutsche Übertragen von Dorothee Dansmann Gelesen von Elena Wilms